Und die Arbeitslosenzahlen steigen und die Stimmung kippt. Und meine Damen und Herren, liebe Sozialdemokraten, ich frage Sie, bekommen Sie das überhaupt noch eigentlich mit? Und ich verrate Ihnen mal, die Menschen fühlen sich regelrecht verschaukelt, wenn sie den Spruch des Kanzlers nochmal hören, niemand wird alleingelassen. So ist es auch mit diesem Haushalt. Da faseln die Sozialdemokraten was hier von Stabilität oder Entlastung. Und die Grünen feiern sich dafür, dass es hier keine sozialen Einschnitte gegeben haben soll. Und in Wahrheit ist dieser Haushalt ein regelrechter Belastungshammer. Dein Sprit, Gas, Strom, Gastro, Schulspeisung, Krankenversicherung, alles machen Sie mit höheren Steuern oder Abgaben natürlich teurer. Und damit machen Sie auch eine große Zahl von Menschen in diesem Land auch ärmer. Das sage nicht ich, das sage nicht ich, sondern das sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist nicht links, das ist wirtschaftsnah. Und deren Studie macht deutlich, dass Gutverdiener besser als andere davon kommen. Konkret heißt es, eine Spitzenverdienerfamilie, hören Sie gut zu, hat 262 Euro mehr. Eine Alleinerziehende mit einem Durchschnittseinkommen hat nur 144, nicht mehr, sondern sogar weniger. Obendrein, meine Damen und Herren, kürzen Sie natürlich. Sie kürzen bei den Asylbewerbern, Sie drohen den Arbeitslosen und Sie schaffen den erst eingeführten Bürgergeldbonus ab. Und auf der anderen Seite, ja, den Geldadel in diesem Land, die Reichen und die Mächtigen, da trauen Sie sich als Grüne, als Sozialdemokraten eben nicht dran. Oder an die Übergewinne der Mineralöl oder der Energiekonzerne. Sie sehen als Fortschrittskoalition regelrecht zu, wie die sich im letzten Jahr mit ihrer Beute hier vom Acker machen konnten. Meine Damen und Herren, Sie kürzen mit diesem Haushalt eine handfeste Wirtschaftskrise hinein. Und wer auch wirklich nur ein Funken Ahnung hat von Wirtschaft, der weiß, das ist nicht nur irre, das ist kontraproduktiv. Die deutsche Wirtschaft liegt im Koma und Sie verpassen ihr mit diesem Haushalt einen regelrechten Aderlass. Und meine Damen und Herren, Entlastungen wären mit diesem Haushalt für die breite Mitte überfällig. Drei Vorschläge von der Linken, Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme bei 7 Prozent belassen, die Steuer auf Grundnahrungsmittel streichen, dafür die Eilis und die Lidls mal die Übergewinne abknöpfen. Das wäre doch mal ein Anfang, meine Damen und Herren, ein Anfang für eine Politik der Mehrheit. Sie als Sozialdemokraten und Sie als Grüne haben sich von diesem Finanzminister hier vorführen lassen. Und Sie lassen vor allen Dingen die Menschen im Stich. Das ist armselig, so armselig wie Ihr Haushalt. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Frauke Heiligenstadt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht zwei Vorbemerkungen machen, obwohl ich nur drei Minuten habe. Erste Vorbemerkung. Wir haben in der Debatte erlebt, wie Rednerinnen und Redner die Gebrüder Grimm bemühen oder die Biene Maja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber Herr Brehm von der Unionsfraktion, der braucht gar keine Märchenerzähler, der hat die ganze Rede nur ein Märchen erzählt. Das ist wirklich echt Hanebüchen gewesen, was Sie hier vorgetragen haben. Und zweite Debatte, zweiter Beitrag, den ich bemerken möchte, ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die einen sagen, ihr macht so schlechte Politik, das bringt die Menschen in die Arme der Rechtsextremen. Und die anderen sagen, na ja, ihr wiegelt auf und ihr treibt die auf die Bäume. Und das bringt auch die Arme, die Menschen in die Arme der Rechtsextremen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann jedem Menschen schlecht gehen. Jeder Mensch kann unzufrieden sein, mal mit der Opposition, mal mit der Regierung, mit Politik insgesamt. Aber es gibt nicht einen, nicht einen einzigen Grund, in unserer Bundesrepublik Faschisten zu wählen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht einen. 1933 gab es keinen Grund, Faschisten zu wählen. Und 1945 haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Partei wieder gegründet, als es den meisten Menschen, die diese Partei gegründet haben, sehr schlecht ging. Und auch 2024 gibt es nicht einen Grund, Faschisten und Extremisten zu wählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür gehen im Übrigen jetzt auch 1.000 Menschen auf die Straße. So, jetzt bleiben mir nur noch anderthalb Minuten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen. Diese Koalition hat unter den schwierigsten Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade schon eben auch mehrfach in Beiträgen gehört haben, den Haushalt 2024 geeint. Das ist ein demokratischer Kompromiss, ein hartes Ringen um den richtigen Lösungsweg gewesen. Und das sind auch keine einfachen Zeiten. Und ja, wir muten auch Teilen unserer Gesellschaft Kürzungen zu. Aber ja, wir stärken vor allen Dingen unsere Demokratie. Wir stärken auch den Sozialstaat. Und damit stärken wir die innere Sicherheit in unserem Land. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Deutschland Verantwortung übernimmt für die Aufgaben in der Welt. Im Bereich der Verteidigungsaufgaben stärken wir unsere Sicherheitspolitik. Im Bereich der äußeren Sicherheit unterstützen wir über entwicklungspolitische Maßnahmen oder aber auch über die Finanzierung der Gelder in der Ukraine, dass die Demokratie erhalten bleibt und dass unser solidarisches Europa so stark bleiben kann, wie es jetzt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der dritte Punkt, der mir noch wichtig ist, zu sagen, wir stärken die Demokratie, indem wir zum Beispiel freiwilligendienste, zum Beispiel politische Bildung weiter verstetigen und entsprechend stärken. Auch das ist wichtig für die innere Sicherheit in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, es ist ein Haushalt mit Maß und Mitte. Und deshalb kann man denen nach diesen Debatten am Freitag auch ruhigem Gewissen zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Alexander Ullrich. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Woche lässt diese schlechteste Bundesregierung aller Zeiten ihren Haushalt beschließen vom Bundestag. Und wir hoffen für die Menschen in diesem Land, dass es der letzte Haushalt ist, die diese Ampelregierung hier zu verantworten hat. Deutschland befindet sich in einer Rezession. Und diese Bundesregierung will uns auch in dieser Woche wieder weismachen, dass die Gründe die äußeren Begebenheiten sind. Krieg in der Ukraine, Nachwirkungen von Corona. Warum schaffen es andere Industrienationen besser als Deutschland, die auch diese äußeren Auswirkungen haben? Nein, wir haben keine Bundesregierung, die so eine wettschärfende Sanktionspolitik macht, die dieses Land in eine Deindustrialisierung treibt. Deshalb muss diese Ampel so schnell wie es geht weg. Die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften, die IG Metall hatten in der letzten Woche von einem Schicksalsjahr 2024 gesprochen. Wenn nicht endlich in die Transformation dieser Wirtschaft rein investiert wird, wenn nicht endlich die Zeichen der Zeit erkannt wird, wenn man verhindern will, dass einer schleichenden Deindustrialisierung eine dauerhafte ist mit 10.000 oder 100.000 Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Nein, Herr Lindner, was Sie hier machen, ist nicht ein Haushalt, der sich, wenn man Schulden machen würde, versündigt an den kommenden Generationen. Wer das macht, was Sie tun, der versündigt sich an der Zukunft dieses Landes. Fehlende Investitionen in Schulen, Transformation, Bildung, Gesundheit, Pflege, das haben Sie zu verantworten. Und deshalb ist, glaube ich, Zeit, hier deutlich zu machen, diese Politik ruiniert dieses Land. Herr Lindner, wenn Sie Ihre Restlaufzeit im Bundesfinanzministerium noch etwas gut nutzen wollten, dann machen Sie Folgendes, sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter dafür eingesetzt werden, Steuerschlupfläche zu schließen und keine Seminare zu besuchen bei Arbeitgebern und Reichen, um Ihnen zu erklären, wie man Steuern in diesem Land sparen kann. Das ist nicht Aufgabe von Ihrem Ministerium. Sie müssen eigentlich das andere tun. Aber Sie sind der Glücksbringer für die Wohlhabenden in diesem Land. Die Schuldenbremse muss weg. Wir brauchen Zukunftsinvestitionen. Und ein allerletztes, diese Ampel ist ein Totalausfall und leider auch die Opposition aus CDU, CSU und AfD. Deshalb gibt es seit dem Wochenende das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir sind bereit. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Michael Schrody. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die CDU-CSU-Fraktion hat heute deutlich gemacht, dass sie Oppositionsarbeit aus dem letzten Jahrtausend machen will. Obstruktion und destruktive Kritik. Keine eigenen Vorschläge, keine eigenen Änderungsanträge. Man müsse, so hat das Franz Josef Strauß in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends gesagt, ein düsteres Szenario der Bundesrepublik malen. Das Staatsschiff müsse wesentlich tiefer sinken. Die Union wolle sich dann als Retter präsentieren. Sie verlangen heute mehr Investitionen. Sie wollen gleichzeitig, dass mehr gespart wird. Sie weisen auf andere Länder, die mehr investieren würden, übrigens kreditfinanziert. Sie klagen dann aber, wenn wir genau dies tun wollen. Sie blockieren das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss. Sie betreiben hier Finanz- und Haushaltsvoodoo, anstatt seriöse Oppositionspolitik zu machen. Und das geht so nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und in Bayern, Herr Brehm übrigens, da haben die Geister, die Herr Söder und Herr Aiwanger riefen, in einem Bürgerentscheid gegen Windkraft im Chemiedreieck gestimmt. Im Chemiedreieck, wo diese Unternehmen dringend erneuerbare Energien wollen und brauchen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Die Geister, die Sie riefen mit Ihrer populistischen Politik, die schaden dem Wirtschaftsstandort Bayern und Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Und hören Sie endlich auf, mit der falschen, wie auch gefährlichen Erzählung, die Politik dieser Bundesregierung sei Ursache für die aktuellen Umfragewerte der Rechtsextremen. Wie klein machen Sie sich eigentlich als Partei, als CDU, CSU, selbst mit dieser Erzählung? Und zweitens, Frau Geheiligenstadt hat doch recht. Es gab und gibt keinen einzigen Grund, Faschisten zu wählen. Ich würde erwarten, dass Sie bei dem Satz selbst auch mal klatschen würden. Aber da waren Sie stumm. Auch das ist bezeichnend in dieser Debatte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schauen Sie auf die letzten Tage, die letzten Wochen und Monate, wenn Rechtsextremisten, unter anderem auch aus Personen aus dieser Fraktion hier rechts von Ihnen, millionenfach Menschen vertreiben wollen und unseren demokratischen Rechtsstaat angreifen wollen, dann stehen die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes solidarisch zusammen. Auch hier noch mal Dank an die Hunderttausend der letzten Wochen und Monate, die auf die Straße für unseren Rechtsstaat und die Demokratie gegangen sind. Mit diesem Haushalt setzen wir klare Prioritäten. Wir stärken diesen sozialen Zusammenhalt. Ich nenne nur zwei Beispiele für die Kommunen. Dort wird Demokratie erlebbar. Das ist für uns nicht das Kellergeschoss wie für die CDU, CSU, sondern das Fundament unserer Demokratie. Deswegen werden wir jetzt mehr Geld zur Verfügung stellen für das Programm Sanierung und kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur und auch die Finanzmittel beschleunigt auszahlen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war am Sonntag auf einer Demonstration in meinem Wahlkreis in der Stadt Dachau, in der Stadt, in der die Nationalsozialisten das erste Konzentrationslager errichtet haben. Hier haben 4.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Wir wissen um die Bedeutung der Erinnerungsarbeit. Auch deshalb fördern wir die Sanierung und Modernisierung von Gedenkstätten, wie die der Gedenkstätte Dachau. Auch das ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung unserer Demokratie. Ein guter Haushalt auch in diesem Sinne. Deshalb wünsche ich gute Debatte und am Ende eine Zustimmung für diesen Haushalt 2024. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zu den Abstimmungen, und zwar zunächst über den Einzelplan 08, Bundesministerium der Finanzen in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen und die fraktionslosen Abgeordneten. Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist der Einzelplan 08 angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 20, Bundesrechnungshof, in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Oppositionsfraktionen und die Fraktionslosen. Das sieht einstimmig aus. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist der Einzelplan 20 einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Einzelplan 17, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 8.617 und 8.661. Berichterstattung haben die Abgeordneten Bruno Höhnel, Felix Döring, Paul Lerida, Claudia Raffelhüschen, Ulrike Schielke-Ziesing, Dr. Gesine Lötzsch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich bitte, die Plätze einzunehmen, und ich eröffne die Aussprache. Zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Paul Lerida. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Wir beraten heute abschließend den Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für das Jahr 2024. Und das sollte vor allem die grüne Ministerin und die wackelige Regierungskoalition zum Anlass zur etwas kritischen Reflexion nehmen und zu etwas mehr Demut führen. Als ich letztes Jahr am 5. September zur ersten Lesung des Haushalts reden durfte, da dachte man schon, schlimmer kann es nicht werden. Die Eckwerte haben Sie ganz vergessen. Wegen unüberblickbarer Differenzen. Dann wurde der Haushaltsentwurf völlig verspätet vorgelegt und der Einzelplan aufgrund einer völlig verfehlten Prioritätensetzung einer Kürzungsorgie unterzogen. Weiterhin nicht zu vergessen, dass öffentlich ausgetragene Hickhack zwischen Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus um die Kindergrundsicherung. Ähnlich wie bei den Bauernprotesten vor ein paar Wochen fanden viele Demonstrationen zum Beispiel von freiwilligendienstleistenden statt. Grund zur Klage gab es leider mannigfach. Für gewöhnlich rekurrieren Sie, wenn Sie die von Ihnen geschaffene Realität einholt, auf die von der Union geführte Bundesregierung. Ein solches Trauerspiel gab und wird es mit der CDU und CSU nicht geben. Das gilt im Besonderen auch in Bezug auf verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Hier hat sie erst unsere Klage und das Urteil des Verfassungsgerichts zur Raison gebracht. Taschenspielertricks in Bezug auf intransparente Sondervermögen und Notlagen, die keine sind, und obendrein eine bis zu an die Grenze einigereizte Neuverschuldung. Das hat nichts mit Verantwortung für unser Land und die kommenden Generationen, die diese Schulden abtragen müssen, zu tun. Einen Tag nach dem Urteil aus Karlsruhe am 16. November sind Sie dann in die Bereinigungssitzung Teil 1 geradezu hineingestolpert und haben die meisten Kürzungen im Einzelplan 17 wohl aufgrund des Drucks, den Sie auf der Straße bekommen haben, wohl aus Angst, dass Sie bald niemand mehr wählt, zurückgenommen. Souveränes Handeln nach einem klaren Kompass sieht ganz anders aus. Die Folge ein Auf und Ab für den Kinder- und Jugendplan, die Freiwilligendienste, die frühen Hilfen, die Mehrgenerationenhäuser und die Wohlfahrtsverbände und gänzlich unangemessen für die vielen sozialen Träger und Verbände, die unser Land besser machen. Die Ehrenamtlichen wurden völlig ohne Not verunsichert. Stapel von Postkarten gingen in den Büros ein, um die freiwilligen Dienststellen zu erhalten. Dann die Kehrtwende, die Sie ja in vielen Bereichen immer wieder vollziehen, die aber mit großer Vorsicht zu genießen ist. Und ich rate Ihnen, machen Sie sich endlich ehrlich und schenken Sie den Menschen, die von Ihnen abhängig sind, rein Wein ein. Der Einzelplan 17 läuft im nächsten Jahr auf ein haushalterisches Nadelöhr zu. Grüne Klientelpolitik, die Etablierung der kostenintensiven Großprojekte der Kindergrundsicherung, dessen Wirksamkeit sogar in der Koalition umstritten ist, wird bereits im nächsten Haushaltsjahr vielen etablierten Zuwendungsempfängern das Wasser bis zum Hals steigen lassen. Hier fließen 400 Millionen Euro nur in die Verwaltung. Die Haushaltslage der Ampelkoalition war bereits vor dem Urteil aus Karlsruhe aufgrund ihres schlechten Wirtschaftens mies und hat sich jetzt noch einmal deutlich verschärft. Ein erstes Anzeichen konnten Sie letzte Woche in der Zeitung lesen. Für nächstes Jahr fehlen dem Bundeshaushalt bereits jetzt eine Summe zwischen 10 und 20 Milliarden Euro. Das wird erneut ein Hauen und Stechen um Ihre mittlerweile knappste Ressource geben, das Geld. Vorhin habe ich gesagt, die meisten Kürzungen wurden zurückgenommen. Dabei muss man allerdings zwei Fakten beachten. Erstens, die Rücknahme der Kürzungen geschah nicht etwa infolge einer Prioritätensetzung und Konsolidierung der Ausgaben insgesamt. Das würde eine verantwortungsvolle Bundesregierung tun, sondern durch Mehrausgaben von über einer halben Milliarde Euro. Ich sagte vorhin, dass Sie versämtliche Kürzungen zurückgenommen haben. Das Elterngeld bringt in diesem Haushaltsentwurf ein Sonderopfer für Ihre verkaufte Haushaltspolitik. Hier sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um eine Viertelmilliarde. Damit schwächen Sie gemeinsame Fürsorgezeit der Eltern. Damit behindern Sie die Gleichstellung und stellen Frauen erneut vor die Wahl, Kind oder Karriere. Das ist mit der Union nicht zu machen. Zusammengefasst kehren Sie für den nächsten Haushalt wieder zu einem geordneten Verfahren zurück. Setzen Sie Prioritäten beim Elterngeld, im Kinder- und Jugendplan, den frühen Hilfen, den Mehrgenerationenhäusern und den Wohlfahrtsverbänden. Und konsolidieren Sie Ihre Ausgaben. Sonst fahren Sie dieses wichtige Ministerium 2025 vor die Wand. Die vielen Ehrenamtlichen in den Verbänden haben verdient, dass man mit ihnen fairer, besser und aufrichtiger umgeht. Herzlichen Dank. Das Wort hat Bruno Hünel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als die parlamentarischen Haushaltsberatungen fast abgeschlossen waren, hat das Bundesverfassungsgericht einen Tag vor der Bereinigungssitzung ein sehr weitreichendes Urteil gefällt, das eben nicht nur den Bund, sondern gleichermaßen auch die Länder betrifft, und zwar unabhängig davon, welche Farbe die jeweilige Landesregierung hat. Das Urteil zeigt, dass wir beim Umgang damit uns jenseits von parteipolitischen Grenzen bewegen, und es zeigt, dass die aktuellen Schuldenregeln ein Update brauchen, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Wir müssen mehr in unser Land investieren, damit wir den immensen Zukunftsaufgaben gerecht werden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eine dieser großen Zukunftsaufgaben ist ja der gesellschaftliche Zusammenhalt, der aktuell auf eine wirklich harte Probe gestellt wird. Wir erleben eine zunehmende Polarisierung. Die Angriffe auf unsere Demokratie nehmen zu. Gezielte Desinformationskampagnen sollen die Menschen aufwiegeln. Lügen werden als Wahrheiten verkauft, und es wird versucht, mit den Sorgen und Ängsten der Menschen zu spielen. Es ist exemplarisch, dass sich Beatrix von Storch hier angesprochen fühlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, diese Entwicklungen sind besorgniserregend, aber die Mehrheit der Menschen in diesem Land stellt sich dem entgegen. Das haben Hunderttausende Menschen überall in Deutschland in den letzten Wochen klargemacht. Bei mir im Wahlkreis in Lübeck waren so viele Menschen auf der Straße wie seit Jahrzehnten nicht. Sie stehen auf für eine offene Gesellschaft, für unsere wehrhafte Demokratie, die wir gegen ihre Feinde verteidigen werden. Zivilgesellschaftlich auf der Straße, aber auch hier im Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Etat des BMF ist der Fjord. Unser Gesellschaftsministerium ist ja dabei zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Demokratiebildung und die Stärkung ehrenamtlicher Strukturen in unserem Land. Deswegen haben wir genau darauf auch einen Fokus, eine Priorität in diesem Haushaltsverfahren gelegt. Gemäß Regierungsentwurf sollten 13,35 Milliarden Euro im Einzelplan 17 zur Verfügung stehen. Heute, einige turbulente Wochen später, haben Sie einen Haushaltsplan vorliegen, der nochmal zusätzliche 521 Millionen Euro an Barmitteln ausweist, davon 161 Millionen allein im Programmbereich. Und ich glaube, das ist richtig so. Das ist ein wichtiges Signal auch an all die Menschen, die aktuell auf die Straße gehen, trotz Konsolidierungsdruck, trotz Milliardenloch nach dem Verfassungsgerichtsurteil, kürzen wir eben gerade nicht bei Kindern und Jugendlichen. Wir kürzen gerade nicht bei der Förderung des Ehrenamtes. Ganz im Gegenteil, wir stärken diese Bereiche und wir priorisieren sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Herr Lerrieder, Sie haben jetzt hier im Plenum von einer Kürzungsorgie gesprochen. Herr Mittelberg meinte gerade eben noch, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir geben viel zu viel Geld aus in diesem Land. Da passt einiges nicht zusammen bei Ihnen in Ihren Reden. Und das haben wir auch im Haushaltsausschuss gesehen. Sie haben beispielsweise der Erhöhung der Freiwilligendienste nicht zugestimmt. Sie haben sich enthalten, eine Union, die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, haltungslos in einer Zeit, in der wir gerade von Demokraten so viel mehr Haltung bräuchten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe es gerade angesprochen. Das größte Plus haben wir mit 80 Millionen Euro zusätzlich zur Sicherung der Freiwilligendienste bewirken können. Das sind im Endeffekt sogar zwei Millionen Euro mehr als noch 2023 zur Verfügung standen. Und das ist wichtig, denn die Freiwilligendienste geben jungen Menschen die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Sie helfen bei der beruflichen Orientierung und sie sind eben gerade ein Paradebeispiel für zivilgesellschaftliches Engagement. Darüber hinaus haben wir 49 Millionen Euro zusätzlich für den Kinder- und Jugendplan zur Verfügung gestellt. Insgesamt 244 Millionen Euro. Da stecken zahlreiche wichtige Maßnahmen und Projekte drin, beispielsweise die Jugendmigrationsdienste, die Respect Coaches, der Garantie von Hochschule, aber eben auch Vorhaben wie die Juniorwahlen oder das Projekt Offroad-Kids, das gezielt junge Obdachlose unterstützt und erreicht. Wir haben also die Kinder- und Jugendpolitik insgesamt gestärkt. Wegen der schwierigen Haushaltssituation gab es, das gehört zur Wahrheit dazu, bei vielen Zuwendungsempfängern natürlich Sorgen um wichtige Programme und Projekte. Ich glaube aber, mit diesem Haushalt geben wir da jetzt Sicherheit. Und wir machen eben auch deutlich, dass wir auch in Zeiten der Haushaltskonsolidierung genau zu diesem Programm und Projekten stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil es auch angesprochen wurde, möchte ich ganz kurz noch auf das Elterngeld zu sprechen kommen, wo bereits im Regierungsentwurf Einsparungen vorgenommen werden mussten, weil eben Konsolidierungsauflagen erfüllt werden mussten. Den ursprünglichen Vorschlag, die Einkommensgrenze abzusenken, haben wir aufgegriffen, aber eben eine schrittweise Senkung daraus gemacht, die nicht bei 150.000 Euro liegen wird, sondern im Endeffekt bei 175.000 Euro. Das sind ungefähr 200.000 Euro brutto. Das betrifft also einen winzigen Anteil bisher leistungsberechtigter Personen unter 2 Prozent der betroffenen Eltern, aber eben gerade nicht die große Mehrheit der Familien, die unbedingt auf das Elterngeld angewiesen sind. Sie bekommen weiterhin das Elterngeld in gleicher Höhe. Und das ist richtig und das ist gerecht so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche gilt für diesen Haushalt, für den Einzelplan 17. Deswegen können Sie unbesorgt zustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Es sind schon ungewöhnliche Zeiten, in denen wir diesen Haushalt beschließen. Ungewöhnlich ist aber auch Ihr Haushalt, Frau Ministerin, oder besser gesagt gewöhnlich grün. Was meine ich damit? Wir behandeln hier den Etat des Familienministeriums. Was Sie vorgelegt haben, ist ein Haushalt durchtränkt von Partikularinteressen. Grünen Partikularinteressen, um es genauer zu sagen. Denn wo haben Sie als Familienministerin dieses Jahr ursprünglich den Rotstift angesetzt? Beim Elterngeld, bei den Freiwilligendiensten, bei der Kinder- und Jugendpolitik. Also überall dort, wo es um die Quintessenz Ihres Ministeriums ging. Durch einen Aufwuchs im Gesamteinzelplanen wurden dann doch noch einzelne Bereiche quasi in letzter Sekunde gerettet. Aber wir konnten bei der Planung sehen, wo bei Ihnen als Ministerin der Fokus liegt. Dabei ist ausreichend Geld vorhanden, jede Menge, wie wir immer wieder erfahren. Nur die Prioritäten stimmen nicht. Wenn es in Ihrem gesamten Haushalt nicht einen Cent weniger gibt, sondern reichlich viel mehr Geld, dann bei der Förderung der grünen-linken Vorfeldorganisationen. Nur nennt man das dann nicht so, sondern bezeichnet es als Demokratieförderung. Dass das Wort Demokratie hier vollkommen missbraucht wird, kann man anhand des sogenannten Demokratie-Lebensprogramms sehen. Schauen wir uns auch ein paar Beispiele gemeinsam an. Die berühmt-berüchtigte Antonio-Amadeo-Stiftung erhält beispielsweise mehr als eine Million Euro für das Projekt Good Gaming – Well Played Democracy, wo, ich zitiere, reichweitenstarke Influencer sowie Multiplikatoren für grundsätzliche Bekenntnisse und kampagnenhaftes Werben für Good Gaming im Sinne einer demokratischen und vielfaltsorientierten Grundhaltung zusammengebracht werden. Zack, eine Million weg. Nächstes Beispiel. Eine Viertelmillion werden vergeben, um Safe Spaces anzubieten für BIVOC und TIN-BIPOC-Personen. Wer hier all die Abkürzungen nicht kennt, keine Sorge, man kann es auch einfacher ausdrücken. Alles, was nicht weiß und männlich oder irgendeiner Norm entspricht, ist willkommen, alle anderen nicht. Dieser Safe Space besteht übrigens aus zwei kleinen Räumen in Berlin-Kreuzberg mit ein paar bunten Sofas. Nochmals das alles für eine Viertelmillion Euro jährlich. Natürlich findet man unter den Empfängern auch die grüne Heinrich-Böll-Stiftung, die 500.000 Euro erhält, um im Bereich Antifeminismus, feministische Außenpolitik, Feminismus für die postmigrantische Gesellschaft usw. zu forschen. Noch skurriler wird es etwa mit geförderten Maßnahmen wie Queering, Masculinities oder Verlernräumen zu toxischen Männlichkeiten. Oder man wundert sich, wer alles über den Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung gefördert wird. Unter den Empfängern findet man dann auch Organisationen wie das Council of the Baltic Sea States mit Sitz in Stockholm. Diese Liste könnte ich ewig weitermachen und Ihnen unzählige Empfänger nennen. Dahinter stehen abertausende bezahlte Mitarbeiter, die dann irgendwas mit Demokratie machen. Und was demokratiefördernd ist, definiert der grün-linke Zeitkreis. Das Familienministerium wird hier immer mehr zu einem Selbstbedienungsladen für grün-linke Organisationen degradiert. So etwas lehnen wir als AfD-Fraktion entschieden ab. Schaut man sich die wenigen Empfänger an, die beispielsweise im Bereich Antisemitismus tätig sind und tatsächlich Hilfe leisten, etwa beispielsweise das Anne-Frank-Zentrum, dann stellt man fest, dass diese zusammengerechnet nicht einmal fünf Prozent der sogenannten Demokratiemittel erhalten. Zufall? Wohl kaum. So wie es auch kein Zufall war, dass sie auch dieses Jahr das dritte Mal in Folge die Gelder für die Förderung der Jugendorganisationen politischer Parteien alle bis auf eine natürlich wieder verdoppelt haben. Da waren zusätzliche Millionen für die Juso-Kumpels in der Republik plötzlich wieder ganz locker. Oder das Budget der Antidiskriminierungsbeauftragten, die mit der Besetzung durch Frau Attermann jetzt auf ein Fünffaches des Budgets von 2022 zugreifen kann. Bei so viel Geldsegen für die eigene Klientel findet man schnell viel Diskriminierung. Zur Not erfindet man die oder hetzt, wie wir in den letzten Wochen bestens beobachten dürfen, in bester Regierungstreue gegen die Opposition. Die vielen Helfershelfer in der Republik, die alle rein zufällig irgendwelche Posten bei SPD und Grünen innehaben, springen doch gerne ein, denn spätestens beim nächsten Demokratiefördergesetz gibt es wieder reichlich Geldsegen. Eins muss man am Ende doch noch erwähnen, dass sie als Ampel es geschafft haben, sogar einen Antrag zu stellen, um im Palliativ- und Hospizbereich Gelder zu streichen. Zur Zitat, Finanzierung anderer Maßnahmen im Einzelplan spricht eigentlich Bände. Das eingesparte Geld sollte dann unterschiedlichen Gruppen zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise zur Förderung des Verbands der Zirkuspädagoginnen. Das muss man nicht kommentieren, das spricht für sich selbst. Wir als AfD lesen vollen Herzens diesen Einzelplan ab. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Felix Döring das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, als mich meine Fraktion im Frühjahr des letzten Jahres gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Verantwortung im Haushaltsausschuss zu übernehmen, Da habe ich mir das ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt, aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Das bezieht sich sowohl auf den zeitlichen Ablauf als auch auf den Regierungsentwurf, den wir da vorgelegt bekommen haben. Und ich muss am Anfang noch mal ganz kurz Bezug nehmen, Frau Schicke-Ziesing von der AfD. Sie haben gerade versucht, hier möglichst viele Dinge aufzuzählen, die aus Ihrer Sicht skurril klingen. Ich will Ihnen sagen, woran das liegt. All diese Projekte, all diese Menschen, die Sie gerade genannt haben, die setzen sich für eine plurale Demokratie ein und stehen somit Ihren Interessen massiv entgegen. Deswegen geht Ihnen das gegen den Strich. Da kann ich verstehen, dass Sie das aufregt. Aber das ändert nichts daran, dass es richtig ist und dass wir deshalb auch weiterhin 200 Millionen Euro für die Demokratieförderung in diesem Haushalt zur Verfügung stellen. Und Herr Lehrieder, trotz aller persönlichen Wertschätzung, Sie haben gesprochen jetzt von Kürzungen bei den Mehrgenerationenhäusern im Kinder- und Jugendplan, bei den Freiwilligendiensten und so weiter. Ich hatte ehrlicherweise den Eindruck, Sie haben hier Ihre Rede aus der ersten Haushaltsrunde gehalten. Denn ja, das war ein problematischer Regierungsentwurf, den wir da bekommen haben. Aber wir als Parlament, wir als Koalition haben voller Selbstbewusstsein gesagt, diese Baustellen, die nehmen wir uns vor. Und wir haben sämtliche Kürzungen in den Bereichen rückgängig gemacht. Und einige davon sogar noch mal aufgestockt. Ich würde Sie bitten, das entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Co-Berichterstattern Bruno Hödel und Claudia Raffelhüschen. Wir haben da sehr gut zusammengearbeitet. Und ich kann das ja mal offenlegen und an einem Beispiel festmachen. Noch bevor wir uns in den Verhandlungen den großen Brocken gewidmet haben, habe ich gesagt, liebe Leute, die Länder haben angeboten, dass die Förderung für die internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz massiv ausgebaut wird, wenn wir als Bund mitziehen. Und wir haben zu dritt, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, jawohl, da sind wir dabei. Sorry ans Ministerium, dass wir das in der Öffentlichkeitsarbeit rauskürzen mussten. Aber ich glaube, das Geld ist dort wesentlich besser aufgehoben. Und ich freue mich auch sehr, dass wir gesagt haben, wir wollen uns zu dritt mal auf den Weg machen, dorthin fahren, uns von der wichtigen Arbeit selbst ein Bild machen. Und ich finde bei allem, was auch immer so über die Konflikte innerhalb der Ampel geschrieben und geredet wird, wenn drei Ampelpolitiker beschließen, sogar noch mehr Zeit miteinander zu verbringen, als das eigentlich nötig wäre, dann kann es so schlecht um das ja nicht stehen. Im Bereich Demokratieförderung, ich habe es vorhin angesprochen, haben wir die kompletten 200 Millionen wieder über die Ziellinie gebracht. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo Millionen von Menschen auf die Straße gehen, ist das wichtiger denn je. In meiner Heimatstadt Gießen, verzeihen Sie mir bitte den Lokalpatriotismus an der Stelle, waren 15.000 Menschen am Samstag letzte Woche auf der Straße. Und ich weiß, ich habe jetzt eigentlich vermutet, es klatscht niemand, weil ich der einzige Gießner hier im Raum bin, aber ich weiß, die sitzen alle am Fernsehgerät und klatschen im Wohnzimmer. Und ich habe auch eine Statistik gesehen, wonach das bundesweit in Relation zur Einwohnerzahl die größte Anzahl an Demonstrantinnen und an Demonstranten war. Und weil ja von Seiten, ja, weil ja von Seiten der AfD immer behauptet wird, wir sind das Volk und so weiter. Und weil auch behauptet wird, sämtliches Geld im Bereich Demokratieförderung würde verwendet, um staatlich gelenkte Berufsdemonstranten zu finanzieren. Auch das haben wir ja schon häufiger gehört. Ich habe da mal eine Beispielrechnung. Bundesweit waren in den letzten Wochen zwei Millionen Menschen auf der Straße, um gegen rechts und für die Demokratie zu demonstrieren. Wenn man jetzt mal rechnet, dass so ein durchschnittlicher Demonstrationsaufenthalt zwei Stunden dauert, dann wären das vier Millionen Arbeitsstunden, die aus diesen 200 Millionen finanziert werden müssten. Das würde einen Stundenlohn von zwei Cent machen. Ich will Ihnen sagen, die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen und für unsere Demokratie einzustehen, die ist so groß, dass wir das nicht mal finanzieren könnten, selbst wenn wir das wollten. Und ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Im Kinder- und Jugendplan, ich habe es vorhin schon angedeutet, hatten wir die problematische Ausgangssituation, dass 44 Millionen Euro gekürzt werden sollten. Wir haben das nicht nur rückgängig gemacht, sondern sogar noch leicht aufgestockt. Mir ist wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, ich weiß, dass der tatsächliche Bedarf an einigen Stellen noch größer ist. Trotzdem war es in Krisenzeiten eine große politische Leistung, die wir gemeinsam geschafft haben an dieser Stelle für die Jugendverbandsarbeit, für aber auch die Respectcoachs, die Demokratieförderung. An Schulen betreiben, für den Garantiefonds Hochschule, dessen Weiterarbeit wir jetzt ermöglichen, der Stipendien und Sprachkurse für Akademiker, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, anbietet. All das sind großartige Erfolge, auf die wir stolz sein können und stolz sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch bei den Freiwilligendiensten haben wir die Kürzungen rückgängig gemacht. Die Kollegen haben es vorhin schon angesprochen. Damit senden wir ein wichtiges Signal an all jene, die sich engagieren, die ein solches freiwilliges Soziale Jahr ableisten und sagen, jawohl, wir sehen euch und wir wollen daran arbeiten, dass die Kapazitäten ausgebaut werden und nicht weggekürzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Thema Elterngeld ist ja auch schon einiges gesagt worden. Da hatten wir den Vorschlag des Ministeriums, die Grenze des zu versteuernden Einkommens zu senken. So weit, so gut. Wir haben uns da auf eine etwas kleinere Lösung geeinigt und senken das zu versteuernde Einkommen zunächst auf 200.000 und dann auf 175.000 Euro. Brutto ist das ja noch mal deutlich mehr. Und ich finde, damit haben wir wirklich auch in dieser Grauzone oder in diesem Zwischenbereich durchaus die problematischen Fälle mit abgedeckt. Und wir nehmen noch eine weitere Verbesserung beim Elterngeld vor. Wir schränken die Möglichkeit, ein Parallelelterngeld zu beziehen, weil das für mehr Gleichstellung sorgt. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Tendenz dazu, dass immer mehr Eltern gleichzeitig Elterngeld beziehen. Nachgewiesenermaßen hat das aber negative Effekte auf die Verteilung der Sorgearbeit zwischen Frau und Mann. Und das kann nicht unser Ziel sein. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich gönne es ehrlich gesagt auch jeder Familie, die parallel Elternzeit nimmt und dann vier Monate mit dem Wohnmobil durch die Welt fährt. Aber nachgewiesenermaßen hat das eben keine guten Einflüsse auf die Verteilung der Kehrarbeit. Und deswegen sagen wir, das Elterngeld ist eine gleichstellungspolitische Leistung. Und deswegen wollen wir diesen gleichstellungspolitischen Aspekt an der Stelle noch besser machen. Herr Kollege Döring, ich habe die Uhr angehalten. Herr Kollege Döring, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten von Storch? Ach, das muss jetzt nicht sein. Sie kann sich ja dann gleich noch mal zu Wort melden. Die 20 Sekunden will ich jetzt noch fertig sprechen. Das Wort vergebe ich. Gut. Genau, das machen Sie völlig klar. So. Ja, genau. Sie wollen mir was von demokratischer Erziehung erzählen. Ja, ist klar. Also, wir haben es geschafft, nicht nur diese Kürzungen rückgängig zu machen, sondern wir haben es auch geschafft, nach dem KTF-Urteilsschock all diese Rücknahmen der Kürzungen über die Ziellinie zu bringen. Das zeigt uns, welche Priorität die Ampel, welche Priorität wir diesem Bereich widmen. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und bedanke mich ebenso für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat nun Claudia Raffel-Hüschen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es beim Haushalt 2024 zum ersten Mal seit langer Zeit mit einem Haushalt zu tun, der den einzelnen Ressons, für mein Empfinden, noch immer recht überschaubare Vorgaben für Einsparungen gemacht hatte. Persönlich bin ich sehr froh, und zwar nicht erst seit dem Karlsruher Gerichtsurteil, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen. Denn, wenn es uns im Einzelplan 17 wirklich um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen geht, sollten wir ihnen nicht mehr Schulden hinterlassen, sondern mehr Spielräume schaffen, mit denen sie ihre Zukunft selbst gestalten können. Nicht immer stehen allerdings die Einsparungen in einem guten Verhältnis zu dem, was durch sie verloren gegangen wäre. Von daher bin ich froh, dass wir als Koalition doch noch einige Punkte aus dem Regierungsentwurf reparieren konnten. Allen voran den Garantiefonds Hochschule, mit dem die Otto-Bennecke-Stiftung seit über 50 Jahren ausländische Hochschulkandidaten unterstützt. Dass der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften nicht weniger wird, ist klar. Und daher hoffe ich, dass das Ministerium sich zukünftig wieder dem Willen des Parlaments anschließen und die Otto-Bennecke-Stiftung nicht sterben lassen wird. Auch die Aufstockung für die deutsche Sportjugend, den Bundesjugendring und die Obdachlosenhilfe Offroad-Kids sind gute Investitionen in die Zukunft der betroffenen Jugendlichen. Die Sportförderung ist für mich im Familienetat übrigens die beste Form der Demokratieförderung. Nirgends sonst lernen Jugendliche so klar und unmittelbar, was Fairness und Respekt bedeuten und dass in einer Demokratie jeder, unabhängig seiner Herkunft, die Chance hat, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit einzubringen, im Team seine Talente zu feiern und bei Niederlangen aufgefangen zu werden. Eine furchtbare Parallele zum Haushalt des letzten Jahres ist für mich, dass wir nun zum zweiten Mal in kurzer Zeit Bedarf aus einem neuen Krieg zu bewältigen haben. 2022 war es der Ukraine-Krieg. Nun ist es seit dem 7. Oktober der Hamas-Terror in Gaza. Beide Kriege betreffen uns in Europa und vor allem in Deutschland existenziell. Bei der Ukraine aufgrund der großen Anzahl von Flüchtlingen, die wir seit Februar 2022 gerne aufgenommen haben. Beim Gaza-Krieg aufgrund unserer besonderen historischen Beziehung zu Israel. Für viele war es daher erschreckend zu sehen, wie offen das Existenzrecht Israels hier in Deutschland angezweifelt wird und wie massiv und weit verbreitet die Ausbrüche an Antisemitismus waren und leider immer noch sind. Daher bin ich sehr dankbar, dass wir uns als Koalition sofort einig darin waren, den deutsch-israelischen Jugendaustausch durch CONNECT im Kinder- und Jugendplan nochmals stärker zu unterstützen. Doch das Thema ist im Einzelplan 17 nicht überall so unproblematisch. Sowohl bei der Demokratieförderung als auch bei der Antidiskriminierungsstelle hat es leider in der Vergangenheit Empfehlungen und Zuwendungen für Vereine gegeben, die durch einzelne Vertreter und Projekte mit antisemitischen Tendenzen aufgefallen sind. Diese Entscheidungen wurden korrigiert, was ich als Beleg dafür verstehe, dass BMFSFJ alles unternimmt, um seine Zuwendungsempfänger auf antisemitische und andere menschenverachtende und verfassungsfeindliche Haltungen zu überprüfen und gegebenenfalls streng zu sanktionieren. Eine grundsätzliche Differenzierung zwischen Trägern und ihren Projekten oder zwischen Einzeltätern und den Vereinen, die sie vertreten, halte ich hierbei allerdings für wenig hilfreich. Und auch die bisherige starke Priorisierung beim Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus scheint mir angesichts der offen anti-israelischen Stimmungsmache auf unseren Straßen, die im vergangenen Jahr mit eindeutig israelfeindlichen Demos ihren Höhepunkt nahmen, an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Schulen aus allen Bundesländern melden dramatische Anstiege von antisemitischen Äußerungen, sehr oft von muslimischen Schülern und sind damit offenkundig überfordert. Es ist daher gut, dass wir jetzt nochmals viel Geld in die Hand nehmen, und die Respect-Coachs auch in 2024 gut auszustatten. Ich erwarte aber auch, dass die Coaches jede Form von Hass und Extremismus bekämpfen, ganz besonders auch den anti-israelischen Antisemitismus muslimischer Milieus. Da sind wir nicht nur Israel schuldig, sondern auch einem friedlichen Miteinander an unseren Schulen und letztlich unserem eigenen Grundgesetz. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Silvia Brier das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin, Vertrauen! Als Menschen brauchen wir Vertrauen innerhalb der Familie, Vertrauen zu besten Freunden, und die Menschen brauchen auch Vertrauen in die Politik, in uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, in die Bundesregierung und auch in Sie, Frau Ministerin. Dieses Haushaltsverfahren allerdings der vergangenen Monate hat eine ganze Menge Vertrauen zerstört. Und daran ist nicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und das Chaos, die Streiterei der vergangenen Wochen und Monate, alleine verantwortlich. Dafür tragen auch Sie Verantwortung, Frau Ministerin, mit Ihrem Regierungsentwurf, den Sie hier vorgestellt haben, für Ihren Etat. Und ich möchte mal auf die Debatte von dem vergangenen Herbst zurückblicken. Auch dort haben Sie Ihren Entwurf als alternativlos selber verteidigt, das auch in vielen Interviews. Und ich habe es in der Rede schon gesagt, ich habe nicht einmal damals von Ihnen gehört, das kann so nicht sein, diese Kürzungen dürfen nicht sein. Und ich habe Ihren Entwurf als Offenbarungseid für Sie als Ministerin bezeichnet. Untragbare Kappungen beim Elterngeld, die das Vertrauen der werdenden Eltern in die finanzielle Zukunft zerstört haben. Die wahnsinnigen Kürzungspläne bei den Freiwilligendiensten, die das Vertrauen der Freiwilligen, der Einrichtungen, der Organisationen in die persönliche Lebensplanung, aber auch in die Personalplanung zerstört haben. Die Kürzungen bei der frühkindlichen Bildung, die das Vertrauen und die Anerkennung der dort Arbeitenden genommen und einfach zerstört haben. Und ich könnte das unzählig weiterführen. Positiv an dieser Stelle allerdings, und ich habe es vorhin schon angekündigt, und ich muss das sagen, Danke und Anerkennung den familienpolitischen Kollegen der Ampel, die das genauso gesehen haben und das auch als Offenbarungseid offensichtlich erkannt haben. Die Kritik kam hier nochmal mehrfach, denn Sie haben viele dieser Kürzungen rückgängig machen können und damit Schlimmeres verhindert. Aber Sie, Frau Ministerin, und Ihr Verdienst ist das ganz sicher nicht. Sie haben Vertrauen zerstört. Und wie wenig Sie diese Sorgen ernst nehmen, der Verbände, der Vereinigungen, das zeigt auch der Austritt von zwölf großen Verbänden aus Ihrem Bündnis für die junge Generation. Einer der Verbände hat zu mir gesagt, ich zitiere das mal, Im Haushalt oder im Haus des BMUV wird mehr für Jugendliche getan als im BMFSFJ. Und so setzt sich Ihr Handeln leider fort. Laut Ihrer Vorhabenplanung soll es eine Einsamkeitsstrategie geben. Da stehen vor allen Dingen Prüfaufträge drin, und es ist nicht im Haushalt verankert. Sie haben sich angeblich das Thema Gewaltschutz auf die Fahnen geschrieben, aber Mittel dafür, auch für den Ausbau, stellen Sie nicht zur Verfügung. Und diese Eckpunkte zur Regelfinanzierung, die mag es geben, aber Sie verteilen die so selektiv, und wir halten die so hinterm Berg, dass das Vertrauen darin, dass Sie das ernsthaft und offen angehen wollen, einfach nicht besteht. Und den Kommunen, unsere Kommunen, die stehen vor der riesigen Herausforderung zum Ausbau beim Ganztag. 3,5 Milliarden müssen dafür zur Verfügung gestellt werden. 1,5 Milliarden davon kommen aus dem Konjunkturpaket. Aus dem Konjunkturpaket. Und ich habe nachgefragt, was ist denn mit dem Geld, was ist mit dieser 1 Million, die Sie laut Aussage schriftlich ausgebucht haben, 1 Milliarde ausgebucht haben zum Ausbau Ganztag. Wir haben Sie mehrfach gefragt, mündlich und schriftlich. Sie können nicht sagen, woher diese 1 Milliarde kommen soll. Sie können nicht sagen, wo im Haushalt diese 1 Milliarde, die jetzt offensichtlich fehlt, ausgebucht wurde, wo sich die befindet. Vertrauen, Frau Ministerin, schaffen Sie so ganz sicher nicht. Und dann, trotz all der guten Vorsätze, der Ampel beginnt das Jahr 2024 wieder mit Streit. Der Finanzminister spricht die bereits seit September angekündigte Anhebung des Kinderfreibetrages auf 6.612 Euro an. Und Sie, Frau Ministerin, Sie widersprechen und kritisieren ihn. Dann frage ich mich aber, warum bis zum 22. Januar auf Ihrer Internetseite Ihres Hauses unter spürbare Verbesserungen für Familien zu lesen war, der Kinderfreibetrag erhöht sich für das Jahr 2024 auf 6.612 Euro. Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Regierung, Vertrauen in Sie als Ministerin, das schaffen Sie durch Ihr Handeln leider nicht. Dabei wäre das so dringend nötig. Und dabei bietet dieses Haus so unglaublich viele Chancen für die Zukunft aller Menschen in diesem Land. Und deswegen muss ich sagen, Frau Ministerin, Sie nutzen die große Chance, die Ihnen dieses Amt gibt, leider nicht. Das Wort hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Frau Breher, es tut mir leid, aber was Sie hier gerade geredet haben, da war so viel Verdrehung, Falschorientierung, Halbwahrheiten drin, das kann ich in einer Rede gar nicht alles aufräumen. Und deswegen bitte ich Sie, dass wir tatsächlich in der Sache hart streiten, ja, aber nicht Informationen hier entsprechend verdrehen. Seit dem 11. Januar, dem Tag nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherchen, macht eine breite Mehrheit in der deutschen Gesellschaft mobil gegen die menschenverachtenden rassistischen Pläne der Feinde unserer Demokratie. Und es ist einfach großartig, zu sehen, wie sich die Menschen selbst organisieren und zeigen, wie wichtig Ihnen Freiheit und Demokratie und Ihrer Art zu leben sind. Frau Ministerin, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Breher? Der Kollegin Breher? Frau Breher, selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen, Frau Ministerin. Nachdem Sie gerade gesagt haben, dass die Aussagen meiner Kollegin Silvia Breher nicht stimmen würden, beziehungsweise auch aus Halbwahrheiten bestehen, würde ich Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, um uns zu sagen, was denn falsch war an der Rede der Ministerin, äh, der Kollege. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier anzusprechen. Sie hatten angesprochen, dass unklar sei, wie es im Jahr 2025 weitergeht mit dem Thema Ganztagsausbau. Und dazu haben Sie eine klare Antwort bekommen, dass wir das ganz normal im geregelten Verfahren machen, nämlich mit der Haushaltserstellung im Jahre 2025. Da, wo es hingehört. Diese Antwort haben Sie bekommen und das haben Sie hier gerade ganz klar anders dargestellt. Und die zweite Aussage, die Sie getroffen haben, war, dass mein Ministerium falsch informiert hat über den Kinderfreibetrag. Und da ist es auch so, dass Sie wissen, dass es sowohl in entsprechenden Pressemitteilungen meines Hauses als auch in entsprechenden Mitteilungen über Social Media meines Hauses die richtige Zahl gewesen ist. Ja, es hat irgendwo auf der Webseite eine andere Zahl gegeben. Aber das war eben das eine Versehen, was wir auch dann sofort korrigiert haben und auch vorher schon. Und von daher gibt es eine klare Kommunikation meines Hauses und die war eben richtig und nicht falsch. Herzlichen Dank. Ich finde es großartig, was wir in den letzten Wochen gesehen haben an Mobilisierung für die Demokratie. Und deswegen ist es mir eben heute auch so wichtig und bin ich froh, dass ja in der Tat nach den sehr, sehr schmerzhaften Kürzungen in dem Haushalt ursprünglichen Regierungsentwurf wir jetzt sagen können, wir setzen ein klares Zeichen. Wir setzen ein klares Zeichen auch mit diesem Haushalt 24, dass wir an der Seite all derer bleiben, die sich in zivilgesellschaftlichen Allgemeins in ihren Städten, in den Dörfern, in den Gemeinden für Demokratie, für Vielfalt und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen. Und dafür danke ich ausdrücklich allen Haushaltspolitikern der demokratischen Fraktionen. Denn wir können die aktive Zivilgesellschaft, die Landesdemokratiezentren, die Extremismus-Ausstiegsprojekte, die Präventionsarbeit gegen Antisemitismus nun weiter unterstützen. Wir können unser Bundesprogramm Demokratie leben ohne jegliche finanzielle Abstriche fortführen. Frau Ministerin, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten von Storch? Nein. Von derselben Haltung getragen bitte ich nun aber auch die Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause auch um Unterstützung für das Demokratiefördergesetz. Dieses Gesetz schafft eine verlässlichere finanzielle Grundlage für Präventionsarbeit gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen jede Form des Extremismus, der Menschenfeindlichkeit und eben für unsere demokratischen Werte. Das, was wir brauchen, dort, wo es darauf ankommt, eben in den Kommunen, auf dem Land, in den Städten. Wir brauchen mehr denn je Strukturen, in denen Menschen zueinander finden, sich füreinander engagieren und das schaffen wir mit dem Demokratiefördergesetz. Und weil der Demokratie immer so stark ist wie die Menschen, die sie tragen, will mein Haus eben die ganze Breite der Gesellschaft stützen, von den Wohlfahrtsverbänden zu den Jugendverbänden, von den Mehrgenerationenhäusern bis zur Sportförderung. Und umso wichtiger ist es eben, dass genau da der Haushalt noch mal deutlich verändert worden ist, im Bereich der Freiwilligendienste und im Kinder- und Jugendplan nun sogar höher ist seit dem Jahr 2023. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Beispiel Kinder- und Jugendplan. Sein Volumen erhöht sich um 45,15 Millionen Euro. Und das ist ganz wichtig und in der Tat in diesem Programm befinden sich auch die Respect Coaches. Die Respect Coaches trainieren Kinder und Jugendliche an 600 Schulen in Deutschland darin, andere Meinungen und Lebensweisen zu verstehen. Aber sie helfen eben auch dabei, antisemitische, antimuslimische oder rechtsextreme Positionen zu erkennen und dann den Streit respektvoll zu schlichten. So wichtig in diesen Zeiten. Ich bin außerdem froh, dass wir mit dem Haushalt 24 in ein Jahr gehen können, wo wir den Kinderzuschlag auch noch mal deutlich erhöht haben. Von 250 im vergangenen Jahr auf nun bis zu 292 Euro. Und das bekommen Eltern, deren Einkommen zum Beispiel als VerkäuferInnen, als Reinigungskräfte zwar für den eigenen Lebensunterhalt reichen, aber eben nicht dafür, sie und ihre Familie gemeinsam zu finanzieren. Der Kinderzuschlag ist der größte Zuwachs unter den gesetzlichen Leistungen, nachdem wir bereits schon Anfang 23 das Kindergeld auf 250 Euro angehoben haben. Es wurde bereits darauf hingewiesen, auch beim Elterngeld wurde die Kürzung noch mal angepasst. Hier in der 2024 auf 200.000 Euro bei Bestverdienenden für 25 auf 175.000 abgeschwächt. Und auch für Alleinerziehende gilt künftig die gleiche Einkommensgrenze. Das heißt, wir fördern alle Kinder, unabhängig davon, was ihre Eltern verdienen oder woher sie kommen, erst recht ab 2025, dann mit der Kindergrundsicherung. Denn es gibt keine besseren und keine klügeren Investitionen als die Investitionen in unsere Kinder, in ihre Zukunft, also in unsere Zukunft. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Reichardt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der demokratischen Fraktion, es geht heute um den Haushalt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Name ist trügerisch, denn das heutige Familienministerium ist wesentlich mit der Zerschlagung der Familien, der Entrechtung ungeborenen Lebens und der Entdemokratisierung Deutschlands beschäftigt. Demokratie ist nach Lesart der Ampel, wenn die Regierung einem sagt, wen man wählen darf und wen man wählen darf und wen nicht. Außerdem ruft die Regierung dazu auf, gegen die Opposition zu demonstrieren, und der Bundespräsident vergleicht die Opposition mit Ratten. Genau das ist typisch für totalitäre Politik. Wir von der AfD stehen als einzige Fraktion zur Demokratie, zur Meinungsfreiheit und zum Grundgesetz. Die internationalen Sozialisten der Ampel haben den Begriff der Demokratie so weit ausgehöhlt, dass de facto nur noch jene, die sich ihrem Meinungsdiktat unterwerfen, als Demokraten gelten. Das sogenannte Programm Demokratieleben, aber auch das vielbeschworene Demokratiefördergesetz sind daher Maßnahmen, die nicht zur Förderung der Demokratie dienen, sondern zur Abschaffung von Demokratie und Meinungsfreiheit, und dem stellen wir uns überall entgegen. Nur noch 40 Prozent der Deutschen glauben, ihre Meinung frei äußern zu können, das ist einer Demokratie unwürdig. Verantwortlich dafür sind die Totalitaristen auf der Regierungsbank. Hass und Hetze gegen Millionen Oppositionelle skandiert auf Deutschlands Straßen sind salonfähig, angefeuert von skrupellosen Demokratiefeinden wie Ihnen, Frau Paus, und leider auch von der Scheinopposition der CDU. Sie alle gefährden die Demokratie in Deutschland. Was für ein Gelagert! Heute, vor 91 Jahren, übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland und zerstörten unsere Demokratie. Und daher ist es heute besonders notwendig, vor einer neuerlichen Zerstörung unserer Demokratie durch die Internationalsozialisten von SPD und Grünen zu warnen. Herr Reichert! Denn, meine Damen und Herren, nie wieder ist jetzt! Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Steffen? Na, bitte! Herr Reichert, Sie haben es ja hier zur Angewohnheit gemacht, bei der Anrede zu sprechen, von sehr geehrten Damen und Herren der demokratischen Fraktion, also Sie benutzen den Singular, ist nicht gerade das Ausweis Ihres Gedankenguts, also dass sie tatsächlich gedanklich schon bei einer Einparteienherrschaft ist. Wenn nach Ihrer Sicht nur eine Partei demokratisch ist, dann sind wir eben gerade nicht bei der Demokratie, sondern bei der Einparteienherrschaft. Und es ist nicht genau gerade das Ausdruck dessen, was Sie hier tatsächlich im Schilde führen. Und wenn Sie hier von skrupellosen Demokratiefeinden sprechen, dann muss man sagen, ja, wir sind Feinde dieses Demokratieverständnisses, was zugrunde liegt, dass nur eine Partei das Sagen haben kann. Und da kann man sagen, ja, davon sind wir Feinde. Ja, da kann ich Ihnen hervorragend darauf antworten. Laut einer Umfrage ist es unter Ihrer Regierung dazu gekommen, dass 40 Prozent der Deutschen nur noch der Meinung sind, ihre Meinung frei sagen zu dürfen. So viel zu dem Totalitarismus, den Sie hier in dieses Land hineingetragen haben, meine Damen und Herren. Hören Sie doch auf zu schreien. Hören Sie doch auf zu schreien. Bleiben Sie doch mal bei Demokratie. Ich habe Ihre Zwischenfrage zugelassen. Sie lassen unsere Zwischenfragen nie zu, meine Damen und Herren, weil Sie, und das sage ich Ihnen jetzt auch mal, weil Sie intellektuell überhaupt nicht in der Lage sind, uns in der Sache zu stellen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Es sind doch Ihre Fraktionen hier von den linken Blockparteien, die uns aus dem demokratischen Diskurs ausschließen. Das tun doch Sie. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Replik liefere, dann stellen Sie sich mit einer weinerlichen Zwischenfrage hier hin und wollen den Leuten erzählen, Sie sind Demokraten. Nein, gerade Sie Grünen nicht. Sie gehen zurück auf K-Grüppler, auf K-Grüppler, die Kommunisten geworden sind, weil Sie wussten, wie die Kommunisten von Mao bis Pol Pot mit politischen Gegnern umgehen, meine Damen und Herren. Das sind Ihre Traditionen. Und darum sind Sie unser politischer Hauptgegner von den Grünen. Es ist daher gerade heute notwendig, vor der Zerstörung unserer Demokratie durch die Internationalsozialisten zu warnen. Willfährige Steigbügelhalter sind aber leider dabei auch skrupellose Machtpolitiker von FDP und CDU. Ich sage Ihnen, hören Sie auf, linke Totalitaristen zu unterstützen und zu hofieren. Wenn eine linksradikale Bundesregierung allen Ernstes versucht, die Opposition zu verbieten, indem sie ein Treffen Oppositioneller skandalisiert, das von Staatsmedien vermutlich mit geheimdienstlicher Hilfe ausgespäht und propagandistisch skandalisiert wurde, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Menschen im Lande Parallelen zu finstersten Zeiten unserer Geschichte sehen, meine Damen und Herren. Und um es klar zu sagen, der sogenannte Geheimplan ist eine Lüge und wir als AfD haben nie etwas anderes gefordert als die Abschiebung krimineller Ausländer und nichtaufenthaltsberechtigter. Das ist die Umsetzung deutschen Rechts, dass Sie von der Ampel mit den Füßen treten, meine Damen und Herren. Die Wähler in Deutschland aber sind zum Glück viel bessere Demokraten als die aus dem Familienhaushalt finanzierte linksextreme sogenannte Zivilgesellschaft. Man sieht das daran, dass unsere Umfrageergebnisse durch ihre Hetzkampagne nicht beeinflusst werden und unser Mitgliederzulauf ungebremst ist. Das ist Demokratie aus dem Volk für das Volk und dafür stehen nur wir als AfD. Und für Millionen Oppositionelle rufe ich Ihnen als Ampelparteien zu, die Sie uns als Fäkalienhaufen und eklige weiße Mehrheit beleidigen und uns durch den grünen Striegel den Volkstod wünschen. Ihnen rufe ich mit Otto Wels zu. Freiheit und Leben könnt ihr uns nehmen, die Ehre nicht. Vielen Dank. Ich bitte im weiteren Verlauf der Debatte tatsächlich auch um Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und auch den Mitgliedern der Bundesregierung. Lassen Sie uns auch im Verlauf der weiteren Haushaltswoche hart in der Sache streiten. Das mögen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer so erleben, das Ringen um Positionen. Aber ich bitte darum, alles zu unterlassen, was Kolleginnen und Kollegen persönlich herabsetzt oder denunziert. Das Wort hat der Kollege Söhn-Gerix für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen meiner Fraktion sage ich ganz deutlich, niemand aus den Reihen der AfD hat das Recht, Otto Wels zu zitieren. Applaus Diese Verdrehung der Tatsachen, diese Verdrehung der Fakten, dieses wirkliche Verunglimpfen von Zivilgesellschaft, von Demokratinnen und Demokraten, das lassen wir nicht zu. Und ich sage Ihnen eins, ich sage Ihnen eins, Ihre Attitüde, wir, Sie als AfD, würden angeblich die Mehrheit des Volkes repräsentieren. Sie würden, Sie würden angeblich, Sie würden angeblich, Sie würden angeblich genau wissen, was, was, was die meisten wollen, sage ich ganz deutlich. Nein, weit bis zu 80 Prozent sagen Nein zur AfD, Ja zur Demokratie, Nein zu Rassismus. Wir sagen, Sie sind am rechten Rand, Sie gehören nicht hierher. Applaus Und ich sage auch ganz deutlich, auch angesichts von knapper werdenden Mitteln, es ist dieser Koalition verdammt wichtig, alles Mögliche, alles nur Mögliche zu tun, um Demokratie zu stärken. Und das tun wir auch in diesem Haushalt, die Demokratieprogramme gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Demokratiefeindlichkeit, für Demokratie, die haben wir gestärkt, die bleiben stark und sie sind wichtig, weil Sie, Sie unterstützen die wahre Zivilgesellschaft und nicht die, wie Sie gesagt haben, angebliche Zivilgesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und angesichts der weniger werdenden Mittel ist es auch umso herausfordernd, natürlich auch den Haushalt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch so gerecht aufzustellen, dass es natürlich auch denjenigen und insgesamt den Haushalt so aufzustellen, dass es auch denjenigen zugutekommt, die mehr brauchen als diejenigen, die weniger Unterstützung vom Staat brauchen. Und ich will da sagen, dass wir da auch innerhalb der Koalition auch unterschiedlicher Auffassung sind, ob man nicht an der Schuldenbremse etwas verändern sollte oder vielleicht die Einnahmesituation stärken sollte. Aber wir haben uns der Herausforderung gestellt, in diesem Haushalt damit umzugehen. Und ich finde, der Haushalt FSFJ ist da sehr gelungen, ein gelungener, ein gelungener Aufschlag und eine gelungene Bessermachung durch das Parlament, wenn ich das so sagen darf. Und ich danke den Koalitionsfraktionen dafür. Und das wenige Geld auch gerecht aufteilen, haben wir auch gerade in der Debatte zur aktuellen Debatte zum Thema Kinderfreibetrag und Kindergeld. Und ich will es an dieser Stelle sagen, wenn wir genügend Geld zur Verfügung haben, um für die, die mehr verdienen, den Kinderfreibetrag anzupassen, dann dürfen wir nicht vergessen, auch das Kindergeld entsprechend zu erhöhen. Denn das wäre eine ungerechte Maßnahme und zu Recht würden sich die Menschen dadurch ungerecht behandelt fühlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir uns als Koalition auch vorgenommen. Es steht auch im Koalitionsvertrag. Von daher ist es auch klar, denn wir wollen, dass Kindergeld oder wir nennen es in der zukünftigen Kindergrundsicherung auch Garantiebetrag, wir wollen, dass das die maßgebliche Grundlage für das Existenzminimum wird. Und von daher ist es nur richtig, dass Kindergeld und Kinderfreibetrag auch stärker angeglichen werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und dafür stehen wir auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber viel wichtiger, viel wichtiger, manchmal noch als Geld, ist auch die Frage der Zeit für Familien. Und wir haben am Elterngeld einiges verändert im Gegensatz zum Regierungsentwurf und glaube auch da eine gerechte Lösung hinbekommen. Aber wir haben noch was vor uns als Koalition, denn wir haben uns gemeinsam vorgenommen, auch die Familienstaatzeit einzuführen. Direkt nach der Geburt zehn Tage zur Verfügung für beide Elternteile. wie ich finde eine verdammt wichtige Maßnahme und übrigens eine Maßnahme, die gar nicht viel Steuergelder kostet. Wir wollen nämlich, dass die Bindung der Kinder an die Eltern gestärkt wird. Und es hat auch zur Folge, wenn von Anfang an beide in die Kehrarbeit, da kann man nämlich noch nicht mit dem Wohnmobil durch Kanada fahren, direkt nach der Geburt, wenn man von Anfang an an die Kehrarbeit beide Elternteile nimmt, dann hat das auch einen positiven Effekt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, auch dieses Versprechen der Koalition schnell umzusetzen. Auf jeden Fall packen wir es gerade an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und abschließend, wie gesagt, ich hatte den Dank an die Koalitionsfraktion schon benannt, will ich noch eins deutlich machen. Dieses Haus ist ein demokratisch gewähltes Haus und die Beschlüsse, die wir hier beschließen, sind keine antidemokratischen Beschlüsse, sondern sind demokratisch gefasste Beschlüsse. Und darauf legen wir Wert und lassen uns das auch von Ihnen nicht infrage stellen. Vielen Dank. Das Wort hat Matthias Seestern-Pauli für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herren, ich habe es mir eigentlich zur Angewohnheit gemacht, nichts zu den wirklich auch zum Teil schwierigen Ausführungen eines Herrn Reicherts hier vorne am Pult zu sagen. Immer dann, wenn es sein muss, immer dann, wenn es sein muss. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal feststellen, das, was Sie hier heute abgeliefert haben, war so dermaßen maßlos, es war so dermaßen maßlos, dass ich wirklich darum bitte oder ich mir hoffen oder wünschen würde, dass sich fast jeder Mensch in diesem Land ihre Rede anschauen möge, um zu erkennen, um zu erkennen, wie dermaßen drüber und verdreht Sie hier agieren und gerade festzustellen, dass Sie definitiv alles sind, aber keine Alternative für Deutschland. So, nun aber mal zur Sache. Wenn ich auf die letzten Wochen und Monate, Herr Reichert, beruhigen Sie sich, das ist nicht gesund für Sie, was Sie da machen. Wenn ich auf die letzten Wochen und Monate zurückschaue, muss ich feststellen, dass wir im Einzelplan 17 eine ganze Menge erreicht haben. Ja, wir mussten priorisieren und an gewissen Stellen auch Kürzungen vornehmen. Das war angesichts der Haushaltslage in diesem Jahr nicht anders möglich und in der Zukunft sollte man sich auch mit Ankündigungen ein Stück weit zurückhalten. Es war aber für uns als Freie Demokraten an verschiedenen Stellen schon ein Herzensanliegen, dass wir Vorschläge aus dem Haushaltsentwurf nicht Realität werden lassen. Und dafür haben wir uns, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten eingesetzt und das ist uns auch gelungen. Das wurde ja sogar von der Opposition von Silvia Brea anerkannt. Ich möchte auf drei mir sehr wichtige Beispiele eingehen. Zum einen das Elterngeld. Das Elterngeld war und ist für uns als Freie Demokraten eine der wichtigsten familienpolitischen Leistungen. Es bietet Familien im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes Sicherheit, indem es dazu beiträgt, sie wirtschaftlich zu stabilisieren. Es ist uns gelungen, eine der meistgenutzten Leistungen für die Zukunft abzusichern und verlässlich auszugestalten. Parallel war es uns als Freien Demokraten ebenfalls wichtig, dass Anstrengung und Leistungsbereitschaft nicht bestraft werden. Deswegen haben wir bei der Einkommensobergrenze eine deutliche Korrektur nach oben vorgenommen. Zum Zweiten, die Freiwilligendienste. Rund 100.000 Menschen leisten Jahr für Jahr in unserem Land einen Freiwilligendienst. Und wir können für dieses Engagement nur dankbar sein. Deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir auch hier zu Verbesserungen kommen. Schließlich wird in unseren Freiwilligendiensten richtig etwas für Demokratieförderung, für die gesellschaftliche Stärkung und den Zusammenhalt geleistet. Zum Dritten, zum Dritten, der Kinder- und Jugendplan. Hierbei handelt es sich um das wichtigste Instrument der Jugendförderung auf Bundesebene. Gefördert werden beispielsweise die Deutsche Jugendfeuerwehr oder der Bund der Deutschen Landjugend. Auch hier sind wir zu wichtigen Verbesserungen gekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Haushaltsverhandlungen waren, wie wir alle wissen, herausfordernd und haben uns und den Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss einiges abverlangt. Unser Einsatz hat sich aber gelohnt, denn wir konnten viele Verbesserungen im Einzelplan 17 und damit auch für die Menschen in unserem Land erreichen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Hermann-Josef Thebroke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Sichtern-Pauli, ich kann nachvollziehen, dass die Haushaltsberatungen in den letzten Wochen für die Mitglieder der Koalition herausfordernd waren. Aber ich möchte unterstreichen, dass sie mindestens so herausfordernd waren für die Menschen hier in unserem Lande, die kaum nachvollziehen konnten, was hier im Rahmen von Haushaltsplanberatungen gemacht oder nicht gemacht wird. Meine Damen und Herren, Familien brauchen Zeitinfrastruktur, finanzielle Flexibilität, und sie brauchen Sicherheit und sie brauchen Perspektive, zumal in schwierigen Zeiten und herausfordernden Lagen. Darüber sind wir uns alle einig. Das haben wir im Familienausschuss immer wieder unterstrichen. Sie müssen sich in solchen Lagen auf Politik verlassen können. Sie müssen der Politik vertrauen können. Meine Kollegin Brea hat es gerade deutlich gemacht. Vertrauen aber gründet auf Nähe und Verständnis, auf Kompetenz und nicht zuletzt auf Verlässlichkeit und auf Transparenz. Meine Damen und Herren, die jetzt abzuschließenden Haushaltsplanberatungen haben an dieser Stelle vieles, vieles kaputt gemacht. Zum Volumen des Etats 17, über den wir hier abschließend verhandeln, Herr Höhnel, Sie stellen heraus, dass er eine so große Bedeutung hat und dass daraus die familienpolitische Perspektive und die gesellschaftspolitische der Ampel zum Tragen kommt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, wir hatten einen Soll 23 von 13,6 Milliarden. Würde man die Inflation berücksichtigen, müssten wir, um den Status quo zu erhalten, auf 15 Milliarden. Tatsächlich sah der Entwurf nur 13,4 vor. Nachdem wir auch seitens der Opposition sehr, sehr viele Vorschläge gemacht haben und nachdrücklich verhandelt haben, ist daraus 300 oder 500 Millionen mehr geworden, aber deutlich weniger als Soll. Wenn Sie noch vergleichen wollen, wie sich die übrigen Haushaltspositionen verändert haben, und dann werden Sie feststellen, dass das Gewicht dieses 1 Plan 17 noch einmal gesunken ist und keineswegs eine Schwerpunktsetzung zu beobachten ist. Herr Kollege, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Bitte, gerne. Von wem? Otto Fricke. Vom Kollegen Fricke, Herr Kollege Dr. Timbruch, ich danke, dass Sie die Frage zulassen. Vorab Anmerkung, nein, wenn Sie sagen, die Opposition hätte Anträge gestellt und das tut mir weh, jetzt das zu sagen, dann muss ich sagen, die AfD hat Anträge gestellt, das, was von der Linken übrig geblieben ist, die haben Anträge gestellt, aber die CDU, CSU hat keine Anträge gestellt. Meine Frage ist aber, wenn Sie jetzt sagen, es müssten 15 Milliarden sein und ich war anders, als Sie vorher auch da, als die andere CDU-Fraktion geredet hat und gesagt hat, es wird zu viel ausgeben, gehe ich davon aus, dass die CDU, CSU der Fraktion der Meinung ist, dass in diesem Haushalt mehr Geld ausgegeben werden sollte oder weniger oder ist sie mit der Zahl zufrieden? Eins von den dreien müsste es ja sein. Ja, lieber Herr Kollege Fricke, danke für die Frage. Ich möchte mal erinnern, wir haben eben über den gesamten Etat diskutiert und über die Notwendigkeit des Einhaltens der Schuldenbremse und dass dieser Etat insgesamt so voluminös ist. Hier diskutieren wir über den Einzelplan 17 und wenn ich als familienpolitischer und wenn ich als familienpolitischer Sprecher oder als Familienpolitiker hier sprechen darf, dann darf ich darauf hinweisen, dass da mit dem Gewicht der Familienpolitik gemessen am Budget nicht mehr dasselbe zukommt, wie von Ihnen oftmals herausgestellt und ich habe Herrn Höhnel zitiert. Herr Höhnel hat das Volumen als Beleg dafür nehmen wollen, dass die Familienpolitik eine größere Bedeutung hat und das hat sie definitiv nicht. Und der zweite Punkt, Herr Kollege, der zweite Punkt, Herr Fricke, ist derjenige nach der Gegenfinanzierung. Das hatten Sie gerade. Nein, Sie haben auch gefragt, ob wir gegenfinanzieren können oder nicht. Ich möchte auf die Debatte auch im Familienausschuss noch mal deutlich hinweisen, Herr Fricke, das müssen Sie jetzt gerade noch eben, wenn wir bitte zuhören. Und wir haben im Familienausschuss darauf hingewiesen, dass diese Ampelkoalition behauptet, Schwerpunkte zu setzen, die sie jetzt gerade lobt zu setzen, dass wir gesagt haben, diese Schwerpunkte müssen auch nachvollziehbar sind. Und wir haben gegen die Kürzung gestritten. Und wir haben im Übrigen auch innerhalb des Etats Einzelplan 17 Vorschläge gemacht, wie diese... So, das Format heißt jetzt Antwort auf die Frage und nicht Zwiegespräch. Herr Fricke, Sie haben mich als Familienpolitiker angesprochen. Ich habe als Familienpolitiker geantwortet, dass Kürzungen seitens der Ampel vorgenommen werden sollten, die wir für indiskutabel achteten. Daraufhin haben wir Gegenanträge, Gegenvorschläge gemacht, um diese Kürzung... Ich spreche vom Familienausschuss. Sie können gerne das Protokoll nachvollziehen. Sie können sich auch die Videos anschauen. Und wir haben im Familienausschuss auch darauf hingewiesen, wie diese Gegenfinanzierung aussehen könnte, welche Position wir streichen würden, um eine Prioritätensetzung erkennbar zu machen, für die wir als Union streiten. Dem haben Sie sich seinerzeit wieder setzt. Im Familienausschuss. Darüber spreche ich. So, ich sehe diese Frage als beantwortet an, habe gleichwohl die Uhr noch nicht wieder eingeschaltet. Ich würde noch eine Bemerkung oder Frage des Kollegen Höhnl zulassen, wenn Sie es auch zulassen. Ich lasse es auch zu. Gerne, Herr Höhnl. Herzlichen Dank, dass Sie auch diese Zwischenbemerkung zulassen. Also, erst mal möchte ich kurz korrigieren. Sie haben mich ja auch ganz direkt angesprochen. Ich habe nicht das Gesamtvolumen des Einzelplans als ein Beleg für unsere Maßnahmen angeführt, sondern ich habe Ihnen ganz konkret die Veränderung, Verbesserung im Etat aufgezählt, die diesen Regierungsvorschlag zu einem jetzt besseren Haushalt machen. Unter anderem, dass wir 520 Millionen Euro mehr zur Verfügung stellen an Barmitteln im Vergleich zum Regierungsentwurf. Und ich glaube, das hat sich sehen lassen, lieber Kollege. Meine Frage an Sie ist, also erst mal will ich auch Herrn Otto-Fricke beipflichten, Sie haben keine Anträge gestellt. Sie haben in der ersten Bereinigungssitzung, wir hatten ja zwei Teile, keine Anträge gestellt und Sie haben auch keine Haltung gezeigt. Sie haben also beispielsweise nicht zugestimmt, die Freiwilligendienste um 80 Millionen zu erhöhen. Sie haben nicht zugestimmt, den Kinder- und Jugendplan um über 45 Millionen zuzustimmen. Das ist keine Haltung meiner Position nach. Und was ich Sie jetzt aber ganz konkret fragen wollte, weil das setzt sich ja dann auch fort in Bereinigungssitzung Teil 2, da haben Sie diverse Maßgabebeschlüsse gestellt im Haushaltsausschuss, wo Sie sagen, diese Kürzung muss zurückgenommen werden, jene Kürzung muss zurückgenommen werden, insgesamt Kürzungen in einem Milliardenvolumen. Sie haben allerdings keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie diese Rücknahme der Kürzungen gegenfinanziert werden soll. Von daher frage ich Sie jetzt hier nochmal und gebe Ihnen hier nochmal die Möglichkeit, Sie doch darzustellen, wenn Sie sagen, dass Sie das bereits gemacht haben. Wie wollen Sie diese Milliardenkürzungen, die Sie zurücknehmen wollen, konkret gegenfinanzieren? Ist der Höhle jetzt fertig oder kann ich antworten? Ja, war wie eine zweite Rede, aber ist okay, Herr Höhle. Ich habe darauf hingewiesen, dass Sie in Ihrer Rede das Familienpolitische oder Einzelplan 17 Profil dadurch zum Ausdruck gebracht haben, dass Sie auf die Höhe des Etats verwiesen haben, der sich erhöht hat im Vergleich zum Entwurf. Sie haben auch im zweiten Teil, das war noch nicht Thema bei mir, darauf hingewiesen, dass die Ampel sich dadurch profilierte, dass sie bestimmte Positionen erhöht hätte. Damit erweckten Sie den Eindruck, als würde eine Erhöhung stattfinden gegenüber dem, was wir bisher schon gewohnt waren. Tatsächlich auch die Positionen, die Sie zitiert haben, tatsächlich sind diese Positionen gekürzte Positionen gewesen im Entwurf gegenüber dem, was im Vorjahr galt. Jetzt haben Sie die Kürzungen zurückgenommen, nachdem wir als Opposition immer wieder nachdrücklich darauf hingewiesen haben und feiern sich als solche, die sich jetzt an dieser Stelle profilieren. Sie nennen das eine Ausweitung der Ansätze. Das ist mindestens missverständlich und darum weise ich das nachdrücklich zurück. Sie erwecken den Eindruck, als hätten Sie die Otto-Benecki-Stiftung gerettet und das Programm, das von ihr vertreten wird. Sie erwecken den Eindruck als Ampel, als hätten Sie die Freiwilligendienste gerettet, deren Etat Sie von 2023 auf 2024 kurzfristig kürzen würden. Damit erwecken Sie einen Eindruck, der mindestens problematisch ist, was ich an dieser Stelle sagen darf. Ich habe noch einmal darauf hingewiesen, dass auch bezugnehmend auf Herrn Fricke, dass wir hier den Etat, den Einzelplan 2017 diskutieren. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir im Familienausschuss über die Veränderung dieser Positionen im Einzelplan 2017 debattiert haben und da auch mögliche Kürzungen in Aussicht gestellt haben. Das habe ich hier zitiert. Das haben Sie die Gegenfinanzierung. Wir haben gesagt, dass zum Beispiel die Rücknahmen der Kürzungen, die Sie beabsichtigten, zu gegenfinanzieren seien, durch etwa 100 Millionen, die zur Verfügung gestellt werden sollen oder jetzt zur Verfügung gestellt werden für die Etablierung der Kindergrundsicherung, von der wir überzeugt sind, dass sie so nicht wirkt. Und wir haben vorgeschlagen, jetzt muss ich auf dem Kopf einfach 150 Millionen Kürzungen beim Programm Demokratie leben. Wenn Sie das zusammenrechnen, dann kommen Sie auf ein Volumen, das dem entspricht, was wir an Streichung der Kürzungen vorgeschlagen haben. Und jetzt, Herr Höhnel oder auch Herr Fricke, mir oder uns zu unterstellen, wir hätten uns nicht im Sinne der Generationengerechtigkeit und auch einer soliden Finanzierung, Frau Raffel, die schon hatte darauf hingewiesen, wir hätten uns dafür nicht die Mühe gemacht. Das ist unlauter und es ist sogar unrichtig. Ich glaube, ich kann das an dieser Stelle dann auch abkürzen. Wir haben auch in den Beratungen, auch im Familienausschuss immer wieder darauf hingewiesen, was die Leitsätze sind, was unsere Kriterien sind, anhand derer wir die Maßnahmen, auch die Kürzungsmaßnahmen der Bundesregierung messen. Und das ist, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, Ehe und Familie zu unterstützen, dass wir Familien in belasteten Lebenssituationen unterstützen wollen, dass wir Eltern helfen wollen, sie nicht ersetzen wollen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es uns wichtig ist, immer auch zu prüfen, ob Maßnahmen, die über das Programm finanziert werden, dazu beitragen, dass Menschen sich selbst entwickeln können, sich selbst helfen können, dass sie sich selbst Perspektiven erschließen können. und wir haben dritzend immer wieder geprüft und darauf hingewiesen, dass es darum geht, auch Strukturen zu unterstützen, private, ehrenamtliche Strukturen, die gelebte Demokratie zeigen, die Zusammenhalt ermöglichen, wie das in Vereinen oder bei politischem Engagement vor Ort immer wieder der Fall ist. Und ich teile da die ausdrücklich positive Einschätzung, die auch Frau Raffel-Hüschen gerade in Bezug auf Sportvereine gezeigt hat. Meine Damen und Herren, wir haben als Opposition, wir haben als Union vieles verhindert, mitverhindert, was an Kürzungen beabsichtigt worden ist seitens der Ampel, was hier, was die Rücknahme ja nur ist, jetzt als eine Profilierung gefeiert wird. Aber viel schlimmer, meine Damen und Herren, wir könnten darüber froh sein, wir könnten uns bei der Ministerin bedanken, bei den Ampel-Haushältern, mir egal, Hauptsache, wir haben einen großen Teil der dramatischen Kürzungen verhindert. Das Schwierige ist, dass ein großes Maß an Unsicherheit geblieben ist. Wir reden davon, dass selbstverständlich die Freiwilligendienste erhalten werden sollen, weil ja die Kürzungen zurückgenommen werden sollten. Aber trotzdem bleibt die Verunsicherung bei den Trägern dieser Freiwilligendienste. Sie sagen, was passiert denn im nächsten Jahr? Die beobachten ganz genau, dass der Haushaltsansatz 2024 zurückgenommen wurde, aber nicht verbessert worden ist, Herr Höhn. Aber Sie fragen sich, was passiert denn in der Finanzplanung? Können wir uns eigentlich darauf verlassen, wenn eine Ministerin sagt, Investitionen in unsere Kinder sind die Investitionen in unsere Zukunft? Wie lange gilt dieses Wort? Und diese Verunsicherung, diese vertrauensbeschädigende Art und Weise, wie die Haushaltsplanberatung stattgefunden hat, die macht uns große Sorgen. Wir haben immer wieder das Vor- und Zurück, geht, geht nicht, etwas weiter nach links, dann doch wieder in die Mitte. und dann sagt mir jemand, man spielt mit uns. So verkommen Haushaltsplanberatungen auf der Strecke zum Hütchenspiel. Statt den Menschen Sicherheit zu geben und Vertrauen zu begründen, nun also die Sorge der Menschen, das werden Sie nicht ganz genau aufpassen, am Ende dieses chaotischen Abstimmungsprozesses unter Ihrem Hütchen nichts mehr liegt und Sie alleine gelassen werden. Mit einer solchen Haushaltspolitik sind wir nicht einverstanden, weder im Verfahren noch im Ergebnis. Wundern Sie sich, dass wir dem Haushaltsplanentwurf Einzelplan 17 nicht zustimmen? Es stimmt nicht. Das Wort hat die Kollegin Shahina Gambia für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, in den letzten Wochen haben mehr als eine Million Menschen in ganz Deutschland für unsere Demokratie demonstriert. Sie alle senden ein eindeutiges Signal. Wir sind mehr. Wir stellen uns gegen die Deportationsfantasien der AfD. Wir sagen klar, nie wieder Faschismus. Bei aller Freude über die Proteste dürfen wir nicht vergessen, was sie erst nötig gemacht hat. Unsere demokratischen Werte werden angegriffen. Darauf müssen wir entschieden reagieren. Zu einem müssen wir gegen die vorgehen, die unsere Demokratie bedrohen. Dafür nutzen wir alle Instrumente der wehrhaften Demokratie. Zum anderen müssen wir die stärken, die unsere Demokratie stärken. Hier spielt der Einzelplan 17 eine entscheidende Rolle. Denn Demokratie gibt es nicht umsonst. Demokratie braucht Engagement. Demokratie braucht Finanzierung. Dieser Haushalt erkennt genau das an. Trotz angespannter Lage ist für uns klar und zentral keine Kürzung bei der Demokratieförderung. Denn die 200 Millionen für die Förderung unserer Demokratie kommen an. In Projekte für mehr Inklusion und Teilhabe, in der Präventionsarbeit gegen Extremismus oder in der Begleitung von Opfern rassistischer, rechtsextremer oder antisemitischer Gewalt. Mit diesem Haushalt unterstützen wir unsere vielfältige und demokratische Gesellschaft. Das ist gut, aber es reicht nicht. Denn wir müssen auch gute Rahmenbedingungen schaffen, um zivilgesellschaftliches Engagement langfristig zu unterstützen. Genau deshalb braucht es jetzt das längst überfällige Demokratiefördergesetz. Die Korrektivrecherche und die Demonstrationen haben etwas Großes angestoßen. Sie haben viele erreicht, die die Gefährdung unserer Demokratie durch die AfD bisher unterschätzt haben. Sie haben viele motiviert, die zuvor dachten, dass sie eh nichts ausrichten kommen. Ich komme zum Schluss. Und Sie haben viele bestärkt, die sich bereits für unsere Demokratie engagieren. Diesen Schwung müssen wir jetzt nutzen, um unsere Demokratie stark und lebendig zu halten. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe zwei Hinweise. Erstens, die Ankündigung des Schlusspunktes ersetzt diesen nicht. Das heißt, ich bitte, das alles einzupreisen, einschließlich der Danksagung. Zweitens, ich habe es heute noch nicht gesagt, aber ich nehme an, Sie setzen es voraus, dass ich mir natürlich das Protokoll dieser Debatte auch noch mal in Ruhe anschaue und entsprechend dann den Debattenverlauf würdige. Ich nehme an, Sie wissen, worum es geht. Das Wort hat die Kollegin Josefine Ortlepp für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauende, Dennis ist 18 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf. Weiblich steht in seiner Geburtsurkunde. Gefühlt hat er das nie. Mitten in der Pubertät stand für ihn fest, ich bin ein Junge. Seitdem erlebt er jeden Tag Ausgrenzung. Eine entsprechende Umkleide in der Schule, Fehlanzeige. Einen Ausbildungsplatz, Fehlanzeige. Irgendeine Form von Unterstützung, Fehlanzeige. Ina und Hakan freuen sich seit Mitte letzten Jahres auf ihr erstes Baby. Der Geburtstermin ist im Februar 2024. Beide haben frisch ihre Assistenzarztzeit beendet und ihre Studienkredite zurückgezahlt. Alles rund um die Elternzeit, auch die Finanzen, haben die beiden gut geplant und vorbereitet. Groß war der Schock nach der Eilmeldung aus dem BMFSFJ zu den Elterngeldplänen. Oder Laura, sie ist 28 Jahre alt und versucht seit anderthalb Jahren, ein Kind zu bekommen. Dann die Schockdiagnose Endometriose. Was sie wegen ihrer schlimmen Periodenschmerzen und dem nicht erfüllten Künderwunsch bereits ahnte, wurde nach langer Zeit bestätigt. Was ihr niemand sagen kann, ist, wie Endometriose sich tatsächlich auf die Chance, schwanger zu werden, auswirkt und welche und ob es überhaupt Heilungschancen gibt. Laura hat viele Fragen, Antworten bekommt sie kaum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum schildere ich Ihnen so detailliert diese Lebenssituation? Ich tue dies, weil sie exemplarisch für viele Lebenssituationen stehen, die wir mit diesem Haushalt verbessern. Denn es hilft es, dass das Modellförderprogramm Respektland der Antidiskriminierungsstelle finanziell abgesichert wurde und nun sicher bis zum Ende der Laufzeit weitergeführt werden kann. Er findet so gut erreichbare Beratungsstellen im ländlichen Raum, nicht nur in großen Ballungszentren weit weg. Ich kenne das aus dem Saarland. Bei uns gibt es einen großen Ballungsraum und viel ländlichen Raum drumherum. Es ist gut, dass es bei uns jetzt MAZ gibt, die mobile Antidiskriminierungsberatung sah und dass MAZ weiterfinanziert wird. Dort entwickelt man gerade ein Konzept mit den Kommunen für Beratungsstrukturen in ländlichen Räumen, um mehr Bewusstsein, mehr Beratung und mehr Hilfe für betroffene Personen zu schaffen. Das ist ein großer Erfolg. Und dieser Erfolg zeigt, diese Koalition steht klar gegen Diskriminierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch Ina und Hakan können aufatmen. Die drastischen Kürzungen beim Elterngeld konnten wir im parlamentarischen Verfahren abmildern. Stattdessen setzen wir stärkere Anreize für mehr Partnerschaftlichkeiten. Auch ich will auf den gleichstellungspolitischen Aspekt, um den es ja beim Elterngeld auch immer geht, eingehen. Denn den Vätern geben wir nämlich so die Chance, bei den Neuausrichtungen der Partnermonate früher alleinige Verantwortung zu übernehmen. Zukünftig, das haben wir schon gehört, kann maximal einer der Partnermonate gleichzeitig genommen werden, und zwar nur innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes. Damit fördern wir mehr Partnerschaftlichkeit. Denn die Erfahrung zeigt, wenn Väter früher alleinige Verantwortung übernehmen, beteiligen sie sich auch später stärker an der Familien- und Hausarbeit. Nur so, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir also Rollenbilder aufbrechen und den Weg freimachen für mehr Fortschritt in der Gleichstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sprach auch zum Beginn meiner Rede über Laura, die an Endometriose erkrankt ist. Und ich möchte an dieser Stelle nicht nur unserem Haushälter Felix Döring danken, sondern auch meiner Kollegin Wiebke Esker, die 12,5 Millionen Euro für das Thema Frauengesundheit im Etat des BMBF eingestellt hat. Ja, wir besprechen hier den Einzelplan 17, aber es ist ein Meilenstein, dass so viel Geld in die Hand genommen wird, um Frauenkrankheiten zu erforschen und Auswirkungen von Krankheiten auf Frauen besser zu verstehen. Und deswegen möchte ich das hier auch in unserer Debatte nicht unerwähnt lassen. In vielen frauenpolitischen Bereichen haben wir kein Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit. Im Bereich der Gendermedizin und Frauengesundheit ist es umgekehrt. Und das ändern wir jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss möchte ich sagen, wir haben ja von der Union wirklich wenige Vorschläge gehört, außer jetzt am Ende, dass sie bei Demokratieförderung und bei der Bekämpfung der Kinderarmut sparen wollen. Für uns als SPD-Fraktion und für uns als Ampelkoalition kann ich nur sagen, dieser Haushalt bedeutet Fortschritt. Fortschritt für mehr Toleranz, mehr Partnerschaftlichkeit und mehr Wissen. Fortschritt, der für Dennis, Ina, Hakan und Laura entscheidend ist, damit ihr Leben besser wird. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Anne Janssen für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst betonen, dass ich den regierungstragenden Fraktionen keine böse Absicht oder Unwillen unterstelle. Aber angesichts der desaströsen letzten Wochen bleibt mir dann nur die Feststellung, dass der Regierung die Kompetenz fehlt, dieses Land zu führen. Es ist das eine, für den Umgang mit den Krisen dieser Welt kritisiert zu werden. Aber wenn es die Regierung selbst ist, die sich trotz aller Warnungen in das Dilemma einer Haushaltskrise stürzt, dann bleibt auch mir nur ein ungläubiges Kopf schütteln und Ihnen, liebe Ampel, der größte Vertrauensverlust seit langem. Verbittlichkeit schafft Vertrauen. Und Vertrauen, das braucht nicht nur der einzelne Wähler, das braucht vor allem unsere Zivilgesellschaft, denn sie ist von diesem Haushalt abhängig. Und die großen Erleichterungen, die ihre späte Kehrtwende mit sich brachte, weil sie die drastischen Kürzungen im Einzelplan 17 zurückgenommen haben. So auch bei unseren wertvollen Freiwilligendiensten. Ich selber durfte als Lehrerin erleben, welchen unermesslichen Wert diese Dienste zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und zur sozialen Verantwortung beitragen. Der Freiwilligendienst bietet außerdem in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie Schulen, Kitas, der Pflege und dem Sport unersetzliche Hilfe. Aber Planungssicherheit nicht mit der Ampel, denn auch der kommende Jahrgang muss wieder zittern. Dass Oppositionsarbeit aber wirkt, zeigt ihr Umdenken bei der Fortführung des Garantiefonds Hochschule. Und der wurde bereits mehrfach angesprochen. Das freut mich sehr, denn ich habe es mir in keiner unserer Beratungsrunden nehmen lassen und immer wieder auf die Notwendigkeit des Programms hinzuweisen. Die Regierung hat anfangs aber nur mit dem Kleinrechnen der bisherigen Erfolge und dem Verweis auf andere Angebote, die aber keinen vergleichbaren Ersatz bieten, reagiert. Und noch Anfang November wollten Sie das Programm, das sich in über 50 Jahren gut entwickelt hat, enorm effizient ist und jährlich Tausende zugewanderten jungen Menschen durch professionelle Beratung und Begleitung, durch Auswahl und Zusammenstellung passgenauer Bildungsangebote den Weg in eine akademische Laufbahn ermöglicht, vollständig auflösen. Und das in einer Zeit, in der Fachkräftemangel und Integrationsbedarf immer weiter anwachsen. Kurz vor Weihnachten dann, die erlösende Nachricht, die wichtige Arbeit kann fortgesetzt werden. Es geht also weiter. Man braucht schon starke Nerven und einen festen Glauben, um diesen Krimi über sechs Monate auszuhalten. Und nicht alle Mitarbeiter hatten den. Denn Mieten, Lebensmittel und Rechnungen wollen schließlich bezahlt werden. Und auf das Haushaltsdebakel nimmt im echten Leben leider keiner Rücksicht. Das Ergebnis? Viele Fachkräfte haben sich einen anderen Arbeitgeber gesucht. Sie gehen den Träger nicht nur beim Garantiefonds Hochschule, sondern auch in anderen Bereichen verloren. Und dafür tragen Sie alleine die Verantwortung. Das Problem, ausbaden müssen es leider andere. Und darum eine letzte Bitte. Erledigen Sie jetzt Ihre Hausaufgaben und erarbeiten Sie schnellstmöglich die neue Richtlinie zum Garantiefonds Hochschule. Denn die läuft bereits Ende Mai aus. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Giede Jensen für die FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gerne den Blick in dieser Debatte auf eine der größten Herausforderungen in unserem Land lenken, die aber immer noch nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist die frühkindliche Bildung. Dabei hat uns ja eigentlich die PISA-Studie 2023 eine katastrophale Diagnose attestiert. Eine katastrophale Diagnose des Bildungsstandorts Deutschland. Und Sie kennen sicherlich die Zahlen. Ich möchte sie uns trotzdem noch mal in Erinnerung rufen. Es gibt Berechnungen, die den Rückgang von diesen 25 PISA-Punkten, die Deutschland zu verzeichnen hat, mit langfristig rund 14 Billionen Euro Verlust in Wirtschaftsleistung gemessen wird. Und jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich die Einzelplandebatte zum Einzelplan 30. Die findet ja erst am späteren Abend statt. Das, was wir aber zukünftig bei solchen Debatten im Haushalt ja berücksichtigen müssen, ist, dass viele Dinge ineinander greifen, wenn sie richtig funktionieren müssen. Und deswegen werden wir daran appellieren, die Bundesregierung erinnern, aber auch die Bundesländer, dass wenn der Einzelplan 17 und der Einzelplan 30, wenn frühkindliche und Bildung nicht zusammengedacht werden, dass das ein Problem ist. Und deswegen werden wir uns garantiert dafür einsetzen, dass Struktur, dass Qualität, dass Flexibilität in der frühkindlichen Bildung, ganz besonders auch die Wertschätzung von Auszubildenden, von erziehenden Berufen, ganz maßgeblich mit der wirtschaftlichen Kraft und Fähigkeit, in diesem Land voranzukommen, bedingt sind. Das hängt an der Zufriedenheit von Familien. Das hängt am Bildungserfolg von Kindern, und zwar unabhängig vom Elternhaus. Und am Ende hängt es auch an der Erwerbstätigkeit, insbesondere von Frauen. Und jetzt ist ja der erste große Hoffnungsschimmer bei vielen Familien auch wieder der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ja ab 2026 schrittweise an Grundschulen erfolgen soll. Und dabei ist es elementar, dass der Ganztag in der Grundschule aber nicht ohne die vorausgegangene frühkindliche Bildung im U3- und im Ü3-Bereich gedacht wird. Beide Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind vor allem Ländersache. Und dennoch investiert der Bund Milliarden Euro in das Kita-Qualitätsgesetz und ab dem Schuljahr 2024-25 auch in das Staatschancenprogramm. An dieser Stelle vielleicht schon mal der Hinweis an die unionsgeführten Länder, dass wir uns darauf freuen, wenn Ende dieser Woche keine Blockade von B-Länder-Seite im Bundesrat erfolgt. Und in der KMK, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man dann einen Schritt weiter geht und den Ganztag für das betrachtet, was er sonst noch an gesellschaftspolitischen Effekten mit sich bringt, dann ist das eine Entlastung von Erziehungsberechtigten, die den Druck nehmen. Eine indirekte positive Wirkung auf den Kampf gegen Altersarmut, vor allen Dingen von Frauen. Denn am Ende wissen wir alle, dass Care-Arbeit keine Rentenpunkte bringt, sondern nur ein höheres Stundenniveau diese Sache erfüllt. Und wir fördern Integration, zum Beispiel mit Sprachförderung, wenn wir uns den Ganztag die frühkindliche Bildung in Gänze angucken. Und Frau Präsidentin, zum Abschluss möchte ich noch kurz erwähnen, dass ja nach einer Haushaltsdebatte auch ein Stück weit wieder vor der Haushaltsdebatte ist. Und deswegen appelliere ich an die Länder und weise darauf hin, dass die Bundesratsbank sehr, sehr leer ist. Dabei debattieren wir ja heute gerade auch über eine Sache, die bei den Ländern liegt. Nehmen Sie Ihre Verantwortung ernst. Wir sind an Ihrer Seite, wenn es darum geht, auch den Blick über den Tellerrand zu tun, frühkindliche Bildung zusammenzudenken. Und sorgen Sie bitte dafür, dass in der KMK wie in der JFMK sich nicht als allererstes und einziges die Frage gestellt wird, wer da zuständig ist. Dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Vielen Dank an die Haushälterinnen und Haushälter und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Emilia Fester für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, Haushaltsverhandlungen im Parlament, die wirken oft wie eine etwas undurchsichtige Binnenlogik. Aber ob im Kinder- und Jugendplan 45 Millionen weniger als vorher oder eben doch nicht sind, das ist nicht nur ein politischer Misserfolg oder in diesem Fall ein Erfolg. Das ist knallhart und das hat direkte Auswirkungen auf den Job von Nuria als Respektcoachin, die Beratung von Kim bei den Jugendmigrationsdiensten oder Alishas Projekt zur U18-Wahl in dem Jugendzentrum bei Ihnen nebenan. Jedes Jahr aufs Neue leben Träger und Vereine in Unsicherheit über ihre weitere Existenz und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fürchten um ihre Jobs. Die Finanzierung von Jugendprojekten und demokratischen Infrastrukturen muss dringend nachhaltiger, langfristiger, sicherer werden. Liebe Union, da haben Sie ja einen Punkt. Im Etat des Bundesfamilienministeriums wird das Problem sehr besonders deutlich. Ministerin Paus stand vor einer quasi nicht erfüllbaren Aufgabe. Gesetzliche Leistungen binden große Teile ihres Etats und kürzen kann sie nur dort, wo man eigentlich nicht kürzen kann. Und na klar, Christian Lindner könnte mehr Geld in die Gesellschaftspolitik verteilen, um solche Härten abzufedern. In Zeiten finanzieller Enge, die ich persönlich ja für hausgemacht halte, muss jetzt alles weichen, was keine gesetzliche Leistung ist, was aber auch genau die Probleme des Verfahrens offenbart. Demokratieprojekte, Orientierungsprogramme für junge Menschen, Frauenhäuser, Sportvereine, Kinder- und Jugendverbände, Programme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. All das ist eben kein Nice-to-have, keine freiwillige Leistung. Gesellschaftspolitik ist systemrelevant für die Emanzipation und für unsere Demokratie. Und ich bin unendlich froh, dass die Haushälter in der regierungstragenden Fraktionen das erkannt haben und es gegenüber dem ursprünglichen Entwurf so unfassbar viele erfreuliche Nachrichten gibt. Zum Beispiel die Rücknahme aller Kürzungen im Kinder- und Jugendplan. Es gibt eine Aufstockung bei den Freiwilligendiensten und bald dann ja zum Glück auch noch das Freiwilligenteilzeitgesetz. Das wird die Bedingungen für die jungen Menschen auch noch einmal verbessern. Wir können uns hier heute wirklich als stolze und selbstbewusste ParlamentarierInnen hinstellen und sehr viel feiern. Denn es ist besser, besser als der Entwurf. Aber wirklich gut ist es auch noch nicht. Es ist noch nicht die Erfüllung unserer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, bedarfsgerechte Ausstattung des Kinder- und Jugendplans und nachfragegerechter Ausbau der Freiwilligendienste. Da wollen wir hin. Und natürlich, natürlich plädiere ich heute für die Zustimmung zu diesem Haushaltsentwurf, auch im Sinne der Planungssicherheit für all jene, über die ich heute gesprochen habe. Aber einen Appell muss ich dann eben am Schluss noch loswerden. Und da möchte ich Sie jetzt bitten, bloß keine Häme, denn diese Problematik ist weitaus älter als diese Regierung. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir unserer jungen Zivilgesellschaft, Institutionen und Initiativen, Demokratieprojekten, freien Trägern und grundsätzlich allen, die auf Fördermittel angewiesen sind, mehr langfristige Sicherheit geben können. Sie und Ihr Beitrag für unser aller Zusammenleben haben das verdient. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dorothee Bär für die CDU und CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Satz zu Herrn Reichardt, der eben wieder reingekommen ist. Ich fand in Ihrer Rede einen einzigen Satz, wichtig und richtig, den Sie erwähnt haben. Sie haben, ich zitiere, gesagt, Sie sehen Parallelen zu finstersten Zeiten. Und da gebe ich Ihnen recht, es geht uns jedes Mal so, wenn wir an Ihre Reihen schauen, weil das wirklich ein Wahnsinn ist, was Sie heute hier abgeliefert haben. Und das alles als Verschwörungstheorie hier abzutun, das lässt dann doch wirklich sehr tief blicken. Also, die finstersten Zeiten sind leider, seitdem Sie hier im Deutschen Bundestag sitzen. Jetzt zu unserem Haushalt hier. Meine Kollegin Silvia Breher hat es angesprochen, dass wir wirklich leider konstatieren müssen, dass die Ampel zur Halbzeit es geschafft hat, massiv Vertrauen zu verspielen. Und ehrlicherweise, die Debatte dauert ja jetzt auch schon sehr lange, haben Sie es auch in dieser Debatte nicht wirklich geschafft, nochmal das Vertrauen auch in diese Bundesregierung zu stärken. Und leider Gottes auch nicht Sie, sehr geehrte Frau Ministerin Paus, weil ich dieses Geplänkelspiel, Frau Breher hat etwas Falsches gesagt, ich kann es nicht korrigieren, dann habe ich Ihnen die Möglichkeit gegeben, es zu korrigieren, trotzdem es nicht geschafft haben, es inhaltlich klarzustellen. Weil ich nochmal sagen muss, weder heute hier in der Replik auf die Rede von Frau Breher, noch in einer extrem verschwurbelten Antwort auf eine Anfrage von uns, von Frau Breher, die dann Frau Ekindeli-Gös als Ihre Staatssekretärin geantwortet hat, noch auf unsere Nachfragen im Ausschuss konnten Sie plausibel erklären, was denn jetzt mit dieser Milliarde passiert ist. Also an drei Stellen, Plenum, Ausschuss, schriftliche Anfrage, haben Sie es nicht korrigieren können. Und so etwas schafft natürlich überhaupt kein Vertrauen. Und deswegen fordere ich Sie jetzt nochmal auf, zu sagen, wo denn diese eine Milliarde jetzt hierher kommen soll, wo dieses Defizit ist. Dass Sie nicht sagen, nee, es ist alles nicht falsch, sondern belegen Sie es bitte mal wirklich mit Zahlen aus dem Haushalt, weil für 2025 ist nirgendwo was zu finden. Das bestätigen uns auch unsere Haushälter. Und die zweite Korrektur, das möchte ich schon noch anmerken, da kann man ja drüber streiten, hätten Sie auch ein bisschen souveräner auf meine Kollegin eingehen können, was das Thema falsche Zahlen betrifft, beim zu hohen Kinderfreibetrag. Da finde ich es einfach immer, wenn man eine Chefin ist, nicht so wahnsinnig souverän zu sagen, ja, Bürofehler. Oder zu sagen, ja, aber ich habe es doch da und da richtig gesagt, wenn es auf der Website wochenlang falsch war, es dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Schuhe zu schieben und nicht zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, dass ich einfach was Falsches gemacht habe, sondern einfach zu sagen, Bürofehler ist nicht souverän. Und wenn man ein Haus leitet, sollte man sich dann schon eher vor seinen Mitarbeitern auch hinstellen an dieser Stelle. Und es passt natürlich auch insgesamt zu dieser Familienpolitik, es passt insgesamt auch zur Politik und zu diesem ideologisch aufgeladenen Zickzackkurs, leider Gottes auf Kosten der Familien in unserem Land und eine führende deutsche Tageszeitung, die FAZ, hat das Ganze betitelt, ich zitiere, das Rot-Grün-Gelbe-Elend. Und wenn sich die FAZ und keine Boulevardzeitung mit so einer Aussage versteigt, dann scheint wohl was dran zu sein. Unsere Gesellschaft ist in einer ganz großen Unruhe und es wäre wirklich heute auch mal an der Zeit gewesen, da mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Aber es zieht sich eben so durch, seit Beginn. Irgendwie hat man das Gefühl, meine Kollegin Anne Janssen hat gesagt, man braucht schon einen festen Gottesglauben. Ich würde sagen, es wäre vielleicht schon schön, wenn am Anfang mal so ein roter Faden auch in so einer Familienpolitik oder ein grüner Faden in ihrem Sinne zu erkennen gewesen wäre. Aber ich muss schon noch mal daran erinnern, heute wird das Hohelied der Bildung gesungen, auch wieder von der FDP. Das Erste, was gemacht wurde, war eben, Stichwort Sprach-Kitas, Fachkräfte-Offensive. Gleich zu Beginn gestrichen. Da wäre es natürlich von Anfang an möglich gewesen, schon mal die notwendige Bildung auch beizubehalten bei einem System, was wirklich so perfekt funktioniert hat. Frühe Hilfen, Freiwilligendienste, Mehrgenerationenhäuser, Ganztagsausbau. Die Kürzungsliste war einfach ultralang. Und auch da wieder Verunsicherungen, Verunsicherungen, Verunsicherungen. Es ist doch Wahnsinn, wenn man gesehen hat, der Kollege Paul Ehrida hat es gesagt, wie aus ganz Deutschland hier verunsicherte junge Menschen sich frei nehmen, aus allen Bundesländern nach Berlin kommen um gegen die Ampel zu demonstrieren, die sie auch gewählt haben. Das ist doch ein Wahnsinn, wie viel Hoffnung diese Menschen in sie gesetzt haben und mit einem Federstrich alle Hoffnung zunichte machen, alles Vertrauen verspielen. Das war natürlich nicht in Ordnung. Und übrig geblieben nur eine Art Sonderopfer des Elterngeld. Auch da zu sagen, Frauen müssen sich zwischen Kind und Karriere entscheiden, das war natürlich überhaupt nicht in Ordnung, was sie gemacht haben. Und deswegen, Frau Ministerin, kann ich nur sagen, neben Bürofehlern, neben Zahlenfehlern, kann ich nur sagen, Kindergrundsicherung wird nicht funktionieren. Das sagen übrigens Kolleginnen und Kollegen, der Ampel auch aus der FDP, gibt es ja ganz kluge Vorschläge auch, dass man einfach diese ganze Behörde nicht machen wird. Ich hoffe, da können Sie sich durchsetzen. Was mir aber nicht zu Ihnen einfällt. Und deswegen fand ich spannend, Frau Ortleb, dass Sie auch noch mal dankenswerterweise unser Herzensprojekt Endometriose angesprochen haben. Mit den Professorinnen und mit den Professoren, mit denen wir als Unionsfraktion zusammenarbeiten, die sagen, kein einziger Cent des Geldes, was eingestellt wurde, auch schon im letzten Haushalt, ist bislang in die Forschung abgeflossen. Natürlich ist es toll, sich hier hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen das, aber wenn es nicht ankommt, wenn die führende deutsche Endometriose-Päpstin sagt, sie erreicht es nicht und die haben alle langsam keine Lust mehr, dann kann doch auch im Staate Dänemark nur was faul sein, in dem Fall leider in Deutschland. Und deswegen sage ich, Frau Ministerin, der Bundeskanzler hat Ihnen unterstellt, neulich hier in der Regierungsbefragung, dass Familienpolitik für Kinder Ihr Herzensanliegen sei. Dann zeigen Sie es bitte auch mal. Zweifellos ein wichtiges Thema. Wir werden es sicherlich auch in anderen Haushalten mitbehandeln, aber ich bitte wirklich, auf die Redezeit zu achten. Das Wort hat der Kollege Daniel Baldi für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 864 Seiten umfasst der Abschlussbericht zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland. Und im Fazit des Berichts wird beschrieben, dass die Verantwortung für eine systematische Aufarbeitung meist aus fadenscheinigen Gründen weggeschoben wurde. Und damit ist der, was sind Sie eigentlich für ein ekelhafter Typ, dass Sie bei diesem Thema anfangen mit so einer Parteipolitik. Was stimmt nicht in Ihrem Kopf? Was stimmt nicht in Ihrem Kopf? Was ist bei Ihnen kaputt? Dieser Bericht ist einmal mehr der Beweis, dass Aufarbeitung und Aufklärung über sexualisierte Gewalt nichts ist, was nur innerhalb von Institutionen oder Verbänden geschehen kann. Und nein, es unterstreicht, warum es 2010 von Schwarz-Gelb absolut richtig war, das Amt der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, die UBSKM, zu schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch die aktuellen Berichte und Regelungen zeigen doch, mittlerweile kommt dieses Amt auch an seine Grenzen. 14 Jahre nach der Schaffung des Amtes braucht es dringend gesetzliche Neuregelungen, wie beispielsweise das individuelle Recht auf Aufarbeitung. Und die UBSKM darf bei der Durchsetzung dabei dieses individuellen Rechts auf Aufarbeitung nicht Zuschauerin sein. Nein, sie muss Akteurin sein, sie muss Anwältin der Betroffenen sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Studie zeigt auch, wo ein Heldfeld sichtbar ist, da gibt es auch ein unsichtbares Dunkelfeld. Denn während die Akten von knapp 1300 Betroffenen sprechen, so spricht die Studie am Ende geschätzt von einem Dunkelfeld von knapp mehr als 9000 betroffenen Kindern. Und es wird deutlich, es braucht flächendeckende Dunkelfeldforschung. Und deshalb ist es gut, dass der Ansatz für Forschung bei der UBSKM in diesem Haushalt um mehr als 1,5 Millionen Euro auf insgesamt 2,4 Millionen Euro steigen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Kampagne schiebt die Verantwortung nicht weg, macht doch auch genau das deutlich, was auch die Studie am Ende in ihrem Fazit beschreibt. Die Verantwortung hinzuschauen, zuzuhören, aufmerksam zu sein, das liegt eben nicht nur diese Verantwortung dazu bei den Institutionen, bei Vereinen und Verbänden. Nein, sie liegt darüber hinaus auch bei jedem und jeder Einzelnen von uns. Und deshalb ist es gut, dass wir die UBSKM in diesem Jahr auch endlich gesetzlich stärken werden und verankern werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in der Einbringung des Haushalts hat, also in der Debatte im September hat Herr Kollege Tebroke von der Union drei Kriterien für die Haushaltsberatung des Einzelplans 17 aufgestellt. Erstens, Familien brauchen Unterstützung in schwierigen Situationen. Zweitens, die Maßnahmen müssen Beiträge zur Selbsthilfe sein. Drittens, mit den Mitteln sollen wertvolle Strukturen im gesellschaftlichen Bereich unterstützt werden. Und wir können heute sagen, ja, genau das haben wir im parlamentarischen Verfahren getan. Ein Beispiel dafür sind die frühen Hilfen. Die frühen Hilfen, Unterstützungsangebot für Familien in der Schwangerschaft und frühen Kindheit in belastenden Lebenslagen. Und wir haben in diesem parlamentarischen Verfahren den Ansatz um 5 Millionen Euro erhöht auf den Vorjahresansatz. Wir haben unser Versprechen gehalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Breher, Sie haben ja eben auch über die Debatte im Herbst gesprochen und da haben Sie damals auch die Rücknahme der Streichungen gefordert. Das haben wir ja getan. Und dann haben Sie etwas gesagt. Dann kam nämlich von Ihnen die Ankündigung, wir bringen eigene Vorschläge in die Beratungen ein. Und es hat sich jetzt heute einmal mehr wieder herausgestellt, diese eigenen Vorschläge gab es nicht. Die Anzahl der Änderungsanträge der Union null. Und nachdem Sie diese Ankündigung schon nicht umgesetzt haben, bin ich jetzt gespannt, ob Sie gleich dem Haushalt zustimmen werden, weil offenbar gab es ja von Ihnen keine Verbesserungsvorschläge. Ich werde auf jeden Fall zustimmen und ich freue mich auch auf Ihre Zustimmung. Vielen lieben Dank. Das Präsidium hier vorne ist sich einig, dass wir dringend zur Mäßigung und zum parlamentarischen Umgang aufrufen. Das gilt für Zwischenrufe aus Fraktionen, genauso wie auf Reaktionen auf eben diese. Ich gebe nun das Wort der Kollegin Heidi Reichenek, derzeit fraktionslos. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, vielleicht fraktionslos, aber natürlich hier für Die Linke. Sehr geehrte Ministerin Paus, was Ihr Ministerium kann, ist nette Aktionspläne zu schreiben und schöne Pressefotos zu machen. Was aber so gar nicht funktioniert, ist die großen Probleme in diesem Land zu lösen. 420.000 fehlende Kitaplätze, 14.000 fehlende Frauenhausplätze, jedes fünfte Kind in Armut. Und was fällt Ihnen dazu ein? Sparen. Genial. Zum Beispiel beim Kinder- und Jugendplan, kurz KJP. Kleine Erklärung, über den KJP kann der Bund Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit finanzieren, zum Beispiel offene Jugendtreffs. Das ist vor allem für Kinder aus Familien mit wenig Geld wichtig, weil es Teilhabe ermöglicht. Im Koalitionsvertrag hieß es noch, es soll mehr Geld für den KJP geben, um Inflation und Mehrbedarf auszugleichen. Was machen Sie also folgerichtig? Kürzen. Und zwar massiv. Um ein Fünftel. Und erst nachdem die betroffenen Träger und vor allem die jungen Menschen auf die Barrikaden gegangen sind, wurden diese Kürzungen zurückgenommen. Und dafür feiern Sie sich ja auch noch, weil die katastrophale Unterfinanzierung nicht noch schlechter geworden ist. Ihr Ernst? Wow. Ich danke dafür vor allem den jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Und auch sonst ist der Koalitionsvertrag scheinbar eher lästig. Kindergrundsicherung quasi tot. Kinderbetreuung, erst mal die Sprachketas eingestampft, sonst Mangelverwaltung. Erhöhung beim Eltergeld fällt aus, weil es nicht. Ihr Motto, keine Kürzung ist Erhöhung genug. Denn mit ganz großen Bauchschmerzen erklären Sie, dass leider kein Geld da ist. Außer natürlich für Rüstung. Da fließt eine Milliarde nach der nächsten. Die Ampel hat zwar ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder. Und dieses Spardiktat versuchen Sie dann alle hier auch noch als Erfolg zu verkaufen. In jede Kamera sagen Sie, was sich nicht alles verbessert hat. Aber die Menschen merken doch, dass das nicht stimmt. Die merken, dass sie am Ende weniger Geld im Portemonnaie haben, dass öffentliche Daseinsvorsorge immer mehr zusammenbricht. Und dann glauben die Ihnen nicht mehr. Und Sie sehen, wohin das führt. Was mich bei Ihnen aber besonders ärgert, Frau Paus, Sie sind Volkswirtin. Ich würde sogar sagen, eine gute. Sie wissen ganz genau, was zu wenig Geld im sozialen Bereich gesamtgesellschaftlich anrichtet. Sagen Sie doch wenigstens ehrlich, dass Sie sich mit einer zukunftsfähigen Politik nicht gegen Christian Lindner und Olaf Scholz durchsetzen können. Sie können das einfach nicht. Aber lassen Sie den beiden doch bitte wenigstens nicht ständig die peinliche Behauptung durchgehen, dass Schulden eine größere Gefahr für unsere Kinder sind als kollabierende Kita, Jugendhilfe und Bildungssysteme. Denn darauf steuern wir zu. Der Etat für das Familienministerium ist eine Bankrotterklärung für alle sozialen Kräfte in dieser Regierung, falls es hier noch welche gibt. Verabschieden Sie sich also endlich von der Schuldenbremse. Beteiligen Sie den Geldadel und Krisengewinner an der Finanzierung unseres Sozialstaates, statt immer weiter die Mehrheit zu belasten. Und hören Sie in Gottes Namen auf, immer weiter die Rüstungsindustrie zu alimentieren. Dann haben Sie auch genug Geld für Kinder, Familien, Frauen und Seniorinnen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Anna-Maria Trassen-Ehr für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder und Jugendliche, eure Entscheidung lässt Millionen Zukünfte platzen. Unter diesem Motto haben am 20. September 2023 über 3.000 junge Menschen in Berlin demonstriert. Die Chorjugenden, die Jugendclubs, die Freiwilligendienste, die PfadfinderInnen, das Jugendrotkreuz, die alle wussten nicht, wie es für sie weitergehen soll. Ich habe damals zu den Demonstrierenden gesprochen und ja, es war nicht leicht, vor ihnen zu stehen. Mir sind viel Wut und Enttäuschung entgegengeschlagen. Dann ließen die Demonstrinnen hunderte Luftballons zerplatzen und sie haben damit ein ohrenbetäubendes Bild für ihre bedrohten, gefährdeten Zukunft ausgesendet. Und ich habe mich gefragt, haben wir eigentlich einen Knall? Müssen wir an dieser Stelle wirklich über Kürzungen sprechen? Wir sagen doch immer, Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Da sollen wir nicht sparen. Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sorgen dafür, dass junge Menschen sich Teil als dieser Demokratie begreifen. Sie sorgen dafür, dass sie Lust auf Politik haben, dass sie Mitverantwortung übernehmen, dass sie eben unser Land mitgestalten wollen. Kinder- und Jugendarbeit ist auch da, wenn junge Menschen es mal schwer im Leben haben. Und trotzdem kämpfen Kinder- und Jugendarbeit Mitarbeitern seit Jahren um finanzielle Anerkennung. Wenn die Kassen knapp sind, heißt es erstmal ruckartig, hier können wir sparen. Und diesen Kampf kenne ich leider nicht zum ersten Mal. Das kennen viele Kolleginnen und Fachpolitikerin auch von Ihnen. Ich habe diesen Kampf in der Kommune, im Land und jetzt auch im Bund geführt. Und deshalb, nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass es hier gelungen ist, eben diese Kürzungen zu verhindern. Und ich möchte an dieser Stelle stellvertretend ein großes Dankeschön an Felix Döring ausrichten für alle Haushaltspolitikerin, die hier alle Hebeln in die Bewegung gesetzt haben. Und ich möchte auch allen Kindern und Jugendlichen, allen Hauptamtlichen der Kinder- und Jugendarbeit danken. Ihr habt uns tausende Mails geschrieben, ihr habt uns Postkarten geschickt, ihr habt eben auch demonstriert. Und euer Einsatz hat sich gelohnt. Und bei der Demo am 20. September habe ich auch an einem selbstgebastelten Schild gelesen, lasst Geld regnen, damit Demokratie wachsen kann. Nun, meine Damen und Herren, natürlich sind wir hier realistisch und wissen, leider wird es in absehbarer Zeit kein Geldregen in solcher Form geben. Aber jeder Euro, den wir in Kinder- und Jugendarbeit investieren, ist ein gut investierter Euro. Es ist ein Euro, der zur Demokratieförigung, zum Zusammenhalt in unserem Land beiträgt. Die Respekt-Coaches, deren Fortbestand wir für ein weiteres Russias sichern, sorgen täglich an unseren Schulen dafür, dass eben Menschenhass, Antisemitismus und Rassismus keine Wurzeln schlagen in den Köpfen unserer Kinder. Solche Formate sind die beste Prävention gegen Extremismus und Menschenhass. Die jungen Migrationsdienste können ihre Arbeit ebenfalls fortführen. Sie sorgen dafür, dass junge Migrantinnen eine verlässliche Anlaufstelle eben in den Kommunen vor Ort haben und ein offenes Ohr für ihre Probleme finden. Daran lassen wir uns messen als modernes Deutschland, als Einwanderungsland. Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen frische Eindrücke von unseren jüngsten schildern, meine Damen und Herren. Letzte Woche habe ich in meinem Wahlkreis einen Bundeskinderrat gemacht, in einem Jugendclub. Kids zwischen sieben und 14 Jahren berichtet mir sehr eindringlich, sie machen sich Sorgen um unsere Demokratie. Sie haben Angst vor Politikern, die von Deportationen sprechen und ihre Freundinnen, ihren Familienmitgliedern mit Migrationsbiografie bedrohen. Und sie fordern uns regelrecht dazu auf, zu handeln. Und das tun wir mit diesem Bundeshaushalt als Ampel. Zeigen wir, dass wir diesen Auftrag ernst nehmen. Und nicht nur leere Floskeln leider versprechen, auch keine konkrete Lösungsvorschläge bieten, wie bei Ihnen, liebe Kollegen von der CDU und CSU. Es ist eben doch nicht ein erstgemeinter Vorschlag, wenn Sie ernsthaft vorschlagen, hier bei der Bekämpfung von Kinderarmut zu sparen oder bei der Demokratieförderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist das erst mal meine letzte Rede hier im Deutschen Bundestag, da in zwei Wochen die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt wird. Und falls es so kommen sollte, sage ich, ich gehe mit ruhigem Gewissen, denn wir haben erfolgreich diesen Kampf für Kinder und Jugendliche in Deutschland gekämpft. Und wir haben diesen Kampf gewonnen. Doch vergessen Sie bitte auch in Zukunft nicht, an Kindern und Jugendlichen spart man nicht, Demokratie gibt es nicht umsonst. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Einzelplan 17 ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen und Abgeordneten angenommen. Ich rufe auf den Einzelplan 25. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 8.661 und 8.662. Die Berichterstattung kamen die Abgeordneten Markus Uhl, Uwe Schmidt, Markus Kurt, Thorsten Herbst, Markus Bühl und Viktor Perli inne. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig, die Plätze zu wechseln. Ich bitte Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Markus Uhl für die CDU und CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren jetzt den Einzelplan 25 des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für das Jahr 2024. Endlich, füge ich hinzu. Auf das Chaos der Haushaltsberatung will ich an der Stelle gar nicht mehr eingehen. Wir haben da vorhin in den Debatten schon genügend gehört und auch in den Medien einiges dazu mitbekommen. Zum Einzelplan selbst. Die Ausgaben sinken im Vergleich zum ursprünglichen Regierungsentwurf um 234 Millionen Euro auf 6,7 Milliarden Euro. Ist dieser Einzelplan nun ein Sparhaushalt? Nein, meine Damen und Herren. Sie streichen zwar 270 Millionen Euro, beim Wohngeld, weil Sie an anderer Stelle das Bürgergeld erhöht haben und viele Empfangsberechtigte dahin wechseln. Gleichzeitig verpflichten Sie sich mit diesem Haushalt aber für Ausgaben in den Folgejahren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Das sind 1,5 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf. Und das ist mehr als das Ausgabevolumen des gesamten Einzelplans im Jahr 2022. Sie legen sich für die Zukunft in erheblichen Umfang finanziell fest. Das reduziert zukünftige Spielräume. Wir haben also keinen Sparhaushalt, meine Damen und Herren. Wir haben keine neuen Prioritätensetzungen. Das ist ein Weiter-So. Und das kann und das wird auf absehbare Zeit nicht gut gehen. Und wir erleben im Baubereich eine tiefgreifende Verunsicherung. Der Wohnungsbau, er liegt am Boden. Von den 400.000 versprochenen neuen Wohnungen pro Jahr waren es im vergangenen Jahr nur 270.000. Für dieses Jahr werden es noch weniger sein. 235.000 sind geschätzt. Und die Bauwirtschaft prognostiziert für das kommende Jahr sogar noch weniger als diese 200.000 Wohnungen. Wenn sich nichts Grundlegendes in der Wohnungsbaupolitik ändert. Ja, und dazu braucht es vor allen Dingen auch Verlässlichkeit in der Förderpolitik, meine Damen und Herren. Stattdessen erleben wir Heizungschaos, Chaos bei den Bauförderungen, bei den Förderprogrammen für die Kommunen, die zum Teil abrupt über Nacht eingestellt werden, meine Damen und Herren. Und Sie versuchen dann, wie beim klimafreundlichen Neubau über Nacht mit Eilanträgen frisches Geld bereitzustellen, überplanmäßig. Und das reicht dann auch nur für wenige Stunden. Das sind eben keine verlässlichen Rahmenbedingungen. Das ist handwerklich schlecht. Und das schürt weiterhin die Verunsicherung in der gesamten Branche. Ja, und jetzt legen Sie ein neues Förderprogramm auf für klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment. Eine Milliarde Euro, immerhin. Das hinkt ja auf den ersten Blick ganz schön. Aber im genaueren Hinsicht ist es eben nichts anderes als eine weitere Zerfledderung der gesamten Förderlandschaft, die wir im Baubereich haben. Und wenn ich mir schon die Bemerkungen anschaue, die nur an den Haushaltsunterlagen drinstehen, wir haben ja die Förderrichtlinien noch gar nicht, dann befürchte ich auch hier wieder hohe Standards, hohe Auflagen, Mikromanagement, klein, klein, statt wirkliche, echten und unbürokratischen Hilfen. So kommen wir nicht weiter im Wohnungsbau. Da kommen Sie zurück zu Vertrauen und zu Verlässlichkeit, zu auskömmlich finanzierten, einfachen, unbürokratischen Förderprogrammen. Und senken Sie vor allen Dingen endlich die Baustandards und die Bürokratie. Frau Ministerin, ihr eigenes Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung schreibt in seiner Studio zu Maßnahmen für kostengünstig nachhaltigen Wohnraum und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, zusammenfassend ist festzuhalten, an Erkenntnissen und Wissen darüber, welche Faktoren dazu beitragen, die Kosten des Bauens und Wohnens in die Höhe zu treiben, mangelt es nicht. Und weiter, die Überwindung dieses Umsetzungsdefizits ist eine, wenn nicht die, entscheidende Aufgabe und Herausforderung für die Schaffung von kostengünstigem, zukunftsfähigem Wohnraum, meine Damen und Herren. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Ja, und anstatt die Menschen und die Bauherren immer mit neuen Standards und Auflagen zu gängeln, sollte der Bund ja vielleicht als Vorbild vorangehen, Vorbild vorangehen mit seinen eigenen Gebäuden oder auch mit Unterstützung für den Gebäudebestand insgesamt der öffentlichen Hand. in Deutschland. Aber auch hier entsprechende Gelder, die mal da waren, haben sie gestrichen. Wir haben ein Förderchaos erlebt bei den wichtigen Kommunalförderprogrammen. Das haben sie im parlamentarischen Verfahren zum Teil geheilt. Aber beim Förderprogramm zur energetischen Stadtsanierung, Klima- und Wärmewende vor Ort, gehen trotzdem 50 Kommunen leer aus, meine Damen und Herren. Das war ein niedrigschwelliges, ein quartiersbezogenes Förderprogramm, um den Bestand vor allen Dingen energetisch mitzumachen. Die gehen nun leer aus. Vorbild müssen nicht öffentlichen Gebäude sein. Hier agieren sie zulasten der Kommunen, meine Damen und Herren. Vorbild müsste der Bund auch sein, was das Thema Flächeneffizienz und Ressourcenverbrauch angeht. Das BMF hat ja zu Recht die entsprechenden Vorgaben für die Flächen der obersten Bundesbehörden angepasst. Neue Formen des Arbeitens wie Desk-Sharing, Homeoffice etc. sollen berücksichtigt werden. Nun ist es ausgerechnet, das Bauministerium, das sich eine überdimensionierte Ausweichliegenschaft gönnt, 20 Prozent über den Bedarf des BMFs. Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, hat gesagt, das ist nicht bedarfsgerecht, das ist unwirtschaftlich. Geändert haben Sie nichts daran, meine Damen und Herren. Das Bauministerium, das taugt nicht zum Vorbild. Lösen Sie den Zielkonflikt auf, meine Damen und Herren. Weniger Standards, weniger Auflagen, weniger Anforderungen im Baubereich und ermöglichen Sie damit schnelleres und günstigeres Bauen. Schreiben Sie den Menschen nicht vor, wie sie zu leben haben. Setzen Sie Anreize und sorgen Sie für einen echten Ausgleich. Nutzen Sie marktwirtschaftliche Instrumente statt überbordende Gängelungen durch Verbotspolitik. Sorgen Sie für weniger Vorschriften, mehr Eigenverantwortung statt Planwirtschaft. Ist es mehr Pragmatismus und weniger Ideologie nötig, nicht immer nur mehr und neues Geld, meine Damen und Herren, sondern Entbürokratisierung und weniger Standards. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Uwe Schmidt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, moin. Sehr geehrte Frau Ministerin, moin Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus. Lieber Markus, wie du weißt, komme ich aus dem Hafen und bin gelernter Hafen Facharbeiter. Der Zusammenhalt und die guten Tariflöhne haben mich nach meiner Ausbildung als Kfz-Mechaniker an den Hafen gezogen. Also, ich kenne mich mit Vertrauen und auch mit gegenseitig gegebenen Respekt sehr gut aus, weil das Versprechen lautete damals, wer hart und viel arbeitet, muss sich keine Sorgen machen, keine Sorgen um die Miete oder den Abtrag fürs Haus. Heute, über 35 Jahre später, sieht das in unserem Land etwas anders aus. Die meisten Menschen arbeiten hart und viel, aber sie machen sich trotzdem Sorgen. Wer jeden Tag hart arbeitet, darf aber keine Sorgen haben, ob er die Miete bezahlen oder den Baukredit zukünftig noch bedienen kann. Wohnen ist ein Menschenrecht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig hier. Diese Koalition hat sich zur Aufgabe gemacht, klimafreundlichen, bezahlbaren Wohnraum für Junge und Alt zur Verfügung zu stellen, egal ob zur Miete, im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder auch beim Wohneigentum. Der vorliegende Haushalt des Einzelplans 25 stellt jetzt wichtige Weichen und das zur richtigen Zeit. Damit reagieren wir auf den Zinsanstieg und den Einbruch beim Wohnungsbau. Wir investieren, wir entlasten und wir halten damit zusammen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundesbauministerin Clara Galwitz, das haben Sie eben schon angesprochen, haben dem Parlament einen Vorschlag vorgelegt, der den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment vorsieht. Das ist das richtige Signal an die Menschen in unserem Land und auch an die Baubranche. Bauen, bauen, bauen und nochmals bauen. Wir haben im parlamentarischen Verfahren für dieses neue Förderprogramm eine Milliarde im Bundeshaushalt ausgebracht. Hast du ja gerade gesagt, wenn das keine Planungssicherheit ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir setzen da an, wo der Bedarf am größten ist. Wir fördern damit ausschließlich Wohnungen des unteren und mittleren Preissegments. Wie machen wir das? Indem wir beim Bau von klimafreundlichem Wohnraum die Zinsen verbilligen. Die Reaktionen aus der Wohnungswirtschaft und der Bauindustrie sind durchweg positiv. Die vertrauen uns nämlich im Gegensatz zu ihnen. Mit diesem Förderprogramm wird es möglich, wieder mehr Wohnraum für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu schaffen. Es kann auch nicht sein, dass im Innenstadtbereich deutscher Metropolen für Leute, die jeden Tag arbeiten gehen, keinen vernünftigen und damit bezahlbaren Wohnraum mehr gibt. Das kann eigentlich unser Ernst sein. Darauf haben wir reagiert. Neben der Neubauförderung und der sozialen Wohnraumförderung ist dies nun die dritte Säule zur Förderung des klimafreundlichen Wohnungsneubaus. Nachhaltiger Wohnungsbau bedeutet aber auch, zu schauen, wo kann man gewerblichen Leerstand in eine Wohnnutzung überführen. Wir alle kennen in unseren Wahlkreisen Orte, wo einerseits Gewerbeimmobilien leer stehen, andererseits aber Wohnraum fehlt. Mit dem Programm Gewerbe zu Wohnen stellen wir Mittel bereit, um geeignete Gewerbeimmobilien zu klimafreundlichem Wohnraum umzubauen. Für den sozialen Wohnungsbau haben wir die Mittel im Jahr 2024 auf das Rekordniveau von 3,15 Milliarden Euro erhöht. Das ist mehr als richtig, denn auch immer fehlen Sozialwohnungen. Da ist ja Jahrzehnte nichts gemacht worden, es sei denn in irgendwelchen Kellern, an irgendwelchen Eisenbahnen. Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, wer da Verantwortung getragen hat. Wir arbeiten daran, dass der Traum vom Eigenheim kein Traum bleibt. 350 Millionen Euro zur Wohneigentumsförderung stehen den Familien jetzt zur Verfügung. Gerade für junge Familien ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden unverändert groß. Im Übrigen ist Wohneigentum immer noch, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, die beste Altersvorsorge. In schwierigen Zeiten investieren, entlasten und halten wir zusammen. Das Versprechen, was ich eingangs erwähnte, dass man sich, wenn man hart arbeitet, keine Sorgen machen muss um den Abtrag fürs Haus oder die nächste Miete, dieses Versprechen halten wir mit diesem Haushalt. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen anderen wichtigen Aspekt hinweisen. Erst am vergangenen Samstag haben wir weltweit den Opfern des Holocaust gedacht. Morgen findet hier im Parlament die Gedenkstunde dazu statt. In der gesamten Haushaltsberatung haben wir einen klaren Schwerpunkt auf die Unterstützung jüdischen Lebens, auf den Kampf gegen Antisemitismus und die Unterstützung Israels Wert gelegt. Mit sieben Millionen Euro unterstützen wir den Wiederaufbau des Kibbutz Be'eri, der durch den Terror der Hamas weitestgehend zerstört wurde. Es ist für uns als Parlament eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit finanziellen Mitteln den Wiederaufbau in Israel aktiv unterstützen. Wir stellen uns mit dem Bundeshaushalt 2024 klar gegen Antisemitismus. In vielen Einzelplänen stehen für den Kampf gegen Rassismus und für die Demokratieförderung Mittel im erheblichen Umfang bereit. Das haben wir heute Morgen hier schon gehört in verschiedenen. In unserer Demokratie ist kein Platz für rassistisches Gedankengut. In diesem Land ist kein Platz für Antisemiten und Antidemokraten. Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei meinen beiden Berichterstatterkollegen Thorsten Herbst von der FDP und Markus Kurth von den Grünen. Das waren gute Verhandlungen, die auch Ergebnisse nach sich getragen haben. Das habe ich gerade hervorgetragen. Mein Dank gilt natürlich auch den Mitarbeitenden in den Haushälterbüros, in den Arbeitsgruppen, Ausschusssekretariat. Ein sehr guter Haushalt ist auch immer eine gute Teamleistung. Das, glaube ich, haben wir jetzt damit vorgelegt. Und last but not least danke an die drei haushaltspolitischen Sprecher der Ampelkoalition. Saubere Arbeit, Jungs. Jetzt heißt es all hands und deckt. Und Demokratie gibt es nämlich nicht umsonst. Danke. Kollege Schmitt, Sie waren vorhin noch nicht da, als ich den Hinweis gegeben habe, ich bitte alle Danksagungen und was sonst noch passieren muss, neben der Darstellung des Haushaltes in die Redezeit einzupreisen, weil sonst geht es auf Kosten der nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Fraktion. Das Wort hat der Abgeordnete Sebastian Münzenmaier für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unzählige Menschen in unserem Land sind auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Verzweifelte Mieter zittern jetzt schon vor der nächsten Nebenkostenabrechnung und fleißige Häuslebauer vor den horrenden Summen, die sie in Zukunft für Wärmepumpe und Dämmwahnsinn aufbringen müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz, wir haben es eben schon gehört, hat den Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr versprochen. Doch wie wir mittlerweile alle wissen, ist das nur eines von den vielen Versprechen, an die er sich ja nicht mehr erinnern kann. Die Realität ist nämlich eine ganz andere. 2023 war ein Insolvenz-Rekordjahr für die Immobilienbranche. Das Geschäftsklima ist laut IFO-Institut so schlecht wie noch nie. Laut Angaben des Pestel-Instituts fehlen 900.000 Sozialwohnungen in Deutschland und die Angebotsmieten stiegen in den vergangenen Jahren um bis zu 40 Prozent. Wohnen wird also zum Luxusgut. Und um den Präsidenten des ZIA zu zitieren, was muss denn eigentlich noch kommen, damit die Politik die Kurve kriegt? Wir als AfD-Fraktion, wir haben Ihnen konkrete Vorschläge vorgelegt. Wir befreien die Bauherren vom grünen Klimakorsett, das allen die Luft abschnürt und Neubau verhindert. Mit uns gibt es keinen sinnlosen Sanierungszwang. Wir schaffen das Gebäudeenergiegesetz wieder ab und lassen die Menschen endlich wieder heizen, wie sie es möchten und wie es ökonomisch sinnvoll ist. Und ja, auch wenn Sie alle es natürlich nicht hören wollen, wir sorgen für Remigration. Wir sorgen dafür, dass ausreisepflichtige Ausländer und Illegale hier keine Wohnung mehr belegen, weil wir konsequent und rigoros abschieben, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir anschaue, wo Sie Ihre Schwerpunkte im Bauhaushalt hinsetzen, dann ist das schon interessant. Ein paar Beispiele. Die Blumenprivilegienübung, interkulturelle Musik und Tanzgruppen, Diversity on Stage oder der Bau von Lümmelbänken, denn, ich zitiere, chillen war gestern, Lümmeln ist heute. Meine Damen und Herren, diese Bundesregierung hat fertig. Anstatt echte Probleme anzupacken, versenken Sie deutsche Steuergelder in irgendwelche linksgrünen Elfenbeinturmprojekten und während sich das Establishment dann in der Penthouse-Wohnung zuprostet und irgendwelchen interkulturellen Musikgruppen lauscht, sammeln deutsche Rentner Flaschen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Und als wäre das alles noch nicht genug, holt die Ampel Hunderttausende ohne Bleiberecht ins Land, erleichtert den Familiennachzug, verweigert die Grenzkontrollen und verramscht den deutschen Pass jetzt noch schneller als vorher. Und dann sitzt Ministerin Geiwitz bei Markus Lanz und ist völlig überrascht. Der Wohnungsbedarf ist höher als angenommen. Frau Ministerin, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn der Wohnungsbedarf höher ist als angenommen, dann muss in Zukunft gelten, Deutschland hat Eigenbedarf. Es ist eine Schande, dass in Deutschland Asylbewerber in Luxushotels residieren, während sich Deutsche nicht mehr trauen, im Winter die Heizung aufzudrehen. Und es kann doch nicht sein, dass die einzige Baustelle, die in ganz Deutschland überhaupt noch schnell vorankommt, der millionenschwere Neubau des Bundeskanzleramts ist. Eines kann ich Ihnen versprechen, mit der AfD endet diese Ungerechtigkeit. Denn für uns ist klar, unser Geld für unsere Leute und unsere Leute kommen immer zuerst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich grüße Sie recht herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Und wir fahren fort in der Debatte. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Kollege Markus Kord. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu der Rede eben von Herrn Münzenmaier fällt mir wirklich nur ein. Ich bin heilfroh, ich bin heilfroh, dass viele Hunderttausende, ja Millionen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Und Sie haben damit noch mal bewiesen mit Ihrer Rede, wie dringend das notwendig ist. Und diese Demokratie ist stärker als Sie. Wir sind mehr. Aber zurück zur Sache. Zurück zur Sache. Kollege Markus Uhl, Sie müssen sich schon insgesamt entscheiden. Also entweder Sie beklagen, dass das jetzt nicht genug ein Sparhaushalt ist, oder Sie fordern verstärkte Anstrengungen im Wohnungsbau. Entweder Sie beklagen, dass das hier kein Sparhaushalt darstellt, oder Sie fordern eine bessere Ausstattung von Förderprogrammen. Aber Sie müssen sich schon entscheiden. Beides auf einmal gibt es nicht. Entweder Sie fordern den Sparhaushalt oder eine bessere Förderung. Wir haben uns dafür Letzteres entschieden, während Sie in Ihren Widersprüchen verharren. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe dafür, dass Sie ja in den laufenden Haushaltsberatungen keinen einzigen eigenen Antrag zu diesem Haushalt vorgestellt haben. Wir haben ganz klar den wichtigen Bereich Bauen und Wohnen weitestgehend von Kürzungen verschont. Es hat Verschiebungen gegeben, schon erwähnt, beim Wohngeld, weil durch das Bürgergeld und die Kosten der Unterkunft dort Dinge umgeschichtet worden sind. Und wir haben sogar ein neues Segment, einen neuen Punkt aufgesetzt, nämlich klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment und haben das Ganze mit 10 Millionen Barmitteln und 990 Millionen Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre unterlegt. Und das zeigt, dass der Bereich Bauen und Wohnen zu den politischen Prioritäten dieser Regierung gehört. Und das ist auch gut so. Und es hat sich auch in den laufenden Verhandlungen gezeigt, wie wichtig die Beteiligung des Parlaments ist. Auch ich möchte meinen beiden Berichterstatterkollegen Uwe Schmidt und Thorsten Herbst herzlich dafür danken. Wir haben nämlich auch die neu ausgebrachten Titel und Programme mit qualifizierten Sperren belegt beziehungsweise entsprechende Erläuterungen vorgesehen. So ist zum Beispiel jetzt sehr klargestellt, dass die Wohnungen im Bereich Niedrigpreissegment im unteren Drittel des jeweiligen örtlichen Mietspiegels liegen sollen. Und wir haben auch gesagt, dass über den Lebenszyklus zumindest auch der Standard EH40 erhalten bleiben soll. Und ein weiteres Beispiel für das positive Wirken dieses Parlaments, dass wir die kommunalen Programme Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend, Kultur und Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, dass wir diese zum Teil ja bereits von uns mit Förderzusagen belegten Programme finanziell hintersetzt haben und zumindest den 23er Aufruf auch auf etwas niedrigerem Niveau fortführen konnten. Und das hat ganz konkrete Folgen. Ich sehe hier auf der Tribüne Schülerinnen und Schüler, es geht um ihren Schulsport, um ihren Vereinssport, in vernünftigen Turnhallen und Schwimmbädern an dieser Stelle und das war uns allen hier im Haushaltsausschuss auch ein Herzensanliegen, das vernünftig zu machen. Und dann gibt es noch die Linien Jung kauft alt, auch das sehr sinnvoll, es hat einen handfesten Mehrfachnutzen, zum einen werden Familien beim Aufbau von selbst genutztem Wohneigentum unterstützt, wir verteilen auch die Flächen vernünftiger, denn wir haben sehr viele Einfamilienhäuser mit Sanierungsbedarf, wo nur noch, nachdem die Kinder ausgezogen sind oder der Ehegatte gestorben ist, ein, zwei Leute auf sehr viel Fläche wohnen und wir tragen damit dazu bei, dass der vorhandene Wohnraum in Deutschland auch besser ausgenutzt werden kann, denen, die es brauchen. Und auch eine gute Maßnahme gegen Zersiedelung und Flächenfraß und zur Nutzung von sogenannter grauer Energie, also bereits gebauten Gebäuden, ist das Programm Gewerbe zu Wohnraum. Da bin ich auch sehr auf den Förderaufruf gespannt. Ich hoffe, dass er möglichst schnell kommt, damit wir möglichst schnell die Mittel entsperren können, dass das Ganze auch sofort Fahrt aufnehmen kann. Und auch das hat einen ganz konkreten Nutzen für den Unterboden der Demokratie, nämlich in den Kommunen. Wir stärken dadurch kommunale Räume, gerade auch Innenstadtlagen, hoffentlich versuchen, Leerstände sinnvoll umzuwidmen. Denken wir nur an Kaufhäuser, die leer stehen, in den Innenstädten, manche Büroimmobilien. Ich glaube, wir können hier nicht nur wohnungspolitisch und ökologisch, sondern vor allen Dingen auch stadtentwicklungspolitisch einiges bewirken. Mehr aufzuzählen zu den segensreichen Inhalten des Bundeshaushalts im Einzelplan 25. Fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber es kommen ja noch Kolleginnen für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Thorsten Herbst. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren den Etat des Bauministeriums, aber der ist ja nicht losgelöst vom gesamten Bundeshaushalt. Und ja, das waren schwierige Haushaltsverhandlungen und ja, der Staat muss mit dem Geld auskommen, das er einnimmt und das haben wir mit diesem Haushalt geschafft. Das haben wir geschafft, indem wir Prioritäten geschärft haben, das bedeutet Mehrausgaben an einer Stelle, aber auch Einsparungen an anderer Stelle. Wir haben eine historisch hohe Investitionsquote im Bundeshaushalt und wir halten die Schuldenbremse ein. Das alles ist nicht Haushaltstechnokratie, das ist kein Selbstzweck, sondern wir modernisieren dieses Land und wir erhalten Handlungsspielräume für kommende Regierung und Generation. Und jetzt ist es das gute Recht, der Union zu kritisieren. Nur ich finde, Sie müssen sich bei Ihrer Kritik mal einigen. Die einen fachpolitisch sagen, wir geben viel zu wenig aus, muss viel, viel mehr investiert werden, es muss für dieses und jenes Programm mehr Geld aufgewendet werden. Die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist ja gar kein Sparhaushalt, ihr müsst endlich sparen. Also, liebe Union, links oder rechts, man muss sich irgendwann mal auf eine Richtung einigen. Und was dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufsetzt, statt sich wie jede andere Oppositionsfraktion im parlamentarischen Verfahren ordentlich mit eigenen Vorschlägen zu beteiligen und zu sagen, da gebe ich mehr Geld aus, aber dafür kürze ich, haben Sie sich für krasse Arbeitsverweigerung entschieden. Ich finde, das ist zu dünn für die größte Oppositionspartei. Es ist klar, die Lage im Bausektor, die ist angespannt. Das haben auch viele meiner Vorredner erwähnt. Und für uns ist eindeutig, dass der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, auch das leisten können von privatem Wohneigentum nicht nur eine wirtschaftliche Frage sind, sie sind auch eine Frage der gesellschaftlichen Stabilität in unserem Land, meine Damen und genau deshalb haben wir auch die Mittel erhöht, beispielsweise für den privaten Wohnungsbau allein in diesem Jahr von 1,1 Milliarden Fördermittel auf 2,6 Milliarden allein eine Milliarde ein neues Neubauprogramm im unteren Preissegment. Ich denke, das sind klare Signale, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen und dass wir daran festhalten, dass der Traum vom eigenen Wohneigentum in Deutschland möglich sein muss und möglich sein bleiben muss, wenn man sich den Etat des Bauministeriums insgesamt anschaut, dann stellen wir fest, wir haben Milliardenbeträge für die Neubauförderung bis 2026, Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bis 2027, wir halten an der Städtebauförderung fest, um Innenstädte attraktiver zu machen und im Rahmen des Haushaltsverfahren ist uns auch gelungen, Kollegen Vormir haben das angesprochen, die Sanierung kommunaler Einrichtungen zu sichern, damit es eben möglich ist, marode Sporthallen, marode Schwimmbäder, marode Kulturzentrum zu sanieren, auch das nicht nur eine Frage der Wirtschaft, sondern der Lebensqualität ganz konkret vor Ort. Ich habe bei früheren Haushaltsreden oft gesagt, wir haben einen Schwachpunkt im Bausektor, und zwar ist das der Innovationsbereich. Wir tun zu wenig, um zu schauen, wie können wir effizienter bauen, wie treffen wir neue Herausforderungen beim Thema Recycling, auch beim Thema Klimaschutz. Deshalb bin ich froh, dass es uns gelungen ist, in diesem Etat einen ganz besonderen neuen Programmpunkt zu schaffen, nämlich ein Baufrischungszentrum, das Living Art of Building. Ich bin ganz dankbar, dass SPD und Grüne das auch mit uns gemeinsam mitgetragen haben. Meine Damen und Herren, ob Wohnungen gebaut werden, das hängt von relativ vielen Rahmenbedingungen ab. Übrigens eine Rahmenbedingung, liebe Union, ist die steuerliche Attraktivität. Wir haben im Wachstumschancengesetz, das dieser Bundestag bereits verabschiedet hat, eine Sonderabschreibung für den Wohnungsbau vorgesehen. Das wissen Sie. Und wissen Sie, wer genau dieses Wachstumschancengesetz mit einer Gesamtentlastung von 6 Milliarden Euro aufhält? Es sind Sie, die unionsgeführten Länder im Bundesrat. Das ist schizophren, meine Damen und Herren. Mehr bauen fordern und bauen blockieren, das passt nicht zusammen. Meine Damen und Herren, diese Etataufstellung war mit Sicherheit nicht einfach. Wir haben viel Kraft investiert. Ich finde, wir sind zu guten Kompromissen gekommen. Und ich möchte ausdrücklich auch meinen Mitberichterstattern danken, Uwe Schmidt und Markus Kurth. Ich denke, wir zeigen, dass wir, wenn es auch mal schwierig ist, immer zu pragmatischen, zukunftsorientierten Lösungen kommen. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Signal für die Handlungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit nicht nur für das Bauen in diesem Land, sondern generell für die politische Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Michael Preimann für die Unionsfraktion hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, also bei den bisherigen Redebeiträgen der Koalition, da gewinnt man so langsam den Eindruck, diese Bundesregierung hat den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Die Lage sei angespannt. Die Lage sei angespannt. Liebe Kolleginnen und Kolleginnen von SPD, FDP und Grünen, Deutschland steckt in einer der größten Bau- und wohnungspolitischen Krisen seit Jahrzehnten. Und deswegen braucht es auch Antworten. Und es ist und es ist daher zuallererst das gemeinsame Verständnis im Parlament notwendig, dass Wohnen nicht nur ökologisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich und bezahlbar sein muss. Und es ist gerade angesprochen worden, ja, man solle sich entscheiden zwischen Sparhaushalt und Förderprogramm. Ich sage Ihnen, beides ist wichtig. Und wissen Sie, wie man das macht? Indem man Prioritäten setzt. Und das über diesen Einzelplan hinaus. Wenn man sich mal die Einzelpläne anguckt im Vergleich zum Regierungsentwurf, dann wird man sehr schnell feststellen, dass in 13 Ministerien plus Kanzleramt im Vergleich die Ausgaben gestiegen sind, nur bei zwei Ministerien nicht. Und die Bau- und Wohnungsfrage, das ist die soziale Frage überhaupt bei uns in Deutschland. Dann frage ich mich, warum Sie dann die Ausgaben regierungsweit bei zwei Ministerien kürzen und das Bauministerium gehört dazu. Und wir können mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Stichworte Förderchaos und Vertrauen. Rechtliche Verlässlichkeit in der Immobilien- und Bauwirtschaft, das ist das Wichtigste für Investitionen. Unsicherheit ist immer schlecht für Investitionen. Ein Bauunternehmer sagte der Presse vor kurzem, dass er mittlerweile nur noch handelt, wenn etwas im Bundesgesetzplatz schwarz auf weiß veröffentlicht ist. Planungssicherheit steht beim Wohnungsbau an erster Stelle, sonst bleibt er aus. Und das beherzigen Sie einfach nicht. Sie legen Förderprogramme auf, die teilweise dann nur Wochen später wieder geschlossen werden müssen, weil das Geld weg ist. Sie kommen mit neuen Programmen jetzt auch wieder um die Ecke, machen alles komplizierter, erhöhen im Grunde genommen das Dickicht der Vorschriften. Das sehen wir jetzt auch beim Zinsverbilligungsprogramm. Und an anderer Stelle brauchen Sie zu lange. Sie haben uns jetzt schon häufig heute vorgeworfen, wir würden keine Änderungsanträge einlegen. Ich will Ihnen mal eines sagen, wir haben hier vor zwei Jahren genau an dieser Stelle gestanden. Vor zwei Jahren haben wir das Förderprogramm Jung kauft alt gefordert. Sie haben es vor zwei Jahren abgelehnt. Sie brauchen eine halbe Legislaturperiode, um die Förderung im Bestand für junge Familien möglich zu machen. Und nächstes Stichwort Städtebauförderung. Jede Euro in der Städtebauförderung setzt nachweislich sieben weitere Euro in der Wirtschaft frei. Sie ist somit echte Wirtschaftsförderung, Mittelstandsprogramm und gerade jetzt so wichtig für die erforderliche Stabilisierung der Bauwirtschaft. Und Sie rühmen sich von der FDP damit, dass Sie die Mittel dort konstant halten. Bei steigenden Baukosten, bei der Situation hätten Sie die Mittel drastisch erhöhen müssen. Das wäre die richtige Antwort. Stichworte Baukosten und Bauvorschriften. Der Normkontrollrat bescheinigt der Koalition, dass sie im vergangenen Jahr die Belastung durch Zeitaufwand, Kosten und Bürokratie auf einen Rekord hochgesetzt hat. Und höchster Kostentreiber ist das Gebäudeenergiegesetz. Wir haben ein Baugesetzbuch, in das kommen immer mehr Belange rein. Jetzt das Gesetz zur kommunalen Wärmeplan. Die Bauminister, und Sie verweisen ja auch immer gerne darauf, dass die Bauminister etwas zutun müssen. Die Bauminister haben beschlossen, die Regeln der Musterbauordnung für den Um- und Ausbau bestehender Gebäude zu erleichtern. Die Bundesregierung sollte jetzt auch endlich an die Entschlackung der Vorschriften gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn nur dann können wir auch die Kosten senken. Und deswegen, da will ich Ihnen auch entgegenhalten, wir hätten keine Anträge eingereicht. Es gab in der Bereinigungssitzung einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Das war ein Maßgabebeschluss. Ach, wissen Sie was? Wissen Sie was? Das ist schon ein starkes Stück, was Sie uns jetzt hier nach zwei Jahren Regierungszeit kritisieren. Wir hätten keine Änderungsanträge eingebracht. Sie lehnen doch eh alle Anträge von uns ab. Sie befassen sich doch noch nicht mal damit. Wir haben Ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Diese Bundesregierung soll endlich einen Maßnahmenkatalog vorgeben, welche Bauvorschriften gestrichen werden können, wo wir die Bauunternehmen auch von Bürokratie entlasten können. Was haben Sie gemacht? Sie haben diesen Maßgabebeschluss abgelehnt. Sie wollten ihn nicht. Und deswegen noch mal ein letztes Stichwort zum Thema Steuern. Also ja, wir brauchen steuerliche Anreize. Das haben wir im Übrigen auch schon vor einigen Jahren gefordert. Und da ist es wichtig, dass wir alle Arten von Wohnungseigentümern einbeziehen. Auch selbst nutzende Haushalte. Wir fordern seit Langem auch eine Sonderabschreibung im sozialen Wohnungsbau für Unternehmen, die Mietbegrenzungen garantieren. Auch das ein konkreter Vorschlag. Haben Sie abgelehnt, Herr Fürst? Und dann hören wir vom Bundesfinanzminister ja immer auch noch etwas zu Grunderwerbsteuer und zu Freibeträgen. Ich kann Ihnen nur sagen, kündigen Sie doch nicht immer nur an, machen Sie es doch, geben Sie doch den Ländern endlich die Möglichkeit, Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb, für Familien, für selbstgenutztes Wohneigentum zu geben. Machen Sie es doch einfach. Oder warten Sie etwa darauf, dass wir das wieder beantragen, damit Sie es ablehnen können. Entschuldigung, aber Sie sind baupolitisch völlig blank. Sie erkennen nicht den Ernst der Lage. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Herzlichen Dank. Und für die Bundesregierung hat das Wort die Bundesministerin für Wohnstadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geilwitz. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich war etwas verwundert, Herr Breymerl, über Ihre Ausführungen. Aber der Kollege Uhl, der kennt sich exzellent aus mit dem Etat des Baumilisterms Einzelplan 25, der kann Ihnen auch erklären, dass der deutlich gestiegen ist seit Gründung des Baumilisterms, fast verdoppelt und das mit den Barmitteln und den VEs, das liest sich manchmal ein bisschen schwierig, aber das kann Herr Uhl gut erklären. Insofern bitte keine Fake News, das Baumilisterm wächst, weil wir große Summen, die Rekordsumme in den sozialen Wohnungsbau und auch in das Wohngeld stecken. Und wer den deduzierten Wohngeldansatz als Kürzung verbreitet, der verschweigt, dass wir den gleichen Betrag beim Bürgergeld draufgelegt haben. Das ist also keine Kürzung von Leistungen, die den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Und im Wohnungsbereich, im Bereich der Unterstützung der Bauwirtschaft investieren wir. Und ich danke auch nochmal dem Parlament, was eine Milliarde zusätzlich in den Bereich des preiswerten Wohnungsbaus gesteckt hat, in diesen Haushaltsverhandlungen. In der Tat, die Situation ist ernst. Und die Situation wurde natürlich verursacht durch die gestiegenen Zinsen. Aber wir sind stabil durch diese Baukrise gekommen, ausweichlich der Fertigstellungszahlen im letzten Jahr. Und wir haben natürlich auch positive Indikatoren. Die Baupreise gehen zurück, die Zinsen sinken und die Anzahl der Hypothekendarlehen wird wieder deutlich steigen. Insofern ist es erst mal gut, dass wir dieses Paket mit Unterstützung auf den Weg gebracht haben und das auch zwischen Bund und Ländern abgestimmt. Es wurde erwähnt, die Bauministerkonferenz. Ganz wichtig hat sich dazu verständigt, diesen Weg mitzugehen. Es gibt viele Bundesländer, Berlin zum Beispiel, die ihre Bauordnung geändert haben, um Bauen schneller möglich zu machen. Wir haben im Bund Förderprogramme aufgelegt und die Planungs- und Genehmigungsverfahren digitalisiert beschleunigt und Fristen gesetzt. Und wir arbeiten, da bin ich auch dem Kollegen Buschmann sehr dankbar, intensiv an der Einführung des Gebäudetyps E. Und es wurde erwähnt, wir brauchen neben dem ganz wichtigen sozialen Wohnungsbau auch einen Push für den freifinanzierten Wohnungsbau. Da ist die AFA, die ich vorgeschlagen habe, auch im Wachstumschancengesetz ein ganz wichtiger Bestandteil. Auf dieser AFA wartet die Bauwirtschaft, auf dieser AFA wartet die Immobilienwirtschaft. Und ich freue mich, dass die Union jetzt leichte Signale der Beweglichkeit zeigt. Es ist gut, dass wir da Fortschritt sehen, weil die Wirtschaft und auch die Bauwirtschaft brauchen dringend diesen Impuls über das Wachstumschancengesetz. Ich danke dem Haushaltsausschuss, den Berichterstattern für die wichtige Unterstützung des Einzelplans 25 durch dieses Programm in Höhe von einer Milliarde für klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment. Das ist ein wichtiges Zeichen. Aber ich danke auch für die stabile Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus. Der nimmt Anfahrt auf. Das ist wichtig, dass wir es stoppen, dass die Anzahl der Sozialwohnung sinkt. Acht Bundesländer haben das schon geschafft, dass in ihrem Bereich die Sozialwohnungsanzahl wieder steigt. Und mein Ziel ist, dass es in allen Bundesländern wieder der Fall ist. Und wir legen mit der stabilen Bundesfinanzierung das Fundament dafür. Ergänzend hinzu kommt das Programm Junges Wohnen für unsere Fachkräfte, für Azubis und für Studierende. Und die Bundesländer haben signalisiert, mit den Mitteln aus dem letzten Jahr über 6.000 neue Plätze zu bauen und über 2.000 neue Plätze zu modernisieren. Und wir werden dieses Programm wegen seines großen Erfolges in den nächsten zwei Jahren fortführen. Wir schaffen auch Sicherheit für Familien, die Eigentum bilden wollen über unsere Wohneigentumsförderung. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, was lange Jahre nicht möglich war, nämlich dass die Zinsbindung der KfW jetzt nicht nur zehn Jahre beträgt, sondern 20 Jahre 20 Jahre Zinsbindung bei 0,75 Prozent. Damit können Familien planen. Und auch das Programm für die Gründung von Genossenschaften erfreut sich großer Beliebtheit. Hier konnten wir den Haushaltsansatz ebenso verstärken wie beim altersgerechten Umbau, wo wir sogar eine Verdopplung der Programmscheibe erreicht haben auf nunmehr 150 Millionen. Und ganz klar, das Wohngeld hilft vielen. Es war eine Riesenanstrengung der Länder und der Kommunen bei der Einführung. Und ich war jetzt in Hamburg, da wurde vorgestellt, wie im letzten Jahr die Zahlen gestiegen sind. Und da wird vielen Menschen, die wenig verdienen, aber auch vielen Rentnerinnen mit einer schmalen Rente geholfen, ihre Wohnkosten zu steigern. Und die Länder Hamburg und Bremen, aber auch das schöne Bremerhaven zeigen, wie man schnell und ordentlich Wohngeld bewilligen kann. Und wir sind noch weiter im Gespräch mit den Ländern, was hier getan werden kann von Seiten des Bundes, um auch noch durch weitere Digitalisierung und Vereinfachung zu unterstützen. Und ich bin sehr froh, dass der Kollege Herbst angesprochen hat, das Thema Innovation, Produktivitätssteigerung ist eins der großen Themen, weil wir haben einen riesigen Bereich der Forschungsförderung, der auf uns wartet. Der Anteil der Forschungsförderung im Baubereich war jahrzehntelang zu gering. Das ist eine Baustelle, die wir jetzt angegangen sind mit der Baustelle der Zukunft, dem Modellprojekt aus unserem Haus, aber auch mit dem Vorschlag des Parlaments, dass mein Haus ein Bundesforschungszentrum in diesem Bereich klimafreundliches, ressourceneffizientes bauen macht, setzen wir ganz wesentliche Punkte. Die Programme Jung kauft Alt, Gewerbe zu wohnen, wurde gezeigt, wurden erwähnt. Und es ist ganz wichtig, dass wir zielgerichtet und nicht mit der Gießkanne fördern, nicht die Milliarden raushauen, weil das führt nur dazu, dass die Baukosten für alle steigern. Wir brauchen eine punktgenaue Förderung da, wo sie gebraucht wird. Und mein Ziel, dass die 500 Millionen, die wir den Kommunen geben für die Wärmeplanung, dass diese Bürokratiearm ausgezahlt wird, das haben wir auch eingehalten. Dieses Versprechen ist geantragslos die 500 Millionen des Bundes für die Länder, damit sie den Kommunen das Geld geben können für ihre Wärmeplanung. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank. Markus Bühl für die AfD-Fraktion hat nun das Wort. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Ergebnisse der Baupolitik dieser Bundesregierung liefern ein Bild des Versagens. Ob horrende Strom- und Heizkosten, steigende Mieten und Nebenkosten oder akuter Wohnungsmangel durch unkontrollierte Zuwanderung. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist katastrophal. Die jährlich versprochenen 400.000 Wohnungen wird die linksgrüne Regierung auch dieses Jahr bei Weitem nicht erreichen. Seit Jahren fehlen Deutschlands 2 Millionen bezahlbare Wohnungen. Komplizierte Bauvorschriften, unbezahlbare klimapolitische Anforderungen, hohe Grunderwerbssteuern und die Grundsteuer treiben die Preise für die Mieter weiter in die Höhe. Bürokratische Hürden tragen dazu bei, das Baugewerbe abzuwirken. Konkrete Maßnahmen zum Bürokratieabbau, Fehlanzeige. Stattdessen haben Sie gemeinsam mit Ihrem Klimaminister den Heizungshammer gegen alle eindringlichen Mahnungen und Warnungen durchgepeitscht. Mit der Einführung des Gesetzes wird ein Großteil der Wohngebäude nur dann legal bewohnbar sein, wenn ihre Eigentümer teuer energetisch sanieren. Weiter steigende Mieten und Zwangsverkäufe von Eigenheimen werden die Folge für Millionen von Bürgern sein. Berechnungen zufolge kostet der Heizungshammer bis zu 2.500 Milliarden Euro. Das sind 30.000 Euro pro Kopf, ein finanzieller Wahnsinn und eine soziale Katastrophe. Und das wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass der Heizungshammer so gut wie wirkungslos sein wird. Unsere Position ist ganz eindeutig. Das beste Heizgesetz ist kein Heizgesetz. Trotz aller Haushaltsnotlagen gut voran kommt jedoch ein anderes Wohnungsprojekt von Linksgrün und ihren Vorgängern von der Merkel-Regierung. Der Bundeskanzler bekommt eine neue 250 Quadratmeter große Dienstwohnung in Berlin-Mitte innerhalb eines Neubaus neben dem Kanzleramt. Kostenpunkt für den Steuerzahler inzwischen fast eine Milliarde Euro. Mit dem Verzicht auf dieses protzige Regierungsgebäude könnte man unseren Bauern mehrere Jahre Agrardieselsteuer ersparen oder es an vielen anderen Stellen für unsere Bürger einsetzen, an denen das Geld fehlt. Aber statt sich endlich den Problemen zu stellen, regiert bei Ihnen weiter der grüne Moralzeigefinger und Sie verschwenden weiter unsere Steuergelder, wofür die Bürger unseres Landes bitter bezahlen müssen. Was unser Land braucht, ist die sofortige Abwahl dieser Bundesregierung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kassem Tahersa-Lee für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Aus meinem Bauingenieurstudium heraus kenne ich das noch. Viele Hunderten Seiten Papier und Tausende von abstrakten Zahlen. Doch die von heute vorliegenden Zahlen im Etat des Bauministeriums sind real. Hinter einem riesigen Zahlenhaufen verstecken sich keine fiktiven Ideen, sondern handfeste grüne Maßnahmen für ein besseres Heute und Morgen. Im Baubereich schaffen wir dadurch Wohnraum, schützen das Klima und ermöglichen eine sozial gerechte Wärmewende. Klar ist auch, meine Damen und Herren, ein riesiger Hebel für den Klimaschutz ist der Gebäudebestand. Deshalb ist es ein großer Erfolg, dass das Programm zu seriellen Sanierungen mit 135 Millionen Euro gerettet werden konnte. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude bleibt weiterhin mit über 16 Milliarden Euro alleine im Jahr 2024 ausgestattet. Und auch das Programm Jung kauft Alt hilft die energetisch schlechtesten Gebäude zu sanieren. So können sich beispielsweise eine Lisa, ein Raul oder ein Dylan das lang ersehnte Zwei-Familien-Haus auch in der Plauner Innenstadt endlich leisten. Sie sorgen mit dem Kauf und der Sanierung vor. Einerseits für sich selbst, andererseits für das Klima und der Plauner Innenstadt. Im Bestand liegen ebenfalls ungenutzte Wohnraumpotenziale. Ein Anwendungsbeispiel liegt beispielsweise in Dresden. Durch unsere finanzielle Unterstützung für die Ansiedlung des Chipunternehmens TSMC in Silicon Saxony ist ein verstärkter Zustrom von Fachkräften zu erwarten. Damit eben auch die Nachfrage des Wohnraums innerhalb der Stadt. Gleichzeitig stehen jedoch alleine in Dresden etwa 10 Prozent der Innenstadt von Gewerbeimmobilien leer und in den umliegenden Kleinstädten sogar bis zu 25 Prozent. Torsten Herbst, auch die Bauministerin haben das Förderprogramm, das wir neu geschaffen haben, Gewerbe zu wohnen. Die Kombination aus Umbau und klaren energetischen Vorgaben schont Ressourcen, vermeidet Flächenversiegelung und schafft gleichzeitig den dringend benötigten Wohnraum. Doch gerade in Bannungsgebieten müssen wir zusätzlich auch neue Gebäude schaffen. Dabei setzen wir auf eine ökologische Bauwende. Deshalb unterstützt die Bundesregierung und unterstützen wir auch das Parlament mit 9 Millionen Euro den Bau eines mehrgeschossigen Holzhochhauses in Leipzig. Bei der Frage, wie die Baubranche innerhalb der nächsten 21 Jahre ressourcenschonender werden will, braucht es ganz klar noch konkretere Maßnahmen. Dazu investieren wir rund 69 Millionen Euro in den Aufbau eines Bauforschungszentrums mit Stadtorten in Bausitz, in der Lausitz, in Thüringen, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Klar ist aber auch, dass die Arbeit des Bauministeriums hiermit nicht enden darf. Wir brauchen in diesem Jahr dringend Maßnahmen auch außerhalb des Haushalts. Dazu gehören im sozialen Bereich die für bezahlbaren Wohnraum längst eine überfällige Erneuerung des Mietrechts und für eine klimafreundliche Baubranche die Einführung von verbindlichen Ökobilanzen. Meine Damen und Herren, die Zahlen sind die Basis. Jetzt folgt die Umsetzung. Ich freue mich darauf, dass wir nun umgebaute Gewerbeimmobilien, schnell sanierte serielle Altbauten haben, Holzhochhäuser vorfinden und die Arbeit des Forschungszentrums nicht nur in der Lausitz, in Bautzen, in Thüringen, Leipzig oder Dresden, sondern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland sehen werden. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Daniel Füst. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen Wohnraum. Man muss das leider so grundsätzlich wieder einmal sagen, weil am Schaffen des Wohnraums alle Ebenen des Staates beteiligt sind. Wir, die den Regelungsrahmen setzen, wie geplant wird, die Länder, die dann festlegen, wie gebaut wird und die Kommunen, die erlauben, dass gebaut wird. Und nur wenn alle drei Ebenen miteinander vereint, die Regeln so setzen, dass Wohnraum entstehen kann, wird er preisgünstig, schneller und vor allen Dingen auch in der nötigen Menge entstehen. Deswegen ist es ja so problematisch, dass ausgerechnet die Union die Sonder-AFA für den Wohnungsbau verhindert im Bundesrat. Ich weiß, es ist kein Märchen. Ihr seid aufgestiegen und seid gegangen und habt gesagt, nein, das Wachstum Chancen setzen wollen wir nicht. Der Bundestag hat in seiner Weisheit und mit seiner Mehrheit beschlossen, dass wir eine neue Abschreibung einführen, damit bis zu 11 Prozent pro Jahr für Wohnraum abgeschrieben werden kann. Und das wäre notwendig. Trotzdem, obwohl ihr das verhindert im Bundesrat, hat diese Regierung tatsächlich mit dem Haushalt geliefert. Und mit Genehmigung der Frau Präsidentin zitiere ich aus der Welt von heute. Trotz knapper Kassen rollt eine neue staatliche Förderoffensive für den Neubau. Die Welt ist jetzt nicht so der Ampel-Fan-Club. Weiter, das ist genau der richtige Ansatz, um Wohnungsbau zu reanimieren. Reanimieren nach Ukraine-Krieg, nach Energiekreisbremse, reanimieren nach abgerissenen Lieferketten. Und auf diesem Weg macht sich die Bundesregierung deswegen auch als Fachmann für Bauern und Wohnen den Haushältern und der Ministerin vielen Dank für diesen Haushalt, der hier vorgelegt wurde. Applaus Ja, ich weiß, Marco Lubsack, dass eure Freunde bei der Welt schreiben, trotz knapper Kassen rollt eine neue staatliche Förderoffensive. Dass euch das nicht gefällt, das ist mir klar. Weil ihr versucht nur davon zu profitieren mit irgendwelchen Behauptungen, die nachweislich in diesem Haushalt gar nicht mehr zu halten sind. So, nachdem diese Förderoffensive jetzt rollt, hören wir aber nicht auf. Und das ist nämlich der Punkt, das ist der Unterschied auch zur Union und zu den Vorgängerregierungen. Man hat immer sehr viel Geld genommen und hat dann was angereizt, was man tatsächlich anreizen musste. Weil ihr über die letzten Jahre die Standards so hochgetrieben habt in den Ländern, in den Kommunen und auch im Bund, dass ihr es nicht bezahlen könnt. So, was wir jetzt machen, was wir auf den Weg bringen, ist ein System, ein Regelungsrahmen, der ermöglicht, dass im Bauen selber günstiger Wohnraum entstehen kann. Und der, es wird, ja, Herr Ferlemann, es wird bald klappen. Weil der erste Schritt ist nämlich getan. Nachdem die Union sich hier im Bundestag noch lustig gemacht hat über den Deutschlandpakt zur Planungsbeschleunigung, sich aber die Länder, übrigens auch dank an unionsgeführten Länder, mit dem Bundeskanzler zusammengesetzt haben, ist im November, ist im November der Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung beschlossen worden. Und ich kann jedem, auch jedem Zuschauer und Zuhörer empfehlen, schaut euch diese 28 Seiten mal an. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass wir mehr, schneller und günstiger bauen. Da kommen wir jetzt in die Umsetzung. Die Bundesregierung liefert. Ja, die AFA ist bereits beschlossen, hat die Union verhindert. Der 246e liegt vor, werden wir beraten. Diejenigen, die noch nicht geliefert haben, die noch keinen einzigen Schritt gemacht haben, sind die Bundesländer. Und ich will das mal hier so deutlich formulieren. Man hat es geschafft, auf Drängen des Bundeskanzlers, sich auf die Harmonisierung des Brandschutzes, auf die Harmonisierung der Bauordnung, auf Planungserleichterungen auf Länderebene zu verständigen. Was noch nicht passiert ist, ist auch nur ein Gesetzesstrich in den Ländern. Wir werden liefern. Dann erweichers auch von den Ländern. Ein wichtiger Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Ich habe es hier auch schon mehrfach gesagt, ich möchte es auch nochmal erwähnen. Unser Begriff von Bauland. Boah, guck mal, da ist eine Wiese, da setzen wir jetzt was drauf. Unser Begriff von Bauland hat sich selber überlebt. Wir müssen das neu definieren. Da guckt die Union wieder was. Meint ihr denn da? Dass ihr das noch nicht verstanden habt, ist mir auch klar. Wir, statt des Baulands, da ist eine Wiese, wir gießen Beton drauf, müssen wir das Baupotenzial in den Blick nehmen. Und Baupotenzial bedeutet, wo können wir aufstocken? Wo können wir umwidmen? Muss das Hotel immer ein Hotel sein oder kann das auch ein Studentenwohnheim werden? Wo können wir aufbauen? Wo können wir Brachen schließen? Und dann auch noch als fünfte Kategorie, wo ist neues Bauland? Deswegen ist es großartig, dass in diesem Haushalt Millionen zur Verfügung stehen, um dieses Baupotenzialregister einmal durchzudefinieren. Damit wir wegkommen von der antiquierten Sicht. Guck, da ist eine grüne Wiese, lass uns Beton drauf gießen. Hin zu der Notwendigkeit, das Baupotenzial zu erkennen und dann auch Schritt für Schritt zu heben. Und dass wir diese Bundesregierung in die Wege leiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Emi Tollner für die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und Kollegen! Lieber Kollege Vöst, ich weiß nicht, warum Sie hier den Karl Lauterbach geben. Denn Sie haben jetzt das Wachstumschancengesetz angesprochen und haben gesagt, die Unionsländer würden das verhindern. Und genau das Gleiche macht auch Karl Lauterbach im Gesundheitsbereich für die Krankenhäuser. Und Teil der Wahrheit ist doch aber, nein, Teil der Wahrheit ist doch. Wenn Sie es wirklich wollen, die AFA oder wenn Sie wirklich die Krankenhäuser entlasten wollen, dann bringen Sie es ein im Bundesrat, ohne es in irgendwelchen anderen Gesetzgebungsverfahren zu vermurksen, damit die Kommunen und die Länder nicht zustimmen können. Sie verweigern hier Ihre Arbeit. Wenn Sie es gewollt hätten, könnten Sie es machen. Das ist Teil der Wahrheit. Nein, Sie können es machen. Sie sind im Handeln. Und für die Wohnungs- und Bauwirtschaft gibt es ein paar ... Sie können es einfach an ein anderes Gesetz heranhängen. Hören Sie auf, Karl Lauterbach nachzumachen. Es wird nicht besser. Es ist so, die Wohnungs- und Bauwirtschaft, da gibt es ein paar einfache Grundsätze. Und die gilt es einzuhalten. Und das ist zum Beispiel Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen. Also, wo möchte die Politik in unserem Land eigentlich hin? Das muss mindestens über eine Dekade Bestand haben. Oder als zweites, neben der Verlässlichkeit, ist es natürlich die Verstetigung der finanziellen Mitteln. Oder als drittes, wenn man eben wirklich was tun will, dass sich was in der Baubranche tun tut, dann ist es Deregulation und Entbürokratisierung. Und da nützt halt eben nicht nur ein einfacher Paragraf, sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen. Oder als viertes, die Steuerpolitik, die darf in dieser Bundesregierung, zum Beispiel die AFA, die darf in dieser Bundesregierung aber nicht nur als Instrument verstanden werden, um die Menschen in unserem Land auszusaugen und dann das Ganze umzuverteilen, sondern richtig eingesetzt ist es ein mächtiges Instrument der Steuerung, um den allzu wichtigen und benötigten Wohnungsraum tatsächlich auch zu schaffen. Und da bleiben Sie einfach hinter jeglicher Erwartung. Und deshalb frage ich Sie auch, welche Themen haben Sie denn jetzt tatsächlich in Ihrer Baupolitik umgesetzt? Und dann muss ich einfach sagen, der Baugipfel, ja, der ist jetzt mittlerweile schon wieder fast ein halbes Jahr her. Und Sie stehen da mit leeren Händen. Das Einzige, was Sie tun, Sie zeigen auch die Länder. Es gibt noch nicht mal einen Anschlusstermin, um entsprechend die Maßnahmen, die beschlossen wurden, tatsächlich zu kontrollieren. Das ist einfach nicht akzeptabel, mit der Branche zumindest im Gespräch zu bleiben. Das kann man von Ihnen erwarten. Oder einfach beim Gebäudetyp E, auch da, das ist Ihr FDP-geführtes Ministerium. Wie lange wollen Sie sich denn noch damit beschäftigen, ob das jetzt kommen soll oder nicht? Auch seit Monaten bleiben Sie dort eine Antwort schuldig. Und deswegen sage ich Ihnen, Sie haben im Moment, und das ist der Eindruck der Menschen vor Ort, weder die Energie, noch die Kompetenz, noch das Herz, um die Probleme in unserem Land zu lösen. Und deswegen sage ich Ihnen auch, machen Sie endlich den Weg frei für Neuwahlen, denn die Leute in unserem Land wollen endlich wieder eine bessere Politik als das, was Sie hier abliefern. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Bernhard Daltrup. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach mehreren Wochen von Haushaltsberatungen bedanke ich mich, ehrlich gesagt, bei den Haushältern, Uwe, bei vielen anderen auch aus der Ampel, auch bei der Bauministerin, dass es trotz der Spaßlänge gelungen ist, dass wir kaum Einsparungen in diesem Haushalt, aber sehr wohl neue Impulse im Wohnungsbau setzen können. Ich will noch mal zweitens sagen, dass an der Baukrise eigentlich überhaupt nichts zu deuteln ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat jetzt gerade festgestellt, dass die Baukosten um ein Viertel höher sind als 2020, also in sehr kurzer Zeit sehr dramatisch gestiegen sind. Ich weiß, dass die Union diese Fakten sozusagen nicht zur Kenntnis nehmen will, sondern sich gewissermaßen im Herunterrasse und schlechter Nachrichten ergötzt und nach Belieben aber irgendwie ohne Plan mal von Sparen und mal von Investieren spricht. Sie haben schöne Beispiele gegeben, von Herrn Uhl bis zu Herrn Breilmann, irgendwie ziemlich durcheinander. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele dafür, was eigentlich unterlassene Baupolitik bedeutet. Ich war gerade jetzt vor Kurzem in der Gemeinde Marktschwaben, kannte ich vorher gar nicht, unweit von München, als mir der Bürgermeister auf meine Frage antwortete, dass der Neubau gerade mit 8.200 Euro pro Quadratmeter angeboten wurde. In München gilt das übrigens noch als preiswert. Ich rede von Bayern. Da hat die Ampel ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Das ist Söderland, in dem in der letzten Wahlperiode noch 33.000 Wohnungen durch die Landesregierung verschleudert worden sind und das Ziel, 10.000 neue Wohnungen zu schaffen, zu 93,5 Prozent verfehlt worden ist. Und so etwas hat Folgen, solche Politik. Wir können aber gerne auch den Blick nach Nordrhein-Westfalen richten, indem die Zahl der Sozialwohnungen von 2021 auf 2022 leider weiter gesunken ist. Und erst jetzt durch die Mittel des Bundes wir eine Trendumkehr hinbekommen und die dort arbeitende Bauministerin Frau Scharrenbach der Meinung ist, der Mieterschutz in Deutschland sei ausreichend und Landeswohnungsgesellschaften seien Bürokratiemonster. Das sind Ihre konkreten Ergebnisse dort, wo Sie Verantwortung tragen. Das ist unsere Perspektive, aber nicht. Ampelbashing, kann ich Ihnen sagen, ist kein politisches Konzept. Und vor den Folgen warnt, mein lieber Kollege Lutschak, die Berliner Morgenpost am 15. Januar, Zitat, es gibt eine hochriskante Lust aufs Kaputtreden. Nach dem Motto ist doch eh alles Mist. Statt anzuerkennen, wo Dinge gut laufen, Erfolg haben, dreschen viele gerade auf die Mängel ein, als gäbe es kein Morgen und warnt vor den gesellschaftlichen Folgen, die nur den Rechtsextremen in Deutschland in die Hände spielt. Also wägen Sie Ihre Szenarien etwas besser. Denn der Gesamtverband der Deutschen Wohnungswirtschaft, der GdW, dessen Präsident auch kein Sozialdemokrat ist, das wissen Sie alle, hat uns geschrieben zur Auflage des Programms klimafreundlicher Neubau. Und er schreibt, Zitat, dieser Schritt ist wohl in seiner unmittelbaren Wirkung auch als Signal ungemein wichtig. Wir widmen uns gemeinsam dem Ziel, Wohnraum zu schaffen, den die Mitte der Gesellschaft sich aus eigener Kraft nicht leisten kann. Denn dieses Ziel ist auch angesichts der lautstarken, teils populistischen öffentlichen Diskussionen und der Gefahr sozialer Spaltung in unserem Land außerordentlich wichtig. Und er schließt mit dem Appell, lassen Sie uns in diesem Sinne weiter gemeinsam arbeiten. Das machen wir. Und ich lade Sie dazu ein, dabei mitzumachen, statt nur rumzumäkeln. Ich bin froh, dass die Trendwende am Markt erkennbar ist. Ich hoffe, dass die seit vielen, vielen Jahren, auch unter Horst Söhofer, immer weiter gestiegenen Bauüberhänge von 800.000 genehmigter Verfahren endlich abgebaut werden können. Deshalb übrigens wollen wir, und ich bin bei diesen Vorverhandlungen dabei, mit deutlich verbesserten Abschreibungen und Steuererleichterungen in einem Umfang helfen, wie das keine Regierung der letzten Jahrzehnte geschafft hat. Mit der Erhöhung der linearen AFA, die wir schon gemacht haben. Mit der Einführung der degressiven AFA. Mit der Erhöhung der Sonderabschreibungen. Das alles hilft der privaten Wohnungswirtschaft vor allen Dingen. Und ich kann Ihnen eins sagen. Wenn die CDU, CSU bereit ist, das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss zu stützen, statt zu stürzen, dann wird das auch gelingen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist das Ihre Verantwortung, um es klar und deutlich zu sagen. Und liebe Emmi, tut mir ja furchtbar leid, aber das Wachstumschancengesetz hat ein ganzes Bündel von Maßnahmen und Gesetzen. Und wenn du nur eins daraus nehmen willst, ist das kein Wachstumschancengesetz. Lesen hilft. Lesen hilft. Also, kann ich jetzt nicht machen. Also, wir halten an unseren Zielen fest. Darüber muss Klarheit bestehen. Und wir fördern nicht, was gut verkauft werden kann, sondern wir fördern, was von den Menschen benötigt wird. Bezahlbarer Wohnraum. Die Ministerin hat eben schon darauf hingewiesen. Die Zahlen der Bundesländer zeigen uns nämlich, dass wir die Trendwende beim sozialen Wohnraum bei der Neuschaffung geschafft haben. Auch wenn die Zahlen für 2023 erst im März bekannt werden, wissen wir, dass in Baden-Württemberg die Zahlen deutlich ansteigen. Selbst in Bayern deutlich ansteigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine Zahl von 30.000 erreichen. Und wenn man die Mittel für die soziale Wohnraumförderung von Belegungsrechten und so weiter, wenn man die sozusagen zusammenführt, dann werden wir auch 50.000 Maßnahmen erreichen im Jahre 2023. Sie sehen, dieser Fortschritt ist da, auch wenn Sie ihn nicht wahrhaben wollen. Das muss deutlich angesprochen werden. Jetzt leider kann ich nicht auf einzelne Maßnahmen hier im Grunde genommen nochmal genau eingehen, obwohl es geradezu eine Herausforderung wäre. Ich will deswegen an dieser Stelle schließen und sagen, dass wir gleichermaßen, wie wir uns den Wohnraum vorgenommen haben, auch die Städte und Gemeinden stützen. Von Städtebauförderung bis zu den Einzelprogrammen, die dargestellt worden sind. Wir sind daran interessiert, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen und deren Leben zu verbessern. Herzlichen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Carolin Bachmann. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren, nach zwei Jahren Ampel sehen wir im ganzen Land enttäuschte, verunsicherte Bürger, protestierende Bauern und Handwerker und eine tief gespaltene Gesellschaft. Eine verheerende Bilanz, die sich im Bundeshaushalt fortsetzt. Frau Ministerin Geiwitz, vor zwei Jahren hat diese Ampel ihr Bauministerium neu gegründet. Knappe sieben Milliarden Euro jährlich stehen ihnen zur Verfügung, um ihre Koalitionsziele zu erreichen. Aber was haben sie bisher für Land und Leute erreicht? Sie wollten Wohnungseigentümer und Mieter schützen. Stattdessen schlagen sie mit Wärmeplanung und Heizungshammer unsere Wärmeversorgung kaputt. Die Billionenrechnung müssen die Bürger begleichen. Sie entziehen damit Eigentümern und Mietern die finanzielle Existenzgrundlage. Sie wollten die Bau- und Immobilienwirtschaft langfristig Planungssicherheit geben. Stattdessen agieren sie so unzuverlässig und chaotisch, dass mittlerweile beinahe 900.000 Baugenehmigungen auf Halte liegen. Und sie wollten eine Bau- und Investitionsoffensive starten, schnell und günstig 400.000 Wohnungen jährlich bauen. Stattdessen haben sie 2023 keine 270.000 Wohnungen geschaffen. Tendenz fallend. Das ist ein absolut politisches Armutszeugnis. Und auch der Bestand an Sozialwohnungen bleibt historisch niedrig. Der Anspruch daraufhin ist historisch hoch. Auf nur eine Million Sozialwohnungen kommen heute elf Millionen anspruchsberechtigte Haushalte. Und in dieser Situation ließen Sie, werte Kollegen der Ampelfraktion, allein in Ihrer Amtszeit über zwei Millionen weitere Flüchtlinge ins Land. Bewerber auf Sozialwohnungen hören die Tage immer öfter. Kein Zutritt, erst Nutzung nur für Flüchtlinge. Und das betrifft Deutsche genauso wie Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Sie spielen alle Menschen gegeneinander auf. Dabei benachteiligen Sie Ihr eigenes Volk am meisten. Das ist leider zur bitteren Realität geworden in unserem Land. Und wer trotz des angespannten Marktes doch eine Wohnung gefunden hat, muss die steigenden Wohnkosten finanzieren. Fast die Hälfte der Haushalte ist dadurch stark belastet. Bei den Mietern ist sogar jeder dritte Haushalt überlastet. Die anspruchsberechtigten Haushalte für Wohngeld haben sich auf über zwei Millionen mehr als verdreifacht. Liebe Kollegen, unterm Strich wird seit der Neugründung des sogenannten Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen immer weniger gebaut, immer teurer gebaut. Und die Lebensqualität in den übervollen Städten wird immer schlechter. Während Sie, Frau Gaiwitz, mit Ihrer desaströsen Politik den Bürgern das Glück in den eigenen vier Wänden nehmen, bauen Sie Ihr eigenes Haus immer weiter auf. Seit 2022 wurden die Stellen für Beamte verdoppelt, die Stellen für Angestellte verdreifacht und die Personalkosten vervierfacht. Immer mehr Staat für immer weniger Leistung. Das ist die Bilanz der Ampel. Dafür ist Ihr Bauministerium nur ein Musterbeispiel. Ich fordere Sie dazu auf, verlassen Sie endlich diesen Deutschland zerstörenden Irrweg. Gehen Sie auf die Enttäuschten und Verunsicherten zu. Geben Sie ihnen wieder Zuversicht und vor allem eine Gegenleistung für das hart erarbeitete Steuergeld. Und stoppen Sie endlich Ihre Transformationspolitik. Deutsches Bauen statt Klimawahn und Remigration. Dann bleibt auch wieder etwas übrig für bezahlbares Mieten, für Wohneigentum und für die deutschen Bürger. Und wenn Sie Hilfestellungen brauchen oder Ideen, dann schauen Sie doch in einen unserer vielzähligen AfD-Anträge einfach mal rein. Vielen lieben Dank. sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Frau Bachmann, dass Sie sich trauen, nachdem jetzt Hunderttausende Millionen Menschen auf der Straße sind, gegen Ihre faschistischen Pläne der Remigration, das an diesem Ort hier noch mal zu sagen. Das erschüttert mich. Wirklich. Das Einzige, was Sie können, ist, dieses Land schlecht zu reden. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich momentan jeden Tag auf der Straße und mit Menschen im Gespräch. Und ich kann Ihnen berichten aus den Gesprächen. Und nein, ich möchte keine Zwischenfrage von Ihnen. Ich möchte das nicht hören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verhandeln heute den Etat des Bauministeriums. Und ich möchte berichten von verschiedenen Gesprächen aus meinem Wahlkreis in Berlin-Mitte. Denn beim Bauministerium werden oft irgendwelche Zahlen genannt. Aber am Ende des Tages geht es um das Zuhause. Ich habe diese Woche zum Beispiel mit einer Familie aus Berlin-Mitte gesprochen, die mit Rollern, mit Skatern unterwegs war und die dringend eine neue Wohnung suchen. Und für die es einen realen Unterschied macht, dass wir jetzt endlich mehr Geld für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung stellen und den ersten Schritt für die neue Wohngemeinnützigkeit gehen. Weitere müssen folgen. Ich habe diese Woche aber auch gesprochen mit einer obdachlosen Frau im Wedding, die kein Zuhause hat, für die die Verdopplung der Förderung von Projekten und vor allen Dingen Trägern der Wohnungsnotfallhilfe einen Unterschied macht. Für die es wichtig ist, dass wir den Bundesverband Housing First jetzt erstmals fördern, der wiederum Kommunen beraten kann, damit wir mehr Housing First Projekte haben und Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden. Und ich habe diese Woche auch gesprochen mit einer älteren Dame in Moabit, die in ihrer Wohnung oder geklagt hat über die vielen Treppenstufen, die hohen Heizkosten, weil die Wohnung eigentlich relativ groß ist und die gerne in eine kleinere bezahlbare Wohnung ziehen würde und es aber nichts Passendes gibt. Und auch da steuern wir gegen mit dem Programm KNN. Denn, Herr Uhe, es ist nicht egal, wie man fördert. Aus meiner Sicht ist es kein Ziel, dass einfach irgendwas gebaut wird, sondern dass wir zielgerichtet bauen. Und wir haben einen Mangel an kleinen, bezahlbaren Wohnungen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir da dieses Förderprogramm einbauen. Und weil wir hier eine Volksvertretung sind, möchte ich noch von einer letzten Begegnung berichten von Jugendlichen wie euch vom Frisbee-Jugendclub im Gesundbrunnen, die sich gewünscht haben von mir, dass ich auch das anspreche. Für sie ist momentan neben der Frage, wo ziehen sie hin, wenn sie ausziehen, vor allen Dingen die gestiegenen Dönerpreise ein Thema. Und ich weiß, dass das für ganz viele Menschen hier überhaupt kein Alltagsthema ist und dass das teilweise vielleicht auch ein bisschen verächtlich gemacht wird. Aber ich habe Ihnen versprochen, dass wir auch das hier zumindest sichtbar machen. Wir werden das nicht mit dem Haushaltsplan des Bauministeriums lösen. Aber ich finde, zur Volksvertretung gehört es, diese unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Entscheidungen hier beeinflussen das Zuhause von vielen Menschen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute den Haushalt beschließen. Vielen Dank. Und für eine kurze Kurzintervention erteile ich das Wort Herrn Beckkamp. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Steinmüller, Sie sind leider eine Wohnungsnotursachenleugnerin. Das tut mir sehr leid. Sie und Ihre Partei und viele andere hier leugnen stets im Zusammenhang zwischen Masseneinwanderung, millionenfacher Masseneinwanderung und Wohnungsnot und hohen Mieten. Wo ist Ihr Respekt für die Menschen in unserem Land, die ihre Miete selber zahlen wollen, aber keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden, gerade wegen Ihrer Migration? Wo bleibt Ihr Respekt? Frau Steinmüller, möchten Sie darauf antworten? Lieber Herr Kollege, im Gegensatz zu Ihnen halte ich Komplexität aus. Die Welt ist selten schwarz und weiß. Man kann beides machen. Man kann ermöglichen, dass Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, nach Deutschland kommen und gleichzeitig mehr für bezahlbares Wohnen tun. Und das tun wir, indem wir beispielsweise die soziale Wohnraumförderung erhöhen, indem wir Förderprogramme haben wie WEF für Familien, indem wir Förderprogramme haben für den klimaneutralen Neubau. Wir haben da eine ganze Menge im Angebot, was in der Tat nicht dazu führt, dass jetzt jeder sofort eine Wohnung hat, aber die die richtigen Weichen stellen. Und ich glaube, das ist deutlich zielführender, als bei Ihnen keine Lösung zu präsentieren und stattdessen einfach nur Gruppen gegeneinander auszuspielen. Dagegen grenzen wir uns ab. Michael Kießling für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die SPD und der Rest der Ampel ist angegriffen als Koalition für bezahlbaren Wohnraum. Aber wenn es mit der Politik so weitergeht, dann sind Sie angetreten oder werden Sie die Chaos-Koalition für Vermieter, für Eigentümer und für Bauwillige. Denn die Lage, wir haben es gesehen, ist die Baukrise seit über 30 Jahren. Statt Bezahlbarkeit sorgen Sie mit Ihrer Politik der Unordnung für Unsicherheit und steigende Baukosten. Herr Vöst, wer hat denn die Baukosten gesteigert? Wer hat denn den EH 55 zum Standard erwähnt? Wer hat gesagt, dass EH 45 zum Standard werden soll? Das sind Sie, das waren Sie mit Ihrer Ampelkoalition, meine Damen und Herren. Und deshalb sorgen Sie für Mehrkosten in dieser Krise, in der wir momentan schicken. Dann kommt die Bauministerin noch und sagt, dass die Baubrüstung aus dem Gröbsten raus ist. Was für eine Fehleinschätzung, meine Damen und Herren! Jede vierte Baufirma meldet im Dezember stornierte Projekte. Die Auftragsbücher von mehr als der Hälfte der Baufirmen laufen leer. Die Baubranche befürchtet 2024 den Verlust über 10.000 Arbeitsplätze und nur noch den Bau von 200.000 neuen Wohnungen. Die Politik der Ampel geht an der Realität vorbei, und das spiegelt sich auch im Haushalt wieder. Maßnahmen gegen die Baukrise, Fehlanzeige. Wohnbaugipfel des Kanzlers wird zur Farce, meine Damen und Herren. Nach rund drei Monaten wurden nämlich alle als Konjunkturimpuls angedachten Maßnahmen entweder gestoppt oder auf Eis gelegt. Das gilt auch für die Sonderarfer. Mit sieben Prozent angekündigt, mit sechs Prozent im Schlusspapier. Und jetzt müssen wir schauen, ob sie überhaupt kommen, meine Damen und Herren. Dazu gilt es zur Neubauförderung. Denn mit ihrem dritten Förderstopp innerhalb von zwei Jahren haben sie für Unsicherheit gesorgt. Sondern sie haben auch langfristig Investitionen verändert, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sagen, wir kümmern uns darum, dann sage ich, was ist mit der Wärmeplanung? Im November beschlossen. Finanzierung unklar. Förderung unbekannt. Im Januar trat das Gesetz in Kraft, meine Damen und Herren. Finanzierung unklar. Förderung unklar. So viel zum Thema, wir machen das. Anstatt zu liefern, glänzt die Bauministerin maximal mit einem Stellenaufbau, meine Damen und Herren. Die notwendige Bauoffensive bleibt aus. Und deshalb setzen wir uns als CSU und Unionfraktion seit Monaten ein für langfristige Förderprogramme mit praktikablen Anforderungen. Einen Werkzeugkasten für Kommunen, um einfacher und schneller Baurecht zu schaffen. Steuerliche Erleichterung im Erbfall, wenn energetisch saniert wird. Steuerliche Erleichterung für Schaffung von fremd- und selbstgenutzten Wohnraum. So sieht Wohnpolitik auf. Wenn Sie Initiativen setzen wollen, draußen aus der Baukrise, dann hilft nicht nur ein Signal. Da muss Grundlegendes geändert werden, meine Damen und Herren. Denn jeder Tag ohne Planungssicherheit führt zu weniger Vertrauen in die Politik, führt zu weniger bezahlbaren Wohnraum und führt zu enormem Verlust von Baukapazitäten in der Baubranche. Frau Ministerin, Sie haben von der Baustelle der Zukunft gesprochen. Wir sprechen über die Baustelle der Gegenwart. Und das sind Sie, das sind Sie die Ampel, meine Damen und Herren. Und für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort Priya Nikolz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Präsidentin, man muss sich bei dieser Debatte schon sehr wundern. Und deswegen ist es schon höchst eigenartig. Und nein, ich will keine Zwischenfragen aus dieser Fraktion beantworten. Wenn man einmal ins AfD-Wahlprogramm schaut, dann sieht man, zum Mietrecht gibt es genau einen Satz. Abschaffen. Also, wenn Sie sich hier aufspielen und Mieterinnen und Mieter schützen wollen, das Mietrecht abschaffen, das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Und wir sind stolz darauf, dass die Zahlen beim Wohngeld sich verdreifacht haben. Das war ja Ziel der Reform. Mehr Menschen unterstützen, die Unterstützung beim Wohnen zukommen lassen, die sie benötigen. Weil das ist sozial gerecht. Und wenn ich jetzt gerade Herrn Kiesing zugehört habe, entschuldigen Sie, aber dann lesen Sie vielleicht noch mal das Protokoll. Die Ministerin hat die wesentlichen Teile bereits beantwortet in Ihrer Rede. Und wir wissen doch alle genau, dass der Haushaltsgesetzgeber über den Haushalt zu beschließen hat. Und dann können die Dinge, die wir hier gerade diskutiert haben, auch in die Umsetzung kommen. Tun Sie doch nicht, als wäre es andersrum. Ich finde, Ihr Kollege Breilmann hat das gerade gut auf den Punkt gebracht. Ja, Wohnen ist eine soziale Frage. Und ja, die Union hat seit zwei Jahren keine neuen Ideen mehr hierzu eingebracht. Das ist ein Problem. Das ist ein Erkenntnisdefizit, mit dem Sie sich selber mal auseinandersetzen sollten. Man kann das doch so zusammenfassen. Trotz der Herausforderungen steht dieser Haushalt. Und er hat zielgerichtete Investitionen ermöglicht. Von über 11 Milliarden Euro für Bau und Wohnen und unsere Kommunen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal drei Punkte hervorheben. Die mir besonders wichtig sind. Das ist zum Ersten die Förderung von Kleingärten. Wir schaffen das erste Bundesförderprogramm für Kleingärten in Höhe von zwei Millionen. Warum brauchen wir das? Und warum spreche ich das an? Weil Kleingartenanlagen der Ort sind, wo Demokratie gelebt wird. Wo Kleingartenanlagen, da kommen Menschen zusammen. Sie sind unterschiedlichster Art und setzen sich ein für die Gemeinschaft, für die Umwelt und für ein gutes Klima. Gleichzeitig stehen Kleingartenanlagen auch vor Herausforderungen. Und Investitionen sind notwendig. Lauben sind teilweise mit Asbest belastet. Die Leitungen sind marode. Und ja, viele Kleingartenvereine können das aus der Vereinskaste nicht bestreiten. Und genau da setzt unser Programm an. Es unterstützt ganz konkret vor Ort. Denn Kleingartenanlagen sind eben auch ein wichtiger Teil des öffentlichen Grüns in unseren Städten. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, der auch schon angesprochen wurde, ist Bauforschung und Innovation. In der Baubranche gehen Innovationen deutlich langsamer von als in anderen Bereichen. Das haben wir erkannt und setzen deshalb an zwei Punkten an. Einerseits mit 70 Millionen Euro fördern wir die Gründung eines Bauforschungszentrums in Sellausitz. Ein europaweit einzigartiges Projekt, bei dem mehr als 1200 Arbeitsplätze in Sachsen entstehen werden. Andererseits ist Innovation auch kein Selbstzweck. Im Gebäudebereich sind diese besonders wichtig, um auch in Zukunft günstig, einfach, digital und ressourcenschonend zu bauen. Darin sind wir uns weitestgehend einig. Damit Innovationen im Gebäudebereich auch stärker zum Einsatz kommen, hat das Bauministerium ein neues Förderprogramm zur Umsetzung von Modellformen ins Leben gerufen. 50 Millionen Euro stehen hier für die nächsten Jahre bereit. Damit wir die Baubranche konkret unterstützen, eben auch neue Methoden, neue Verfahren in die Praxis zu bringen. Der dritte Punkt, der mir als Beauftragte der SPD-Fraktion für wohnungslose und obdachlose Menschen besonders wichtig ist, ist die Frage, wie wir die Wohnungslosigkeit in unserem Land überwinden. Die Zahl der Betroffenen steigt. Umso wichtiger ist es, dass sowohl genügend Mittel zur Verfügung stehen und wir uns diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen, ernsthaft und konstruktiv, anders als rechts außen. Mit dem Haushalt 2024 verstetigen wir die Mittel bis 2027 und fördern auch herausragende Projekte wie Offroad-Kids mit den 2 Millionen Euro, die dafür da sind, um eben Straßenkinder und junge obdachlose Menschen zu unterstützen. Darüber hinaus bereiten wir mit dem nationalen Aktionsplan Wohnungslosigkeit in der finalen Fassung den Grundstein dafür, dass wir einen nationalen Konsens bekommen über die Länderebene, über die Kommunen, über die Wohnungswirtschaft und alle notwendigen Akteure hinaus. Damit wir dieses Problem wirksam angehen, die Menschen haben es verdient, lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer Seite stehen und für Sie Politik machen. Herzlichen Dank. Dr. Jan-Marco Lutschak für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, man sagt ja immer, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und deswegen, lieber Kollege, darum bin ich ganz dankbar dafür, für das Eingeständnis, dass wir in der Tat in Deutschland in einer wirklichen Wohnungsbaukrise sind. In einer Krise, die dieses Land seit vielen Jahrzehnten so nicht gesehen hat. Die Genehmigungen brechen ein. Und zwar nicht irgendwie 10, 15, 20 Prozent, sondern 25, 30, 40 Prozent brechen die Genehmigungen ein. Projekte werden stundiert. Es gibt Insolvenzen. Mitarbeiter werden Entlassungen. Und ich kann Ihnen sagen, die Talsohle ist noch nicht erreicht. Wenn Sie mit den Menschen, mit den Unternehmen sprechen, sagen die Ihnen, es wird schlimmer zum Mitte dieses Jahres. Und ich sage das nicht deswegen, weil Sie das hier so in den Raum gestellt haben, weil wir als Union irgendwie die Lust am Untergang hätten. Und dass wir irgendwie das Land schlechtreden wollen. Sondern uns geht es darum, dass wir einen klaren Blick auf die Realitäten haben, um dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Und das fehlt Ihnen, lieber Kollege Dardew, und das fehlt insbesondere auch der Ministerin, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Denn ich muss schon sagen, mich hat das sehr verwundert, als ich gelesen habe in einem Interview, dass Sie, Frau Ministerin, davon ausgehen, dass die Situation jetzt auch schwierig ist, aber dass sich das jetzt alles auffällt, dass wir gehen 24 irgendwie uns wieder in dieses Ziel von 400.000 Wohnungen, was Sie im Koalitionsvertrag formuliert haben, bewegen werden. Und da kann ich Ihnen sagen, das wird leider, sage ich ganz ausdrücklich mit Ausrufezeichen, das wird nicht so sein. Sondern es wird schlechter werden in diesem Jahr. Und ich glaube, wir gehen eher in Richtung von 200.000 Wohnungen als in Richtung von 400.000. Und auch daran noch mal, es geht nicht um die Lust am Untergang, sondern es geht darum, dass wir die richtigen politischen Entscheidungen treffen. Kraftvoll und geschlossen diesen Fehler haben Sie einmal gemacht. Beim Bündnis für bezahlbaren Wohnen, wo Sie allen Leuten gesagt haben, macht euch mal keine Sorgen, wir werden die 400.000 Wohnungen schon schaffen. Alle Ihnen das Gegenteil erzählt haben und Sie sich trotzdem vor die Kamera mit dem Kanzler gestellt haben und genau das behauptet haben. Und das war der Kardinalfehler dieser Legislaturperiode. Sie haben am Anfang versäumt, die richtigen Weichen zu stellen. Und die schlechten Früchte, die ernten wir jetzt im Laufe dieser Legislaturperiode. Sie sind schuld, auch damit. Und deswegen will ich auch mit einem Märchen, was Sie und viele andere hier gesagt haben, auch ein Stück weit aufräumen. Sie sagen ja immer, die hohen Zinsen sind schuld, dass in Deutschland nicht gebaut werden können. Ja, gar keine Frage. Natürlich haben die Zinsen einen Anteil daran, dass in Deutschland die Baubedingungen sich verschlechtert haben. Und ja, auch die gebrochenen Lieferketten und die gestiegenen Materialpreise, auch die haben einen Anteil daran. Aber da muss man sich schon einmal fragen, wieso ist es eigentlich so, dass bei uns in Deutschland wir einen so massiven Einbruch erleben. Wenn ich dann aber mal in die europäischen Nachbarländer schaue, dass dort die Situation sich ganz anders darstellt. Da ist es nicht so, dass die Baukonjunktur irgendwie floriert. Das will ich gar nicht sagen. Aber wenn man mal gegenüberstellt, wie ist unsere Situation und wie ist die Situation in den Niederlanden, in Frankreich, in anderen europäischen Ländern, da wird man Unterschiede feststellen. Und diese Unterschiede, diese Probleme, die wir in Deutschland mit dem Bauen haben, die sind hausgemacht. Das sind Ihre Probleme, Frau Ministerin. Das sind die Probleme der Ampel, die Sie der Bauwirtschaft in Deutschland eingebrockt haben durch Ihre Politik. Und das muss klar und deutlich formuliert werden. Kollege Lutschak, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Daltrop? Lieber Kollege Lutschak, zunächst will ich Sie fragen, ob Sie sich mit mir daran erinnern, dass wir die größte Baukrise nicht vor ewigen Zeiten gehabt haben, sondern im Jahre 2009, als die CDU alleine sozusagen federführend für diesen Bereich zuständig gewesen ist und wir etwa 160.000 Baufertigstellungen hatten. Also wir, Gott sei Dank, ja, ich mal in dieser Situation noch nicht sind und mit Milliardenbeträgen in eine andere Entwicklung wollen. Zweitens sind Sie bereit zu akzeptieren, dass in allen skandinavischen Ländern, übrigens auch in Frankreich, übrigens auch in Belgien, auch in Spanien, die Rückgänge im Bereich der Baufertigstellungen und Baugenehmigungen deutlich zu einem Teil, jedenfalls deutlich höher, in allen skandinavischen Ländern deutlich höher sind und das einzige Land, das eine positive Bilanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Europa hat, das Land Portugal ist. Sind Sie vor dem Hintergrund bereit, die Aussage, in ganz Europa wäre es besser, vielleicht zurückzunehmen? Lieber Kollege Daltrop, der Blick ins europäische Ausland trifft in der Tat weiter. Und natürlich gibt es die eine oder andere Volkswirtschaft, wo es noch ein bisschen schlechter läuft. Aber wenn man sich das Grosse Modus mal anschaut, wie die Länder in Europa aufgestellt sind, und wir haben ja über die Frage von Baustandards beispielsweise gesprochen, und da gucken wir in die Niederlande, da gucken wir nach Frankreich, wo wir ganz andere Baustandards haben, nach denen wir eben viel kostengünstiger bauen können. Und da muss man einfach ganz deutlich sagen, dieses Märchen, was Sie von der Ampel hier sagen, wir können da eigentlich im Prinzip nichts für, wir waschen unsere Hände in Unschuld, Schuld sind alleine die gestiegenen Zinsen, das ist einfach nicht wahr. Ihre Politik, der Kollege Kießen hat an richtigen Stellen darauf hingewiesen, dass Sie die Baustandards, zum Beispiel beim ER55-Standard, erhöht haben, dass Sie an ganz vielen Stellen die Regulierungsschrauben angezogen haben, das hat dazu geführt, dass Bauen in unserem Land richtig teuer geworden ist, und das macht das Wohnen irgendwann unbezahlbar. Das ist Ihre Politik, und dafür tragen Sie auch die Verantwortung, lieber Kollege. Und wenn wir schon bei dem Thema der Verantwortung sind, da will ich, lieber Herr Kollege Fürst, auch noch mal sagen, das ist ja mehrfach von Redan angesprochen worden, die Union würde jetzt beim Wachstumschancengesetz die AFA blockieren. Da will ich ja schon noch mal Ursache und Wirkung noch mal richtig benennen. Der Punkt, weswegen die AFA nicht längst im Gesetzesblatt steht, und ich will das mal sagen, als Union, wir sind dafür, weil wir sagen, die Bauwirtschaft braucht Klarheit, die braucht Verlässlichkeit, und sie braucht auch einen Impuls. Der Grund, weswegen sie noch nicht im Gesetzesblatt steht, weil Sie einen dreifach verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt haben. Das war der Grund, dass die Gespräche im Bundesrat, im Vermittlungsausschuss nicht zu Ende geführt werden konnten, weil Sie am Ende einen Blankoscheck haben wollten. Der Haushalt 24 war völlig unklar, und Sie wollten einen Teilbereich rausnehmen, und das haben wir als Union in der Tat nicht mitgemacht. Aber ursächlich waren Sie und war Ihr verfassungswidriger Haushalt und nichts anderes an der Stelle. Und wenn Sie jetzt sagen, was Sie schon alles gemacht haben, also mein Blick darauf ist ein sehr klarer. Wenn Sie zum Beispiel den Baugipfel nehmen, da will ich noch mal auf den letzten Wahlkampf verweisen, Ihr Kanzler, Olaf Scholz, der hat sich als Kanzler für bezahlbares Wohnen inszeniert und hat gesagt, mit mir wird es bezahlbare Mieten, wird es bezahlbares Wohnen geben. Und jetzt hat er endlich nach zwei Jahren zu einem Baugipfel eingeladen, ins Kanzleramt. Und da will ich mal noch zwei Dinge dazu sagen. Also es muss einem, oder sollte einem zumindest schon zu denken geben, wenn zwei ganz zentrale Akteure der Immobilienwirtschaft überhaupt gar nicht teilnehmen an einem solchen Baugipfel, weil Sie nämlich sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Führungskraft dieses Kanzlers, wir haben kein Vertrauen mehr, dass die Ampel überhaupt irgendwas umsetzt und schon überhaupt gar nicht mehr dorthin geht. Das würde mir zu denken geben, zum einen. Und zum Zweiten, die 14 Punkte, die Sie dort aufgeschrieben haben, da würde ich überhaupt gar nicht sagen, dass die alle schlecht sind, sondern an einigen Punkten gehen wir da überhaupt mit, gar kein Problem. Nur dann frage ich mich, wo sind denn jetzt diese Punkte? Es reicht doch nicht aus, da ein Blatt Papier zu nehmen, 14 Punkte aufzumalen, damit hat man seine Pflicht und Schuldigkeit als Parlamentarier getan. Es geht darum, die ins Gesetzesblatt zu bringen. Und wenn ich mir dann anschaue, wo ist denn der 246e, der das Bauen einfacher machen soll? Wo ist denn der Gebäudetyp-E, der generell dafür sorgen kann, dass wir von den Baustandards runterkommen? Wo ist denn die Reform des Baugesetzbuches? Nichts davon ist bislang umgesetzt. Auch das ist Ihre Verantwortung. Sie müssen mal ins Handeln kommen und nicht nur mal reden hier an dieser Stelle. Und deswegen ist mir am Schluss noch mal eines ganz wichtig. Wir als Union sind da immer gesprächsbereit. Aber der entscheidende Punkt ist, wir reden ja hier heute über den Haushalt. Wir brauchen eine Klarheit, eine Verlässlichkeit, Investitionssicherheit für die Unternehmen. Aber mir ist ganz wichtig, es geht nicht nur um Geld, sondern der entscheidende Hebel, wenn wir beim Bauen in Deutschland vorankommen wollen, ist, dass wir die Kosten des Bauens reduzieren. Weil sonst wird am Ende das Wohnen unbezahlbar. Und deswegen müssen wir die unbequeme Debatte führen, welche Baustandards können und wollen wir uns noch in der Zukunft leisten. Und diese Debatte verweigern Sie momentan. Die verweigern Sie. Und dazu fordere ich Sie auf, führen Sie diese Debatte mit uns, dann klappt es auch mit den Wohnungsbauszahlen. Und da stehen wir als Union immer bereit. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Carolin Otte. Sie ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, grüne Knie vom Fußballspielen auf dem Sportplatz, Zuckerkuchen beim Jubiläumsfest im Dorfgemeinschaftshaus und der erste Schwimmunterricht in der Grundschule. Das alles sind wichtige Momente an wichtigen Orten. Orte, an denen wir zusammenkommen, gemeinsam wachsen und lernen. Unsere Demokratie, die braucht Gemeindezentren, Parks und Turnhallen. Uns Grünen war es deshalb in diesem Haushalt ganz besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass vor Ort, auch dort, wo es knapp in den kommunalen Kassen ist, weiter Schwimmbäder, Grünflächen und Turnhallen saniert werden können. Dafür haben die Haushälterinnen der Ampel der Regierungsfraktionen mehr als eine halbe Milliarde Euro im Verfahren gerettet. Vielen Dank dafür. Dieses Geld ist enorm wichtig. Das Geld, das hier in die Hand genommen wird, das schafft vor Ort nicht nur Zusammenhalt. Eine Sanierung, die wir fördern, die spart auch langfristig vor Ort viel Geld. In unseren Städten und Gemeinden, da wird klar, was es heißt, die letzten Gelder zusammenzukratzen und an wichtigen Dingen zu sparen. Wir schieben vor Ort einen enormen Investitionsrückstand vor uns her. Mehr als 150 Milliarden Euro müssten investiert werden, nur um den Status quo zu halten. Wenn das Turnhallendach zu feucht geworden ist oder in der Straße die Schlaglöcher zu tief, dann wachsen die Kosten ins Unermessliche. Dabei müssen wir unsere Städte und Gemeinden fit für die Zukunft machen. Dafür braucht es vor Ort noch viel mehr Geld. Wir sichern mit diesem Haushalt ganz wichtige Gelder für Investitionen vor Ort ab. Aber die wirklich große Herausforderung der Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden, unserer Infrastruktur vor Ort, die werden wir auch mit diesem Haushalt alleine noch nicht lösen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir weiter über die Reform der Schuldenbremse sprechen. Deshalb ist es wichtig, dass wir weiter leistungslose Einkommen von Superreichen in den Blick nehmen. Denn statt privatem Luxus brauchen wir eine starke öffentliche Hand, die vor Ort Räume und Möglichkeiten bietet zum Lernen, zum Erholen und für gute Gemeinschaft. Starke Kommunen, die sind der Kern unserer Demokratie. Und für zukunftsfähige Städte und Gemeinden, für die benötigen wir nachhaltig mehr finanzielle Spielräume. Dafür wollen wir weiter kämpfen. Und die nächste Rednerin ist die fraktionslose Abgeordnete Karen Leih. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, vorletzte Woche hat das Pestel-Institut berechnet, dass über 900.000 Sozialwohnungen fehlen. Und das sind nur die, die wirklich ganz akut fehlen. Doch statt dieses Alarmsignal, auf dieses Alarmsignal zu reagieren, fällt der Bauministerin nichts Besseres ein, als die Studie zu denunzieren. Schuld seien die Regierungen der Vergangenheit, die zu wenig investiert hätten. Ja, das ist korrekt, aber das klären Sie dann doch bitte mit Ihrer Fraktion, mit Ihren Parteigenossen, denn die waren ja die längste Zeit mit dabei. Aber auch Sie tun heute in diesem Haushalt zu wenig. Der vorliegende Haushalt reicht hinten und vorne nicht und wird den Herausforderungen beim sozialen Wohnungsbau nicht gerecht. Immer wieder werden hier riesige Summen in den Raum gestellt. Von 18 Milliarden ist dort die Rede. Also in diesem ganz konkreten Haushalt sind gut drei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau eingestellt. Der Rest sind dann Hochrechnungen bis 2027, zum Teil Spekulationen über das Handeln zukünftiger Regierungen und Parlamente. Damit lasse ich Sie nicht durchkommen. Denn was wir bräuchten, das sind bessere und mehr Investitionen. Die Verbände wie der Deutsche Mieterbund fordern 50 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislatur. Und genau das fordern wir auch als Linke und beantragen wir für diesen Haushalt. Der Rückwärtstrend bei dem sozialen Wohnungsbau, der ist eben noch nicht gestoppt. Wir haben immer noch mehr Sozialwohnungen, die aus der Bindung rausfallen, als neu gebaut werden. Und immer wieder fordern wir Ihnen ein System, in dem das ja das Prinzip ist, nach 20, 30 Jahren die Sozialwohnungen aus der Bindung wieder fallen. Das ist doch totaler Unsinn. Das müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir die Wohnungsgemeinnützigkeit. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das muss in Zukunft gelten. Ich freue mich über den Applaus von den Grünen. Da sind wir uns ja einig. Allerdings lese ich jetzt hier 300.000 Euro zur Vorbereitung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Entschuldigung. Das ist ein Feigenblatt. Das reicht doch nicht mehr für eine einzige Wohnung. Konzepte gibt es genug. Setzen Sie die Wohnungsgemeinnützigkeit endlich um. Und richtig teuer wird dann das Wohngeld. Aber auch hier zeigt die Pestel-Studie, dass das Wohngeld ja auch solche Wohnungen finanziert, die zum Teil doppelt so teuer sind wie der Mietspiegel. Das heißt, mit dem Wohngeld finanziert man am Ende noch den Mietenwahnsinn. Das ist doch völliger Irrsinn. Deshalb mehr öffentlichen Wohnraum. Nein, das ist eine nachhaltige Investition. Dann sinken auf Dauer auch die Ausgaben für das Wohngeld. Nein, wenn diese Regierung in irgendeinem Feld so richtig enttäuscht, dann ist es in der Wohnungspolitik. Keine wirklich beherzte Investition, kein Mietrecht, und das mitten in der Inflation, und keine Wiederherstellung des Vorkaufsrechts. Da ist wirklich nichts, gar nichts passiert. Und wer Menschen mit ihren so existenziellen Sorgen alleine lässt, der muss sich dann über Politikvertrossenheit und Populismus nicht wundern. Dieser Haushalt wird den Anforderungen nicht gerecht. Und wir als Linke lehnen ihn ab. Und die letzte Rednerin in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Melanie Wegling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die anhaltende Wohnungskrise stellt eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen dar. Steigende Mieten und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum beschäftigen viele Bürgerinnen und Bürger. Besonders in Städten und deren Umland ist die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit enorm gestiegen. Ein Schlüssel zu mehr bezahlbarem Wohnraum, gerade auch in diesen Ballungsgebieten, ist die Förderung von Wohnungsgenossenschaften. Als Genossenschaftsbeauftragte der SPD-Fraktion freut es mich besonders, dass die Bundesregierung mit unserer Bundesbauministerin Clara Geibitz im Haushalt 24 ein klares Zeichen für Wohnungsgenossenschaften gesetzt hat. Die Mittel zur Förderung von Wohnungsgenossenschaften wurden noch einmal um 6 Millionen Euro auf insgesamt 15 Millionen Euro erhöht. Damit hat sich die Fördersumme in den zwei Jahren seit Inkrafttreten nahezu verdreifacht. Das ist ein großer Erfolg in angespannter Haushaltslage und ein wichtiges Zeichen für Wohnungsgenossenschaften. Als tragende Säule auf dem Wohnungsmarkt stehen Sie für bezahlbares Wohnen und langfristige Wohnsicherheit. Mit dem Ziel, Ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum lebenslang zur Verfügung zu stellen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Hinzu kommt, dass sich Wohnungsgenossenschaften vielerorts um klimafreundliches Wohnen und Bauen sowie um soziale Belange kümmern. So sorgen Sie zum Beispiel für barrierefreie Wohnungen, bieten Spielplätze und Jugendtreffpunkte und sind an einem gemeinschaftlichen Miteinander Ihrer BewohnerInnen interessiert. Damit sind Sie Verbündete der Politik im Streben nach mehr Wohnraum, der nicht nur bezahlbar, sondern auch klimaneutral, barrierearm und demokratisch organisiert ist. Im Oktober 2022 hat daher die Bundesregierung das neue KfW-Förderprogramm zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen ins Leben gerufen. Dieses Förderprogramm sorgt nicht nur dafür, dass mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, Anteile zu zeichnen und so in den Genuss von genossenschaftlichem Wohnen zu kommen. Sie unterstützt damit auch die Gründung von neuen Genossenschaften. Besonders für Sie ist das Programm eine lebensnotwendige Kalkulationsgrundlage, da Sie noch nicht über große Rücklagen verfügen. In großen Ballungsgebieten, wo die Eigentumsförderung aufgrund der extrem hohen Grundstückspreise und des Mangels an geeigneten Flächen an ihre Grenzen stößt, leisten Genossenschaften einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Wohnungsmarkts. Oftmals können sich Familien nur durch sie eine Wohnung in der benötigten Größe überhaupt leisten. Genossenschaften profitieren jedoch nicht nur durch das KfW-Programm. Ein großer Erfolg dieses Haushalts ist die Förderung von klimafreundlichem Neubau im Niedrigpreissegment. Auf Initiative von Bundeskanzler und Bundesbauministerin ist es in der Bereinigungssitzung gelungen, das Programm mit einer Milliarde Euro auszustatten. Hiervon und von den Förderungen zur energetischen Sanierung profitieren Genossenschaften ebenso in besonderem Maße. In Gesprächen mit den Wohnungsgenossenschaften in meinem Wahlkreis Groß-Gerau wurde ich immer wieder auf den Bedarf bei der klimaneutralen Sanierung hingewiesen. Und so freut es mich, dass es auch hier vorangeht. Und auch ein weiterer Punkt wird für Genossenschaften wichtig sein. Wir bringen eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen auf den Weg und stärken so die soziale Wohnraumversorgung. Auch hier werden die Belange der Wohnungsgenossenschaften gehört. Zusätzlich bleiben wir bei der Verbesserung des Genossenschaftsrechts am Wahl. Gerade in puncto Digitalisierung gibt es da noch großes Potenzial. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben wir uns nicht alles zum Haushalt 2024 anhören können? Wir haben es geschafft, unter schwierigen Bedingungen einen grundsoliden Haushalt mit klarer sozialdemokratischer Handschrift vorzulegen. Die Förderung von genossenschaftlichem Wohnen ist noch einmal beträchtlich gestiegen. Und das ist auch gut so. Denn Genossenschaften sind ein Schlüssel zu mehr bezahlbarem und sicherem Wohnraum, der darüber hinaus auch klimaneutral und häufig barrierefrei ist. Das ist ein großer Erfolg der Ampelkoalition zugunsten aller, die dringend Wohnraum benötigen. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 25. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, AfD und einige fraktionslose Abgeordnete. Enthaltungen? Sehe ich keine. Dann ist der Einzelplan 25 damit angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zum Einzelplan 12, den ich hiermit aufrufe. Das ist der Einzelplan für das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit den jeweiligen Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 86 12 und 86 61. Die berichterstattenden Abgeordneten sind Florian Osner, Mietin Hacquerdi, Dr. Paula Pirotta, Frank Schäffler, Markus Bühl und Victor Perlie. Auch hier ist für die Aussprache eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, entsprechend die Plätze einzunehmen, dass wir mit den Beratungen zum Einzelplan 12 beginnen können. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Es gibt genügend freie Plätze. Und ich eröffne die Aussprache und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Florian Osner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Mobilität schlagt die Belastungsorgie der Ampel gnadenlos zu. Höhere CO2-Abgaben, damit höhere Kosten an der Tankstelle, exorbitante LKW-Mauterhöhung um 7,6 Milliarden Euro, damit höhere Kosten für Speditionen und am Ende höhere Kosten für alle Bürger. Nicht die versprochenen Trassenpreissenkungen bei der Bahn und damit höhere Bahnkosten und höhere Luftverkehrssteuern, damit höhere Ticketpreise bei den Flügen. Also völlig egal, ob Sie auf der Straße mit der Bahn oder mit dem Flugzeug unterwegs sind. Eines ist sicher, es wird richtig teuer. Damit wird Mobilität in Deutschland zunehmend zu einem Luxusgut. Das ist wirklich unerträglich. Diese Politik erhöht massiv den Frustrationsgrad in der Bevölkerung. Es ist also kaum verwunderlich, warum so viele Menschen momentan Protestparteien wählen wollen. Und ich möchte es wirklich dick unterstreichen. Es ist gut und richtig, dass wir uns öffentlich gegen Rechtsextremismus positionieren. Es ist aber falsch, dies als Vorwand zu verwenden, um von eigenen Verfehlungen abzulenken. Sie, liebe Kollegen von der Ampel, haben massiv dazu beigetragen, dass unser Land in Schieflage geraten ist. Und dass es derart viel Protest bei Bauern, Handwerkern, Spediteuren, Gastronomen, ja, bei allen in unserem Land diese Proteste gibt. Ein Rekordhaushalt von 477 Milliarden Euro und nochmals 39 Milliarden Euro zusätzliche Schulden. Und auch im Verkehrsbereich wachsen die Ausgaben um 5,4 Milliarden Euro. Das klingt erstmal nach mehr Investitionen, aber leider ist es anders. Denn der Anstieg geht vor allem auf die Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn zurück. So hätte die Bahn knapp 4,4 Milliarden Euro mehr ins Eigenkapital ohne direkten Verwendungsnachweis. Damit ist erstmals kein einziger Schienenkilometer gebaut. Besser wäre es gewesen, das Geld in die Sanierungs- und Ausbauprojekte direkt zu geben. So waren es auch verankert in unseren Maßgabenbeschlüssen. Aufgrund der Engpässe bei der Bahn wird durch diese Politik auch keine einzige Tonne Fracht von der Straße auf die Schiene verlagert. Damit gibt es keine Entlastungen für die Straßen, die Leidtragenden sind, abermals vor allem die Menschen im ländlichen Raum. Das zieht sich bei Ihnen durch wie ein roter Faden und das können wir am Ende Ihnen nicht durchgehen lassen. Mit der Erhöhung der Luftverkehrsabgabe macht die Ampel nicht nur Flugreisen teurer, sondern sie schadet auch der Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Fluggesellschaften und Flughäfen. Zwar wird es zu Verlagerungseffekten kommen, aber nicht so, wie es die Grünen sich eigentlich vorstellen. Die Passagiere werden nämlich erfahrungsgemäß nicht vom Flugzeug zur Bahn wechseln, sondern statt in Frankfurt oder München in die Lufthansa oder in die Condor einzusteigen, nehmen Sie in Zukunft in Amsterdam, Paris oder Salzburg die KLM, die Air France oder Ryanair. Dem Klima ist dadurch definitiv nicht geholfen. Es geht ausschließlich zur Lasten unseres Wirtschaftsstandorts Deutschland. Für Erhalt und Ausbau der Bundeswasserstraßen werden in diesem Jahr knapp 725 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, deckt aber bei Weitem nicht den Bedarf von knapp 900 Millionen Euro zur Substanzerhaltung. Dabei wäre die Wasserstraße der einzige Verkehrsträger mit kurzfristig spürbar abrufbarer Kapazität und wäre auch noch die umweltfreundlichste Form, Güter zu transportieren. Allein daran zeigt sich, die klimaschutzpolitischen Ziele sind reine Lippenbekenntnisse der rot-grün-gelben Ampel. Am Ende steckt kein Konzept dahinter, abermals viel Schein als sein. Beim Breitbandausbau sind für dieses Jahr 1,77 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist gut. Leider werden zeitgleich jedoch die Mittel für die Ausrüstung des europäischen Zugsicherungssystems, also die Digitalisierung der Schiene, für dieses Jahr um 250 Millionen Euro gekürzt. Gekürzt wird übrigens auch die Förderung von Tank- und Ladeinfrastruktur um 35 Millionen Euro. Und auch die Innovationstitel beim autonomen und vernetzten Fahren werden zusammengestrichen. Also Politik für eine zukunftsfeste Wirtschaft und eine moderne Arbeitswelt sieht definitiv anders aus. Zwei Jahre politische Dauerbelastung für die Verkehrsträgerstraße, Schiene, Wasserstraße und Luftverkehr hinterlassen natürlich ihre Spuren. Hätte man unseren Konsolidierungskurs der CDU und CSU weitergefahren, wären wir heute bei wesentlich stabiler Ausfinanzierung für den Verkehrs- und Digitalbereich. Auch bei uns gab es Bahnverspätungen, keine Frage. Aber waren es 2020 noch über 80 Prozent an pünktlichen Zügen, sind unter Ihrer Regierungszeit diese auf 64 Prozent gesunken. Bei Verkehrsentlastungsprojekten für weniger Staus auf der Straße kommen wir aufgrund der grünen Blockade vor Ort nicht voran. Das widerspricht der notwendigen Planungs- und Baubeschleunigung. Und der Luftverkehrsstandort verliert den Anschluss an die Weltspitze durch himmere höhere Steuern und Abgabenlast. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. So fährt man Deutschland blind links an die Wand. Herzliches für Gates, Gott, fürs Zuhören. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Frank Schäffler. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich will ein anderes Bild zeichnen. Florian Osner hat ja ein Bild gezeichnet eines katastrophalen Einzelplanes 12. Ich sage Ihnen, das ist ein Haushalt der Vernunft. Es ist ein Haushalt der Vernunft deshalb, weil er sich auf das Wesentliche konzentriert. Er konzentriert sich nämlich darauf, dass wir das Entscheidende voranbringen. Das sind die Investitionen in diesem Land. Und das ist etwas, was den Gesamthaushalt eigentlich auszeichnet. Wir werden in diesem Haushalt zum ersten Mal eine Investitionsquote von 14,8 Prozent haben. In Ihrer Regierungszeit waren es noch 10,9 Prozent. Wir haben inzwischen Investitionen in diesem Haushalt veranschlagt von über 70 Milliarden Euro. Und dieser Haushalt und dieser Einzelplan ist der Investitionshaushalt mit 22, paar zerquetschte Haushalt für Schiene, Straße und Wasserstraße. Das heißt, da findet die Musik statt. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, auch in Richtung Bahn, dass wir bis 2027 über 70 Milliarden Euro zusätzlich für den Ausbau der Schiene bereitstellen. Und das ist auch notwendige Prioritätensetzung. Wir müssen den Ausbau der Schiene voranbringen. Die 40 Korridore, die wir jetzt sanieren, das ist doch das, was die Menschen bewegt. Das verursacht doch die ganzen Verspätungen, die Sie über die Jahre produziert haben. Die fehlenden Investitionen in den letzten Jahren, die müssen wir jetzt nachholen. Und dafür tragen Sie die Schuld. Und deshalb dürfen Sie sich hier nicht rausreden. Was auch entscheidend ist, ist, dass die Schuldenbremse dazu führt, dass die Investitionen sogar ansteigen. Eine Schuldenbremse führt nämlich nicht dazu, dass weniger investiert wird, sondern wir beweisen mit diesem Haushalt, dass mehr investiert wird. Und wir halten zusätzlich die Schuldenbremse ein. Und dafür gibt es historisch genügend Beispiele. Schauen Sie in die Schweiz. Die Schweiz hat die Schuldenbremse vor uns eingeführt. Die Schweiz hat eine viel strengere Schuldenbremse als wir. Die dürfen überhaupt keine Neuverschuldung machen. Und was ist die Folge der Schweiz? Sie haben eine gesamtstaatliche Verschuldung von unter 30 Prozent. Und Sie investieren viermal so viel pro Kopf in die Schiene wie Deutschland. Daran sehen Sie, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir die Schuldenbremse aussetzen sollen, damit mehr investiert werden kann. Das Gegenteil ist richtig. Wir müssen die Schuldenbremse hart einhalten, damit am Ende wirklich Prioritäten gesetzt werden. Das ist die Antwort eigentlich auch des Verfassungsgerichtsurteils. Wir müssen Prioritäten setzen. Und eine Priorität ist von besonderer Bedeutung. Wir müssen privates Kapital aktivieren. Und dafür ist es notwendig, dass wir auch im Verkehrssektor ÖPP-Projekte voranbringen. Also Partnerschaften zwischen privaten und öffentlichen Bereich. Das ist entscheidend. Das ist auch nachweisbar besser. Es gibt einen Bericht der Bundesregierung von 10 2023, wo dargestellt wird, dass ÖPP-Projekte sinnvoll sind. Die A4 bei Eisenach, ein Jahr früher fertiggestellt. Die A8-Ausbau. Teile sind davon in ÖPP festgestellt oder gemacht worden. Der Teil, der nicht in ÖPP gemacht wurde, sind die Kosten um 50 Prozent gestiegen. Daran sehen Sie, wir müssen stärker das private Know-how nutzen, damit es am Ende auch tatsächlich besser wird. Also Prioritäten setzen, Schuldenbremse einhalten und Investitionen hochhalten. Das ist die Botschaft dieses Haushaltes. Vielen Dank. Dr. Dirk Spanier für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen. In einem Punkt muss ich meinem Vorredner recht geben. Die Union hat auch bewiesen, dass sie im Verkehrshaushalt und auch insbesondere bei der Bahn keinen funktionierenden Betrieb herstellen kann. Das waren aber auch schon die Gemeinsamkeiten unserer beiden Ansichten. Wir müssen doch einfach mal konstatieren, völlig unabhängig vom Klein-Klein, ob Sie eine Kapitalerhöhung gemacht haben über 4 Milliarden, vollkommen richtig, muss man nicht machen in diesem Zustand. Wir müssen einfach mal konstatieren, die Deutsche Bahn ist momentan in einem beklagenswerten Zustand. Der Witz, der umgeht, dass hier in diesem Land überhaupt niemand mehr merkt, ob die Bahn streikt oder regulär fährt, der ist ja mittlerweile sehr nah an der Realität. Und da müssen Sie sogar selber lachen, Herr Wissingen. Ja, natürlich. Sie haben diesen Zustand zu verantworten. Und wir müssen auch mal festhalten, völlig unabhängig von detailoperativen Maßnahmen, die wir hier stundenlang diskutieren könnten, was alles falsch läuft. Entscheidend ist, die Bahn ist im Eigentum des Bundes. Und das heißt, der Verkehrsminister hat die Verantwortung für das Management der Bahn. Und wenn dieser Verkehrsminister für diese desaströse Bahn erstens dem Vorstand 4 Millionen Grundgehalt und dann auch noch 5 Millionen Bonus zahlt, dann hat er nicht verstanden, wie man Mitarbeiter bewertet, die ihre Aufgabe nicht erfüllen. Herr Wissing, das ist Ihr Job. Das wäre Ihr Job. Und da Sie bewiesen haben, dass Sie es nicht können, komme ich gleich mit dem nächsten Beispiel. Das nächste Beispiel, Herr Wissing, Sie sind aufgetreten in diesem Parlament und auch insbesondere in unserem Verkehrsausschuss als derjenige, der das Sanierungsproblem auf unseren Autobahnen lösen will. Da haben Sie einen Brückengipfel ins Leben gerufen. Sie haben ausgerechnet, dass man diese 4.000 Brücken sanieren muss in zehn Jahren. Und dann wurde uns der Bundesrechnungshofbericht vorgelegt. In diesem Bericht des Bundesrechnungshofs kommt heraus, dass Ihre Autobahn GmbH momentan ungefähr 100 Brücken im Jahr saniert. Und zwar schon seit zwei Jahren. Das heißt, Sie werden Ihr Ziel, das kommt raus. Doch, Herr Schäffer, das kommt raus. Wir haben hier ein Problem, dass ein Verkehrsminister offensichtlich von 400 Brücken träumt und tatsächlich 100 saniert. Das heißt, es dauert nicht zehn Jahre, sondern, ich erspare Ihnen die Mathematik, es sind ungefähr 40. Fakt ist, auch bei dem Thema Brückensanierung läuft es völlig aus dem Ruder. Und das Traurige an dem ganzen Thema ist, das war vorher abzusehen. Und Sie haben auch keine Lösung präsentiert. Wir sind sehr gespannt, wie Sie die Infrastruktur dieses Landes am Leben halten wollen. Und weil die Infrastruktur so marode ist, ist es auch jedem völlig unverständlich, warum Sie die Maut erhöhen für diese marode Infrastruktur. Und die Mauterhöhung, die Mauterhöhung, damit treten Sie unserem Transportgewerbe so richtig in die Knie. Das wissen Sie auch genau. Und das haben Sie sogar im Koalitionsvertrag anders zugesagt gehabt. Sie wollten das nicht, aber Sie haben es jetzt realisiert. Wahrscheinlich wegen dem Koalitionspartner, der notorisch gegen den Straßenverkehr wettert. Fakt ist auf jeden Fall, Sie erhöhen die Maut für eine nicht funktionierende Infrastruktur. Sie haben keinen Plan, wie Sie diesem Land die Infrastruktur sanieren wollen. Und lassen Sie mich nochmal kommen auf einen Verkehrsträger, der eigentlich nur minimale staatliche Investitionen erfordert, wenn man nicht irgendeinen Flughafen baut, der nicht funktioniert. Das ist der Luftverkehr. Sogar da, wo es fast keinen staatlichen Einfluss finanziellerseits gibt, schaffen Sie es, es nicht hinzukriegen mit der Luftverkehrssteuer. Sie schaffen es, die Luftverkehrssteuer um 50 Prozent zu erhöhen, sodass alle deutschen Airlines demnächst sich freuen, wenn die Kunden im Ausland die Langstrecke fliegen. Das ist Ihre Politik, Herr Wissing. Und ich muss Ihnen sagen, ich war sehr, sehr froh, dass Sie Verkehrsminister wurden. Sie hatten viele Sachen ins Leben gerufen. Jetzt stelle ich fest, Sie sind, zumindest soweit ich das beurteilen kann, vom Ergebnis her, der schlechteste Verkehrsminister, den diese Republik je hatte. Es tut mir leid, das muss man Ihnen zusagen. Und für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort Metin Herr Querli. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einem, wie soll ich das sagen, sehr langem Haushaltsverfahren kommen wir nun endlich zusammen, um den Haushalt 24 zu debattieren. Am 15. November, historisches Datum, sprach das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Schuldenbremse. Am Tag danach haben wir die Bereinigungssitzung gehabt. Und haben natürlich auf das Urteil reagiert. Übrigens werden Sie sehen, wenn Sie sich den Haushalt angucken, dass die weitaus größten Teil des Haushalts schon damals am 16. oder dann am 17. November, die Bereinigungssitzung ging ja dann die ganze Nacht, schon am 17. November unter Dach- und Fachfahren. Trotzdem haben wir die Bereinigungssitzung unterbrochen und sie dann am 18. Januar diesen Jahres beschlossen. Es galt Sorgfalt und Tempo unter einen Hut zu bringen, schnell auf Karlsruhe zu reagieren und trotzdem einen sattelfesten Haushalt aufzustellen. Das war ein bisschen schwierig. Hat auch sehr lange gedauert. Und weil es so lange gedauert hat, will ich, also nicht nur lange gedauert, es war ermüdend, es war stressig, es war sehr lang, muss man in diesem Jahr einen besonderen Dank aussprechen. Ich glaube, das sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig. Danke an meine Mitberaterinnen und Mitberater, an die Mitberichterstatter im Haushaltsausschuss, deren Mitarbeiter in den Fraktionen, in den Abgeordnetenbüros, in den Ministerien. Wir können hier heute den Haushalt nur deshalb debattieren, weil Sie, gegen jede Regel übrigens, zwischen den Jahren, manchmal während des Weihnachtsurlaubs, manchmal statt des Weihnachtsurlaubs, dafür gesorgt haben, dass wir hier in dieser Woche den Haushalt beschließen können. Herzlichen Dank dafür. Und herzlichen Dank an die Mitarbeiter in meinem Büro. Es hat also etwas länger gedauert, aber das Ergebnis ist es wert und kann sich sehen lassen, denn in Sachen Verkehr und Digitales, was wir heute debattieren, wir investieren. Wir investieren ohne Ende, wir investieren in unsere Bürgerinnen und Bürger, wir investieren in unsere Sicherheit und Souveränität, in unsere Infrastruktur. Über 5 Milliarden Euro stehen in den nächsten Jahren für den Breitbandausbau zur Verfügung. Das ist auch für die sprichwörtliche Milchkanne auf dem Land. Damit müssen wir beim schnellen Internet endlich Fortschritte machen. Auch in die Digitalisierung unserer Schulen investieren wir weiter. Insgesamt investieren wir für 6,5 Milliarden Euro. In vielen Schulen unseres Landes sind wir in Sachen Digitalisierung schon sehr weit. War es aber auch, dass sich das nicht in jedem Klassenzimmer widerspiegelt. Wir müssen da besser werden und deshalb investieren wir dort auch weiter. Wir investieren natürlich in unsere Verkehrsinfrastruktur, in unsere Bundeswasserstraßen etwa. Nachdem die Bundeswasserstraßen, lieber Florian, über Jahre vernachlässigt wurden, investieren wir nun 1,4 Milliarden Euro in unsere Schleusen und Kanäle. Endlich kann ich nur sagen. Wir investieren auch in unser Straßennetz, nicht so viel wie in die Schiene, aber 8,5 Milliarden Euro, vor allem in die Sanierung der Autobahnbrücken. Bei steigendem Verkehrsaufkommen müssen aber alle Verkehrsträger leistungsfähig sein, vor allem die klimafreundlichen. Und deshalb investieren wir so intensiv und so viel in unser Schienennetz. Schon zu lange haben wir in unserem Land zugesehen. Zugesehen, wie das Netz sich verschlechtert und die Bahn immer unzuverlässiger wurde. Das muss sich ändern. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir in die Infrastruktur unseres Landes investieren. Deshalb geben wir 18 Milliarden Euro für die Schiene aus. Und das ist bitter nötig. Wenn wir die Unzuverlässigkeit der Bahn, den Service, die Kapazität, wenn wir das in den nächsten Jahren in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir jetzt investieren. Die Menschen verstehen das nicht mehr. Die, die den Fernverkehr nutzen, aber auch die Menschen, die im Hamburger Süden auf die S3 warten. Verspätung, ausgefallene Züge, schlechte Lüftung, Überfüllung. Deshalb ist es gut, dass wir nun große Summen in die Sanierung des Schienennetzes stecken. Und nichts darf uns davon abhalten, diese Investition in diesem Jahrzehnt auf diesem Niveau fortzusetzen. Herr Kollege Hackberdi, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion des Kollegen Müller? Gerne immer. Herr Kollege, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe aufmerksam zugehört. Sie haben jetzt über die Investitionen, die die Koalition und die Bundesregierung im Bereich der Verkehrsinfrastruktur unterbringen will, gesprochen. Sie werden sicher gleich auch über die Zweckentfremdung der Lkw-Maut sprechen. Aber Sie haben ja von Ihrem Koalitionspartner eine neue Möglichkeit gehört, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder mit Ihnen diskutiert haben. Das Thema ÖPP. Kann man also davon ausgehen, dass die SPD-Fraktion jetzt zur Vernunft gekommen ist und künftig das Thema ÖPP positiv, konstruktiv vorantreiben wird, um diese Verkehrsinfrastruktur in Deutschland weiterhin voranzutreiben? Also, klar lasse ich eine Frage an der demokratischen Fraktion zu. Sie müssen sich nicht dafür bedanken. Zweitens, ich komme aus Hamburg, deswegen bin ich nicht so Karneval erfahren. Aber, dass sich jemand aus der Union hierhin stellt, der seit Jahren, zwölf Jahren, als CSU-Minister, dann andere CDU-Minister, ertragen musste in der Rolle des Bundesverkehrsministers, was die Menschen in diesem Land jeden Tag einen Running Gag, übrigens ausbaden müssen das nicht wir, ausbaden müssen das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bahn, die Sie so kläglich vernachlässigt haben, mit irgendwelchen Börsenfantasien, mit diesem Ganzen, lassen Sie mich damit komplett in Ruhe. Sie können ja weiter daran festhalten, wenn Sie wollen. Und Sie tun es ja auch. Aber Sie sehen doch, dass das ganze Land keinen Bock mehr hat, dass das so weitergeht. Kommen Sie doch mal im 21. Jahrhundert an. Das sind doch alles 90er-Jahre-Experimente, 90er-Jahre. Ich bin froh, dass wir die Kraft hatten, übrigens auch mit der FDP hier, den Investitionsanteil so zu erinnern, 11,5 Prozent Investitionsanteil in diesem Haushalt. Das kann sich nicht nur sehen lassen, das ist im Vergleich zu allen Vorgängerregierungen unter Ihrer Führung deutlich besser. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und die Verlängerung meiner Redezeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts darf uns davon abhalten, in den nächsten Jahren dieses Investitionsniveau zu senken. Nichts. Nichts. Denn natürlich ist das, worüber wir heute entscheiden, dafür maßgeblich, wie die Bahn in fünf oder zehn Jahren fährt. Nichts darf uns davon abhalten, übrigens auch nicht die Schuldenbremse. Liebe CDU-CSU-Fraktion, am Ende von langen Haushaltsberatungen reicht es nicht, durch die Talkshows zu tingeln und Überkürzungen beim Bürgergeld zu schwadronieren und gleichzeitig keinen einzigen Änderungsantrag im Haushaltsverfahren vorzulegen. Das ist bestenfalls Arbeitsverweigerung, aber wahrscheinlich ist es Populismus. Wenn Sie selbst wissen, Sie selbst wissen übrigens, warum Sie diese Anträge nicht gestellt haben, weil es die Bevölkerung nicht durchgehen lassen würde, dass Sie die Leute gegeneinander ausspielen bei solchen Änderungsanträgen. Deswegen haben Sie nicht gemacht und wissen hier heute alles besser. Kein Wunder also, dass nicht alle in der Union die Meinung des Parteivorsitzenden zu Notlagenbeschlüssen teilen. Denn die, die tatsächlich Regierungsverantwortung tragen, also nicht die, die hier sitzen, in einigen Ländern sehen das ja manchmal anders. Ohne Anträge der Union haben wir jetzt aber trotzdem in diesem Jahr einen guten Haushalt aufgestellt. Ich muss Ihnen aber sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so schwierig wie in diesem Jahr war es selten. Und es wird in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich schwieriger werden. Denn wenn wir die Modernisierung unseres Landes, die Infrastruktur, wenn wir die Digitalisierung unserer Gesellschaft und den Umbau der Wirtschaft voranbringen wollen, dann ist das eine Generationenaufgabe. Die Ausbildung junger Menschen. Deutschland hat einen Investitionsbedarf von mehreren hundert Milliarden Euro. Ein sehr großer Teil davon fällt in die Verkehrsinfrastruktur. Mit unserer Finanzverfassung in der jetzigen Form werden wir diese notwendigen Investitionen für die nächsten zehn bis 15 Jahre nicht stemmen können. Wir müssen aber langfristige Investitionen in unser Land ermöglichen. Joe Biden macht es vor. Inflation Reduction Act. Massive Investitionen in die heimische Wirtschaft, damit die wettbewerbsfähig wird. In zehn Jahren werden die Güter der Zukunft in den USA produziert. Wir haben dann vielleicht immer noch eine bessere Staatsschuldenquote, aber sie wird uns nichts nützen. Ohne moderne Infrastruktur, ohne moderne Industriejobs, ohne gut ausgebildete Menschen. Unter Ökonominnen und Ökonomen, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtlern und auf dem einen oder anderen Parteitag wurden ja ein paar Gedanken gemacht, wie wir Investitionen in die Zukunft ermöglichen können. Und vieles ist bereits klar. Wir werden uns unsere Infrastruktur nicht ersparen können. Wir werden uns unsere Sicherheit nicht ersparen können. Und wir werden unseren Wohlstand nicht ersparen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Sie wissen, dass die Rechnung nicht aufgeht. Deshalb bitte ich Sie, beteiligen Sie sich endlich wieder am demokratischen Prozess. Eine funktionierende Demokratie braucht eine ernsthafte Opposition. Kritik ist erlaubt. Sie ist erwünscht. Übrigens in diesen Tagen Zusammenarbeit bei großen Fragen übrigens auch. Dass Sie jetzt aber in Zeiten großer Verinsicherung, in Zeiten von Zweifeln, in Zeiten von Sorgen, dass Sie jetzt komplett die Arbeit im Haushaltsausschuss, im Königsausschuss dieses Hauses komplett verweigern, ist der Sache nicht angemessen. Herr Kollege, Sie kommen zum Ende, bitte. Ich komme zum Schluss. Ich würde mich freuen, wir haben in diesem Jahr noch einmal die Gelegenheit, in einem weiteren Haushaltsverfahren, dass die CDU, CSU, die mal so stolz darauf war, erst das Land, dann die Partei. Herr Kollege, Nebensitzer. Dass Sie zurückkommen zu Ihrer konstruktiven Rolle und auch mal einen Änderungsantrag, mal einen Vorschlag im Haushaltsausschuss machen. Herr Kollege, ich grüße Sie herzlich, freue mich, sich zu sehen. Ich gebe das Wort der Kollegin Paula Pichotta für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die Sie ja jeden Tag auf die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland angewiesen sind, aber die Sie sie auch jeden Tag bezahlen. Ich möchte das wiederholen, was heute Morgen um zehn, das ist nicht mal fünf Stunden her, die Union hier gesagt hat in Person von Herrn Middelberg, das ist kein Sparhaushalt. Und jetzt, 15.30 Uhr, stellt sich hier Florian Osner hin und sagt, das ist ein Sparhaushalt und da fährt man die Verkehrsinfrastruktur gegen die Wand. Meine Damen und Herren, liebe Union, es tut mir selber im Schritt weh, Ihnen bei diesem Spagat zuzusehen. So gelenkig sind Sie nicht, dass Sie uns hier alle fünf Stunden eine komplett andere Realität weismachen können. Dieser Verkehrshaushalt ist kein Sparhaushalt. Wir haben in 2024, jetzt in dem neuen Haushaltsjahr, ein Volumen von 44,1 Milliarden Euro im Vergleich zu den 35,6 Milliarden Euro im vergangenen Haushaltsjahr. Noch mal ein enormer Aufwuchs, ein enormer Aufwuchs, der notwendig ist, weil wir, Kollege Haquerdi hat es gerade beschrieben, so unglaublich große Investitionsstaus geerbt haben. Und nicht nur von Andreas Scheuer, sondern jahrzehntelange Vernachlässigung bestimmter Verkehrsinfrastrukturträger. Und da muss man ja nicht mal, das lockt ja niemanden mehr von uns hinterm Ofen hervor. Man muss ja nicht die tausenden Geschichten von Menschen, die mal eben von Dresden nach Leipzig fahren wollten und dann zwei Stunden in der Brandenburger Landschaft standen. Oder die Geschichten von Menschen, die am Berliner Hauptbahnhof gestrandet sind und nicht wussten, welcher der Ersatzzüge jetzt wohin fährt und ob überhaupt. Die sind ja inzwischen so normal geworden, dass sie niemanden von uns mehr wirklich überraschen. Aber wenn man auf die Stellwerke schaut, da sieht man noch mal, wie groß die Unterschiede, auch wenn es auch im Bereich Straße Verkehrsinfrastrukturstau gibt, wie groß die Unterschiede zwischen Schiene und Straße sind. Wir haben in Deutschland Stellwerke im Bereich der deutschen Schieneninfrastruktur. Da haben Sie Mitarbeiter sitzen, deren Kernkompetenz ist es, über 100 Jahre alte Technik am Laufen zu halten. Und das kriegen die auch hin. Aber was selbst die nicht mehr verstehen, ist, dass wir da Stellwerke haben im 21. Jahrhundert in Deutschland, wo im Winter kein Wasser fließt, wo das Dixi vor der Tür steht, weil die Toilette nicht spülbar ist und wo das Wasser mit Flaschen angekarrt wird. Das sind die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn in den ältesten Stellwerken. Und das wird Ihnen an keiner Tank- und Raststätte an deutschen Autobahnen begegnen. Und das wird Ihnen auch an keinem einzigen Betriebshof der Autobahn GmbH begegnen. Und daran sehen Sie auch, wie viel größer nochmal der Investitionsstaubereich Schiene im Vergleich zur Straße ist. Und deswegen, und jetzt kommen wir nochmal zu den Realitäten, weil, Florian Osner und liebe Unionsfraktion, beim Spagat ist es ja auch immer notwendig, dass Sie sich komplett neue Realitäten erschaffen, von Debatte zu Debatte hier. Und deswegen nochmal kurz zu den Fakten, weil Sie haben kein Recht auf eigene Fakten. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Investitionen im Verkehrsträgerschiene 2020, das war das letzte komplette GroKo-Jahr, 2023 als jetzt vergangenes Haushaltsjahr und 2024 als das jetzt beginnende Haushaltsjahr. Im Bereich Bundesschienenwege 2020 6,6 Milliarden, 2023 8,9 Milliarden, auch dank der 1,5 Milliarden, die wir im Koalitionsausschuss obendrauf gepackt haben. Und selbst das verdoppeln wir jetzt nochmal, ja, auch dank der Eigenkapitalerhöhung auf 16,3 Milliarden. Ein unglaublicher Sprung nach oben, damit die Korridorsanierung nach der Fußball-Europameisterschaft auch richtig gut starten kann. Und das ist nicht nur das Einlösen des Versprechens, dass wir den Verkehrsinfrastrukturstau im Bereich Schiene endlich auflösen, sondern das ist auch das Einlösen des Versprechens aus dem Koalitionsvertrag, wir investieren erheblich mehr in die Schiene als in die Straße. Und ja, weil uns das als Koalitionsberichterstattern auch in den vergangenen Verfahren so unglaublich wichtig war, wir möchten nicht, dass die Wasserstraße hinten runterfällt. Sie erinnern sich, wie wir, Metin Haquerdi, Frank Schäffler und ich, uns auch letztes Jahr eingesetzt haben für eine auskömmliche Finanzierung der Wasserstraße. Und deswegen auch hier nochmal der Vergleich 2020, 2023, 2024. Wenn wir uns da anschauen, das letzte komplette GroKo-Jahr, 840 Millionen, 2023 eine Milliarde, auch dank des Einsatzes des Parlaments, und 2024 jetzt 1,4 Milliarden für den Erhalt, für den Aus- und Neubau und für sonstige Investitionen. Meine Damen und Herren, überall geht es nach oben, insbesondere im Bereich Schienen- und Wasserstraße. Und das ist notwendig in diesen Zeiten, weil da geht es um den Substanzerhalt in diesem Land. Und am Ende nützt es vor allen Dingen den Menschen und den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Meine Damen und Herren, an der Stelle muss man aber auch nochmal kritische Worte zur Regierung verlieren. Wir hatten, ja, ein sehr kompliziertes Haushaltsverfahren, wo die Regierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nochmal in ein eigenes, zusätzliches Verfahren gegangen ist und unter anderem mit diesem Verfahren vorgeschlagen hatte, die Fahrradparkhäuser aus dem Bundeshaushalt zu streichen. Fahrradparkhäuser, die der Bundeshaushaltsausschuss schon öffentlich kommuniziert hatte und beschlossen hatte. Und an der Stelle das Vertrauen in die Zuverlässigkeit dessen, was ein Bundeshaushaltsausschuss beschließt, derart zu erodieren, Kommunen im ganzen Land nochmal zu verunsichern über eigentlich zugesagte Mittel, das geht nicht, liebe Regierung. Und deswegen war es das einzig Richtige und Gute und extrem wichtig, dass Sie die Sprecherinnen der AG Haushalt, der Koalitionsfraktionen, das zurückgenommen haben und die Fahrradparkhäuser tatsächlich so gebaut und so finanziert werden können, wie der Bund, wie das Parlament es zugesagt haben. Meine Damen und Herren, das ist auch eine Frage des Respekts zwischen Regierung und Parlament. Und es ist am Ende auch eine Frage des Respekts vor der Gewaltenteilung in dieser Demokratie. Meine Damen und Herren, liebe Union, Sie müssen diesem Haushalt nicht zustimmen und Sie werden diesem Haushalt auch nicht zustimmen. Aber Sie werden in einer ruhigen Minute zugeben müssen, dass das, was wir hier beschließen, unglaublich wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, dass auch zukünftige Regierungen davon profitieren werden, dass dieser Investitionsstau endlich angegangen wird. Ein Investitionsstau, der sich unter Ihre Regierung in Jahrzehnten angehäuft hat. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Felix Schreiner für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn da gerade das Wort, wenn da gerade von Demut die Rede war, also angesichts Ihrer Erfolge vor dem Bundesverfassungsgericht, würde ich mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Alle Redner, die Sie hier vorne hingeschickt haben, haben alles bewiesen, aber keine Demut. Und wenn man die Reden der letzten Wochen seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ja hört, könnte man ja meinen, dieses Land hat ein Einnahmeproblem. Fakt ist, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, aber was wir eben vorfinden, sie ist eine maßlose Ausgabenpolitik ohne Prioritätensetzung. Und das ist doch das Problem. Statt in die Mobilität der Zukunft zu investieren, statt in unsere Infrastruktur zu investieren, herrscht auch hier Chaos, um den Koalitionsfrieden zu sichern, sofern man da überhaupt noch von Frieden sprechen kann. Packt jeder irgendwas raus, bedient sein eigenes Klientel. Aber die bittere Realität in diesem Land ist doch, dass die Ampelkoalition alle Bereiche des Lebens teurer macht. Und bei der Mobilität wird es eben ganz besonders deutlich. Unsere Wirtschaft, unsere Verbraucher benötigen klare Rahmenbedingungen. Aber die Erhöhung der Lkw-Maut und die Erhöhung der Luftverkehrssteuer sind doch zwei Beispiele, die alles teurer machen. Das haben Sie mit Ihrem Haushalt in Wahrheit heute wieder einmal präsentiert. Fakt ist auch, dass die Investitionen im Verkehrsbereich zum dritten Mal in Folge real sinken werden. Wir haben es im parlamentarischen Verfahren immer darauf hingewiesen. Wir haben es mit massiven Kostensteigerungen beim Bau, bei den Rohstoffen, aber auch beim Personal zu tun. Sie haben nichts davon im Haushalt abgebildet. Und zuletzt wurde es doch deutlich beim Bericht des Bundesrechnungshofs. Der Rechnungshof geht davon aus, dass Ihr eigener Zeitplan beim Brückenmodernisierungsprogramm nicht eingehalten werden kann. Sie haben es schwarz auf weiß hingeschrieben bekommen, weil Sie eben nicht im Personal und auch in die Sachen zweckgebundene Haushaltsmittel wurde es eben kritisiert. Herr Wissing, wir fragen uns, wann liefern Sie endlich Nachweise für Ihre Versprechungen? Sie versprechen viel, aber Sie liefern nichts. Und das auch noch schon seit so vielen Jahren, die Sie jetzt an der Regierung sind, meine Damen und Herren. Und bei der Lkw-Mauterhöhung wird das ganz besonders deutlich. Sie haben versprochen, dass die Mautmehreinnahmen für die Verkehrsinvestitionen genutzt werden. Sie haben auch hier Ihr Wort gebrochen. Vier Milliarden Euro für Sickern für Wohlfühlprojekte im allgemeinen Haushalt, statt sie zweckgebunden in den Ausbau, in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren. Sie haben in unserem Land, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, wo die Unternehmen im globalen Wettbewerb stehen, ja, ich sage das so deutlich, die Erhöhung der Lkw-Maut und die Verschiebung von vier Milliarden Euro in den allgemeinen Haushalt. Es ist eine Frechheit gegenüber den Verbrauchern. Es ist eine Frechheit gegenüber den Betrieben in unserem Land, die Ihre Zeche am Ende zahlen müssen, meine Damen und Herren. Und auch beim Klimaschutz, Sie blasen die Backen auf, Sie reißen jedes Jahr die Klimaschutzziele. Mit Ihrer Politik wird das Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 nicht erreicht werden. Der flächende Ausbau der Ladeinfrastruktur stockt das angekündigte schnellere Ende der E-Auto-Prämien. Zu was hat es geführt? Zu einer Verunsicherung in der kompletten Branche bei den Kunden. Und die Beschlüsse des Mobilitätsgipfels sind reine Makulatur. Sie stehen nämlich überhaupt nicht in diesem Haushalt drin. Sie haben es nicht untermauert. Nein, meine Damen und Herren, Ihre Politik ist nicht für alle da. Eine Mobilität für Stadt und Land, verlässlich, sicher, aber auch bezahlbar, das sieht anders aus. Herzlichen Dank. Für die Bundesregierung erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Volker Bissing. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 30. Januar erinnert an einen der schwärzesten Tage in unserer Geschichte. Es wurde hier schon angesprochen, heute jährt sich die Machtergreifung der Nationalsozialisten zum 91. Mal. Wir machen die vielen Menschen Mut, die in diesen Tagen in ganz Deutschland ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus und für Rechtsstaatlichkeit. Die klar machen, wir dulden keine Faschisten in unserem Land. Wir sind Demokraten und verteidigen unsere Demokratie. Und unsere Demokratie ist keine Staatsform der einfachen Antworten. Demokratie bedeutet Arbeit, Auseinandersetzung. Und sie bedeutet Respekt. Respekt auch vor anderen Meinungen. Und deshalb muss Demokratie bei entscheidenden Fragen auch immer Kompromiss und Einigung bedeuten. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, angesichts der Herausforderungen zum Haushalt 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen gemeinsam einen guten Haushalt aufzustellen. Mit diesem Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir unserer Verantwortung für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land nach. Die entscheidende Botschaft des Haushalts lautet, wir bringen Deutschland weiter voran. Für mein Ministerium bedeutet das, wir sorgen für Fortschritt bei Verkehr, Mobilität und Digitalisierung. So werden wir etwa weiterhin massiv in die Verkehrsträger, Schiene, Straße und Wasserstraße investieren. Unser Schwerpunkt liegt auf der Schiene. Hier werden wir das Investitionsvolumen sogar erneut steigern. Deutlich steigern. Bis 2027 stehen für die Schiene im Einzelplan 12 rund 11,5 Milliarden Euro mehr bereit als bisher. Und zusätzlich werden 20 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert bis 2029 im Rahmen einer Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn. Und künftig wird der Bund die Mittelverwendung besser steuern. Die Gründung der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo zum Jahresbeginn, sie war ein wichtiger Schritt. Und sie kam, wie versprochen, pünktlich. Und weitere Schritte werden jetzt der Infraplan sein, der in diesem Jahr noch aufgelegt wird, mit dem wir ganz klar sagen, welche Vorhaben wir in welcher Reihenfolge umsetzen werden. Priorität hat für uns die Sanierung des Netzes. Bahnfahren muss zuverlässiger, pünktlicher und besser werden. Und ich will das an dieser Stelle sagen, weil ich vorhin die Debatte verfolge und höre, also wir hätten jetzt in den letzten Jahren mehr Verspätung gehabt. Das weiß nun wirklich jeder in Deutschland. Die Verspätung der Bahn von heute geht auf die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte zurück. Und da muss sich keiner rausreden. Und wir haben in den letzten zwei Jahren keinen Beitrag für die Verspätung geleistet, sondern für die Lösung dieses Problems, in dem wir sehr sorgfältig einen Plan erarbeitet haben, wie wir das angehen mit der Hochleistungskorridorsanierung. Ein völlig neues Konzept werden wir unser Kernnetz in Ordnung bringen. Deutschland wird wieder eine pünktliche deutsche Bahn bekommen. Und neben der Schiene haben wir natürlich auch die anderen Verkehrsträger im Blick, weil sie ebenso wichtig sind. Auch hier müssen wir dringend weiter sanieren und modernisieren. Und unser Brückenmodernisierungsprogramm, das wird wie geplant umgesetzt. Und die Widersprüche zwischen dem Bericht des Bundesrechnungshofs und unserem Programm haben wir, glaube ich, im Haushaltsausschuss ausführlich erörtert. Und das wissen Sie auch. Das Programm wird sorgfältig umgesetzt. Und das läuft alles nach Plan. Mit der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung haben wir die Dinge beschleunigt. Wir sorgen für weniger Bürokratie, mehr Fortschritt. Und der Fokus liegt eben auch darauf, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Mit dem Breitbandausbau kommen wir in Deutschland weiterhin sehr gut voran. Wir sind auf der Überholspur, was digitale Infrastruktur angeht. Herr Kollege Minister, möchten Sie eine Zwischentfrage aus der Unionsfraktion zulassen? Bitte schön. Herr Minister Wisting, danke für das Zulassen der Zwischenbemerkung. Sie hatten in Ihrer Rede gerade schon angemerkt, dass der Fokus auf der Schiene liegt. Wir merken vor allem, dass der Fokus wahrlich nicht im Bereich der Digitalisierung liegt. Ich habe Ihre Kollegin Geiwitz und Sie zum Ende Dezember gefragt, welche 28 Termine konkret mit Bezug im Bereich Smart Cities oder Regions Sie im Jahr 2023 wahrgenommen haben. Weil Sie hatten das bei der Smart Country Convention im Jahr 2022 noch extra herausgehoben. Und während Ihre Kollegin wenigstens noch vier Termine im Jahr 2023 wahrgenommen hat, gut, nicht mal eine Handvoll, hat mir Ihr Staatssekretär, der Herr Luxitsch, folgende Antwort geliefert. Und zwar diese Frage, also welche 28 Termine konkret mit Bezug zu Smart Cities oder Regions, hat der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, seit dem 1. Januar 2023 wahrgenommen. Diese Frage beantworte ich wie folgt, keine. Sie haben im Jahr 2023 keinen einzigen Termin zu dem Thema Smart City und Smart Regions wahrgenommen. Und ich muss sagen, Sie vernachlässigen dieses Thema sträflich. Und Sie haben keinerlei Fokus auf den Bereich der Digitalisierung. Und das ist einfach ungenügend, Herr Minister. Herr Kollege, wenn das, was Sie hier zum Ausdruck bringen, ernsthaft das Konzept der christlich-demokratischen Union zur Förderung der Digitalisierung in Deutschland ist, dann wundert niemand mehr, weshalb wir das Land in einem schwierigen Zustand übernommen haben, als wir die Bundesregierung 2021 gestartet haben. Wir machen ganz andere Dinge. Wir bringen international beispielsweise, ich bin noch nicht fertig mit meiner Antwort, Herr Kollege, wir machen ganz andere Dinge. Wir bringen beispielsweise Digitalisierung voran mit unserer Digitalstrategie, Digitalstrategie, indem wir dafür sorgen, Datenverfügbarkeit nach vorne zu bringen, indem wir Standardisierung und Interoperabilität nach vorne bringen, indem wir die digitale Infrastruktur ausbauen. Wir haben inzwischen in Deutschland ein Funkloch nach dem anderen, das sich schließt. Wir haben nahezu 90 Prozent Versorgung mit 5G, 97 Prozent Versorgung mit 4G. Deutschland wird inzwischen international gefragt, wie habt ihr es geschafft, bei der digitalen Infrastruktur so schnell aufzuholen. Wir sind international dabei, wenn es darum geht, beispielsweise im Rahmen von G7 den Code of Conduct zu erarbeiten, um KI international so abgestimmt zu regulieren, dass man sagen kann, Deutschland ist im Lied. Und diese Innovationskraft, die unser Land hat, auch jetzt gerade im Bereich künstlicher Intelligenz, die nutzen wir. Und sehen Sie, das ist das, was wir machen. Und Sie beschäftigen sich mit irgendwelchen Terminen. Herr Kollege, es muss jedem klar sein, mit Ihrem Konzept werden wir in den letzten beiden Jahren nicht so vorangekommen, wie uns das gelungen ist. Aber ich danke Ihnen sehr für die Frage. Ich glaube, die Unterschiede zwischen Ihrem Konzept und dem, was wir als Bundesregierung umsetzen, sind hinreichend deutlich geworden. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Einzelplan 12 ermöglichen wir Fortschritt. Fortschritt bei der Digitalisierung. Ich konnte eben noch etwas ausführlicher darüber sprechen. Fortschritt bei der Mobilität. Deutschland ist wieder auf der Überholspur. Und so soll es bleiben. Dieser 1,12 ist ein Grund für Zuversicht. Er zeigt auch unsere Demokratie. Sie funktioniert. Auch in schwierigen Zeiten. Vielen Dank. Markus Bühl spricht für die AfD. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits in den 90er Jahren haben die Grünen von den 5 Mark pro Liter Benzin geträumt. Nachdem diese Marke in Zeiten höchster Inflation fast erreicht wurde, legen Sie mit ihrer sogenannten CO2-Bepreisung in diesem Jahr nach, um die Spritpreise weiter mutwillig nach oben zu treiben. Die Lkw-Maut, für die wir alle an der Supermarktkasse mitbezahlen, haben Sie schon zum 1. Dezember massiv angehoben. Für 2024 rechnen Sie sich alleine dadurch Mehreinnahmen von 7,1 Milliarden Euro aus. Diese indirekte Steuererhöhung belastet eine vierköpfige Familie mit bis zu 370 Euro Mehrkosten pro Jahr. Sie nennen das Klimatransformation. Ihre Klimatransformation transferiert auf jeden Fall eines, das Geld aus den Taschen der Bürger in die Einnahmentöpfe der Ampel. Ihr grüner Transformationstraum ist ein Albtraum für die Bürger in diesem Land. Gleichzeitig zur Mauterhöhung im Dezember heben Sie die Zweckbindung der Mauteinnahmen für Autobahnen und Bundesstraßen auf. Gleichzeitig sehen Sie weniger Investitionen beim Hauptverkehrsträger Straße vor und sogar 30 Prozent weniger bei der digitalen Infrastruktur. Und während unsere Infrastruktur seit Jahrzehnten auf Verschleiß fährt, kümmert sich die Ampel verzückt mit deutschem Steuergeld um Infrastrukturprojekte in aller Welt. Es ist dann Absurdität nicht mehr zu überbieten. Am Beginn Ihrer Amtszeit, Herr Minister, sprachen Sie über die Notwendigkeit, die Deutsche Bahn grundlegend umzustrukturieren. Geschehen ist bisher nichts. Mehr Güter auf die Schiene zu bringen, wäre ein wichtiger Punkt zur Entlastung unserer Straßen. Aber nicht verausgabte 1,5 Milliarden Euro im Schienenverkehr zeigen deutlich, dass Investitionen auf dem Papier, die nicht realisiert werden, reine Augenwischerei sind. Es ist der politische Wille dieser Koalition, Autofahren zu verteuern und eine ideologische Verkehrswende zu betreiben, sei es durch die CO2-Bepreisung, hohe Energiesteuern oder ihrem politisch angeordneten E-Mobilitätswahn. Sie gefährden damit die Mobilität von Millionen von Menschen und zwingen unsere Automobilwirtschaft in ein planwirtschaftliches Korsett. Bringen Sie endlich unsere Infrastruktur nach vorne. Straßen sind dabei vorrangig zu behandeln. Technologieoffenheit bei den Antrieben und individuelle Mobilität zu finanzierbaren Preisen durch dauerhafte Absenkung von Steuern und Abgaben. Ihrem Hausverhalt können wir in dieser Form natürlich nicht zustimmen. Danke. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Isabel Kadematori das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass wir das Urteil des Verfassungsgerichts natürlich sehr ernst nehmen und danach auch unsere Haushaltspolitik ausrichten. Dennoch halte ich es in Teilen für falsch. Denn wenn es eine Notlage gibt, die man planvoll und langfristig über Jahre hinweg angehen muss, wenn es eine Herausforderung in der Politik gibt, die nicht behindert werden darf, dann doch wohl der Erhalt unserer Lebensgrundlagen durch den Kampf gegen den Klimawandel. Und die Modernisierung unserer Infrastruktur ist Teil dieses Kampfes und nun deutlich erschwert. Und ich möchte dann bei der Gelegenheit auch sagen, Herr Schreiner, Sie haben hier Ihre Rede damit begonnen, von uns Demut zu führen, um dann im weiteren Fortverlauf jegliche Selbstkritik vermissen zu lassen für Ihre Verantwortung und die Verantwortung der CDU-CSU für die Infrastrukturversäumnisse der letzten Jahrzehnte. Und jedes Kind, wirklich, jedes Kind versteht, dass marode Brücken und Schienen sich nicht in den letzten zwei Jahren angesammelt haben, sondern über Jahrzehnte. Vielleicht wären wir schon weiter, wenn aus Ihrer Fraktion weniger Zwischenfragen und dafür mehr Anträge zum Haushalt gekommen wären. Also angesichts dieser schwierigen Bedingungen ist der Verkehrsaushalt wirklich gut geworden. Die Investitionen bleiben hoch. Wir investieren im Verkehrsbereich über 20 Milliarden. Das sind gut drei Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Eine Milliarde zusätzlich in den Investitionshaushalt der Bahn, die wir auch noch stärken durch eine Eigenkapitalerhöhung von über vier Milliarden. Die Korridorsanierung zwischen Mannheim und Frankfurt ist damit gesichert. Und die große Sanierung der Schieneninfrastruktur, gepaart mit der Strukturreform der Bahn, kann damit beginnen und erfolgreich fortgeführt werden. Um es ganz klar zu sagen, die Schiene ist der Verkehrsträger, der die meisten Mittel bekommt. Und damit füllen wir auch unser Versprechen, was wir im Koalitionsvertrag gegeben haben, die Verkehrswende einzuleiten und die Prioritäten neu zu setzen. Am Ende zählt aber, dass die Bürgerinnen und Bürger spürbare Verbesserungen in der Qualität und Pünktlichkeit der Bahn auch tatsächlich spüren. Und gerade weil die Politik beispiellos viel investiert, ist es wichtig, dass sämtliche Verantwortungsträger im staatseigenen Konzern Bahn sich auch so verhalten, dass wir gemeinsam das Vertrauen in die Schiene stärken und nicht schwächen. Dafür braucht es mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sowie Steuerung und Kontrolle durch die Politik. Meine Fraktion und ich ganz persönlich werden hier weiterhin genau hinschauen und, wenn notwendig, auch weiterhin klare Worte finden. Wir haben auch viele weitere Programme zur Modernisierung unserer Mobilität erhalten können, wie den Ausbau der Ladeinfrastruktur, das Fahrrad-, Parkhausprogramm und das klimaneutrale Schiff. Danke dafür auch an die Mitglieder des Haushaltsausschusses, dass sie erfolgreich das durchgesetzt haben. Wir haben aber auch ein paar schmerzhafte Einsparungen. Ja, da können wir erst mal klatschen, jetzt kommen wir zu den Einsparungen. Die Folge dieses Gerichtsurteils sind. Das trifft vor allem den Güterverkehr auf der Schiene, aber auch auf der Straße. Nicht erfolgreich waren wir dabei, die Förderprogramme für alternative Antrübe von Bussen und LKWs aufzustocken. Wir haben hier noch eine Aufgabe vor uns. Wir wollen den Straßengüterverkehr dabei unterstützen, klimaneutral zu werden. Denn das ist der größte Hebel, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu erreichen. Als Sozialdemokraten haben wir uns in der Vergangenheit für bessere Arbeitsbedingungen und Förderung der Logistik eingesetzt. Schließlich sind das die Menschen, die unsere Produkte tatsächlich zu uns in die Städte und Gemeinden fahren. Deshalb bin ich auch ganz persönlich enttäuscht, dass wir die Bedeutung, die diese Branche für uns hat, nicht angemessen im Haushalt haben, abbilden können. Wir werden weiter daran bleiben und dafür kämpfen, die Logistikunternehmen, die für Innovationen offen sind und für gute Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen, bei der Transformation zu unterstützen. Eine funktionierende Infrastruktur steht auch sinnbildlich für einen funktionierenden Staat und für die Leistungsfähigkeit der Demokratie als Startform. Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende. Und da heute unsere fünf Wirtschaftsweisen trotz unterschiedlich politisch-ökonomischer Grundhaltung einen Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse vorgelegt haben, dürfen sich kluge Demokraten dieser Diskussion nicht verweigern. Eine erfolgreiche Verkehrswende zumindest hängt davon ab, dass wir hier auch zusammenkommen. Frau Kollegin. Die nächste Rednerin ist Niki Slavik für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einmal zum Beginn dieser Rede den Blick darauf werfen, was wir schon geschafft haben in zwei Jahren dieser Koalition. Wir haben im Verkehrssektor, der seit Jahren nicht so gut performt, was den Klimaschutz angeht, ein deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket eingeführt. Das Deutschland-Ticket, das den ÖPNV und den Verkehrssektor revolutioniert hat. Und es ist eine große Errungenschaft dieses Haushalts, dass wir jetzt gerade gemeinsam mit den Bundesländern auch die Einigung hinbekommen haben. Preisstabilität. Das Deutschland-Ticket wird in diesem Jahr nicht teurer werden. Es bleibt bei 49 Euro für 11 Millionen Menschen in diesem Land, die gesagt haben, sie können sich kein teureres Ticket aktuell leisten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, nicht nur klimapolitisch, sondern auch sozialpolitisch. Und natürlich ist das noch nicht das Ende unserer Reise. Wir haben natürlich noch viel mehr erreicht. Wir haben das Deutschland-Ticket gerade erweitert. Der Beschluss ist auch erst ein paar Wochen alt. Es gibt bald ein Deutschland-Ticket für die Studierenden, für 29,40 Euro, die dann deutschlandweit Mobilität genießen können. Es gibt drei Millionen Studierende, die davon potenziell profitieren werden. Das wird auch mehr AbonnentInnen für den ÖPNV generieren. Und die Studierenden, die in den letzten Jahren viele Einschnitte haben, hinnehmen müssen. Auch für die ein ganz, ganz großer Erfolg. Weil ich gerade über den ÖPNV rede, es wird viel gestreikt dieser Tage in Deutschland. Gerade bei der Bahn haben viele PendlerInnen Einschnitte erlebt. Es sind neue Streiks angekündigt im Nahverkehr. Leute in Berlin, in Köln werden demnächst von Streiks betroffen sein. Und das ist natürlich für uns auch ein Weckruf, dass wir ganz genau schauen müssen, was passiert bei der Bahn, was passiert beim ÖPNV. Und deswegen ist es genau auch das richtige Signal, dass es keine Kürzung in 2024 bei den Regionalisierungsmitteln gibt, also bei den ÖPNV-Mitteln, was mal diskutiert wurde. Und natürlich wird diese Bundesregierung auch weiter darüber reden müssen, wie können wir die Menschen, die die zentrale Säule für die Verkehrswende sind, die Beschäftigten bei der Bahn im ÖPNV, wie können wir die unterstützen, attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und auch da die Verkehrswende weiter unterstützen. Aber natürlich ist in diesem Haushalt, es gibt 60 Milliarden an Einsparungen, weil eine Fraktion aus diesem Haus geklagt hat, gegen den Klima- und Transformationsfonds, 60 Milliarden, die wir einsparen müssen. Und das sind auch bittere Einschnitte bei der Schienensanierung, beim Radwegeausbau. Also nicht alles ist perfekt in diesem Haushalt und deswegen werden wir uns auch zukünftig darüber unterhalten müssen, wie wir neue Investitionsmittel generieren können, wie wir bei Klimaschutzausgaben im Verkehr noch besser werden können. Mit dem Deutschland-Ticket haben wir eine gute Maßnahme, eine sehr, sehr gute Maßnahme, die von 11 Millionen Menschen genutzt wird, auf den Weg gebracht. Frau Kollegin, Sie kommen am Ende, bitte. Und ich glaube, da wird noch sehr viel Besseres kommen. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion ist jetzt Nico Lange der nächste Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns eines gezeigt, liebe Kollegen. Das Verfassungsgericht ist ein Garant für den Rechtsstaat und das Stoppzeichen für einen verfassungswidrigen Haushalt. Und darüber sollte man nicht klagen, sondern sich Gedanken machen, was falsch läuft. Und zum Parlamentsverdruss und Demokratieverdruss, Herr Kollege Hackverdi, tragen solche Reden wie die von Ihnen bei, denn sie sind ein Offenbarungseid. Die SPD war von 16 Jahren zwölf dabei. Und wenn man dann nichts mehr zu tun hat, als nur mit dem Finger zu zeigen, dann ist das zu wenig. Denn der Investitionshochlauf begann mit Peter Ramsauer, IBP I, IBP II. Dann kam Alexander Dobrindt, ZIPP. Dann kam Luf I, II, III für die Schiene. Liebe Kollegen, früher aus dem Haushaltsausschuss, Sie wissen ganz genau, was wir die letzten Jahre im Verkehrshaushalt auch geleistet haben. Und wenn dann der Kollege der FDP in ihrer eigenen Koalition sagt, wir brauchen ÖPP, dann unterstreichen Sie nur eins. Aus dem Verfassungsgerichtsurteil haben Sie nichts gelernt. Sie suchen weiter jeder in seinem Quadrat das Geld für seine Maßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommen wir mal zu den einzelnen Punkten des Haushaltes. Nein. Dann kommen wir zu den einzelnen Punkten des Haushaltes. Schienenpolitik entgleist, Herr Bundesminister. Sie sind nicht mehr als der Schoßhund des DB-Vorstandes Lutz und Huber. Das haben Sie auch in dem Interview bei der FAZ jetzt deutlich gemacht. Denn Sie haben weiter die Boni gezahlt. Sie haben bei der InfraGo letztlich etwas geschaffen, ohne parlamentarische Kontrolle. Und ohne Kontrolle durch all die, die hier mit den Eigentümern vertreten. Ein reines Internum, ein reines Feigenblatt der DB auf den Leim gegangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eine Bahnreform 2.0, wir haben die Vorschläge gemacht, schaut anders aus. Das Bundesschienenwegeausbaugesetz, das sagen Sie so schön, haben Sie durchs Kabinett gebracht. Aber hier, eins, zwei, drei, haben Sie es nicht durchs Parlament gebracht. Das ist doch das wichtigste Gesetz neben der InfraGo. Was heißt das? Hier stimmt was nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt die Eigenkapitalerhöhung. Nachdem Sie kein Bundesschienenwegeausbaugesetz zustande gebracht haben, sind Sie einfach dazu übergegangen, bei der DB das Eigenkapital zu erhöhen. Das kennen wir, weil damit verliert man nämlich dann den Zugriff auf die einzelnen Maßnahmen. Schienenpolitik, aktive, innovative Schienenpolitik, heißt nicht Kapitalerhöhung. Kapitalerhöhung sind keine Investitionen. Kapitalerhöhung, Herr Minister, so wie Sie es gemacht haben, ist Hilflosigkeit und Verzerrung des Wettbewerbs auf der Schiene. Und dann kommt noch das Märchen der Generalsanierung. Ohne Brücken, ohne Tunnel, ohne Lärmschutz, ohne Stützmauern. Was sanieren Sie? Den Fahrdraht und ein bisschen Weiche. Das ist so, wie wenn Sie ein Haus, das schimmelt von außen, anstreichen und sagen, es ist neu. Das funktioniert nicht. Generalsanierung ist was anderes. Sie täuschen die Menschen bewusst und führen damit zu neuen Enttäuschungen im Schienenverkehr. Die Straße steht bei Ihnen auf der Standspur. Von wegen FDP, Verkehrsträger Nummer eins, Straße. Doppelbelastung bei der Lkw-Maut. Wir waren mal Logistikweltmeister. Wir stellen uns jetzt bald so an wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Es geht immer wieder weiter runter. Herr Kollege Wissing, wir hatten einen Finanzierungskreislaufstraße mit der FDP zusammen aufgesetzt in der schwarz-gelben Regierungskoalition. Nein, ich lasse keine Zwischenfragen zu. Ich lasse keine Zwischenfragen zu. Einen Finanzierungskreislaufstraße, den haben Sie jetzt zerstört. Und ÖPP wollen Sie ebenfalls nicht. So funktioniert es nicht. Luftverkehr. Auch hier Irrläufe auf dem Radar. Luftfahrt und Flüge nur noch für die Besserverdiener der FDP, weil man sich Fliegen nicht mehr leisten kann. FDP heißt neuerdings Malle nur für Reiche, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird an der Zeit, dass Sie Ihre Ampel abschalten, die Kreuzung räumen. Dann gibt es in Deutschland wieder freie Fahrt für freie Bürger. Dankeschön. So, ich habe zwei Bitten um Kurzinterventionen, die ich an dieser Stelle beide zulasse. Zunächst Herr Schäffler und dann Herr Hackberdi. Und ich würde Sie beide zulassen. Dann hätten Sie, wenn Sie mögen, Herr Lange, etwas bald längere Zeit auch zum Antworten. Herr Kollege Lange, Sie haben ja das Thema Maut angesprochen. Ich will auch das Thema Maut ansprechen. Wir haben ja knappe Haushaltsfinanzen, wie Sie wissen. Und in Ihrer Regierungszeit hat es dazu geführt, dass wir die Scheuermaut heute im Haushalt mit 310 Millionen Euro über den Steuerzahler bezahlen müssen. Was sagen Sie eigentlich dazu? Also Sie haben doch dazu beigetragen, dass die finanzielle Situation hier in diesem Haushalt auch schlecht ist, weil Sie im Kern falsch agiert haben in Ihrer Zeit. Und der deutsche Steuerzahler heute mit 310 Millionen Euro zur Kasse gebeten wird. Was sagen Sie eigentlich dazu? Herr Hackberdi. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ja, eine große Oppositionsfraktion, die keine Anträge im Haushaltsausschuss stellt und keine Zwischenfragen in der Debatte loslässt. Bestenfalls schlechter Stil, wahrscheinlich politische Hilflosigkeit. Ich will nichts, oh, kein Antrag. Sie schulden der Bevölkerung die Antwort, was Sie anders machen würden. Sie schulden dem Land das Signal. Sie schulden es der Bahnindustrie. Sie unterschulden es den Unternehmerinnen und Unternehmer, die investieren wollen, was Sie denn machen würden. Und ich mache es konkreter, ja. Der Kollege Lange ist jetzt nicht Mitglied im Haushaltsausschuss, das will ich ihm jetzt nicht schlecht auslegen. Aber dann fragen Sie Ihre Kollegen nochmal, ja. Sie müssten jetzt eigentlich hier die Hosen runterlassen. Sie müssten sagen, wir nehmen es woanders her und tun es dann dort rein, ja. Dann stellen Sie den Antrag. Wenn Sie Bürgergeld rufen, ja, dann müssen Sie das Deckblatt auf den Tisch legen. In der Bereinigungssitzung, da müssen Sie eine Zahl reinschreiben. Und übrigens Bürgergeld, ja. Wenn Sie die 60 Euro Bürgergeld, Erhöhung, Inflationsbereinigung, mal abgesehen davon, was das für ein Menschenbild ist, um 20 Euro weniger erhöhen werden, wenn Sie bei 1,7 Milliarden. Was machen Sie eigentlich mit den 5,5 Milliarden, die wir jetzt an Eigenkapital erhöhen, für dieses Jahr, für die Bahn? Das reicht sowieso vorne und hinten nicht. Sie schulden den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Schulden Sie eine Antwort, was Sie besser machen würden. Auf geht's. Herr Lange, bitteschön. Keine Sorge von mir, kriegen Sie Antworten. Ich fange von hinten an. Herr Kollege Haquerdi, ich bin zwar nicht Mitglied des Haushaltsausschusses, aber Sie sind scheinbar nicht Mitglied des Verkehrsausschusses. Und deswegen sind Ihnen ja wohl die Vorschläge, insbesondere zur Bahnreform, entgangen. Ich kann Sie Ihnen gerne noch mal zukommen lassen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkehrsausschuss kennen Sie. Der Ausschussvorsitzende weiß, dass wir dazu eine intensive Anhörung durchgeführt haben. Also insofern, an dieser Stelle, glaube ich, war diese Kritik, gerade eben wie vorhin auch, erst informieren und dann wirklich hier die anderen kritisieren. Vorschläge zur Bahnreform sind von unserer Seite in dieser Periode ausführlich gekommen. Wir haben sehr wohl erkannt, dass das System Schiene, so wie es, nein, es ist eben nicht themaverfielend, nein, Sie haben die Möglichkeit, eine echte Bahnreform durchzuführen. Sie müssen nur unserem Antrag zustimmen. Zum Thema Nutzerfinanzierung. Die Nutzerfinanzierung ist etwas, das auch die EU über das Weißbuch uns allen empfohlen hat. Und alle, auch die Kolleginnen und Kollegen der SPD, waren für die Nutzerfinanzierung auf der Straße. Weil wir wissen, dass wir Straße finanziert Straße, lieber Kollege der FDP, so wie wir es damals eingeführt haben, 2009 bis 2013, Straße finanziert Straße, diesen Finanzierungskreislauf gerade eben für die Brücken, gegen die Schlaglöcher, für den Bundesverkehrswegeplan, diese Finanzierung komplett aufstellen wollten. Wir haben deshalb immer gesagt, keine Doppelbelastung. Und das haben auch Sie im Koalitionsvertrag gesagt. Keine Doppelbelastung für unsere Logistik, für unser Transportgewerbe. Daran halten Sie sich nicht. Auch hier nicht mit Finger auf andere zeigen. Dankeschön. Maximilian Funke-Kaiser hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Lange, muss ich schon noch mal darauf eingehen, dass Sie auf die eigentliche Frage des Kollegen Schäfflers jetzt nicht eingegangen sind. Das ist schon bemerkenswert. Und das zeigt nur noch mal, dass es schon sehr interessant ist, dass die Person, die sich persönlich auch immer besonders für die Pkw-Maut ausgesprochen hat, neben Andreas Scheuer, hier etwas demütiger auftreten sollte, insbesondere bei einer Haushaltsdebatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt aber zum Thema. Denn wir bekommen endlich einen Haushalt. Und was mir wichtig ist, wir halten dabei die Schuldenbremse ein und gleichzeitig investieren wir auf Rekordniveau. Trotz aller Herausforderungen ist das ein deutliches Signal, ein Signal in Richtung Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts mussten wir den Haushalt neu verhandeln. Das ist bekannt und das haben wir auch in Rekordzeit hinbekommen. Und da möchte ich an der Stelle auch mal einen besonderen Dank an die Haushaltspolitiker richten. Und was aus digitalpolitischer Brille deutlich gemacht werden muss, der Haushalt 2024, das ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zum einen zu ökonomischer Nachhaltigkeit, aber ebenso auch ein Bekenntnis zu digitalem Fortschritt. Für Digitalisierung haben wir Mittel priorisiert und werden die Bundesrepublik auf allen Ebenen modernisieren. Das BMDV bleibt zentraler Koordinate unserer Modernisierungsagenda, sowohl bei der Bahn als auch, und das ist mir persönlich wichtig bei der so wichtigen digitalen Infrastruktur, bei Glasfaser und bei Mobilfunk. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, leisten wir Rekordinvestitionen in Glasfaser und in den Mobilfunkausbau und starten die Projekte des BMDV großzügig mit Geldmitteln aus. Plus eine Milliarde beim Breitbandausbau, 150 Millionen Euro mehr beim Mobilfunkausbau. In Summe bekommt das BMDV 5 Milliarden Euro mehr für Investitionen. Die vernachlässigte Infrastruktur von Ihnen, die bringen wir jetzt auf Vordermann. So halten wir auch am milliardenschweren Förderprogramm für Glasfaser fest, auf das tausende Kommunen angewiesen sind. Und was mir auch wichtig ist, wir haben endlich ein neues Förderprogramm, wo es endlich Schluss ist mit Windhundprinzip. Der, der am lautesten schreit, der bekommt das Geld, was die CSU eingeführt hat. Die Mittel gehen dahin, wo sie benötigt werden, nämlich zu den förderbedürftigen Kommunen. Das ist Stärkung des ländlichen Raumes, wie es im Buche steht. Und was mir persönlich auch wichtig ist, nach Bayern 590 Millionen Euro. Das heißt, insbesondere von der CSU möchte ich, dass hier ein bisschen weniger die Backen aufgeblasen werden. Und dieses Tun, das zahlt sich auch aus. Bei der 5G-Abdeckung haben wir innerhalb des letzten Jahres von 79 Prozent, sind wir auf 90 Prozent hochgekommen. Giga-Bit-Anschlüsse gibt es mittlerweile bei drei Viertel der Haushalte. Drei von zehn Haushalten haben ein Glasfasernetz bei sich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch wichtig. Denn Wohlstand, der kann nur gesichert werden, wenn wir im weltweiten Vergleich eine moderne Infrastruktur haben. Deswegen priorisiert das BMDV hier richtig, nimmt Geld in die Hand, um unsere Zukunft zu sichern. Herzlichen Dank. Das Wort hat Barbara Bengstein für die AfD. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kollegen! Herr Minister Wissing! Im letzten Jahr, im September, haben wir hier an dieser Stelle erstmals den Einzelplan 12 des BMDV in den Haushaltsberatungen diskutiert. Vier Monate und ein Bundesverfassungsgerichtsurteil später schauen wir also heute erneut auf den Etat, der für Deutschlands Zukunft so wichtig ist. Der Befund ist leider der gleiche wie im letzten Jahr. Sie, werte Kollegen der Ampel, versäumen es, die Digitalisierung der Republik mit Schwung, Verantwortung und natürlich genug Geld anzugehen. Wenn Sie es wirklich ernst meinen mit digitaler Souveränität und damit der Sicherung unseres Wohlstandes, dann sind unter anderem 58 Millionen Euro für innovative Anwendungen im Bereich KI ein Witz. Meinen Sie das ernst, im Angesicht der Milliarden, die große Technologiekonzerne Jahr um Jahr in KI investieren? Appelle der Inhaber der Humboldt-Professuren nach einer Verzehnfachung der Mittel für KI lassen Sie anscheinend kalt. Sehr geehrte Damen und Herren! Nehmen wir doch abschließend das große Ganze in den Blick. Werte Mitglieder der Bundesregierung, streichen Sie doch lieber Ihre Geldverschwendung für kuriose Projekte in anderen Ländern mit Digitalbezug. Zum Beispiel wird der Gesundheitssektor Usbekistans mit gut 53,5 Millionen Euro bezuschusst. Und die digitale Transformation misst Afrikas immerhin auch noch mit gut 16 Millionen Euro. Haben Sie Deutschland in der Digitalisierung schon so fit gemacht, dass Sie nun die digitale Infrastruktur anderer Länder mit aufbauen können? Uns ist jedenfalls entgangen, dass Digitalisierung made in Germany ein Exportschlager wäre. Halten wir fest, Sie interessieren sich nicht für die Analysen von Sachverständigen und Praktikern, wenn es um die notwendige Investition in Digitalisierung und KI geht. Und sehenden Auges lassen Sie es zu, dass andere Länder diesen hochdynamischen Markt besetzen. Uns stellt sich daher die folgende Frage. Wie kann eine einst stolze Nation der Techniker, Unternehmer, Erfinder und Ingenieure die eigene Zukunft so mutwillig verspielen? Die Antwort lautet, weil Sie von der Bundesregierung am falschen Ende sparen und das Geld lieber für teils alberne oder überflüssige Projekte hinauswerfen. Für die digitale Wüste Deutschland stehen Sie voll in der Verantwortung. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Jens Zimmermann hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Odenwaldkreis leben 100.000 Menschen. Das ist da sehr ländlich bei uns, geprägt, wie man sich das vorstellt. Felder, Wälder, kleine Städte. Es ist wirklich schön dort. Ich kann es empfehlen, da auch mal vorbeizukommen. Und ich sage das natürlich, weil das in meinem Wahlkreis liegt. Und will auch nach dieser Rede, die wir da eben wieder hören mussten, sagen, ich mag die Menschen da besonders gern, weil am Samstag standen wir mit 2000 Leuten vor dem wirklich schönen historischen Rathaus in Michelstadt, das schon viel gesehen hat in seiner Geschichte. Und die Menschen dort sind aufgestanden, weil sie sowas wirklich nicht hören wollen, meine Damen und Herren. Und bei uns im Odenwald gibt es viele Baustellen. Und ich kann sagen, da werden jetzt auch noch einige dazukommen. Denn aufgrund der Glasfaserförderung des Bundes werden 100 Millionen Euro dort in den Ausbau fließen. Das ist ein Erfolg dieser Bundesregierung. Und ich bedanke mich im Namen der Bürgerinnen und Bürger dort sehr, sehr herzlich. Es zeigt aber eben auch, wie wichtig es ist, dass wir in die Infrastruktur investieren. Es macht am Ende einen großen Unterschied, gerade für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und auch dafür, dass man eben auch im ländlichen Raum leben und arbeiten kann. Stichwort Homeoffice. Das kennen Sie alle, meine Damen und Herren. Aber das betrifft natürlich nicht nur die Menschen in meinem Wahlkreis, sondern im ganzen Land. Wir haben im letzten Jahr 3,6 Milliarden Euro für die Breitbandförderung ausgegeben. Und in diesem Jahr werden wir nochmal 3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das ist genau die richtige Prioritätensetzung, meine Damen und Herren. Und damit machen wir das Leben der Menschen in unserem Land konkret besser. Es ist vollkommen klar, dieser Haushalt war kein einfacher. Und dennoch ist es ein zukunftsweisender Digitalhaushalt. 6,6 Milliarden Euro für 2023 und 2024 für den Infrastrukturausbau. Das kann sich sehen lassen. Aber wir haben eben nicht einfach nur diese Mittel bereitgestellt, sondern wir haben uns auch das Vergabeverfahren angeschaut. Dass es eben nicht mehr so ist, einfach wer am schnellsten beantragt bekommt das Geld, egal ob es nötig ist oder nicht, sondern wir haben uns ganz genau angeschaut, dass alle Regionen dieses Landes gefördert werden, wo es notwendig ist. Und außerdem haben wir noch für Regionen, die einen besonderen Nachholbedarf haben, es muss natürlich irgendwie Englisch heißen, eine Fastlane, eine Überholspur gebaut, damit wir dort keine langen Antragsverfahren mehr haben, sondern dass es schneller gehen kann. Das hat unter anderem, das darf ich sagen, auch dem Odenwaldkreis an dieser Stelle geholfen. Sie können sich das vorstellen. Aber jetzt schauen wir uns die ganze Sache an, weil ich finde, das Thema Breitbandausbau ist so ein sehr gutes Beispiel für die größere Debatte, die wir auch hier führen. Jetzt kann der Zimmermann hier vorne ja viel erzählen, wie toll das alles ist, aber bei jeder Gelegenheit werden ja irgendwelche Rankings herangezogen. Und es gibt von der Europäischen Union den Digitalisierungsindex, den DESI, und da ist Deutschland mittlerweile auf Platz vier geklettert. Das muss man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Deutschland ist beim Breitbandausbau, beim schnellen Internet dort auf Platz vier geklettert. Und woran liegt das denn, liebe Kolleginnen und Kollegen? Es liegt daran, dass wir seit vielen Jahren kontinuierlich in den Breitbandausbau unseres Landes investieren, weil Glasfaseranschlüsse kann ich mir am Ende nicht herbeisparen. Und deshalb ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel, was zu tun ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Will aber auch sagen, bedanke mich sehr herzlich beim Kollegen Metinag-Gwerdi, dass er auch den Blick in den Haushaltsberatungen und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt ja auch mal, was man im Haushaltsausschuss alles so machen kann, dafür gesorgt hat, dass das Thema Sicherheit und Abhängigkeit von ausländischer IT-Hardware dort noch mal besonders ins Auge genommen wird. Es gibt einen Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses, das bei der Deutschen Bahn eben jetzt genau hingeschaut werden muss. Weil es geht eben nicht alleine nur um das Thema Mobilfunk und chinesische Hardware. Wir haben bei der Bahn ein ähnliches Problem. Und deswegen ist es genau richtig, hier hinzuschauen und zu sagen, hier muss vertrauenswürdige Hardware verbaut werden, damit wir eine sichere Infrastruktur haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit diesem Haushalt übernehmen wir Verantwortung, um die notwendige Modernisierung unseres Landes voranzutreiben. Wir legen die Basis für den Sprung in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts. Wir schaffen Fortschritt, Aufbruch und digitale Souveränität für alle Menschen im schönen Odenwald, aber vor allem in ganz Deutschland. Herzlichen Dank. Da reizt es mich doch zu sagen, das Wort hat der Kollege Stephan Gelper für Bündnis 90 Die Grünen und aus Berlin-Pankow, weil wir jetzt so viel über Odenwald gehört haben. Auch die Provinz ist es wert, besprochen zu werden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zurück zum Verkehrsaushalt, der hinterlässt nämlich gemischte Gefühle. Man muss sagen, wir sind schneller als die Vorgängerregierung beim Klimaschutz und wir müssen trotzdem noch deutlich schneller werden. Weniger Geld nach dem Urteil zum Klimafonds, das ist eine Herausforderung. Positiv möchte ich trotzdem festhalten. Bei der Bahn investieren wir so viel Geld wie noch nie zuvor. Damit tilgen wir allerdings nur die massiven Infrastrukturschulden der Vergangenheit. Das ist für sich gut und richtig. Dazu noch ein Satz. Infrastrukturschulden sind der Schuldenbremse in unserer Verfassung quasi unbekannt, im Gegensatz zu den Schulden auf dem Papier. Das hat die Union jahrelang ausgenutzt, Herr Lange, Herr Schreiner, und Straße wie Schiene brutal auf Verschleiß gefahren. Dieser Schuldenwerk schränkt unseren Handlungsspielraum jetzt enorm ein. Hier ist eine Reform der Schuldenbremse fällig, nötig für mehr Wahrheit und mehr Klarheit. Klar ist, Sanierung genügt nicht. Eine Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene setzt den Ausbau voraus. Neue Gleise, Elektrifizierung, Digitalisierung, moderne Bahnhöfe und Investitionssicherheit, all das braucht die Bahn der Zukunft. Hier müssen wir nachlegen. Freutisch stimmt mich, und da möchte ich explizit auch noch mal Niki Slavik Danke sagen, dass sie das schön herausgearbeitet hat, dass wir dieses 49-Euro-Ticket und weiter das Semesterticket hier in diesem Jahr abgesichert haben. Das ist sehr gut. Die Investitionen für die Ladeinfrastruktur, die setzen wir fort. Die Batteriezellforschung, die geht weiter. Wut so. Im Bereich der Luftfahrt bauen wir klimaschädliche Subventionen erstmals ab. Endlich. Aber im Radverkehr gibt es hingegen schwierige Kürzungen. Im parlamentarischen Verfahren konnte die Finanzierung der bewilligten Fahrradparkhäuser immerhin abgesichert werden. Das Verkehrsministerium hatte hier noch weitergehende Kürzungen vorgeschlagen. Auch bei den Zuschüssen für die Kommunen wird gekürzt, trotz großer Nachfrage und überschaubarer Kosten. In beiden Fällen ist mit dem nächsten Haushalt wieder stärker zu investieren. Denn die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich müssen runter. Schließlich gelten die gesetzlichen Vorgaben beim Klimaschutz auch bei knappen Finanzen. Wir werden daher nun gemeinsam Klimaschutzprojekte, gerade auch kostenneutrale, aufs Gleis setzen müssen. Der Abbau und Umbau klimaschädlicher Subventionen muss daher weitergehen. Der Straßenneubau hat seinen Konsolidierungsbeitrag noch zu leisten. Dieser Haushalt ist daher ein Handlungsauftrag. Wir müssen rasch über Förderprogramme hinauskommen, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit daran. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Ronja Kemmer für die Unionsfraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will schon noch mal festhalten, dass dieses Haushaltsverfahren ja selbst für diese Bundesregierung einzigartig gewesen ist. Und es ist nicht so, wie manch Vorredner hier gesagt hat, irgendwie ein bisschen kompliziert gewesen, sondern es war hochgradig, chaotisch und es war vor allem verfassungsfriedig. Und das dürfen Sie hier wirklich in dieser Debatte schon auch noch mal anerkennen. Was wir tatsächlich aber inzwischen, und das zieht sich dann doch schon durch wie ein roter Faden, erleben müssen, ist, dass Sie hier im dritten Jahr den Bereich Digitales wirklich sehr stiefmütterlich behandeln. Von den 334 Zielen, die Sie sich ja selbst in Ihrer Digitalstrategie gesetzt haben, sind 86 Prozent noch nicht mal umgesetzt oder gar begonnen. Und das ist nicht nur handwerklich, das ist vor allem inhaltlich wirklich eine katastrophale Bilanz. Der von Ihnen so oft beschworene Digitalpakt 2.0 für die Schulen, der ist noch nicht mal in Aussicht. Im Mai laufen die Mittel aus. Eine neue KI-Strategie gibt es auch nicht. Nicht mal ein Update, weil sich Ihre Häuser nicht einigen konnten. Und das so wichtige OZG, das für die digitale Verwaltung ja zentral ist, das Ende 2022 ausgelaufen ist, auch das haben Sie bis heute nicht fortgeführt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ich glaube, Sie haben nicht nur ein Umsetzungs-, Sie haben sogar ein Erkenntnisproblem. Und deswegen mal ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn Sie das nächste Mal Taylor Swift im Radio hören, dann singen Sie doch einfach laut mit. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Vielleicht erlangen Sie dann zumindest mal die Erkenntnis, dass es an Ihnen liegt, warum wir dastehen, wo wir stehen. Und Herr Dr. Wissing, ich sage Ihnen an dieser Stelle auch, um hier mal quasi in diesem Bild zu bleiben, Sie sind leider der Antihero des digitalen Aufbruchs. Und die Frage meines Kollegen Sipelius vorher war deswegen auch absolut berechtigt. Sie sind die Antwort schuldig geblieben. Und die Antwort im Kern sagt eben auch, dass Sie als Regierung diese Themen nicht beherzt angehen und das ist wirklich ein schwerer politischer Fehler. Sie hatten mal ein Digitalbudget versprochen. Das bleibt wahrscheinlich weiterhin dann nur in Ihren Wildestreams, wenn überhaupt noch übrig. Sie kürzen hingegen bei sämtlichen Zukunftstechnologien, sei es beim autonomen Fahren, sei es beim Open RAN oder auch beim Quantencomputing, all das kein Werk eines Masterminds. Und ich habe es eben gesagt, vor allem die Verwaltungsdigitalisierung, sie stockt. Für das OZG hatten Sie eigentlich mal 300 Millionen Euro in diesem Jahr vorgesehen. Jetzt bleibt ein Bruchteil davon übrig. Und damit lassen Sie vor allem die Kommunen, die Länder, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land im Regen stehen. Das kann man Ihnen so nicht durchgehen lassen. Jetzt noch ein paar Worte zum Stichwort Sondervermögen. Herr Kollege, Sie haben es ja beschrieben und angepreist und gesagt, dass hier ganz viel neues Geld entsprechend für die digitale Infrastruktur zur Verfügung stände. Ich sage es Ihnen noch mal, im Prozess war es ein bisschen anders. Sie wollten erst dieses Vermögen auflösen und Teile davon zweckentfremden. Das ist jetzt zum Glück abgewendet worden, aber nichtdestotrotz. Wir reden hier von keinem Cent mehr, neuem Geld zusätzlich, sondern wir reden von den Geldern, die zu unserer Zeit im Sondervermögen damals entsprechend mit aufs Gleis gesetzt worden sind. Und von daher, glaube ich, dürfen Sie die Dinge da schon auch mal ehrlich benennen. Wenn man Ihre Förderpolitik so anschaut, finde ich nicht, dass irgendwie alles so viel einfacher, schneller, besser geworden ist. Wenn man mit den Kommunen spricht, ist genau dieses Scoring-System wirklich das Problem. Es ist mehr Aufwand, es ist mehr Bürokratie. Und deswegen machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben und legen Sie ein bürokratiefreundlicheres Programm an der Stelle auch vor. Zum Schluss muss man, glaube ich, wirklich Fazit ziehen. Sie erreichen nicht nur die selbsterklärten Ziele nicht, Sie gehen sie noch nicht mal wirklich an. Und wenn in diesen Tagen jetzt viele Schülerinnen und Schüler in diesem Land ihre Halbjahreszeugnisse erhalten, muss man ihnen an der Stelle wirklich das Zwischenzeugnis erstellen. Erhebliche Verständnisdefizite im Bereich Digitales, falsche Schwerpunktsetzung und die Versetzung ist akut gefährdet. Das Wort hat Matthias Stein für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache mir in der Tat Sorgen um eine Opposition, die hier wenig konstruktiv ist und im Grunde genommen immer ein Abgesang auf die Ampel, sowohl den roten Teil, den grünen Teil als auch den gelben Teil hier macht. Und ich glaube, Sie haben vergessen, dass Sie auch mal selber in Verantwortung waren. Und der Kollege Lange, den ich jetzt gar nicht mehr sehe, der hat sich nach hinten verkrümelt, da mit der Zwischengespräche führen kann auch gut, hat ja sanft daran erinnert, dass wir auch Gemeinsamkeiten, gute Wege auch auf den Weg gebracht haben. Und ich will ein Beispiel auch erwähnen, meine vorbereitende Rede habe ich mit Hilfe des Bundesamts für Seeschäftsverladung und Hydrographie gemacht. Das ist eine ehemalige Seekarte. Und das sind die Männer und Frauen, die auch dafür sorgen, dass wir sicher durch die Seewege kommen. Die Kartieren, die dafür sorgen, dass wir Offshore-Windparks machen können, die dann auch sicher stehen können. Und da hat der Kollege Hack-Werdi einiges auch geleistet mit seinen Kolleginnen auch von der Ampel auch, dass wir im Haushalt dort sechs Millionen mehr haben für Digitalisierung, damit die moderne Arbeitsplätze haben. Und das sind die Männer und Frauen, die Tag und Nacht dafür sorgen, dass wir gute Verkehrswege haben. Und auch nicht nur die sorgen dafür, sondern auch die Menschen in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sorgen dafür, dass wir an Schleusen vorbeikommen, dass die Baustellen an dieser Stelle laufen. Und denen haben wir Respekt zu zollen. Und wenn ich Herrn Mittelberg heute Vormittag zugehört habe, dann hat die Union so etwas im Köcher, was wir als Sozialdemokraten immer bekämpft haben. Das ist eine pauschale Personalkürzung. Da wird dann geschrien, die Ministerien haben zu viele Mitarbeiter, das muss reduziert werden. Aber sie treffen am Ende die Menschen, die an Uferböschungen stehen, die an Schleusen stehen, die Tag und Nacht dort arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht nicht fair. Und das werden wir als Sozialdemokraten auch versuchen, in jedem Haushalt zu bekämpfen. Denn wir müssen für all diejenigen auch Respekt zollen, die dann diese Infrastruktur machen. Weil allein durch Beschlüsse im Haushalt werden wir Schleusen nicht sanieren, werden wir Bahnstrecken nicht sanieren, werden wir nicht für eine digitale Infrastruktur sorgen. Denn auch die Glasfaserkabeln, die lassen sich nicht irgendwie mit einem Zauberstab in die Erde bringen, sondern das ist harte, ungemütliche Arbeit. Und da müssen wir den Menschen, die dieses tun, mit Respekt entgegenkommen. Und denen sozusagen auch noch mal herzlichen Dank. Und da haben wir jetzt im Haushalt dort eine gute Grundlage dafür gelegt. Das ist ein Haushalt gewesen, der viel Demokratie erfordert hat, ein wenig demokratischen Streit. Ich hätte mir gewünscht, dass das mehr unter geschlossenen Türen stattfindet und weniger in der Presse. Insofern kann die Ampel auch für Vorfahrt sorgen, auch im Fuß- und Radverkehr. Vielleicht da noch eine Schippe drauflegen, da freue ich mich. Vielen Dank. Das Wort für die Unionsfraktion hatte ich die Kollegin Nadine Schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja heute viel über die Verkehrspolitik gesprochen. Stillstand bei der E-Mobilität, ein Chaos beim Deutschlandticket, massive Belastungen durch die Lkw-Maut. Und ich kann verstehen, dass meine Kolleginnen hier von der Verkehrspolitik und viele in der Branche richtig enttäuscht und sauer sind. Und jetzt würde ich als Digitalpolitikerin sehr gerne sagen, liebe Kolleginnen, jetzt seid doch ein bisschen nachsichtig mit dem Minister. Weil dieser Minister, der ist ja in erster Linie Digitalminister, der kümmert sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr um die digitale Transformation unseres Landes. Der ist für den Fortschritt in der Fortschrittskoalition verantwortlich. Digitalisierung first, das ist doch ein FDPler. Aber leider muss ich sagen, das ist nicht so. Die traurige Realität ist, in Deutschland gibt es mit der Ampelregierung und mit FDP-Minister Wissing weder bei der Verkehrspolitik einen Durchbruch, noch in der Digitalpolitik. Digitalpolitisch herrscht Stillstand. Und das liegt an drei Gründen. Zum einen, dass die Digitalstrategie dieser Bundesregierung wirklich ambitionslos ist. Es sind keine verbindlichen Ziele, Prioritäten, Kennzahlen und Meilensteine drin. Alles extrem schwammig. Das wurde massiv kritisiert. Es ist nicht nachgebessert worden. Und von dieser unambitionierten Strategie sind gerade mal 60 von 334 Vorhaben abgeschlossen. Nach mehr als der Hälfte dieser Ampelregierung. Hat der Kollege schon gesagt, wird aber dadurch nicht besser, lieber Kollege. Was der Ampel zum Zweiten fehlt, neben der fehlenden Strategie, ist das Digitalbudget. Da restet auch niemand mehr in dieser Legislaturperiode damit. Und was aber vor allem fehlt, und das ist das Hauptthema, ist ein Treiber. Ein Treiber der digitalen Transformation. Einer, der Lust hat, die digitale Transformation voranzutragen. Spaß am Thema hat. Aber nicht nur ich und meine Fraktion, sondern viele da draußen, viele Experten sind der Meinung oder spüren seit zwei Jahren, dass dieser Minister zwar vielleicht den Namen des Ministeriums geändert hat, aber mit dem Thema Digitalisierung immer noch wahnsinnig fremdelt. Und wenn dann der Haupterfolg aus seinem eigenen Munde ist, dass er dieses Deutschland-Ticket digital anbietet, dann muss ich sagen, da hat jemand nicht digitale Transformation verstanden. Und das, was heute zu tun wäre, um dieses Land digitalpolitisch nach vorne zu bringen. Ein Digitalminister muss natürlich für die Digitalisierungsthemen im eigenen Haus zuständig sein. Macht er auch. Breitband, Mobilfunkausbau ist genannt worden. Da will ich nur darauf hinweisen, das ist das Budget von 4 Milliarden Euro, was es seit sieben Jahren gibt. Das ist nämlich die Erlöser aus der Frequenzauktion, was Sie jetzt noch mal in den normalen Haushalt übertragen haben. Also das ist das, was aus unserer Regierungszeit rübergerettet wurde. Und das ist auch gut. Und auf dieser Basis mit diesem Geld, dann wird die digitale Transformation der Infrastruktur vorangetrieben. Und das ist gut. Aber digitale Transformation ist doch mehr als Infrastrukturausbau. Und ein Digitalminister muss sich doch auch um die anderen digitalpolitischen Themen kümmern und nicht tatenlos zusehen, wie ein Minister nach dem anderen die digitalen Themen depriorisiert. Wir sehen das im Bildungs- und Forschungsbereich beim Digitalpakt Schule. Der läuft im Mai aus. Bis heute gibt es keine Nachfolgerlösung. Wir sehen das bei der digitalen Verwaltung. Wir haben das Onlinezugangsgesetz. Das war mit 3 Milliarden Euro etatisiert. Davon sind noch 300 Millionen übrig geblieben. Bei der Registermoderzisierung wird gespart. Bei den digitalen Identitäten wird gespart. Wir warten auf die gesetzlichen Folgelösungen. Und es passiert so gut wie nichts. Und wir haben einen Digitalminister, der dazu schweigt. Es gäbe eine Zwischenfrage von Herrn Stein aus der SPD-Fraktion. Möchten Sie die zulassen? Sie haben ja darauf verwiesen, was wir alles nicht getan haben und haben das Deutschland-Ticket gestriffen. Wie steht denn die Unionsfraktion zur Weiterführung des Deutschland-Tickets? Der Kollege der FDP sagt digital oder log an der Hauptsache weiter. Sie können sehr gerne das Deutschland-Ticket weiterführen. Aber als Digitalpolitikerin kann ich nicht verstehen, dass ein Digitalminister es als seinen größten Erfolg hinstellt, dass dieses Deutschland-Ticket digital zur Verfügung stellt. Das hat mit Digitalisierungspolitik überhaupt nichts zu tun. Und das ist der Punkt, den ich an der Stelle kritisiere. Und ich kritisiere auch, dass über diese Maßnahme hinaus für das Thema Transformation, digitale Transformation, dieser Minister offensichtlich überhaupt gar nichts übrig hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Deutschland braucht... Frau Kollegin, es gibt den weiteren Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn Gröber aus der SPD. Möchten Sie die auch noch nehmen? Das wäre es dann, was ich zulassen würde. Also üblich ist für Ihre Fraktion, haben Sie auch die Fragen von meinem Kollegen nicht geantwortet. Sind Sie denn jetzt als CDU-Fraktion für das Deutschland-Ticket oder dagegen? Das Deutschland-Ticket ist vereinbart zwischen Bund und Ländern. Als MdB aus dem ländlichen Raum kann ich sagen, dass der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis mehr als bescheiden ist. Die fragen sich sehr wohl im ländlichen Raum, warum Sie mit Ihren Steuergeldern die Infrastruktur von Menschen, die vor allem im städtischen Raum leben, finanzieren sollen. Und da kann ich mir sehr viel Gelächter bei den Grünen und auch bei Teilen der SPD vorstellen. Aber ich kann Ihnen sagen, das sind die konkreten Probleme bei uns im ländlichen Raum. Mit dem Deutschland-Ticket wird kein einziger Zug mehr fahren, da wird auch kein Bahnhof saniert. Das sind Gelder, die für den ländlichen Raum sehr, sehr wenig bringen. Und wir akzeptieren, dass es zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung gibt. Das ist auch eine beschlossene Sache. Da verstehe ich jetzt auch nicht die Nachfrage. Ich kann nur sagen, als Abgeordnete aus dem ländlichen Raum tue ich mir sehr schwer mit diesen Entscheidungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir für die digitale Transformation in unserem Land brauchen, ist eine wirksame Digitalstrategie, ist ein funktionierendes Digitalbudget und ist ein Minister, der die digitale Transformation 3 über die eigenen Ressortgrenzen hinweg und der dafür sorgt, dass diese Bundesregierung insgesamt dafür sorgt, dass wir an die Spitze kommen, dass wir besser werden, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen für unser Land. Denn das brauchen wir alle. Das braucht die Wirtschaft, das braucht unsere Gesellschaft. Und deshalb werden wir Sie weiter aus unserer Oppositionsrolle genau bei diesen Themen treiben. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Tobias B. Bachele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das gerade angeführte Taylor-Swift-Zitat möchte ich doch einmal noch mal kurz ausführen, weil das geht weiter mit At tea time everybody agrees. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Diese Bundesregierung hat gerade für Tee trinken keine Zeit, sondern sie möchte lieber die Digitalisierung auf den Weg bringen. Und da wird an vielen Stellen geschraubt. Manches davon braucht Geld. Manches davon ist einfach nur sehr gutes Policymaking. Und da möchte ich eine Sache auch noch mal kurz ansprechen, weil es die Voraussetzung ist, für das, was wir jetzt auch machen mit dem Haushalt nach vorne gucken in dieses Jahr. Der AI Act auf europäischer Ebene ist auf der Zielgeraden. Und auf dieser Zielgeraden wird er am Ende die Rahmenbedingungen und damit auch Investitionssicherheit für viele Unternehmen, die darauf warten, AI-basierte, KI-basierte Technologien hier in Europa anzuwenden oder hier made in Europa zu machen, auf den Weg zu bringen, stecken. Und dann wird das natürlich auch unterfüttert mit staatlichen Fördermitteln, die sich an vielen verschiedenen Stellen in diesem Bundeshaushalt auch wiederfinden. Aber das muss man doch auch zusammen sehen. Da macht das das dann in der Summe. Aber die Weichen für KI werden nicht nur national, nicht nur auf europäischer Ebene gestellt, sondern, und ich glaube, das geht in ein größeres Bild, das auch der Bundesminister gerade eben angesprochen hat, sehr viel passiert da auch auf internationaler Ebene. Und das ist bei Digitalisierung ganz grundlegend so. Und unser internationales Engagement, zum Beispiel, dass wir die Fördermittel und die Anforderungen, nicht die Anforderungen, sondern mehr Anreize stellen wollen, für Engagement in Standardisierungsgremien, das ist doch der Weg, der einzige sinnvolle Weg vorwärts. Und das andere, was jetzt hier von ganz rechts mal wieder kritisiert wurde, weil es halt gerade irgendwie schön einfach klingt und klickt, das ist absoluter Quatsch. Natürlich müssen wir in die internationale Kooperation, nicht nur, weil wir damit Partnerinnen und Partner gewinnen, sondern auch, weil diese internationale Kooperation natürlich auch uns etwas bringen kann, und das wissen wir doch alle, auch wir können gerade im Digitalen viel mit davon heimnehmen. Denn klar, während Cyber Valley und Silicon Saxony und andere fleißig daran arbeiten, und ja, Bavaria One hat auch ein schickes Logo, es fühlt sich unsere Cyberrepublik oft noch ein bisschen nach Fatschland an. Und da müssen wir natürlich in die Pötte kommen, aber das tut dieser Bundeshaushalt. Dafür danke ich unseren Haushälterinnen und Haushältern, denn wir treiben den Breitbandausbau weiter, verlässlich, finanzieren ihn stabil. Die Verwaltungsmodernisierung wird auf den Weg gebracht. Mit dem Dateninstitut setzen wir einen konkreten Schwerpunkt auf verantwortungsvolles Nutzen von Daten. Und wir haben noch einige andere wichtige Punkte unterwegs. Und da muss ich doch wirklich sagen, der eine Schwenk muss noch sein. I knew you were trouble when you walked in. Aber das, was Sie nach 16 Jahren hinterlassen haben, und das möchte ich noch mal in die Verkehrspolitik übersetzen, das war auch, was die Infrastruktur angeht, doch eher ein brüchiger Brückenpfeiler, wo ich selbst bei Starkregen mich nicht runterstellen würde, als eine Datenautobahn. Zu Wort kommt jetzt die fraktionslose Kollegin Anke Domscheit-Berg. Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolikinnen! Der EU-Länderbericht zur digitalen Dekade bescheinigt Deutschland sehr gravierende Mängel. Minister Wissing hat ihn offensichtlich nicht gelesen nach seiner Rede. Aber welche digitalpolitischen Weichen stellt die Ampel in diesem Haushalt? Zum dritten Mal gibt es kein Digitalbudget. Die ersten beiden Jahre gab es Ausreden, diesmal die endgültige Absage. Nachhaltigkeit sollte ein Schwerpunkt der Ampel sein, aber im BMDV-Haushalt für dieses Jahr finden sich dafür null Euro. Minister Wissing setzt weiter auf einen parallelen Netzausbau im Mobilfunk und auf Überbau statt Open Access bei Glasfaser. Das bremst aber den Ausbau und es verschärft die Klimakrise durch unnötigen Ressourcenverbrauch. Die Verkehrswende, die wird gebremst. Denn geplante Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur werden um 290 Millionen Euro gekürzt. Schön ist zwar, dass jetzt viereinhalb Millionen Euro für Repair-Cafés im Haushalt des BMUV drinstehen, aber im Haushalt 23 gab es auch schon 2 Millionen dafür und genau 0 Euro wurden ausgegeben. Ich hoffe sehr für die Repair-Cafés in diesem Land, dass es in diesem Jahr nicht wieder eine Luftnummer wird. Denen möchte ich im Übrigen auch mal Danke sagen. Die leisten nämlich ehrenamtliche Arbeit, vor allem im ländlichen Raum und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag, nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern auch für das Soziale. Unterfinanziert ist aber auch die IT-Sicherheit. Im Haushalt des BMI fehlen 38 Millionen Euro für das BSI, sagt die Präsidentin des BSI. Und sie sagt auch, dass manche Aufgaben nur noch rudimentär erfüllt werden können. Das ist bei der steigenden Bedrohungslage wirklich inakzeptabel. Außerdem zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf meine aktuelle schriftliche Frage, dass aktuell 750 Stellen im Bereich der IT-Sicherheit im Bund unbesetzt sind. Fast jede dritte Stelle auch im BMDV hört der Minister leider gerade nicht. Fast 80 Prozent im Gesundheitsministerium und dort sogar schon seit Jahren Prioritäten so wichtig. Apropos das Zentrum für digitale Souveränität, das den Open-Source-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung entwickeln soll, bekam sein Budget halbiert. Die Stärkung von Open-Source war der Ampel aber eigentlich super wichtig. Trotzdem lässt sie das Zendes am langen Arm verhungern. Und das ist ein strategischer Fehler. Das digitale Verwaltungskernbudget im BMI wurde um 99 Prozent gekürzt, aber ohne die versprochenen Ausgleiche in den Haushalten der anderen Ressorts zu sichern. Dafür fördert die Ampel ungebremst Hype-Tech. Im BMDV gibt es 500 Milliarden Millionen für KI, im BMDV über 60 Millionen und darunter sogar 2,5 Millionen, um ein totes Pferd weiterzureiten, nämlich für sogenannte skalierbare Blockchain-Lösungen. Mein Fazit? Nachhaltigkeit, digitale Verwaltung, Open-Source, IT-Sicherheit, alles das ist unterfinanziert, weil die Ampel falsche Prioritäten setzt und weil sie an der Schuldendremse festhält, die inzwischen sogar konservative Ökonomen und Top-Manager kritizieren. Sie kommen zum Ende, bitte. Das ist nicht sparsam, sondern gefährlich, weil es an notwendigen Investitionen in die Zukunft fehlt. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Carolin Wagner hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Damen und Herren! Herr Minister! Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Es betrifft viele verschiedene Bereiche, oder besser gesagt eigentlich alle. Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Forschung, Verkehr etc. pp. Jetzt haben wir hier die Beratungen zum Einzelplan 12, Digitales und Verkehr. Und es ist wichtig, dass dieser insgesamt gut ausgestattet ist. Für Digitales im Gesamten betrachtet kann man sagen, wir bringen die Digitalisierung in Deutschland mit den eingesetzten Mitteln klug voran. Denn klar ist, die Gelder, die man bereitstellt, die müssen auch verausgabt werden. Es nützt uns gar nichts, hohe Ansätze auf Titelgruppen zu haben, wenn diese dort liegen bleiben. Da nützt alles bereitgestellte Geld der Welt nicht, wenn das Resultat aus zwölf Jahren CSU-geführten Verkehrs- und Digitalministerium ein digital abgehängtes Deutschland ist. Nachgewiesen in diversen Digitalrankings. Das muss man erst mal aufholen, was unter Ramsauer, Dobrindt und Scheuer versäumt wurde. Erste Voraussetzung für alles ist natürlich die digitale Infrastruktur. Wie mein Kollege Jens Zimmermann bereits erläutert hat, investieren wir in 2024 rund 3 Milliarden Euro in die Gigabit-Förderung, nachdem wir bereits letztes Jahr 3,6 Milliarden Euro bereitgestellt haben. Das Geld fließt insbesondere in unsere ländlichen Regionen. Für Bayern etwa sind im ersten Jahr der neuen Gigabit-Förderung 450 Millionen Euro zugesprochen worden. Die höchste jährliche Fördersumme, die Bayern jemals zur Verfügung stand. Wir bringen die Digitalisierung in den Kommunen und Verwaltungen endlich voran. Und ich finde es schon mutig, liebe Ronja Kemmer, uns ein Verschlafen beim OZG vorzuwerfen. Die zentrale Planungs- und Umsetzungsinstanz von Bund und Ländern, die föderale IT-Kooperation FITCO, kann nämlich ein deutliches Plus von 9,3 Millionen Euro auf 43 Millionen Euro verzeichnen. Und das ist ein echter Anschub für die Verwaltungsdigitalisierung. Und ich will daran erinnern, ja, eigentlich müssten wir beim OZG viel weiter sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, es trat 2017 in Kraft. Und was ist danach passiert unter Ihrem CSU-Bundesinnenminister Seehofer? Ganz lange nichts. Gar nichts. Wir haben damit erst vier Jahre verspätet anfangen können. Auch hier gilt aufzuholen, was durch Sie vernachlässigt wurde. Wir stärken jetzt die FITCO ordentlich, damit sie bei der Umsetzung des OZG bei dieser föderalen Aufgabe eine gute und strukturierte Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen sicherstellt. Und gut ist auch, dass wir auch zukünftig auf Open Source in der Verwaltung, also öffentlich zugängliche Codes, setzen und diese im Haushalt 24 weiter fördern. Das Zentrum für digitale Souveränität binden wir künftig enger bei Digitalisierungsvorhaben ein. Die Plattform Open Code erhöht die Transparenz und ermöglicht die Wiederverwendung von Open Source Softwarelösungen der öffentlichen Verwaltung. Das ist die digitale Souveränität, von der alle sprechen. Und wir unterstützen Sie auch weiterhin in 2024. Meine Damen und Herren, ich muss an dieser Stelle nicht betonen, würde es nach mir und nach meiner Fraktion gehen, dann würden wir für die Herausforderungen der Digitalisierung in Deutschland gern mehr Geld in die Hand nehmen. Eine Reform der Schuldenbremse verweigern Sie sich leider als Union. Und was Sie hier heute aus parteipolitischem Kalkül machen, erfolgt zum Schaden dieses Landes. Von verantwortungsvoller Politik kann keine Rede sein. Übernehmen Sie als Opposition Ihren Teil der Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und somit für eine Reform der Schuldenbremse. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Stefan Seidler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es wird mehr Geld für die Infrastruktur in die Hand genommen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch ehrlich sein. Es deckt nicht den Bedarf ab, den wir haben. Und das merken wir ganz besonders hoch oben im Norden. Vor kurzem hat die DB InfraGo den aktuellen Netzzustandsbericht veröffentlicht. Und für uns im Norden sieht es zappenduster aus. Der Zustand der Bahninfrastruktur hat sich weiter verschlechtert. Trotz wochenlanger, belastender, baustellenbedingter Sperrungen, etwa auf der wichtigen Strecke zwischen Flensburg-Kiel und Hamburg, konnte der Verfall der Infrastruktur nicht einmal aufgehalten werden. Das ist ganz großer Mist. Die Bahn ist kein Einzelfall. Die Verkehrswege des Bundes bei uns im Norden sind in keinem guten Zustand. Auch das Leuchtturmprojekt Northvolt ist betroffen. Die Hochbrücke Hochdon wird die Güterzüge zum neuen Batteriewerk in Heide nicht tragen können. Unsere marode Infrastruktur wird zum Hemmnis für die industrielle Transformation. Und klar ist, der Haushalt birgt zwar eine schwere Hypothek. Und zwar kommen hohe Investitionen für Sanierung. Aber auf Kosten von Aus- und Neubauten bei der Bahn sowie bei der wichtigen Digitalisierung. Das bringt unnötige Unsicherheit und kostet Vertrauen in einem kritischen Moment des Aufbruchs in der Branche. Wir im Bundestag können das Ruder umreißen. Wir können handeln. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns keineswegs zum Nichtstun oder Sparen bei Sozialleistungen verdammt. Wichtig ist auch, es besteht große Einigkeit hier im Haus, dass dieser Zustand untragbar ist und es Lösungen braucht. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir nicht wie bei anderen Situationen hier bei dieser Frage zusammen arbeiten. Ein im Grundgesetz verankertes Sondervermögen allein für die Sanierung unserer Infrastruktur könnte den Erhalt der Schienenwege, unserer Brücken- und Wasserwege finanzieren. Anders als andere Vorschläge wäre es schnell umsatzbar, würde Erwartbarkeit schaffen und den Haushalt von immensen Sanierungslasten befreien. Damit würde dringend benötigtes Geld für Aus-, Neu- und Umbau unseres Verkehrsnetzes frei. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Martin Kröber für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Haushalt plant dennoch trotz aller Kritik im Verkehrsbereich rekordverdächtige Ausgaben. Im Gegensatz zur Vorgängerregierung nicht nur eintönig auf bestimmte Bundesländer, sondern tatsächlich sehr weitreichend. An dieser Stelle möchte ich mich tatsächlich sehr ausdrücklich dafür bedanken, dass wir mit dem Projekt der Entwicklung regenerativer Kraftstoffe ein Forschungsprojekt in meinem Heimatbundesland in Sachsen-Anhalt unterstützen und damit nicht nur einen Beitrag zur Entwicklung im Verkehrsbereich, was die Kraftstoffe im Flugsektor unterstützt. Nein, das ist auch ein sehr guter Beitrag, den Wirtschaftsstandort Deutschland, den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt nach vorne zu bringen. Wir machen hier nicht nur eine vorausschauende Verkehrspolitik, nein, wir schauen auch, dass wir die Menschen mitnehmen. Und genau deshalb haben wir uns dafür eingesetzt als SPD-Fraktion, dass das Deutschland-Ticket auf die Schiene kommt. Und ich möchte auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir es schaffen, in diesem Jahr den Preis zu halten. Und wir werden uns auch dafür einsetzen, dass das weiter so bleibt. Denn dieses Ticket, und liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, das können Sie immer wieder runterspielen, dieses Ticket erreicht mehr als elf Millionen Menschen in diesem Land, und darauf kann man sehr stolz sein. Nicht zuletzt werden wir auch versuchen, die Studierenden in diesem Land, und da reden wir von noch mal, weiteren zwei Millionen Menschen mit diesem Ticket einzubinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier und heute reparieren wir das Fundament einer Mobilitätsalternative. Es geht hier nicht darum, jemandem das Auto wegzunehmen, es geht hier darum, für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen. Es geht hier darum, Menschen, die sich kein Auto leisten zu können, die gleichen Möglichkeiten zu geben, am Verkehr teilzuhaben, am Leben teilzuhaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es sehr traurig, wenn Sie so etwas immer wieder schlecht reden. Am Ende des Tages ist es eine sehr entscheidende Frage, wie man ins Stadtzentrum kommt, wie man bezahlbar zum Einkaufen kommt, wie man zur Arbeit kommt. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge, und dafür setzen wir uns als SPD ein. Auch haben wir dafür gesorgt, dass die Regionalisierungsmittel bis 2030 um ganze 17 Milliarden, wenn man das mal zusammenrechnet, aufgestockt werden. Sie reden immer alles kaputt. Aber bei aller Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir damit einen deutlichen Beitrag dazu leisten, auch im ländlichen Raum den Verkehr auszubauen. Ich sage es daher noch einmal sehr gerne. Öffentlicher Verkehr ist öffentliche Daseinsvorsorge. Dafür sorgen wir als SPD. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Es liegen einige Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Ich komme jetzt zur Abstimmung über den Einzelfall 12 des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen und fraktionslose Abgeordnete. Möchte sich jemand enthalten? Da sehe ich aktuell niemanden. Dann ist der Einzelplan 12 in der Ausschussfassung angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf die Einzelpläne 6 und 21. Einerseits den Einzelplan für das Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Einzelplan 6, mit der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 8606 und 88661. Die Berichterstattung haben die Kolleginnen und Kollegen Jamila Schäfer, Martin Gerster, Yannick Buri, Dr. Torsten Lieb, Markus Bühl und Viktor Perli. Und andererseits den Einzelplan 21 für den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 88661 und 88662. Die Berichterstattung üben hier aus die Kolleginnen und Kollegen Jamila Schäfer, Martin Gerster, Franziska Hoppermann, Dr. Torsten Lieb, Markus Bühl und Viktor Perli. Zum Einzelplan 6 liegt ein Änderungsantrag des fraktionslosen Abgeordneten Matthias Helferich vor. 90 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat Yannick Buri. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind am Ende chaotischer Haushaltsberatungen, die damit begonnen haben, dass sich die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen zunächst einmal nicht auf Eckwerte für den Bundeshaushalt einigen könnten und die dann ihren Höhepunkt erreicht haben mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das noch einmal ein für allemal klargestellt hat, dass ihre Ursprungsidee der Finanzplanung, die gesamte Wahlperiode, die Politik der gesamten Wahlperiode über Schulden aus Sondervermögen zu finanzieren und damit die gesamte Wahlperiode Schulden finanziert zu bestreiten, dass sie in diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Trotz der Rekordeinnahmen, die sie zur Verfügung haben mit 377 Milliarden Euro Steuereinnahmen, haben sie es nicht geschafft, diesen Bundeshaushalt in Gänze aufzustellen ohne 39 Milliarden Euro Neuverschuldung. Und das im Kern, weil sich durch diese gesamte Diskussion der Haushaltsaufstellung ein roter Faden zieht, nämlich, dass sie ihre eigenen Projekte der Koalition nicht infrage stellen und dass sie gleichzeitig die eigenen Projekte der Koalition, um sie am Ende irgendwie zu retten, durch mehr Belastung bei der Bevölkerung zu finanzieren versuchen. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, verpassen Sie zum einen die Chance, in einer konjunkturell schwierigen Lage einen Schwerpunkt zu setzen, einen Fokus zu legen auf Wachstum. Vor allem verpassen Sie aber die Notwendigkeit, in einer außen- und innenpolitisch immer unsicherer werdenden Lage einen Fokus auf die öffentliche, auf die innere Sicherheit in diesem Land zu setzen. Und das zeigt sich, wenn man den Einzelplan des Innenministeriums sowohl in der Entwurfsfassung als auch in dem, was jetzt in der parlamentarischen Beratung damit passiert ist, wenn man den betrachtet. Und Sie legen zu Recht Wert darauf, dass man als Bezugspunkt nicht das vergangene Jahr, sondern das Jahr 2019, den letzten Vorkrisenhaushalt anführt. Wenn man das allerdings tut, dann sieht man, dass auch im Vergleich zu 2019 der Anteil des Innenetats, der Anteil der inneren Sicherheit am Bundeshaushalt geringer ausfällt, als das noch im Jahr 2019 der Fall war. Konkret beispielsweise, wenn es darum geht, den richtigen, den notwendigen Stellenaufwuchs bei BKA und Bundespolizei auch mit der entsprechenden Sachausstattung zu unterlegen, was Sie, obwohl Sie es nach Einbringung des Regierungsentwurfs teilweise auch in der Presse angekündigt haben, nicht getan haben. Und es zeigt sich gleichzeitig, wenn wir den in diesem Einzelplan so wichtigen Bereich des Katastrophenschutzes betrachten, in einer Situation, wo die Schadensereignisse, die Großschadensereignisse national und international zunehmen, wo im Herbst selbst die THW-Präsidentin sich öffentlich zu Wort meldet, ein höchst seltener Vorgang darauf hinweist, dass man mit der aktuellen Mittelausstattung vielleicht noch irgendwie das Jahr 2024 übersteht, aber es spätestens ab 2025 so nicht mehr weitergehen kann. Und in dieser Situation, in dieser Situation Sie in weiten Teilen an den Kürzungen beim THW festgehalten haben, Sie in der Einzelplanberatung unsere konkreten Änderungsanträge beim THW aufzustochen, gleichzeitig auch abgelehnt haben. Und deswegen an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung, lassen Sie uns auch bereits in diesem Jahr nach Wegen, nach Möglichkeiten suchen, wie wir insbesondere das Thema der Liegenschaften beim THW und wie wir das Thema der Ausbildung beim THW gemeinsam in Angriff nehmen können, um ein Signal zu senden an die zahlreichen ehrenamtlich Aktiven in den Ortsverbänden, die sich jeden Tag für uns einsetzen. Und der dritte Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem Chancen verpasst werden, ist der Bereich der Verwaltungsdigitalisierung im Einzelplan 06. Das beginnt bei den Mitteln zum Onlinezugangsgesetz. Und zwar schlicht dadurch, dass sie im Einzelplan 06 nicht mehr zu finden sind. Jetzt wurde im Laufe der Etatberatung seitens des Hauses argumentiert, man hätte da noch Ausgabenreste aus 2023 zur Verfügung in Höhe von 300 Millionen Euro. Die Anfragen in den letzten Wochen und der Blick in den Haushaltsabschluss lassen aber erkennen, dass davon gerade mal noch 100 Millionen Euro übrig sind. Und die entsprechende Ressortabfrage, wie denn jetzt in den jeweiligen Einzelhäusern das OZG umgesetzt werden soll, weiter auf sich warten lässt. Das BMF hat da vertröstet und sagt, naja, diese Abfrage machen wir irgendwann nach den Haushaltsberatungen. Das, meine Damen und Herren, ist kein seriöser Umgang mit diesem wichtigen Gesetz des OZG, das eben auch weiterhin haushaltspolitisch verankert sein müsste. Es ist, und das will ich an der Stelle auch hervorheben, dann gleichzeitig umso erfreulicher, wenn auch spät und wenn es auch lange hat auf sich warten lassen, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz aus dem November noch Eingang gefunden haben in den Einzelplan für 2024. Es bleibt jetzt zu hoffen, dass die Umsetzung dieser Haushaltstitel nicht so lange auf sich warten lässt, wie die Umsetzung der Beschlüsse aus der Ministerkonferenz im Frühjahr des vergangenen Jahres. Dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, um vor allem ihrer verfehlten Migrationspolitik hier entgegenzuwirken. Deswegen an dieser Stelle eine aus meiner Sicht positive Entwicklung im Einzelplan. Auch das möchte ich hier hervorheben. In Summe bleibt allerdings dennoch, es wäre nötig gewesen, im Bundeshaushalt Schwerpunkte auf Wachstum und insbesondere auf Sicherheit zu setzen. In weiten Teilen ist der Bundeshaushalt für 2024, so wie Sie uns in dieser Woche hier vorgelegt haben, ein Haushalt der verpassten Chancen. Mit Blick auf den Etat des Innenministeriums soll es mal leider sagen, es ist ein Haushalt der unterlassenen Notwendigkeiten. Deswegen lehnen wir einen Einzelplan ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Nancy Faeser hat jetzt das Wort für die Bundesregierung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, Herr Buri, herzlich willkommen als neuer Berichterstatter im Innenbereich. Aber ich sehe das, was Sie hier an Schwerpunkten gesehen haben, deutlich anders. Denn wir konnten für die innere Sicherheit den Bevölkerungsschutz und die Digitalisierung und den Bevölkerungsschutz verstärken. Insofern haben wir einen sehr guten Innenhaushalt vorliegen. Und ja, Herr Buri, der Haushalt ist ein sehr ungewöhnlicher. Er ist aber vor allen Dingen deshalb auch ein ungewöhnlicher, wenn wir sehen, was seit der ersten Lesung im September vergangenen Jahres sich die internationale Lage noch mal verschärft hat. Und darauf möchte ich noch mal zu sprechen kommen. Zum Krieg in der Ukraine sind die entsetzlichen Morde der Hamas und Israels Kampf gegen die Terroristen im Gazastreifen hinzugekommen. Diese Konflikte wirken natürlich auch auf unser Land durch, in der inneren Sicherheit, aber auch, weil nach wie vor viele Menschen bei uns Schutz vor Krieg und Vertreibung und Terror suchen. Unsere Demokratie muss diese Lage mehr denn je dort Stärke und Zusammenhalt zeigen. Und dafür müssen alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land über Parteigrenzen hinweg aus meiner Sicht gemeinsam einstehen, meine Damen und Herren. Denn die Feinde der Demokratie arbeiten daran, ihre Fundamente zu untergraben, von innen und von außen. Sie greifen dazu tief in den Werkzeugkasten von Propaganda und Desinformation. Sie verdrehen und verzerren. Sie verhetzen und verleumdnen. Und sie vernetzen sich von ganz rechts außen bis in die gesellschaftliche Mitte. Ich bin den Menschen in Deutschland, über eine Million Menschen, die dieser Tage auf die Straße gegangen sind, außerordentlich dankbar dafür, dass sie unsere demokratische Grundordnung auf der Straße mit verteidigen, meine Damen und Herren. Sie haben unmissverständlich gezeigt, die überwältigend große Mehrheit in diesem Land steht für die Freiheit, das Recht und die Werte dieser Republik ein. Und ich sage Ihnen, Sie können sich darauf verlassen, dass der Staat alle Instrumente einsetzt, um unsere wehrhafte Demokratie zu verteidigen. Wir werden Rechtsextremisten in die Schranken verweisen, meine Damen und Herren. Um unsere Werte zu verteidigen, braucht es beides, die Kraft der Zivilgesellschaft und die Durchsetzungskraft des Staates. Eines widerstandsfähigen, wehrhaften Staates, der für Sicherheit sorgt, der Zuwanderung steuert und ordnet, der Zusammenhalt schafft und der unsere Demokratie schützt. Als Verfassungsressort trägt das BMI dafür besondere Verantwortung. Und dieser Bundeshaushalt gibt mir als Bundesministerin das Innern und für Heimat das Notwendige an die Hand, um ihr auch gerecht zu werden. In Zeiten knapper Mittel ist das ein wichtiges Zeichen, auch in die Gesellschaft hinein. Ich will das ausdrücklich betonen, denn wir sorgen dafür, dass Deutschland stark, sicher und solidarisch bleibt, meine Damen und Herren. Der Wert demokratischen Engagements lässt sich schwer in Zahlen messen. Beim Bundeshaushalt lässt sich das aber leichter zeigen. Der Einzelplan des BMI umfasst 2024 knapp über 13,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von rund einer Milliarde Euro, Herr Buri, verglichen mit der ursprünglichen Finanzplanung. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 wächst der Etat sogar noch um 253 Millionen Euro. Und das trotz der notwendigen Konsolidierung des Bundeshaushaltes, den Sie hier auch angesprochen haben, und trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Das zeigt also, die Ampel investiert weiterhin in Sicherheit, Zusammenhalt und Demokratie, meine Damen und Herren. Hinaus stehen jetzt zusätzliche 188 Millionen Euro für Integrationskurse bereit. Auch die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer ist parlamentarisch noch einmal verstärkt worden mit rund 20 Millionen Euro. So sichern wir eine effiziente Migrationsverwaltung und sorgen für eine umfassende Integration. Herzlichen Dank an die Ampelfraktionen dafür. Was mir sehr wichtig ist, für die Förderung jüdischen Lebens stehen im Ergebnis der parlamentarischen Beratung 8,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Auch das ist ein wichtiges Zeichen angesichts der verachtenswerten antisemitischen Vorfälle, die auch wir in Deutschland nach dem 7. Oktober hatten. Damit machen wir deutlich, Jüdinnen und Juden gehören fest zu Deutschland und können sich auf diesen Staat verlassen. Denn wir dulden keinerlei Antisemitismus in unserem Land, meine Damen und Herren. Weitere gute Signale setzt dieser Haushalt bei der Digitalisierung und beim Bevölkerungsschutz. Das technische Hilfswerk, Herr Buri, das ist mir schon noch einmal wichtig, auch hier zu erwähnen, hat bei den jüngsten Hochwasserlagen unverzichtbare, großartige Arbeit geleistet. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bedanken. Das THW macht unseren Staat stärker. Und die Parlamentarier haben das THW gerade in den letzten zwei Jahren sehr stark gestärkt. Und dafür mein herzlicher Dank auch als zuständige Ministerin. Und auch im Sport werden die Weichen richtig gestellt. Dafür danke ich dem Haushaltsausschuss ausdrücklich. Der Rennen, gerade der Sport und das Ehrenamt, sind fundamental für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daran dürfen wir nicht sparen. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir die vielen wichtigen Projekte des Sports in diesem Jahr mit rund 287 Millionen Euro fördern. Zum Beispiel das neue Zentrum Safe Sport für auch körperliche, geistige, seelische Sicherheit im Sport. Und wir fördern Innovation, zum Beispiel, indem wir das Institut für angewandte Trainingswissenschaft und das Institut für die Forschung und Entwicklung von Sportgeräten gestärkt werden. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt zeigt glasklar, wir stärken die innere Sicherheit jetzt und in Zukunft. Wir steuern und ordnen Zuwanderung. Wir fördern die Integration und den sozialen Zusammenhalt. Wir bringen dieses Land vorwärts bei der Digitalisierung, beim Bevölkerungsschutz, im Sport. Wir machen Deutschland stärker, meine Damen und Herren, auch wenn es darum geht, unsere Demokratie den Rücken zu stärken, gegen extremistische Hetze, populistische Lügen, gegen Antidemokraten und russische Propagandasprachrohre, meine Damen und Herren. Und das wichtigste Instrument, das wir haben, um Extremisten an der Wurzel zu packen, ist, um eine Demokratie zu stärken, nach wie vor die Prävention. Deshalb nochmals, wir werden auch bei den wichtigen Demokratieprojekten der Bundeszentrale für politische Bildung keine Abstriche machen. Dafür haben wir gesorgt, und das ist auch gut so. Dafür nochmal herzlichen Dank an alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter der demokratischen Fraktionen, aber vor allen Dingen an Jamila Schäfer, an Martin Gerster und Dr. Thorsten Lieb. Herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit, und ich werbe für die Unterstützung dieses starken Innenressortetats. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die AfD hat Martin Hess jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieser Haushalt zum Einzelplan 06 beweist wieder einmal ganz eindeutig, Die Innenministerin setzt im Bereich der inneren Sicherheit aus rot-grüner ideologischer Verblendung die völlig falschen Prioritäten. Dadurch wird Deutschland jeden Tag unsicherer, und Frau Ministerin, dadurch werden Sie zu einer unerträglichen Zumutung für jeden Bürger in unserem Land, der endlich wieder sicher leben will. Das von Frau Weser prokarrierte Narrativ vom Rechtsextremismus als größter Sicherheitsgefahr entspricht in keinster Weise der Realität. Es sind nicht Rechtsextreme, die die Gewaltdelikte, die Messerkriminalität und die Vergewaltigungszahlen in unserem Land explodieren lassen. Es sind nicht Rechtsextreme, die die extrem hohe islamistische Terrorgefahr in unserem Land verursachen, die dazu führt, dass sogar an Weihnachten unsere Bürger nicht mehr ohne Angst vor einem Terroranschlag in die Kirche gehen können. Es sind nicht Rechtsextreme, die für die widerwärtigsten antisemitischen Aufmärsche auf deutschen Straßen seit 1945 Verantwortung tragen. Und es sind auch nicht Rechtsextreme, vor denen nach Umfragen 58 Prozent der Frauen in unserem Land Angst haben und sich nicht mehr trauen, zu bestimmten Zeiten aus dem Haus zu gehen. Nein, diese massive Verschlechterung der Sicherheitslage in Deutschland ist vor allem auf eine völlig enthemmte illegale Massenmigration zurückzuführen, die die CDU-CSU begonnen hat und die jetzt von dieser Ampelkoalition unter völliger Ausblendung der Realität und wieder jeglicher Vernunft fortgeführt wird. Und es gibt nur eine politische Kraft in diesem Land, die diesen sicherheitspolitischen Amoklauf beenden will und wird, und das ist und bleibt die AfD. Die Gewaltkriminalität in unserem Land steigt immer weiter an. Ein Beispiel aus Baden-Württemberg, meinem Bundesland. Dort sind die Gewalttaten im öffentlichen Personennahverkehr 2022 massiv um 21 Prozent gestiegen. Und die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer ist regelrecht explodiert. Bei den Afghanen ein Plus von 136 Prozent, bei den Tunesien ein Plus von 117 Prozent, bei den Türken ein Plus von 62 Prozent, während die Zahl der deutschen Tatverdächtigen in diesem Bereich um 0,6 Prozent zurückgegangen ist. Und auch 2023 setzte sich bundesweit die Zunahme der Gewaltkriminalität unvermindert fort. Und was sagt die Ministerin zu dieser fatalen Entwicklung? Zitat, die Gesellschaft ist leider gewalttätiger geworden. Die Gesellschaft also, Frau Ministerin, hören Sie doch bitte auf, die Bürger dieses Landes für dumm verkaufen zu wollen. Nicht die Gesellschaft ist es, sondern die illegale Massenmigration, die die Sicherheit in unserem Land zerstört. Seit 2015 wurden allein von sogenannten Zuwanderern über 2,5 Millionen Straftaten in Deutschland begangen. Das ist politischer Irrsinn, und der muss endlich korrigiert werden. Und auch beim Extremismus sind die Zahlen eindeutig. Beim Generalbundesanwalt sind allein von Januar bis September 2023 schon 356 islamistische Terrorverfahren eingeleitet worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine glatte Verdopplung. Und dem stehen lediglich 20 Ermittlungsverfahren gegen Rechtsextremisten gegenüber. Also 18 Mal mehr islamistische Terrorverfahren als Verfahren gegen Rechtsextremisten. Wer angesichts dieser Zahlen und der Tatsache, dass in unserem Land jederzeit mit einem islamistischen Terroranschlag zu rechnen ist, ernsthaft noch den Rechtsextremismus als größte Sicherheitsgefahr darstellt, der ist als Innenministerin völlig untragbar. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass die Innenministerin nicht nur auf dem islamistischen Auge blind ist, sondern im hessischen Wahlkampf sogar im intensiven Kontakt zu einem SPD-Politikerstand der Verbindungen zu staatsfeindlichen Islamisten hat. Eine Innenministerin, die immer vor der rechtsextremen Unterwanderung der bürgerlichen Mitte warnt, sich aber zeitgleich mit Sympathisanten von Islamisten umgibt, ist selbst das größte Sicherheitsrisiko in Deutschland. Und deshalb brauchen wir so schnell wie möglich eine politische Wende. Und dieser Haushalt ist selbstverständlich abzulehnen. Das Wort hat Jamila Schäfer für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch nachdem wir jetzt diese Rede gehört haben, bin ich so dankbar, dass gerade so viele Menschen in Deutschland aufstehen gegen den Rassismus und auch diese widerwärtigen Deportationsfantasien von AfD und Co. Hunderttausende Menschen stellen sich dem in den Weg, weil sie eben nicht wollen, dass wir jemals wieder in Deutschland als Demokratinnen zu wenige oder zu leise sind. Vielen Dank dafür. Es ist aber nicht nur der Job der Bürgerinnen und Bürger da draußen, die Werte der Demokratie zu verteidigen. Das ist auch unser Job hier als Parlamentarier in diesem Parlament. Und deswegen möchte ich einmal kurz was zu der heutigen Aussprache zum Haushalt insgesamt sagen. Ich glaube, wir sollten an vielen Stellen aufhören, uns als Demokratinnen und Demokraten gegenseitig verächtlich zu machen. Hart in der Sache streiten, finde ich absolut richtig und wichtig. Aber ich finde, wir müssen den Rahmen nochmal gemeinsam ordentlich abstecken, auch in den Haushaltsdebatten. Ich finde es zum Beispiel absolut richtig und verständlich, dass die Opposition Kritikpunkte am Haushaltsverfahren übt. Die Kritik des KTF-Urteils und seine Folgen müssen wir natürlich auch als regierungstragende Fraktionen ernst nehmen und annehmen. Aber was ich wirklich unseriös finde, und ich bin sehr dankbar, dass Herr Buri das heute nicht gemacht hat, aber viele anderen leider in der Union heute schon, nämlich einerseits zu behaupten, man müsse noch viel mehr sparen und der Staat wäre so eine Art Raupe Nimmersatt, der den Bürgern die Haare vom Kopf frisst, und dann aber gleichzeitig bei jeder Kürzung im Konkreten zu sagen, das ist falsch und das führt vielleicht sogar zum Untergang des Abendlandes. Sorry, aber so können wir wirklich keine seriösen Debatten in diesem Haus führen. Wie wäre es damit? Die Opposition sollte nicht unverhältnismäßige Verunsicherung schüren und niemand in der Regierung sollte bei berechtigter Kritik weghören. Wenn wir uns zumindest unter den Demokratinnen und Demokraten daran halten würden, dann wären wir doch einen Schritt weiter, hören Sie doch bitte einmal kurz zu, dann wären wir doch einen Schritt weiter, um unseren Beitrag gegen diese demokratiefeindliche Propaganda zu leisten, so wie das die Bürgerinnen und Bürger da draußen von uns erwarten. Und wie bekämpft man den Rechtsextremismus auch sehr wirksam mit einer handlungsfähigen Innenpolitik, und die gehen wir in diesem Haushalt an. Deshalb haben wir den Etat des Bundesinnenministeriums trotz Spardruck im parlamentarischen Verfahren nochmal um 442 Millionen Euro erhöht. Zum Beispiel haben wir damit das Bundesverwaltungsamt und das BAMF gestärkt, damit die Asylverfahren digitalisiert werden und damit auch mehr Personal und schneller diese Verfahren durchführen kann. Außerdem erhöhen wir die Mittel für die Integrationskurse um 188 Millionen Euro und haben die Migrationsberatung und die Asylverfahrensberatung deutlich gegenüber dem Ursprungsentwurf nochmal gestärkt. Denn es ist ja klar, wir brauchen Migration, und es geht nicht darum, ständig ausgrenzende Debatten gegen Migrantinnen und Migranten zu führen, sondern wir müssen die Herausforderungen, die damit einhergehen, sachlich und beherzt angehen. Und das tun wir, indem wir eben die Behörden dazu richtig ausstatten, und hier sind wir jetzt auch einen Schritt weiter mit diesem Haushalt. Außerdem unterstützen wir die Verwaltungsdigitalisierung und die E-Gesetzgebung und den Bundesclient. Und auch das stärkt die Resilienz unserer Demokratie. Und apropos Resilienz, wir haben auch deshalb nochmal die Kürzungen bei der politischen Bildung, die erst vorgesehen waren, fast vollständig zurückgenommen. Und gleichzeitig starten wir aber auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung einen Reformprozess. Denn wir sehen ja, dass in diesen Zeiten im Kampf gegen Desinformation und antidemokratischer Stimmungsmache im Netz, zum Beispiel durch Putin-freundliche Telegram-Channel, da auch noch viel mehr im digitalen Raum passieren muss. Und, und das hat die Ministerin auch schon angesprochen, wir stärken den Kampf gegen Antisemitismus. Was Jüdinnen und Juden derzeit seit dem 7. Oktober in diesem Land erleben müssen, das ist erschreckend. Antisemitismus muss benannt werden, es muss dagegen aufgeklärt werden. Und die Opfer, die müssen Anlaufstellen haben und gut beraten werden und unterstützt werden. Und deshalb freue ich mich, dass wir zum Beispiel RIAS in die institutionelle Förderung aufnehmen und dass wir die Anlaufstelle für Opfer von Antisemitismus fördern. Ich freue mich aber vor allem, dass wir auch mit dem Jüdischen Kulturfonds jetzt dafür sorgen, dass jüdisches Leben in Deutschland noch viel sichtbarer wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei meinen Berichterstatterkollegen Martin Gerstner und Thorsten Lieb für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber ich möchte auch ausdrücklich Viktor Perli, André Berghecker und Yannick Buri danken, weil wir auch immer zwischen Oppositionsfraktionen und Regierungsfraktionen sehr konstruktiv bisher zusammengearbeitet haben. Und am Ende bedanke ich mich natürlich auch bei Frau Ministerin Faeser und dem Haus für die Zusammenarbeit und bitte am Ende noch um die Unterstützung der Einzelpläne 06 und 21. Vielen Dank. Das war der Kollege Dr. Thorsten Lieb für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundesministerin Faeser, vor fast zwei Jahren habe ich an dieser Stelle eines deutlich gemacht. Solange irgendeine jüdische Einrichtung in diesem Land unter Polizeischutz steht, unter Überwachung und Bewachung steht, solange bleiben der Schutz jüdischen Lebens und die Bekämpfung von Antisemitismus eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe der deutschen Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen, und auch darauf gibt der Etat richtige und wichtige Antworten. Bei aller Besorgnis um das jüdische Leben in Deutschland hätte ich mir nicht annähernd vorstellen können, was am vergangenen 7. Oktober passiert ist. 114 Tage sind vergangen seit dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel. Wir müssen leider feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Antisemitismus in Deutschland und Europa in unfassbarer Weise noch sichtbarer geworden ist, dass antisemitische Gewaltübergriffe auf jüdische Einrichtungen weiter zugenommen haben. Der Kampf, der Schutz von Jüdinnen und Juden und der Kampf gegen Antisemitismus ist wichtiger denn je in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn nicht nur das Existenzrecht Israels, auch die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland ist deutsche Staatsräson, und das ist wichtig zu betonen, wie ich finde. Und für uns war deswegen in den Etatberatungen zentral und wichtig, daraus Konsequenzen zu ziehen und Antworten geben zu müssen. Wer ein Haus baut, der will bleiben. So hat es Professor Salomon Korn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main, bei der Eröffnung des Gemeindezentrums dort am 14. September 1986 formuliert. Und ich möchte, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland weiterhin Häuser bauen, weil sie bleiben wollen, weil dieses Land ihre Heimat ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da müssen wir eintreten. Deswegen investieren wir mit dem Etat in den Wiederaufbau und die Sanierung von Synagogen in diesem Land, etwa am Bornplatz in Hamburg oder in der Münsterschen Straße hier in Berlin-Wilbersdorf. Dafür setzen wir bewusst Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland. Und schließlich haben wir als Koalition einen ganz wichtigen Punkt klargestellt in diesem Etat. Haushaltsmittel des Bundes dürfen nicht für terroristische Aktivitäten eingesetzt werden. Und ich will klar betonen, wer antisemitisches Gedankengut verbreitet, wer das Existenzrecht infrage stellt, darf nie und nimmer deutsches Steuergeld erhalten für seine Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich muss man niemanden mehr in diesem Haus, das ist heute mehrfach erwähnt worden, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinweisen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich kann ja immer noch gut verstehen, dass Sie unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Urteils in der ersten Bereinigungssitzung keine Anträge gestellt haben im November. Aber dass Sie weiterhin keine Stellen, dass Sie trotz der Herausforderung keinen einzigen inhaltlichen Alternativvorschlag, sondern lediglich Maßgaben eingebracht haben, das finde ich schon, das finde ich schon bemerkenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich würde ja wahnsinnig gerne mit Ihnen über konkrete Änderungsvorschläge reden. Nur es gibt leider keine, nicht im Kernbereich angeblich Ihrer Politik der inneren Sicherheit, nicht bei Digitalisierung. Per Maßgabe haben Sie die Einrichtung einer zusätzlichen Behörde gefordert, einer Bundesagentur für Einwanderung. Ich weiß, ist das jetzt die neue Variante von, wenn ich nicht mehr weiter weiß, schlage ich eine neue Behörde vor? Und das auch noch ohne Gegenfinanzierungsvorschlag. Das ist nicht die Politik der Koalition. Wir liefern konkrete Lösungen. Deswegen haben wir sehr viel verändert in diesem Etat und zahlreiche Verbesserungen beschlossen. Wir haben das BKA bestärkt. Wir haben gestärkt, wir haben die Grundlage dafür geschaffen, dass im gesamten Bereich der Migration endlich Digitalisierung richtig Einzug hält. Richtig Einzug hält. Wir stärken die Ausländerzentralregister. Wir sorgen damit dafür, dass auch die Kommunen vor Ort handlungstätig bleiben. Deswegen schaffen wir durch digitale Verfahren echte Handlungsfähigkeit für die Behörden in diesem Land. Das sind die richtigen und wichtigen Zeichen. Mit vielen Anträgen haben wir die richtigen Zeichen gesetzt. Herzlichen Dank. Ich bitte um Zustimmung für diesen Etat. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Lieb. Nächste Rednerin ist die Kollegin Andrea Lindholz, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Debatte ist ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz und einen Ausblick. Wo stehen wir nach zwei Jahren in der Innenpolitik der Ampel? Was muss sich in den nächsten eineinhalb Jahren dringend entwickeln? Und geht der BMI-Etat 2024 mit Blick darauf in die richtige Richtung? Ich will diese Frage beispielhaft an drei Bereichen beantworten. Für den Bereich Migration, für den Bereich innere Sicherheit und für den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz. Für den Bereich Migration muss man eindeutig feststellen, unser Land steht heute schlechter da als vor zwei Jahren. Wir befinden uns mitten in der dritten großen Migrationskrise der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und sie ist immer noch nicht gelöst. Das neue EU-Asylrecht wird erst in Jahren greifen. Die neuen Abschieberegeln der Ampel werden durch immer mehr Bleibemöglichkeiten konterkariert. Und die SPD will weiter am Familiennachzug festhalten und ihn sogar noch ausweiten. Wir brauchen aber endlich konsequente Maßnahmen, um die illegale Zuwanderung nach Deutschland zu stoppen. Und dazu gehört es Asylbewerberleistungen verpflichtend in Deutschland nur noch als Sachleistung oder mittels Geldkarte zu gewähren. Dazu gehört es, den Umfang gerade für Ausreisepflichtige deutlich zu senken an Leistungen. Und für Schutzbedürftige muss klar sein, wer nicht arbeitet oder zumindest einen Sprachkurs macht, der erhält auch geringere Leistungen. Weil wir müssen unsere Kommunen entlasten, und zwar dringend. Die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft müssen wir bewahren. Und ich bin überzeugt davon, den Zulauf auch zur AfD, den werden wir nur einbrechen lassen, wenn es uns gelingt, dieses Thema zu lösen. Denn genau den Parteifreunden von Ihnen, Frau Faeser, in Dänemark ist das gelungen. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Eine aktuelle Allensbach-Studie sagt, dass die Mehrheit in diesem Land ihrer Migrationspolitik misstraut. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn was machen Sie stattdessen? In der letzten Sitzungswoche haben wir hier unter Ihrer Federführung, Frau Faeser, erlebt, dass ein neues Einbürgerungsrecht eingezogen worden ist, das die Religion über die Gleichberechtigung von Mann und Frau stellt. Das kein ausdrückliches Bekenntnis zum Existenzrecht Israels enthält. Und das die Einflussnahme von Autokraten in Deutschland millionenfach erleichtert. Und dann wundert sich die Ampel über die Gründung einer neuen Erdogan-Partei in Deutschland. Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist grotesk. Und ich komme jetzt zum Bereich innere Sicherheit. Denn auch da muss man leider feststellen, unser Land steht heute schlechter da als vor zwei Jahren. Die Zahl der Extremisten ist laut Verfassungsschutz auf einem Höchststand. Nie gab es mehr extremistische Straftaten. Die Terrorgefahr und die Zahl antisemitischer Straftaten sind seit dem 7. Oktober nochmals gestiegen. Und auch die Gesamtzahl an Straftaten ist nach Jahren des Rückgangs wieder nach oben geschnellt. Was macht die Bundesregierung? Sie beerdigt den Pakt für den Rechtsstaat mit den Ländern. Sie verlässt sich bei der Verhinderung von Terroranschlägen vor allem auf die Hinweise aus dem Ausland. Und sie legt einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem der Einsatz von Vertrauenspersonen bei der Strafverfolgung, und das ist besonders wichtig, für die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, faktisch abgeschafft würde. Was kommt dazu? Von der Bundesinnenministerin und aus dem Innenministerium bis dato nichts. Und wir müssen doch für eines sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Behörden im Jahr 2024 das brauchen, was notwendig ist, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu gewährleisten und nicht bewährte Maßnahmen abzuschaffen. Und das betrifft neben den Befugnissen im Übrigen auch die Ausstattung. Es ist unverantwortlich, dass Sie den Haushalt für dieses Jahr gerade bei der Bundespolizei für dringend benötigte Investitionen von mehreren hundert Millionen Euro unterlassen. Ich nenne hier nur die neue wichtige Smart Borders IT-Infrastruktur. Ich nenne moderne Grenzkontrolltechnik zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Sie sparen an den falschen Stellen. Stattdessen geben Sie 1,5 Millionen Euro für Prestigeprojekte aus, wie zum Beispiel Ihre Überwachungsgesamtrechnung. Ich will nur sagen, Sie haben einen fundamental falschen Kompass der inneren Sicherheit. Und wenn ich hier heute zuhöre, muss ich mich fragen, ob Sie sich mit Ihren Behördenchefs überhaupt ein einziges Mal unterhalten haben. Zukunftsinvestitionen können Sie alle, können alle Ihre Behörden mit diesen Maßnahmen definitiv nicht leisten. Sie sind froh, wenn Sie mit dem Bestand über die Runden kommen. Das will ich hier ganz klar sagen. Und das gilt im Übrigen auch für den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes. Und auch da stehen wir schlechter da als vor zwei Jahren. Sie haben es selbst angesprochen. Die Bedrohungslage hat sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich verändert. Aber umso unverständlicher ist es doch, dass Sie ausgerechnet das noch von Bundesinnenminister Horst Seehofer und Armin Schuster, dem jetzigen sächsischen Innenminister, angestoßene Neuausrichtung im Zivil- und Bevölkerungsschutz und Zivil- und Katastrophenschutz de facto gestoppt haben. Ja, die Bundeswehr, die rüstet sich für den Verteidigungsfall, erarbeitet einen militärischen Organisationsplan und aus Ihrem Haus, Frau Faeser, kommt zu entsprechenden Zivilschutzplänen, worunter unter anderem auch der notwendige Aufbau einer zivilen Reserve bestehen würde, 0,0 und rein gar nichts. Und ich will sagen, wozu das führt. Das führt dazu, dass Verteidigungsminister Pistorius erst kurz vor einigen Tagen dringend appelliert hat, folgendes Zitat von ihm, richtig, richtig Tempo nachlegen müssen wir, damit wir uns in die Situation bringen für den Fall der Fälle. Ja, recht hat er. Aber wenn das doch die Konsequenz ist, dann braucht es statt saftiger Kürzungen, saftige Kürzungen, wuchtige Investitionen beim THW und beim BBK. Und es braucht 10 Milliarden Euro in 10 Jahren für den Zivil- und Katastrophenschutz. Und wir brauchen hier ein komplettes Umdenken. Und ich will Ihnen noch mal eins sagen, Frau Schäfer, unter anderem, ich sage mal so, eine Ampelregierung, die mit 477 Milliarden Euro und den notwendigen noch weiteren Sondertöpfen, die Ihnen zur Verfügung stehen, nicht auskommt und die hier vollkommen falsche Prioritäten setzt, der ist wirklich nicht mehr zu helfen. So viel Geld hat keine Regierung vorher zur Verfügung gehabt. Und Ihre Schwerpunktsetzung, auch im Bereich innerer Sicherheit, die ist komplett schlecht aufgestellt. Und deswegen, Herr Lieb, reicht es noch nicht mal, in Ihrem Haushalt Änderungsanträge zu stellen. Ihren Haushalt müsste man komplett überarbeiten, müsste komplett neue Schwerpunkte setzen. Der ist einfach nur grottenschlecht gemacht. Und deswegen lehnen wir auch den Etat des Innenministeriums ab. Danke sehr, Frau Kollegin Lindholz. Nächster Redner ist der Kollege Martin Gerst, der SPD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin Nancy Faeser. Ja, Andrea Lindholz, ich will zunächst einmal sagen, dass ich mich persönlich wirklich sehr freue, Andrea, dass du nach deinem schlimmen Unfall und der langen Verletzungspause wieder auf den Beinen bist und wieder zurück bist im Deutschen Bundestag. Aber was die politische Einschätzung anbelangt, da liegen wir heute zumindest sehr weit auseinander. Ich bin nicht der Meinung, dass der Innenetat grottisch schlecht ist, so deine Wortwahl, sondern ich glaube, es ist ein sehr guter Etat, den wir hier vorliegen haben, auch zur Abstimmung. Und ich will ganz gerne auch noch mal auf ein paar Punkte eingehen, weil auch Yannick Buri hat ja für die Unionsfraktion einige Punkte angesprochen. Jetzt kam auch noch mal das Thema Migration. Und hier frage ich einfach, wenn alles so schlecht ist, was wir machen, wo sind denn dann eigentlich die Anträge für die Unionsfraktion gewesen in unseren langen Haushaltsberatungen? Aber nicht nur, dass keine Anträge kamen. Und ich sage auch mal ganz selbstbewusst und klar und offen, beim Thema Migration müssen wir besser werden. Und deswegen gab es ja auch die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung Anfang November. Und da gab es ja klare Verabredungen. Und die Ampel hält sich an die klaren Verabredungen. Wir haben uns auf Maßnahmen verständigt und wir setzen das um. Zum Beispiel haben wir im Haushaltsausschuss in der letzten Sitzungswoche in der Bereinigungssitzung beschlossen, zusätzlich 100 Millionen Euro bereitzustellen für die Digitalisierung des Ausländerzentralregisters und auch der Ausländerbehörden. Das verringert Bürokratie, erhöht die Sicherheit der Verfahren, das entlastet Kommunen, Abstimmungsverhalten der Union, Enthaltung. So, also das finde ich ja schon ein bisschen bizarr. Verabredungen, Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung. Auch Markus Söder war meines Wissens anwesend. Und die Union enthält sich dann im Haushaltsausschuss, passt irgendwie nicht zusammen, muss man an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Zweiter Punkt. Wir haben zur Beschleunigung der Asylverfahren 350 zusätzliche Stellen beim BAMF beschlossen. So, und das ist ja eine richtige Entscheidung. Wir brauchen eine Beschleunigung. Heute Morgen hat der Kollege Middelberg für die Unionsfraktion diese Stellenerhöhung kritisiert und hat gesagt, das sei unmöglich, dass jetzt auch noch der Personalaufbau beschleunigt wird. Ich finde, das ist völlig deplatziert, denn das ist ja eigentlich eine Umsetzung dessen, was in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung vereinbart wurde. Und es wird noch bizarrer. Da wird gesagt, ja, Sicherheitsrisikoampel, habe ich ja vor ein paar Wochen gelesen. Ja, jetzt haben wir 1.000 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei, damit wir die Anwärterinnen und Anwärter übernehmen können. So, und was macht die Union? Kritik von Herrn Middelberg an diesen zusätzlichen 1.000 Stellen. Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und deswegen muss man einfach sagen, das ist total unredlich, was hier passiert und auch in der Debatte entsprechend vorgetragen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und ich will an dieser Stelle sagen, wir brauchen natürlich auch diese Stellen und wir brauchen diese Verbesserungen im Etat, im parlamentarischen Verfahren. Denn unsere Demokratie, das haben auch mehrere Redner vorhin schon gesagt, Jamila Schäfer, Thorsten Lieb, bei denen ich mich sehr bedanken möchte für unsere sehr guten und zielführenden Beratungen und auch Verhandlungen. Unsere Demokratie steht enorm unter Druck von außen und von innen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass aktuell so viele Menschen tatsächlich auf der Straße sind und deutlich machen, dass sie an unserer Demokratie festhalten und dass sie alles ablehnen, was von rechts kommt. Und das ist endlich so, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt. Und es ist gut so, dass so viele Hunderttausende Menschen tatsächlich auf der Straße sind, überall in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Mannheim, in Karlsruhe, in Ulm, auch in meiner Heimatstadt, in Biberach, über 3.000 Menschen. So, und das ist schön, dass die Leute zusammenkommen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal Dankeschön sagen an all jene, die innerhalb von wenigen Tagen diese Kundgebungen organisiert haben. Denn das war natürlich auch eine unglaubliche Arbeit. Und ich will stellvertretend damit das Engagement auch mal Namen bekommt, sagen, in Biberach waren es Walter Schaach und Simon Oetzkeles. Nie wieder. Das ist jetzt. Das ist in diesen Tagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass die Bundesregierung noch mal deutlich macht. Und Nancy Faeser hat es auch in ihrer Rede noch mal klar gesagt. Eine klare Ansage ist jetzt notwendig gegen rechts. Und ich finde es ausgesprochen gut, dass der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus konsequent umgesetzt wird, dass verfassungsfeindliche Vereine verbietet werden, Einreiseverbote verhängt werden und Finanzströme rechter Netzwerke ausgetrocknet werden. Und das finde ich gut. Herzlichen Dank an Nancy Faeser und das Bundesinnenministerium, weil das ist Notwendiges auch mit allem Nachdruck und in aller Deutlichkeit zu tun. Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir beim THW einen Aufwuchs haben von 15 Millionen Euro, aber auch für die Malteser. Und auch darauf verweisen, dass wir die Strafverfolgungsbehörden personell und finanziell verstärkt haben. Präventionsprogramme gegen Extremismus und Antisemitismus hochfahren. Wir investieren in politische Bildung und in Integration. Die Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung haben wir nahezu zu 100 Prozent rückgängig gemacht. Und auch gesagt, dass wir ein verstärktes Engagement in den sogenannten sozialen Medien wollen. Und das kann jetzt auch funktionieren mit unseren Beschlüssen im Haushaltsausschuss. Ich freue mich auch ganz besonders sehr und die SPD-Fraktion, ich glaube die Ampel insgesamt, dass wir bei den Integrationskursen jetzt so viel Mittel, so viel Geld wie noch nie zur Verfügung haben. Auch das, glaube ich, ist ein ganz klares Signal in unserer Gesellschaft. Und dass wir es geschafft haben, bei der Migrationsberatung für Erwachsene, die ursprünglich im Regierungsentwurf vorgesehenen Kürzungen komplett zurückzunehmen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und hilft Menschen, sich hier zu integrieren. Vielen Dank nochmal, dass wir das so hinbekommen haben. Ja, es ist deutlich geworden, glaube ich, dass die Ampelkoalition einmal mir gezeigt hat, dass sie in Krisensituationen handlungsfähig und kompromissfähig ist. Ich finde, es liegt ein solider Haushalt vor. Ich empfehle Zustimmung, möchte mich nochmal bedanken bei den Ampelfraktionen für die gute Zusammenarbeit, aber auch bei der Ministerin persönlich und der ganzen Mannschaft aus dem Bundesinnenministerium. Das war gut und deswegen können wir auch zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gerster. Nächster Redner ist der Kollege Markus Bühl, AfD-Fraktion. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der von der Ampel vorgelegte Haushalt ist ein herber Rückschlag für die innere Sicherheit unseres Landes. In wichtigen, sicherheitsrelevanten Bereichen wird gekürzt und weggestrichen, während für die Asylindustrie mit vollen Händen aus den Steuersäcken verteilt wird. Für 2024 plant die linksgrüne Koalition weniger für den Katastrophenschutz und das Technische Hilfswerk, dessen Ortsverbände erst im Dezember wieder hervorragende Arbeit im Kampf gegen das Hochwasser geleistet haben. Das ist nichts anderes als eine Schwächung der Einsatzfähigkeit in Krisenzeiten. Weiter kreist der Rotstift beim Bundeskriminalamt und dem BSI. Und bei der Bundespolizei sind die Mittel für die Modernisierung der IT-Systeme viel zu gering veranschlagt. THW und Bundespolizei werden finanziell an der kurzen Leine gehalten. Massiv steigende Straftaten, eine Asyl- und Migrationskatastrophe unglaublichen Ausmaßes. Und sie kürzen bei der inneren Sicherheit. Das größte Sicherheitsrisiko für unser Land ist diese Bundesregierung. Im Bereich Migration sitzt das Steuergeld bei der Ampel hingegen locker. 70 Millionen Euro gibt es für Umsiedlungsprogramme nach Deutschland und über eine Milliarde Euro für betrugsanfällige Integrationskurse. 25 Millionen Euro gibt es für die Asylindustrie, um behördenunabhängig in Asylverfahren zu beraten. Und auch die Anreize zur freiwilligen Ausreise, damit sich abgelehnte Asylbewerber rechtskonform verhalten, wurden hochgesetzt. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer wurde um nochmals 20 Millionen Euro erhöht, obwohl auch der Bundesrechnungshof deutlich gewarnt hat. Der Bedarf dieses Angebots ist weder geklärt, noch findet seit 18 Jahren eine Erfolgskontrolle statt. Die meisten, die nach Rat suchen, entsprechen nicht mal der Zielgruppe. Zudem existieren Doppelstrukturen zwischen Bund und Ländern. Mit unseren Streichungs- und Änderungsanträgen sind wir in den Haushaltsverhandlungen der migrationspolitischen Geisterfahrt dieser Ampel entgegengetreten. Die von uns immer wieder eingeforderten und widerwillig eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien zeigen Wirkung. Dies belegen zum einen die Zahl der Aufgriffe von Schleusern als auch rückläufige illegale Einreisen. Die Grenzkontrollen müssen nun dauerhaft fortgesetzt werden. Und die Bundespolizei braucht klare Rechtsinstrumente, um Schlepper im Grenzgebiet effektiv zu bekämpfen. Durch die stationären Grenzkontrollen wird die dünne Personaldecke bei der Bundespolizei sichtbar, wie die hohe Anzahl an Überstunden deutlich zeigt. Wir werden in den kommenden Jahren mehr Bundespolizisten benötigen, auf dem Weg zu einem konsequenten Grenzschutz. Wir fordern die Bundesregierung auf, freiwillige Aufnahmeprogramme zu stoppen, die stationären Grenzkontrollen dauerhaft beizubehalten, sämtliche Sozialmagneten abzuschalten und endlich eine konsequente Rückführungsoffensive abgelehnter Asylbewerber einzuleiten. Einen Haushalt, der bei der inneren Sicherheit kürzt und die Asylindustrie weiter aufbläht, lehnen wir selbstverständlich ab. Vielen Dank, Herr Kollege Bühl. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Marlene Schönberger, Bündnis 90 des Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, im Grunde kein Antisemitismus, jüdische Paranoia, Import des israelisch-palästinensischen Konflikts. All das müssen sich Jüdinnen und Juden seit Jahren anhören, wenn sie auf zunehmenden Antisemitismus hinweisen. Dabei zeigen Studien ganz klar, dass die Zunahme zu antisemitischen Aussagen steigt. Der Antisemitismus, da sind sich alle Forschenden einig, wird zunehmend offener und gewaltvoller. Die Politik der Verdrängung fällt uns seit Jahren auf die Füße. Was verdrängt wurde, bricht mit Gewalt hervor. Man denke an den ehemaligen obersten Verfassungsschützer, der neonazistische Codes verwendet, an die Anschläge von Halle und Hanau, an sogenannte Hygienedemonstrationen mit gelben Judensternen, die im Versuch gipfelten, hier ins Reichstagsgebäude einzubringen. Dabei laufen hier doch schon Verschwörungsideologinnen und Querdenker herum, wie mein Vorredner gerade bewiesen hat. Im letzten Jahr mussten Jüdinnen und Juden erleben, wie antisemitische Kunstwerke ausgestellt und Shoah-klorifizierende Flugblätter relativiert wurden. Seit dem 7. Oktober müssen Jüdinnen und Juden mit dem Wissen leben, dass das Sicherheitsversprechen des jüdischen Staates infrage gestellt wurde. Die Hamas hat 1.200 Menschen grausam ermordet, teilweise zu Tode gefoltert. 136 Geiseln sind weiterhin in den Händen der Terroristen. Gleichzeitig sind Jüdinnen und Juden Teil der deutschen Gesellschaft, in der nach wie vor viele Abwiegeln, Kleinreden, Verdrängen wegsehen. Seit Oktober gab es in der Bundesrepublik nicht nur 5.400 antisemitische Straftaten, sondern auch über 700 Anfragen von Betroffenen bei der Beratungsstelle OFEG. Liebe Kolleginnen, wir sind entschlossen, das Verdrängen und das Schweigen nicht länger hinzunehmen. Mit diesem Haushalt sagen wir den antisemitischen Zuständen den Kampf an. Wir sind nicht nur dann gegen Antisemitismus, wenn es politisch opportun ist oder grausame Gewalt gegen Jüdinnen und Juden zum Handeln zwingt. Nein, der Kampf gegen Antisemitismus ist eine Daueraufgabe. In diesem Haushalt stellen wir so viel Geld wie nie zuvor für den Kampf gegen den Antisemitismus und die Förderung jüdischen Lebens bereit. Wir stärken das Monitoring antisemitischer Vorfälle mit einer institutionellen Förderung für RIAS. Wir unterstützen die Arbeit der Beratungsstelle OFEG, die sich auf die Beratung von Betroffenen und Institutionen nach antisemitischer Gewalt spezialisiert hat. Wir fördern antisemitismuskritische Bildungsarbeit wie nie zuvor und wir stärken den Antisemitismusbeauftragten. Und, was mich ganz besonders freut, wir haben es endlich geschafft, den Jüdischen Kulturfonds einzurichten. Ich war in den letzten Jahren mit etlichen jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden im Gespräch, auch mit Gemeinden. Deren Erfahrungsberichte sind in die Ausgestaltung dieses Fonds eingeflossen. Sie alle können jetzt Anträge stellen für die Freiheit der Kunst, die enorm unter Antisemitismus gelitten hat, ist es ein wichtiger und notwendiger Schritt. Liebe Kolleginnen, unsere Demokratie steht unter Druck. Durch die Autokraten dieser Welt, ihre Propaganda, ihre Helfershelfer, aber auch durch Ideologien, die nach 1945 nie verschwunden waren. Füllen wir das mit Leben, was in jeder Rede zum Gedenktag am 27. Januar zu hören ist. Nie wieder darf nicht nur eine Phrase sein. Handeln wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schönberger. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Konstantin Kuhle, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Lindholz, ich bin auch froh, dass Sie wieder da sind. Aber von all dem Falschen, was Sie hier gesagt haben, hat mich eine Sache am meisten aufgeregt. Und das ist der Vorwurf, dass die Tatsache, dass die Ampelkoalition endlich eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von V-Personen bei der Strafverfolgung schaffen will, in die falsche Richtung gehe. Wir müssen uns doch nur mal anschauen, wieso es in den letzten Jahren in Deutschland erfolgreiche, leider muss man sagen, terroristische Anschläge gegeben hat. Weil die Sicherheitsbehörden den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen beim Einsatz von V-Personen. Genauso war es im Fall Amri, genauso war es beim Berliner Breitscheidplatz. Und es ist gut, dass Marco Buschmann und Nancy Faeser jetzt endlich dafür sorgen, dass eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von V-Personen bei der Strafverfolgung geschaffen wird. Und wenn wir über Rechtsgrundlagen sprechen für die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden, dann stelle ich mir schon die Frage, warum es eigentlich in 16 Jahren unionsgeführtem Innenministerium nicht gelungen ist, ein neues Bundespolizeigesetz auf den Weg zu bringen. Moment, Sie haben das Bundespolizeigesetz sogar beschlossen, aber Sie sind damit im Bundesrat auf die Nase gefallen, weil Sie vorher nicht mit den Ländern gesprochen haben. Und diese Koalition bringt ein neues Bundespolizeigesetz auf den Weg. Und deswegen können Sie sich davon eine Scheibe abschneiden, was diese Koalition in der Innen- und Rechtspolitik macht, liebe Frau Lindholz. Und weil ich gerade über die Bundespolizei spreche, es ist ja die innenpolitische Debatte. Und natürlich danken wir in der innenpolitischen Debatte immer allen Frauen und Männern in Deutschland in Uniform für ihre Arbeit. Ich will aber heute auch mal den Haushältern der Ampelkoalition danken. Denn die haben dafür gesorgt, dass wir über 1.000 neue Stellen bei der Bundespolizei kriegen. Die haben dafür gesorgt, dass wir über 300 neue Stellen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kriegen. Und das ist ein großer Erfolg. Und deswegen geht dieser Haushalt auch in dieser Frage in die richtige Richtung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum braucht es neue Stellen bei der Bundespolizei? Warum braucht es neue Stellen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Weil das Thema Migration brennt. Weil es unseren Kommunen auf der Seele brennt. Weil es vielen Menschen in diesem Land auf der Seele brennt. Und deswegen ist es gut, dass wir in der letzten Woche mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rückführung einen wesentlichen Schritt dafür hingekriegt haben, dass Menschen, die kein Bleiberecht haben, dieses Land auch wieder verlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil das so ist, weil wir dafür gesorgt haben, dass wir endlich weniger irreguläre Migration nach Deutschland kriegen, müssen wir uns auch darüber austauschen, wie wir endlich mehr reguläre Migration nach Deutschland hinbekommen. Denn unser Land ist dringend angewiesen auf Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und auch hier hat ja die Koalition mit dem Einwanderungsgesetz, mit der Einführung eines Punktesystems nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer, wichtige Gesetze beschlossen. Ich will aber eine Entscheidung aufgreifen, die der Haushaltsausschuss schon im letzten Jahr getroffen hat. Und diese Entscheidung ist, dass das beste Einwanderungsgesetz nichts nützt, wenn man nicht die entsprechende Migrationsbürokratie und Aufstellung der Behörden hat. Und deswegen gilt das, was der Haushaltsausschuss gesagt hat. Wir brauchen endlich eine Aufarbeitung der Zuständigkeiten beim BAMF, beim Auswärtigen Amt, bei der Bundesagentur für Arbeit, übrigens bevor eine neue Behörde gegründet wird, da hat der Kollege Lieb völlig recht, damit diejenigen Menschen, die nach Deutschland in den Arbeitsmarkt einwandern wollen, auch endlich ein Visum bekommen. Und das gehen wir an. Genau das ist der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich gerne die letzten Sekunden meiner Redezeit noch dafür nutzen, ein Wort zu den Demonstrationen zu sagen, die wir gerade auf den Straßen in Deutschland sehen. Ich finde, es ist ein ermutigendes Zeichen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und sich für unsere Demokratie, für die offene Gesellschaft, für die liberale Demokratie stark machen. Mir ist aber wichtig, vor allen Dingen an alle konservativen und alle liberalen Demonstranten, die da unterwegs sind, es ist nicht links für das Grundgesetz zu demonstrieren, es ist richtig für das Grundgesetz zu demonstrieren. Und gleichzeitig will ich ein Wort sagen an die politische Linke, ihr demonstriert bei solchen Demonstrationen nicht gegen Friedrich Merz und auch nicht gegen Christian Lindner, sondern gegen die widerlichen, faschistischen, rechtsextremistischen Vertreibungspläne der AfD, die es gegeben hat. Und deswegen ist es gut, dass es diese Demonstrationen gibt, nicht nur, weil wir dabei zusammenstehen, sondern weil ganz viele Menschen auf die Straße gehen, die normalerweise nicht zusammen demonstrieren. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Nunmehr lauschen wir den Worten des Kollegen Fritz Günstler, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach diesen wichtigen Debatten über Migration und andere Fragestellungen des Einzelplan 06 möchte ich das Augenmerk auf den Sport lenken, ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, aber auch des Einzelplans 06. Und die Haushaltsberatungen auch zu diesem Bereich waren schon doch sehr bemerkenswert. Wir haben einen Entwurf der Bundesregierung vorgefunden, der Kürzungen von sage und schreibe 10 Prozent in diesem Bereich vorgesehen hat. Dies hat zu großen Verunsicherungen geführt. Dies war ein fatales Signal für den organisierten Sport. Und dafür tragen Sie die Verantwortung, Frau Ministerin Faeser. Und wenn es dann heißt, dieser Regierungsentwurf für den Sport war unbefriedigend und stark verbesserungswürdig, hat das kein Vertreter der Union gesagt, sondern der Kollege Martin Gerster gesagt. Wenn es einer Ohrfeige aus der eigenen Fraktion bedürft hätte, das war diese, lieber Herr Gerster, aber danke dafür, dass Sie das so deutlich angesprochen haben. Und ich finde auch richtig und gut, dass Sie einen Großteil dieser Kürzungen im Rahmen der Haushaltsberatung zurückgenommen haben. Und ich habe so das Gefühl, Sie erwarten jetzt auch Dankbarkeit dafür, dass Sie das, was die Bundesregierung gekürzt hat, nun wieder eingestellt haben. Sie kommen mir vor wie ein Brandstifter, der als Feuerlöscher auftritt und dafür noch Jubel haben will, obwohl er die Dinge beseitigt, die er selber verursacht hat. Liebe Frau Ministerin Faeser, wir werden als Union den Eindruck nicht los, dass Sie ein wenig mit dem Sport fremdeln. Dieser Sport findet in der Bundesregierung nicht die Aufmerksamkeit, wie es in den Vorjahren bei den anderen Bundesinnenministern war. Die Bundesinnenminister waren immer Anwalt des Sportes in Deutschland, und das sind Sie leider nicht, Frau Ministerin. Ich erinnere nur, dass Sie schon in Ihrer ersten Rede im Januar 2022 völlig vergessen haben, den Sport anzusprechen. Heute haben Sie ihn mit ein paar Sätzen angesprochen und dann bejubelt das, was Sie verkürzt haben, was dort dann wieder eingeführt ist. Aber auch der Ampel ist zu sagen, wenn man mal nach zweieinhalb Jahren Bilanz zieht und in den Koalitionsvertrag schaut, da ist nicht viel von übergeblieben. Entwicklungsplan Sport, Fehlanzeige. Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen, Fehlanzeige. Unabhängige Instanz für die Mittelvergabe, Fehlanzeige. Sportfördergesetz, Fehlanzeige. Höhere Unterstützung für Sportgroßveranstaltungen in Deutschland, Fehlanzeige. Das ist Ihre Bilanz. Nach zweieinhalb Jahren, Sie sollten sich schämen, für den Sport tut diese Ampel in Deutschland nicht. Und das bedauern wir. Denn die 90.000 Vereinen, über 25 Millionen Menschen, die dort aktiv sind, die haben es verdient, ernst genommen zu werden. Auch ernst genommen werden von dieser Bundesregierung. Auch bei knappen Kassen braucht der Sport unsere Unterstützung. Der Sport braucht eine neue Regierung. Der Sport braucht die Union. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Günstler. Nunmehr hat das Wort der Kollege Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir so die Reden der Union und der noch rechteren Opposition hier im Hause gehört haben, dann muss es uns hier Angst und Bange werden. Aber angesichts der Tatenlosigkeit der Opposition muss man sehen, die Union hat keine eigenen Anträge im Angebot. Und das Gegenteil von dem Behauptenden ist der Fall. Dieser Haushalt ist ein gutes Signal für die innere Sicherheit. Im Gegensatz zum Entwurf wurden noch mal knapp 500 Millionen draufgelegt. Es ist gut, dass die innere Sicherheit bei uns hier in der Verantwortung ganz oben steht. Das ist ein starkes Signal, auch angesichts des schwierigen Urteils aus Karlsruhe. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Diese Kürzungen haben wir zurückgenommen. Wir setzen auch einen Schwerpunkt auf den Bevölkerungsschutz. Und wir setzen auch genau so einen Schwerpunkt auf die Integration von Menschen, die hier schutzberechtigt sind, die hier einen Aufenthaltsstatus haben. Und ich knüpfe an die Kollegen an. Ja, wir unterscheiden zwischen denjenigen, die schutzberechtigt sind und denjenigen, die nicht schutzberechtigt sind. Und es ist dieser Bundesregierung im Übrigen auch zu verdanken, dass wir auf europäischer Ebene endlich zu einer Ordnung kommen mit dem Neustart des Geers. Das hat die Union in ihrer Regierungszeit nämlich nie hinbekommen, meine Damen und Herren. Eine Milliarde stehen für die Integrationskürse zur Verfügung. Wir schützen jüdisches Leben. Auch hier investieren wir deutlich. Denn Jüdinnen und Juden müssen in diesem Land wissen, wir stehen an ihrer Seite, wir sind solidarisch. Und wir sorgen auch dafür, dass dieser Staat wehrhaft ist, wenn es gegen die Feinde der Demokratie geht. Das tun wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kommunen werden entlastet. Das BAMF wird gestärkt, um auch die Verfahren heranzubringen. Aber der Kampf gegen den Rechtsextremismus, das ist das entscheidende Moment in diesen Tagen. Und meine Damen und Herren, das betrifft alle Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Konstantin Kuhlis ist der Kampf gegen den Rechtsextremismus und nicht der Kampf gegen Rechts. Hier muss man eben sehr genau aufpassen. Sprache ist sehr, sehr entscheidend. Und deswegen richte ich mich auch an die Union. Wenn Ihr Fraktionschef und der Landesgruppenchef Dobrindt in der Frage einer Wahlrechtsänderung, die im Übrigen von der Europarechtskonvention, auch hier auch nochmal von der Venedig-Kommission ganz klar als in Einklang mit internationalem Recht geurteilt worden ist, auch im Vorfeld an der Karlsruhe-Entscheidung, von Manipulationen des Wahlrechts gesprochen wird, dann greifen Sie auch hier in die Kiste und Sie verschieben sprachlich Grenzen. Sie sehen Zweifel an diesem Staat. Das ist keine Brandmauer. Und ich sage Ihnen deutlich, wenn Sie in der aktuellen Stunde auch noch hier dann die Lesart zutage bringen, dass Sie sagen, na ja, also diese Kritik an der Ampel, das ist ja berechtigt, dass man der rechtsradikalen AfD eine Stimme geben kann. Meine Damen und Herren, das ist keine Brandmauer. Auch Sie verschieben die Grenze, wenn Sie das versuchen zu rechtfertigen. Und wenn Sie daran denken, dass aus Ihnen rein Menschen wie Maaßen kommen und Widersprüche wie Werteunion dazu führen, dass Sie ein Problem haben, dann haben wir in der letzten Aktuellen Stunde auch Familien zu thematisieren, dass namenhafte Vertreter der CDU an Treffen in Potsdam teilgenommen haben. Deswegen lade ich Sie als Demokratinnen und Demokraten ein. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, aber achten Sie auf Ihre Sprache, denn Sie tragen auch Verantwortung für diese Diskursverschiebung in diesem Land. Wir brauchen einen wehrhaften Staat, eine wehrhafte Gesellschaft beim Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und passen Sie auf, dass Sie auch Ihre Verantwortung hier zu tragen haben. Und diese Haushaltsberatung hat es wieder einmal gezeigt, es gibt nämlich einen feinen Unterschied zwischen dem, was tatsächliche Haushaltszahlen hergeben, oder die Beurteilung eines einzelnen Gesetzgebungsverfahrens, die wir hier durchs Plenum gebracht haben. Wir laden alle Demokratinnen und Demokraten damit ein, an einer Lösung der Migrationsfrage zu arbeiten. Auch wir sagen, Zugangszahlen sind zu hoch. Wir haben hier Gesetze auf den Weg gebracht. Was aber überhaupt nicht geht, ist, wenn Sie mit Fake News operieren. Und Frau Lindhals, ich freue mich auch, dass Sie wieder da sind. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie an Punkte anklüpfen, wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Sie merken auch angesichts Ihrer Umfragezahlen, Sie stärken ausschließlich den rechten Rand in diesem Haus. Wir stärken im Gegensatz dazu innere Sicherheit. Wir stärken die Gesellschaft. Und wir sorgen für ein resilientes Land. Und im Übrigen der Getroffene und Welt. Vielen Dank, Herr Kollege Hartmann. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen König, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen! Und vor allem liebe Sportler! Die Bundesregierung kürzt den Sporthaushalt um 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Der Sport bekommt nur noch 273 Millionen Euro. Sport ist für Sie, Frau Ministerin Faeser, nur eine Streichposition. Sie bekämpfen alles, was irgendwie mit Deutschland und irgendwie mit Leistung zu tun hat. Für die Alternative für Deutschland ist Sport dagegen sehr wichtig. Wir haben mit insgesamt elf Haushaltsanträgen dafür gekämpft, dass der Sport insgesamt 384 Millionen Euro erhält. Sie alle, Sie alle, inklusive CDU und CSU, haben diese Anträge allesamt abgelehnt. Der Sport in Deutschland, ich wiederhole mich, bekommt also nur 273 Millionen Euro. Wie gesagt, eine Kürzung von 20 Prozent. Die Supermacht Indien dagegen bekommt ausweislich der Bundestagsdrucksache 20-9761 insgesamt 1,7 Milliarden Euro aus Deutschland. Also das Sechsfache des deutschen Sports. Zum Vergleich. Das indische Raumfahrtprogramm kostet eine Milliarde Euro mit erfolgreicher Landung auf dem Mond. Wir finanzieren den Indern ihre Raumfahrt, haben aber kein Geld für die eigenen Sportler. Wie sieht es denn aus im deutschen Sport? Eine fünffache Weltmeisterin muss 8000 Euro Eigenmittel mitbringen, damit sie für Deutschland starten kann. Und der Sanierungsstau bei den Sportstätten beträgt insgesamt bei über 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden! Werte Kollegen Sportpolitiker der Ampel, dass Sie sich bei diesen Zahlen so einen Skandal von der eigenen Regierung gefallen lassen, sagt eigentlich alles über Sie aus. Und es bleibt dabei, Sie, Frau Ministerin Faeser, Sie sind die Totengräberin des deutschen Sports. Die ganze Ampelregierung gehört dahin, wo die Inder erfolgreich gelandet sind, auf den Mond. Wir von der Alternative für Deutschland würden langfristig eine Milliarde Euro für den Sport ausgeben. In diesem Sinne, sportfrei! Vielen Dank, Herr Kollege König. Nächste Rednerin ist die Kollegin Tina Winkelmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, liebes Sportdeutschland, also probieren wir es mal nochmal mit dem Sport jetzt. Also, etwas, das uns tagtäglich, aber in diesem Jahr besonders intensiv verbinden wird, ist der Sport. Denn Sport ist kein Nice-to-have. Sport ist mehr als nur Wettkampf und Leistung. Sport ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft mit vielfältigen Aufgaben. Und er ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Unser Sporthaushalt ist stabil. Wir konnten im parlamentarischen Verfahren noch viele Verbesserungen vornehmen. Die Errichtung des Zentrums SafeSport, das Programm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport, sind zwei von vielen zentralen Punkten unseres Engagements. Und ihre wichtige Aufgabe werden sich auch in der Präventionsarbeit zeigen. Und die wichtige Unterstützung unserer olympischen SportlerInnen ist nicht nur kurz vor dem Spielen wichtig, sondern sie muss stetig sein. Und der Aufwuchs beim Parasport war dringend notwendig. ParasportlerInnen ihre Anerkennung auszuzeichnen, ist ein Anliegen für uns. Und deswegen unterstützen wir sie deutlich. Auch gibt es eine deutliche Unterstützung für die nicht-olympischen Verbände und Verbände mit besonderen Aufgaben. Die erfolgreiche Rodel-WM hat gerade gezeigt, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Top-SportlerInnen und ihrem Arbeitsgerät ist. Aus diesem Grund haben wir trotz anfänglicher Streichungsvorhaben einen Aufwuchs für die renommierten Institute IAT und FES auf 22 Millionen realisiert. Dies zeigt, wir sind bereit, in die Zukunft des Sports zu investieren, in unsere Gesellschaft, in die Sportnation Deutschland. Aber, meine Damen und Herren, wir können diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Mein Appell geht daher an die Länder. Sport in die Zukunft zu führen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Investiert mehr und konsequenter in die Sportstätten vor Ort. Diese Orte sind mehr als nur Plätze und Hallen. Sie sind Treffpunkte, an denen die Werte des Sports vermittelt werden. Der Haushalt muss auch in den nächsten Jahren klar gestärkt werden. Wir haben weiterhin große Aufgaben vor uns, zum Beispiel eben Planungssicherheit und gerade für das Ehrenamt. Unser Fels in fast 90.000 Sportvereinen. Und als Teil dieser Regierung stellen wir uns diese Aufgabe. Und die anstehende EM ist für uns die Chance, das bunte und demokratische Deutschland zu präsentieren. Und mit 13 Millionen für Kulturveranstaltungen rund um die EM werden wir unsere Gäste und unsere BürgerInnen begeistern. Und damit wünsche ich uns allen ein überragendes Sportjahr 2024. Und Grüße gehen nach Thüringen zu den Special Olympics Nationale Winterspiele. Vielen lieben Dank und danke, Frau Ministerin. Vielen Dank, Frau Kollegin Winkelmann. Nächster Redner ist der Kollege Philipp Hartwig, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 167 Athletinnen und Athleten von am Ende hoffentlich über 400 haben sich bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind für uns in der Sportpolitik neben unter anderem der Fußball-EM in diesem Jahr besondere Schlaglichter. Mit der Entsendung, Betreuung und einem umfassenden High-Performance-Center rund um das Deutsche Haus gilt es, unseren Athletinnen und Athleten die besten Rahmenbedingungen in Paris zu ermöglichen. Besonders möchte ich mit dem Zuge aber herausheben, für das Institut für angewandte Trainingswissenschaft und das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten bleiben die Aufwüchse der letzten Jahre nicht nur erhalten, sondern es gibt im Etat auch einen Aufwuchs auf insgesamt 22,6 Millionen Euro. Damit können unsere Medaillenschmieden innovative Entwicklungen weiter vorantreiben und unseren Sportlern zu Bestleistungen verhelfen. Dabei möchte ich auch an der Stelle schon mal unseren Athletinnen und Athleten maximale Erfolge wünschen. Doch im Einzelplan 6 steckt deutlich mehr für den Sport und es wurde schon erwähnt, es ist einiges im parlamentarischen Verfahren hinzugekommen. Daraus ein paar Beispiele. Special Olympics Deutschland als Sportverband für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung erhalten 1,7 Millionen Euro mehr Haushaltsmittel. Ebenso wird die Förderung vom Verein Athleten Deutschland auf insgesamt 770.000 Euro angehoben. Die Finanzierungssorgen bezüglich der Bundesfinals von Jugendtrainiert für Olympia und Paralympics wurden mit einer Aufstockung um 500.000 Euro entgegengewirkt. Im Übrigen auch ein großartiger Wettbewerb. Für die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, gibt es 7,7 Millionen Euro im Bereich Dopingprävention und Dopingbekämpfung. Auch der jüdische Sportdachverband Makabi wird gestärkt durch gezielte Fördermaßnahmen. Eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 400.000 soll Makabi in die Lage versetzt werden, noch effektiver gegen Antisemitismus im Sport vorzugehen. Deutschland kann Sportgroßveranstaltungen, wie auch in den letzten Tagen noch einmal die Handball-EM und die Rodel-WM im sächsischen Altenberg gezeigt haben. So ist es wichtig, dass wir mit dem vorliegenden Haushalt unter anderem auch zusätzliches Geld für die WM in der Rhythmischen Sportgymnastik oder die Reit-WM 2026 bereitstellen. Der vorliegende Etat ist also ein starkes Signal für den Sport in seiner Gesamtheit. Und da auch noch einmal ein großer Dank insbesondere an unsere Haushälter. Das Jahr 2024 hält viele sportliche Highlights bereit, aber auch viele spannende parlamentarische Beratungen im Bereich Sport, wie zum Beispiel das ganze Thema Fördersysteme. Darauf freue ich mich und schließe mit dem Sänger Reinhard Fentrich. Es lebe der Sport. Vielen Dank, Herr Kollege Hattelich. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Mechthilde Wittmann das Wort. CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es war eine wirklich beeindruckende Debatte bisher. Wir haben begonnen mit einem Haushalt, wo Sie, Frau Ministerin, zunächst einmal selbstverständlich keinen Aufschlag gemacht haben, sondern eingespart haben. Auch dieses Ministerium ist mit einem Minus gestartet. Und das Ganze auf der Grundlage eines grob verfassungswidrigen Haushaltes, den Sie dann versucht haben, irgendwie zu korrigieren. Und weil Sie nicht nur damals nicht verstanden haben, wie man einen Haushalt korrekt aufstellt, arbeiten Sie auch heute mit grob falschen Zahlen, wo ich mich nur so wundern kann, was Sie sich eigentlich trauen. Nach meinem festen Eindruck halten Sie die deutsche Bevölkerung für grundsätzlich dumm. Sie sind es nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben unter anderem erzählt, Sie, und zwar, das haben Sie gesagt, Frau Faeser, und das hat Herr Dr. Lieb gesagt, und Herr Gerster und Herr Hartmann, unter anderem, der Bevölkerungsschutz wird verstärkt, die Digitalisierung wird verstärkt. Und im THW, Herr Gerster, hätten wir einen Aufwuchs. Da darf ich Sie jetzt mal, jetzt habe ich noch ein paar Mal stimmt gehört. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Anscheinend lesen Sie Ihren eigenen Haushalt gar nicht. Sie kriegen aber gern mein Exemplar, damit Sie es nachlesen können. Ich fange doch mal beim THW an. Bei der ersten Lesung wollten Sie beim THW um 42 Millionen Euro kürzen. Sie, Herr Gerster, haben behauptet, um 15 Millionen Euro wurde zugelegt. Nein, bei den 42 Millionen Euro haben Sie nur 15 Millionen Euro zurückgenommen. Es bleibt bei einer Kürzung von sage und schreibe 27 Millionen Euro. Aber damit wir dieses Thema gleich richtig abfrühstücken, ich kann Ihnen sagen, wo beim THW gefördert wird und wo mehr kommt. Sie als Haushaltsberichterstatter für das THW und die Bundesvereinigung THW haben als Präsident der Bundesvereinigung des THW Ihrer eigenen Vereinigung gleich mal das Doppelte an Geldern zugeschlagen. Hört, hört, kann ich da nur sagen. Das hilft keinem einzigen Menschen im Katastrophenfall so angenehm und schön diese Bundesvereinigung ist. Und nicht nur dieses, als wir uns über Ihren verfassungswidrigen Haushalt hier unterhalten haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie es doch allen Ernstes über alle drei Ampelfraktionen hinweg gewagt, die Katastrophe im Ahrtal von 2021 dafür zu missbrauchen, dass Sie schon mal vorbauen wollten, ob Sie nicht gleich mal wieder den Notfall erklären müssen und die Notlage, damit Sie dann wieder Ihre Lieblingsprojekte fördern können, auf deren verfassungswidriger Förderung es ja gerade gefußt hat, dass wir diesen Haushalt für nichtig erklärt bekommen haben. Ja, schämen Sie sich denn überhaupt nicht mehr. Unglaublich. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wir auch noch auf die Themen mit dem Haushaltsaufwuchs im Personal umgehen. Der Herr Dr. Middelberg hatte natürlich recht. Er hatte nämlich was dagegen und dem schließen wir uns voll an, dass Sie Ihre Ministerialbürokratie um mittlerweile 11.500 Stellen aufgepumpt haben. 11.500, die allerwenigsten Ihrer Stellen, die Sie aufgelegt haben, landen auf der Straße, bei den Bürgern und bei den Kräften, die Sie wirklich brauchen. Da darf ich gleich noch mal weitergehen zum BAMF. Nein, nicht Sie haben das BAMF gestärkt, sondern der Brandbrief des BAMF-Präsidenten hat Sie aufgeweckt, dass Sie hier zwingend mit ganz anderen Mitteln rangehen müssen. Warum müssen Sie das? Weil Sie eine Migrationspolitik betreiben, die dieses Land an den Rand jeder Leistungsfähigkeit treibt. Und falls Sie sich noch mal beschweren wollen, keine Anträge, dann sage ich Ihnen, wozu wir alles Anträge gestellt haben. Nehmen Sie dieses unsägliche Staatsangehörigkeitsgesetz zurück. Führen Sie gemeinsam ein, eine gemeinsame Bezahlkarte gleich in allen Ländern. Hören Sie auf, das Bürgergeld an Menschen zu geben, die dafür überhaupt nicht eingezahlt haben. Sorgen Sie sich nicht noch für besonderen Rechtsschutz für bereits abgelehnte Migranten und so weiter und so fort. Ich kann Ihnen hier noch viel zuliefern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wittmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dunia Kreiser, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es um die Fragen der Finanzen geht, schlägt die Stunde der Wahrheit. Und sehr geehrte Frau Wittmann, das hat man eben gehört, Ihr Redebeitrag ist so weit, weit rechts und so unwahr, das ist kaum noch zu schlagen. Sehr geehrte Damen und Herren, die angespannte Haushaltslage werden wir als Ampelkoalition die Innenpolitik voller Kraft weiter vorantreiben. Wir lassen uns nicht von der Union ablenken, die natürlich wieder mit einer Klage droht und keinen einzigen Änderungsantrag eingebracht hat zu diesem Haushalt. Ich möchte mich ganz klar bedanken bei unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bei unserem haushaltspolitischen Sprecher Dennis Rohde und selbstverständlich bei Martin Gerster, der all seine Kraft eingebracht hat und natürlich mitberaten hat für diesen Einzelplan 06 und seine Ergänzungen. Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen sind mehrere hunderttausend Demokratinnen und Demokraten in vielen Orten, auch im ländlichen Bereich, auf die Straße gegangen, um laut und deutlich Flagge gegen Hass und Rassismus und gegen Ausgrenzung zu zeigen. An dieser Stelle möchte ich bei allen für diese wichtiges Zeichen für Demokratie und für und gegen Ausgrenzung bedanken. An Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sehr geehrte Damen und Herren, der Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern angesichts der jüngsten Ereignisse eine Notwendigkeit, ja sogar eine Pflicht. Und daher setzt auch die Ampelkoalition ein klares Zeichen. Wir investieren in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in das Ehrenamt. Deshalb legen wir bei dem Freiwilligendienst einen Sperrpunkt und stärken sie mit 80 Millionen Euro zusätzlich. Wir stellen sicher, dass die notwendigen Ressourcen für jüdisches Leben in Deutschland und in Europa sichergestellt sind für Toleranz und gegen Antisemitismus. Wir stärken die politische Bildung, Präventionsarbeit und Aufklärung, auch im digitalen Raum. Sehr geehrte Damen und Herren, darüber hinaus ist es unsere Verantwortung, die wichtigen Digitalisierungsvorhaben voranzubringen, in den Verwaltungsdienstleistungen, die zentrale Planungs- und Umsetzungsinstanz von Bund und Ländern, die föderale IT-Kooperation, FITGO stärken wir deutlich, indem wir den Bundesanteil von 9,6 Millionen auf 43 Millionen erhöhen. So viel zur Stärkung der Digitalisierung. Wir erleichtern das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger mit einer modernen, bürgernahen und leistungsfähigen Verwaltung. Gleichzeitig setzen wir die Beschlüsse unseres Bundeskanzlers und der Ministerkonferenz um, und indem wir die Digitalisierung der Migrationsverwaltung in der Personalausstattung, in die IT-Systeme des BAMF investieren. Mit den hierfür vorgesehenen 300 Millionen Euro beschleunigen wir die Prozesse und entlasten unsere Kommunen dauerhaft. Da frage ich mich wirklich, warum Sie sich auch in diesem Bereich, liebe Union, wieder geschlossen enthalten haben, gegen Ihre Ministerpräsidenten. Sehr geehrte Damen und Herren, im Zusammenhang mit dem Hochwasser in Niedersachsen, verbunden mit den Klimawanden, stärken wir den Zivil- und Katastrophenschutz, um unseren Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Umfeld zu geben. Ich danke an dieser Stelle insbesondere unseren Helfern insgesamt 4.500 THW-Kräfte, die unsere Einsatzkräfte im Land und in den Kommunen sehr stark unterstützt haben. Damit unsere Einsatzkräfte auch in Zukunft handlungspflegig bleiben, stärken wir das technische Hilfswert und haben Kürzungen beim Ehrenamt und Selbstschutz komplett zurückgeholt. Wir heben die Mietmittel an, damit ganz wichtige Liegenschaftsvorhaben in den Ortsverbänden für die nächsten Jahre vorangebracht werden können. Wir stärken die Realisienz gemeinsam mit den weißen Organisationen und bauen Traumaprävention im Einsatzwesen auf. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben Anspruch auf Sicherheit, Teilhabe und Respekt. Deshalb geht zum Schluss, Herr Präsident, mein Dank allen Einsatzkräften, die es ermöglichten, dass die Veranstaltungen und Demos zum Erhalt unserer Werte, unserer Verfassung friedlich stattfinden konnten und können. Sie alle machen deutlich, für was unser Land steht. Für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Vielen Dank, Frau Kollegin Kreiser. Nächste Rednerin ist die Kollegin Martina Renner, fraktionslos. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, der Einzelhaushalt 06 steht für mich exemplarisch für das Grundproblem im Innenministerium. Es gibt keine eigene Handschrift der Ampel. Und das hat einen Grund. Der Apparat unter Seehofer ist auch der Apparat unter Innenministerin Faeser. Und das merkt man an ihrer Politik. Woran mache ich das fest? Sicherheitspolitisch gilt weiterhin das Primat der Repression. Ursachenbekämpfung und Prävention spielen, so glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Und ich will auch deutlich machen, an was das beispielhaft nachgewiesen werden kann. Reden wir über die Bundespolizei. Mehr Geld, mehr Personal, gleichzeitig der Ruf nach immer mehr Befugnissen. Und wenn es mehr Befugnisse gibt, dann wird es wieder den Ruf nach mehr Geld geben, nach mehr Personal, nach mehr Technik. Alles ohne Aufgabenkritik und alles ohne Diskussion um den Kriminalitätsbegriff. Repression hat eine starke Lobby im Innenministerium. Und das ist der Fehler. Prävention und Integration eben nicht. Und ich will noch mal zurückschauen. Es gab Mittelkürzungen bei der politischen Bildung, der Antisemitismusbekämpfung, der Datensicherheit und der Migrationsberatung. Und sie sind nur auf Druck von außen zurückgenommen worden und teilweise gar nicht. Im Haus gibt es genau für diese Aufgaben, diese Aufgaben der Prävention und der Ursachenbekämpfung, keine Lobby. Und das merkt man auch gerade dieser Tage, wo der Ruf auf der Straße, den Gefährdern der Demokratie eben deutlicher entgegenzutreten, nicht adäquat und zwar durch Handeln, nicht durch Worte, durch Handeln entsprochen wird. Wir werden weiterhin als Linke hier in diesem Haus für eine bürgerrechtsorientierte linke Innenpolitik streiten und weiterhin Druck machen, dass sich etwas ändert an der konservativen Sicherheitspolitik, egal unter welcher Innenministerin. Vielen Dank, Frau Kollegin Renner. Das Wort hat nunmehr die Kollegin Petra Nicolaisen, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier in dieser Debatte unter anderem über den Zustand und die Zukunftsfähigkeit unserer öffentlichen Sicherheit. Und meine Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits ausführlich über die einzelnen Positionen gesprochen und haben darüber gesprochen, wo im Bereich der Sicherheit Kürzungen erfolgt sind. Und lassen Sie mich jetzt den Blick auf das Thema lenken, auf das Thema, welches die Bundesregierung und die Ampelkoalition regelrecht ignoriert haben in den letzten Monaten, nämlich der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Kurz Digitalfunk BOS. Digitalfunk betrifft im Kern unserer aller Sicherheit. Jeder Polizist, jede Feuerwehrfrau, jeder Rettungssanitäter und auch alle Angehörigen des THW sind bis auf wenige Ausnahmen auf den Digitalfunk angewiesen, wenn sie ihr Funkgerät benutzen. Und Digitalfunk ist kein abstrakter technischer Begriff, sondern eine lebenswichtige Komponente im System unserer öffentlichen Sicherheit. Er ist das Kommunikationswerk, das unsere Sicherheitsbehörden und Rettungsdienste im Ernstfall miteinander verbindet. Und die Effektivität dieses Systems entscheidet über Leben und Tod und ist somit unverzichtbar für die öffentliche Sicherheit und das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger. Und was passiert, wenn der Funk während der Großeinsatzlagen ausfällt, das konnten wir 2021 bei der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal beobachten. Die 214. Innenministerkonferenz im Jahr 2021 hat die Weiterentwicklung des Digitalfunks von der veralteten Tetratechnologie zu einem Breitbandnetz beschlossen. Und in einem Vierphasenmodell soll der Umstieg in den nächsten vier, in den nächsten Jahren erfolgen. Darauf haben sich der Bund und die Länder geeinigt. Und diese Vereinbarung setzen Sie aufs Spiel. Die Länder gingen und gehen natürlich zu Recht davon aus, dass das umgesetzt wird. Und es hat ein Brandbrief des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul an Sie, Frau Ministerin, gegeben. Und der bestätigt dieses sehr, sehr eindrücklich. Die Summen, die der Haushaltsausschuss für ausreichend befunden hat, sind wirklich ein Spiegelbild Ihres Desinteresses am Thema Digitalfunk. Während die Länder in den Startlöchern stehen und auf den Bund warten, ist das Innenministerium an der Stelle völlig untätig. Die derzeitige Haushaltsplanung 2024 für die Titelgruppe Digitalfunk beträgt 284 Millionen Euro. Es besteht aber ein Bedarf von mindestens 371 Millionen Euro, um überhaupt den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Und ich möchte eines ganz klar betonen, die Fixkosten übersteigen den vorgesehenen Haushaltsposten um knapp 90 Millionen Euro. Und wir reden also nicht einmal mehr von Investitionen in die Breitbrandstrategie. Nein, wir reden nur von der bloßen Funktionsfähigkeit dieses veralteten Tetranetzes. Und das sieht auch der Andreas Gegenfurtner, der Präsident der zuständigen Bundesanstalt für den Digitalfunk BOS genau so. Auch er hat sich in einem Schreiben an Sie, Frau Ministerin, gewandt und Ihnen aufgezeigt, welche furchtbaren Konsequenzen der aktuelle Haushaltsentwurf für unser Land haben könnte. Ich möchte mich Herbert Reul und Andreas Gegenfurtner anschließen und mit einem dringenden Appell an Sie, Frau Ministerin, enden. Nämlich beenden Sie Ihre gefährliche Funkstille zu diesem wichtigen Thema. Setzen Sie sich mit den Ländern an einen Tisch und machen Sie das Thema zur Chefsache. Sie setzen ansonsten das Leben unserer in Not geratenen Bürgerinnen und Bürger und ebenfalls auch der Einsatzkräfte aufs Spiel. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Nicolaisen. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Abgeordneten Herrn Matthias Helferich. Herr Präsident! Bei Hart aber fair muss Regierungsvertreter Carsten Schneider zugestehen, wir haben einfach kein Geld mehr. Bild titelt, Bundesregierung hat Kasse leer, totale Ebbe, nichts mehr da. Doch ist wirklich nichts mehr da. Zumindest für die eigenen Leute, das eigene Volk scheint die Bundesregierung kein Geld zu haben. In die Integrationskurse für Fremde lassen Sie auf dem Höhepunkt der Haushaltskrise 200 Millionen Euro mehr einfließen. Integrationskurse, deren Wirksamkeit der Bundesrechnungshof in Zweifel zieht. Integrationskurse, die lediglich Ihrer Klientel aus Migrationsprofiteuren und Sozialindustrie mästen. Ihr schmieriger Inlandsgeheimdienst, der vorgeblich unsere Verfassung schützt, veranschlagt rund 470 Millionen Euro. Sie gönnen sich den Luxus einer Behörde, die lediglich der Kriminalisierung der demokratischen Opposition gewidmet ist. Schon bald wird ans Tageslicht kommen, Frau Faeser, wie das Soros-Medium Korrektiv sekundiert vom Bundesamt für Verfassungsschutz versuchte, Regierungspropaganda zu verbreiten. Faesers Fake-News-Behörde steckt bis zum Hals im Lügensumpf. Mein heutiger Änderungsantrag sieht die Halbierung der Mittel für den VS vor. Bis zur umfassenden Neuaufstellung des Verfassungsschutzes, die natürlich auch die Frühverrentung von Herrn Haldenwang umfasst, sollen die frei werdenden Mittel in die Förderung einheimischen Lebens fließen. Markierte der VS in der Vergangenheit all jene Kräfte in unserem Land, die sich für den Erhalt der deutschen Identität und Tradition einsetzten, sollen die 230 Millionen Euro zukünftig dem eigenen Volk gewidmet werden. Wer kann ernsthaft dagegen sein, dass man Gelder aus dieser sinisteren Schmuddelbehörde von Frau Faeser abfließen lässt und Einheimischen zuleitet, die längst vergessen worden sind? Stimmen Sie daher für meinen Antrag. Jede Mehrausgabe für die Bundespolizei ist natürlich zu begrüßen, wenn sie der Abwehr ungebetener Gäste dient. Für alle anderen gilt, kein Sellner ist illegal. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Leon Eckert, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Das technische Hilfswerk hat mit seinem Einsatz im Winterhochwasser gezeigt. Es ist einsatzbereit, es ist handlungsfähig und mit dem Einsatz und der Begleitung der französischen Einheiten auch bewiesen, dass Zusammenarbeit von Feuerwehrhilfsorganisationen bis zum europäischen Einheiten funktioniert. Host Nation Support funktioniert. Das zeigt das Gefahrenabwehrsystem in Deutschland steht. Aber, und das müssen wir eingeräumen, es muss besser werden. Und wir als Bundestag müssen beantworten, wo der strategische Plan im Innenetat zum THW ist. Und aus meiner Sicht müssen wir zwei Fragen beantworten. Einmal die Anpassung zur Klimakrise und die neue europäische Sicherheitslage. Und wie kommen wir da hin? Wir haben die Beobachtung, dass in den letzten 30 Jahren strukturell im Zivilschutz zu wenig Geld ausgegeben worden ist. Die Überalterung der THW-Flotte auf über 30 Jahre kommt ja nicht aus zwei Jahren Ampelregierung, sondern aus einem generell zu niedrigen Ansatz für Fahrzeugersatzbeschaffungen. Die schlechten Instandhaltungen der Liegenschaften in Eichstätt bestes Beispiel, wo wirklich furchtbare Unterkünfte herrschten, das ist ein Investitionsstau aus 30 Jahren. Und wir kriegen das nur gelöst, indem wir keine Sondervermögen, wie Sie, Frau Lindholz, immer fordern, wenn er in Hochwasser war jetzt, sondern strukturell mehr Geld ins THW stellen. Da sind die 15 Millionen Rücknahme für die Liegenschaften gut, aber auch nur ein Anfang. Und ich glaube, wir müssen noch an einer zweiten Stelle arbeiten. Und man sieht es eigentlich ganz gut bei Ihnen, Herr Buri, Sie haben gesagt, wir haben zu wenig im Katastrophenschutz investiert. Der Bund ist ja gar nicht für den Katastrophenschutz zuständig. Also als Haushälter wäre es natürlich gut zu wissen, wofür man Geld ausgeben muss. Und ich glaube, da braucht es ein neues Verständnis zwischen Bundesländern und Bund, wie man gemeinsam Zivil- und Katastrophenschutz stärkt. Denn wenn der bayerische Innenminister sagt, es müsste mehr Katastrophenschutzgeld vom Bund kommen, dann kritisierte sich er selber, dass er seine eigene, ureigenste Aufgabe, den Katastrophenschutz in Bayern, nicht vernünftig macht. Und ich glaube, dieses Hin- und Herschieben von Verantwortung, nur weil Zivil- und Katastrophenschutz ähnlich klingt, das ist ein Anreiz im Haushalt, den sollten wir nicht länger dulden, sondern sagen, liebe Länder, lieber Bund, setzen wir uns nochmal zusammen, wie können wir denn die Aufgabe gemeinsam lösen und dort investieren. Am Ende wird der Zivilschutz von Ehrenamtlichen getragen. Und diese Ehrenamtlichen erwarten von uns, dass wir langfristig einen Plan machen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, da können wir besser werden. Aber, das zeigt das Hochwasser, diese Ressource an Ehrenamtlichen, die im Einsatz sind, für uns alle, die ist da. Und die wird auch bei den nächsten Katastrophen perfekt arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Fraktionsruf, der Kollege Dr. André Hahn. Herr Präsident, die Linke bleibt dabei. Die Ampelregierung hat ein Herz für Panzer, aber kein Herz für Kinder und offenbar auch kein Herz für den zivilen Katastrophenschutz. Ich war im letzten Sommer im Ahrtal. Zwei Jahre nach der Flut klaffen noch viele Lücken, lebten Menschen, deren Häuser zerstört wurden, in Containern auf einem Sportplatz. Bürokratie behindert aller Orten den Wiederaufbau. Wir hatten große Waldbrände, nicht nur in der Sächsischen Schweiz. Und die jüngsten großflächigen Überschwemmungen liegen erst wenige Tage zurück. Und der Ampelkoalition fällt nichts anderes ein, als beim Katastrophenschutz zu sparen, dem technischen Hilfswerk und den Rettungsdiensten zusammen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag zu kürzen. Ausreichende Notunterkünfte für Krisenfälle werden auf Jahre nicht zur Verantwortung, zur Verfügung stehen. Wir halten das alles für unverantwortlich. Und auch im Sport ist nichts von Aufbruch zu sehen. Für den neuen Entwicklungsplan Sport ist kein einziger Euro eingeplant. Bei Trainerinnen und Trainern wird trotz Inflation weiter gespart. Und die ohnehin unzureichenden Programme für die Sanierung von Sportstätten sollen schrittweise auf Null gefahren werden. Nein, Herr Präsident, dieser Haushalt ist alles andere als Olympia-Reif. Wir lehnen ihn ab. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hahn. Letzte Rednerin ist die Kollegin Sabine Poschmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Welchen großen Einfluss der Sport auf die Gesellschaft hat, wurde gerade erst bei der Handball-Europameisterschaft im eigenen Land deutlich. Unser Team sorgte für Begeisterung und die Zuschauer für ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist in diesen Zeiten von unschätzbarem Wert. Denn Sport zeigt, die Gemeinschaft zählt, nicht Ausgrenzung und Rassismus. Die Förderung des Sports, meine Damen und Herren, ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Politik. Die Haushaltsberatung in diesem Bereich und das Ergebnis waren gut. Und deshalb herzlichen Dank an die Haushälterinnen und Haushälter für diese Ergebnisse. Denn ursprünglich geplante Kürzungen konnten wir im parlamentarischen Verfahren ausgleichen. Es gibt jedoch einige irreführende Äußerungen zum Sporthaushalt, auch heute hier in der Debatte. Lassen Sie mich daher einige Fakten klarstellen. Zum einen, der Kernbereich des Sporthaushaltes bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Differenz zu 2023 erklärt sich aus den nicht notwendigen Förderungen der Special Olympic World Games. Denn die fanden ja schon statt im letzten Jahr. So, und im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr verzeichnen wir sogar eine erhebliche Steigerung. Zum anderen, es ist nicht sinnvoll, ausschließlich den Sporthaushalt des BMI zu betrachten, der schon sehr gut ist. Da der Sport von vielen anderen Ressorts gefördert wird, rechnet man alle Ressorts zusammen, investiert der Bund 2024 fast eine Milliarde Euro in den Sport. Ich finde, das ist eine Summe, die sich sehen lassen kann, meine Damen und Herren. Gleichzeitig stellen wir entscheidende Weichen für den Sport. Wir haben zugehört und die Beteiligten einbezogen. Ich möchte drei Punkte hervorheben. Die Spitzensportreform. Wir werden in diesem Jahr erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Sportfördergesetz verabschieden. Zweitens. Ohne Breite keine Spitze ist für uns kein Versprechen. Wir werden den Breitensport stärken. Beim zweiten Bewegungsgipfel wird der Entwicklungsplan Sport mit vielen Maßnahmen zur Stärkung des Breitensports beitragen. Drittens. Mir liegt das Zentrum Safe Sport sehr am Herzen. Dies befindet sich aktuell schon in der Aufbauphase. Unsere klare Botschaft. Der Sport muss für jede, für jeden ein sicherer Ort sein. Sie sehen, meine Damen und Herren, unsere Wertschätzung für den Sport ist und bleibt groß. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Poschmann. Damit beende ich die Aussprache. Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag des fraktionslosen Abgeordneten Matthias Helferich auf Drucksache 10.186 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Helferich. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses und die weiteren fraktionslosen Abgeordneten auf der linken Seite des Hauses. Enthaltungen keine? Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern und für Heimat in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die fraktionslosen Abgeordneten auf der linken, der fraktionslose Abgeordnete Helferich, CDU, CSU und AfD. Enthaltungen keine? Damit ist der Einzelplan 06 angenommen. Abstimmung über den Einzelplan 06 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfrage hat in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Die regierungstragende Fraktionen. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU. Hinter Ihnen gab es eine Vielzahl von Meldungen. Also, dafür stimmt die regierungstragende Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Teile der fraktionslosen Abgeordneten auf der Linken. Wer enthält sich? CDU, CSU-Fraktion, AfD und der fraktionslose Abgeordnete Helferich. Damit ist der Einzelplan 06 21 angenommen. Ich rufe auch den Einzelplan 06 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 0630 und 0661. Berichterstattung Abgeordnete Dr. Wiebke Ester, Kerstin Radomsky, Bruno Lieders. Herr Höhnl, Christoph Mayer, Markus Bühl, Dr. Gesine Lötzsch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Platzwechsel hat stattgefunden. Die Frau Innenministerin und der Kollege Kuhle können bitte die Aussprache nach draußen verlegen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Kerstin Radomsky, CDU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Die um zwei Monate verlängerten Haushaltsberatungen haben im Bildungs- und Forschungsetat nicht zu mehr Klarheit geführt. Über den rund 22 Milliarden Euro, die für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden, schwebt die GMA, die globale Minderausgabe, ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Was heißt das konkret? Der Haushaltsgesetzgeber stellt Geld zur Verfügung, was aber dann nicht komplett ausgegeben werden darf. Von den 22 Milliarden Euro, die Sie zur Verfügung haben, müssen Sie, Frau Ministerin, 845 Millionen Euro gleichzeitig wieder einsparen. Das ist fast eine Milliarde Euro. Sie wollen auf diese Weise 4 Prozent Ihres Gesamtbudgets einsparen und sind damit Spitzenreiterin aller Ressorts. Ich bin ja eigentlich ein Freund des Sparens. Das ist aber kein echtes Sparen, das ist echte Intransparenz. Anders als Ihre Kollegen im Kabinett haben Sie sich nicht bemüht, konkrete Vorschläge und Einsparvorschläge zu unterbreiten, sondern Sie glauben, dass Sie Ihre knappe Milliarde im laufenden Haushaltsvollzug wegwirtschaften können, ohne dass jemand etwas merkt. Aus meiner Sicht ist dieser haushaltspolitische Stil der Regierung auch im Detail problematisch. Ich wage mal eine Prognose. Sie versuchen, Ihre GMA zu erbringen, wie Sie das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und da haben wir schon etwas Anschauungsmaterial. Ein beliebter Griff in die Trickkiste, um sich das Sparen leicht zu machen. Geld wird hinter Schaufensterglas ausgestellt, darf aber nicht abfließen oder, um im Bild zu bleiben, die Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die das Geld gerne hätten, drücken sich an der Scheibe die Nase platt, ohne jemals in den Genuss der kompletten Auslage zu kommen. Sichergestellt wird der Minderabfluss meist durch hohe bürokratische Hürden bei Antragstellungen. Leider liegen mir, trotz mehrfacher Nachfragen an Ihr Haus, immer noch nicht die Zahlen und die Bereiche vor, aus denen Sie die GMA im Jahr 2023 bestritten haben, die es damals schon in niedrigerer Form gab. Jedoch geben die Zahlen aus dem Jahr 2022 einen Eindruck davon, wie gearbeitet wird. Seit zwei Jahren fordere ich Sie auf, die Richtlinie für die überbetrieblichen Ausbildungsstätten aus dem Jahr 2015 zu überarbeiten. Die veraltete Richtlinie macht es unmöglich, dass angemessen Geld in die Ausbildungsstätten fließt. Woraus wurde die GMA im Jahr 2022 bestritten? Natürlich aus diesem Titel, sowie aus der IT-Sicherheit, der Biotechnologie und der Innovationsförderung in den neuen Ländern. Das Parlament stellt Ihnen Geld zur Verfügung, das Sie mal abfließen lassen und mal nicht. Das Parlament möchte aber Sie gerne kontrollieren. Deshalb haben meine Ampelkollegen sicherlich auch den Antrag gestellt, dass Sie Ihre Einsparungen transparenter machen müssen. Aus Ihrer eigenen Koalition, aus der Regierungskoalition, wird gefordert, regelmäßig und umfänglich Berichterstattung zu leisten. Ihr Haus muss nun alle drei Monate Rechenschaft über die Zahlen ablegen. Frei nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und am Vertrauen mangelt es inzwischen deutlich. Das kommt einem Misstrauensvotum aus dem eigenen Reihen gleich. Und die Medien titeln dazu Endpunkt einer Entfremdung. Ein weiteres brandaktuelles Beispiel für diese Entfremdung ist die DATI. Über zwei Jahre hatten Sie schon Zeit, dieses im Koalitionsvertrag angekündigte Projekt umzusetzen. Für die DATI liegt nach all der Zeit noch kein Konzept vor. Und damit können die Mittel nicht entsperrt werden und in vollem Umfang abfließen. Der Ausschuss hat nun in seiner Mehrheit zusätzlich zur Konzeptforderung auch noch einen Finanzierungsplan als Bedingung eingeführt. Ich fordere Sie auf, Frau Ministerin, liefern Sie endlich. Kommen Sie Ihren angekündigten Versprechungen nach und lassen Sie den Worten Taten folgen. Die von Ihnen eingerichtete Gründungskommission würde sich sicher freuen, endlich handfeste Ergebnisse aus dem Ministerium zu sehen. Auch wenn sie sicherlich nicht vergisst, wie sie bei der Standortentscheidung vor den Kopf gestoßen wurde. Man könnte noch lange über weitere bürokratische Ergüsse aus Ihrem Haus sprechen. Das neue DAAD-China-Papier böte dafür genügend Anschauungsmaterial aus meiner Sicht. Aber ich möchte auch noch kurz die inhaltlichen Anträge der CDU-CSU-Fraktion nennen. Wir haben mehr Geld für Forschung zu Long-Covid gefordert und die Stärkung der Fusionstechnologie. Und natürlich haben wir zu unseren Anträgen auch Gegenfinanzierungen eingereicht. Aber leider wurde das alles von der Mehrheit im Parlament abgelegt. Die Legislaturperiode ist zur Hälfte vorbei. Sie sind seit zwei Jahren im Amt, aber Ihre Bilanz ist leider alles andere als gut. Schade für den so wichtigen Bildungs- und Forschungsbereich. Die Aufgabe Ihres Hauses ist es eigentlich, mit einem klaren Plan in die Zukunft unseres Landes zu investieren. Durch Ihr planloses Handeln machen Sie die Zukunft noch unsicherer, als Sie eh schon ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Adomsky. Nächster Redner ist der Kollege Christoph Mayer, FDP-Fraktion. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ansatz des Einzelplans 30 liegt im Jahr 2024 bei 21,5 Milliarden Euro. Das sind 4 Milliarden Euro mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Der Finanzansatz der CDU-Vorgängerregierung wird mit mehr als 1,5 Milliarden Euro übertroffen. Deswegen ist das ein großer Erfolg der Bildungs- und Forschungspolitik dieser Koalition. Sie stellten doch die Bildungs- und Forschungsministerin. Da erinnern Sie sich jetzt nicht mehr so gerne dran. Wir haben in den parlamentarischen Beratungen miteinander gerungen, haben den Entwurf des Kabinetts besser gemacht. Und wenn hier die Kollegin Radomsky auf die GMA-Erhöhung hinweist. Wissen Sie, Frau Radomsky, hier in Berlin, CDU-geführter Senat, sorgt ein CDU-Finanzsenator für eine deutlich prozentual höhere GMA, nicht nur für ein Jahr, sondern für zwei Jahre. Deswegen sollten Sie vielleicht erst mal in den Spiegel stauen, wie die Union Haushaltspolitik betreibt. Ich glaube, dass die GMA eine Chance ist. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren weiter konsolidieren müssen. Aber Sie haben ja darauf hingewiesen, Frau Radomsky, dass der Haushaltsausschuss das eng begleiten wird. Und das ist doch ein transparentes Verfahren. Und wenn Sie sich jetzt hier beschweren, dass die Auflösung der GMA aus dem Vorjahr noch nicht da ist, dann muss ich Ihnen doch sagen, Sie sind doch lange genug im Haushaltsausschuss. Sie wissen doch, dass das im Februar, März kommt, wie in jedem Jahr. Deswegen können Sie jetzt hier keine Krokodilstränen weinhalten. Wir haben im parlamentarischen Verfahren einen Fokus auf neue Technologien gelegt, ein Gen- und Zelltherapiezentrum in Berlin, zusätzliche 13 Millionen Euro für künstliche Intelligenz. Wir haben für die Halbleiterforschung und Weiterbildungsstrategie gestärkt 40 Millionen Euro nach Hamburg ins Röntgenmikroskop Petra 4, ein Erfolg und das Einstein-Teleskop wird mit einer Machbarkeitsstudie angeschoben. Insgesamt trotz der knappen Haushaltslage eine richtige Prioritätensetzung. Wir sorgen dafür, dass die Extremismusprävention, die Forschung gegen Antisemitismus gestärkt wird. Wir helfen Israel mit einer Soforthilfe. Und es wurden im parlamentarischen Verfahren 150 Millionen Euro für BAföG eingestellt als Vorsorgetitel. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, dass alle, egal aus welcher Fraktion, aus welcher Partei, gegebenenfalls die hier mehr Geld haben wollen, dann auch sagen müssen, wo das Geld gegenfinanziert wird. Und das haben bisher weder die Union noch andere Akteure im Haus getan. So, und wenn wir beim Thema Dati sind, Frau Radomski, wissen Sie, es mag sein, dass es ein bisschen zu lange gedauert hat. Das sehen wir, glaube ich, im parlamentarischen Verfahren hier alle so. Und ich glaube auch, dass das Haus unzufrieden ist. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir eine so verkorkste Geburt sehen wie bei der Sprint, wo wir zwei, drei Jahre korrigieren mussten, was Sie, was die Bildungs- und Forschungspolitiker der Union falsch aufgegleist haben. Und deswegen hätten wir uns gewünscht, dass das im Jahr 2023 mit der Dati schon geklappt hätte. Jetzt klappt es im Jahr 2024. Das ist ein Erfolg dieser Koalition. Und wenn wir gerade außerdem noch mal bei der Union... Ich habe noch mal nachgeguckt. Sie haben ja nachher einen Redebeitrag. Der Fraktionsvorsitzende der Union hat in der Einbringungsdebatte zum Haushalt als Gegenfinanzierungsvorschlag für eine große Steuerreform, für eine große Steuerreform, die Bund-Länder-Programme angesprochen, hat gesagt, dass das doch ein Gegenfinanzierungsvorschlag wäre. Sie wissen, dass im Einzelplan 30 über 50 Prozent der Mittel gebunden sind in Bund-Länder-Ausgaben. Und es wäre doch schön zu hören von Ihnen, ob Sie der Auffassung von Herrn Merz sind oder ob Sie mehr Geld für die Bildung und Forschung wollen oder nicht, Herr Jatzormick. Da müssen Sie sich mal ehrlich machen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Sie sich nicht trauen, in den Haushaltsberatungen Anträge und Gegenfinanzierungsvorschläge zu machen, weil wir dann nämlich genau Sie an diesen Gegenfinanzierungsvorschlägen auch messen werden. Zu guter Letzt, das ist eine gute Tradition, danke ich der Ministerin, den Hauptberichterstatterin Wiebke Ester und den Berichterstatterkollegen für eine doch konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir werden uns bezüglich des Haushaltsplans 2025 wieder treffen. Das wird intensiver werden noch als die Haushaltsberatung 2024. Wir werden darauf Wert legen, dass weiter konsolidiert wird und dass richtige Prioritäten gesetzt werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Frömming, AfD-Fraktion. Herr Kollege Jatzombeck, bitte. Herr Kollege Jatzombeck, wir sind hier nicht im Ausschuss. Herr Kollege Jatzombeck, bitte. Wenn das so weitergeht, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Sie haben die ganze Rede des Kollegen Mayer mit dauernden Rufen, das habe ich akzeptiert, kontraklariert, aber das muss jetzt aufhören. Herr Kollege Frömming, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt wird es besser. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, es ist so viel kritisiert worden heute, seit heute Morgen schon, nicht nur Sie, sondern die gesamte Bundesregierung. Ich möchte deshalb mit einem Lob beginnen. Sie haben sich vor einigen Tagen deutlich gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen. Nun gehe ich nicht davon aus, dass Sie auf besondere Weise mit der AfD fraternisieren würden. Wahrscheinlich haben Sie sich eher tragen lassen von demokratietheoretischen Erwägungen. Denn jede echte Demokratie, meine Damen und Herren, braucht auch eine echte Opposition. Und das sind wir, die AfD. Und so gesehen ist natürlich die AfD auch nicht, wie Sie immer insinuieren, eine Gefahr für dieses Land, sondern ein Segen, meine Damen und Herren. Wenn ich dann allerdings lese, Frau Ministerin, dass Sie als Antwort auf das PISA-Debakel, das uns hier auch schon beschäftigt hat, allen Ernstes vorschlagen, an der Zuständigkeit der Länder für die Bildung zu rütteln und das Grundgesetz zu ändern, um Kompetenzen von den Ländern auf den Bund zu übertragen. Da frage ich mich schon, was sich dadurch verbessern soll. Denn schließlich haben ja alle drei Ampelparteien bereits in den Ländern Verantwortung in der Schulpolitik getragen. Und, meine Damen und Herren, Sie haben alle drei, dort, wo Sie Verantwortung getragen haben, kläglich versagt. Was macht Sie eigentlich denn so sicher, dass es nun besser liefe, wenn man die Kompetenz im Bund bündelt, meine Damen und Herren? Wir haben da doch unsere Zweifel. Ganz davon abgesehen ist es natürlich mit unserer Verfassung auch nicht zu machen. Die Zuständigkeit der Länder für die Bildung ist wesentlicher Bestandteil des Föderalismus. Es gibt wenig im Grundgesetz, das man nicht ändern kann. Die föderale Struktur unseres Staates gehört jedoch dazu. Wer daran rüttelt, meine Damen und Herren, der rüttelt auch an den Grundfesten unserer Verfassung. Und das sind klar verfassungswidrige Bestrebungen. Wir werden als Grundgesetzpartei Ihnen dazu nicht die Hand reichen. Machen Sie doch einfach erst mal Ihre Hausaufgaben. Denn in den Bereichen, wo der Bund nun mal wirklich zuständig ist, da liegt ja auch einiges im Argen. Und der Bericht des Bundesrechnungshofes, der spricht hier ja Bände. Die Ausbildungs- und Begabtenförderung inklusive BAföG wird im Vergleich zum Vorjahr um 18,5 Prozent reduziert. Bei einem mit 5 Milliarden üppig ausgestatteten Digitalpakt wissen Sie bis heute nicht, wie viel davon wirklich schon in konkrete Maßnahmen geflossen ist. Und ob diese Maßnahmen überhaupt zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit unseres Schul- und Bildungssystems führen. Ein ähnliches schwarzes Loch tut sich nun beim Staatschancenprogramm auf. Hier sollen in den nächsten Jahren ebenfalls bis zu 5 Milliarden Euro fließen, um Brennpunktschulen besser auszustatten. Keine Frage, meine Damen und Herren, mehr Geld für die Schulen, das fordern wir auch. Aber der Bund darf nicht mit dem goldenen und auch noch ideologisch gefärbten Zügel in die Bildungspolitik der Länder hineinregieren. Er kann hier, wie beim Digitalpakt, die sachgerechte Verwendung der Mittel am Ende gar nicht steuern und kontrollieren. Genau das wäre aber wichtig, sehr geehrter Herr Kollege Gehring. Über die Hälfte der rund 20 Milliarden Euro für Bildung und Forschung steckt inzwischen dauerhaft in Bund-Länder-Vereinbarungen fest. Der Bundesrechnungshof mahnt hier zu Recht eine Entflechtung an. Und wir tun das auch. Die Sach- und Finanzverantwortung, meine Damen und Herren, muss wieder zusammengeführt werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass auch die Wähler wissen, wer für ihre gescheiterten Projekte am Ende die Verantwortung trägt. Aber vielleicht ist das ja gerade Ihre Absicht, alles und alle zu verwirren, um sich am Ende besser aus der Verantwortung stehlen zu können. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömming. Nächster Rednerin ist die Kollegin Dr. Hübke, erster SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 150 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss dem Bildungs- und Forschungsministerium zur Verfügung gestellt für eine umfassende BAföG-Reform in diesem Jahr. Und wir werden damit die alte Tante BAföG modernisieren und an die Lebensrealität der Studierenden von heute anpassen. Beispielsweise mit einer Studienstarthilfe. Denn alle, die schon mal ein Studium aufgenommen haben, wissen, dass noch bevor die erste Vorlesung besucht wird, schon einmal der Semesterbeitrag überwiesen werden muss. Und dann braucht es einen gescheiten Laptop, ohne den ein Studium heute nicht mehr denkbar ist. Und wer dann nicht am Wohnort studiert, braucht auch noch Miete, Mietkaution und die Erstausstattung der neuen Unterkunft. Und was ist, wenn dann die Eltern oder das Gesparte nicht so unterstützen können, dass sie das finanzieren oder das Gesparte nicht reicht? Wir werden jetzt mit der anstehenden BAföG-Reform endlich diesen Faktor der Bildungsungerechtigkeit, denn es gibt sie, die jungen Leute, die talentiert sind und deswegen heute kein Studium aufnehmen können. Wir machen mit dieser Ungerechtigkeit Schluss und werden die Studienstarthilfe in Höhe von etwa 1.000 Euro einführen. Wir werden auch das BAföG weiterreformieren. Die Elternfreibeträge wollen wir anheben, die Förderhöchstdauer verlängern. Wir wollen den Studienfachwechsel auch in einem späteren Semester noch möglich machen. Und wir wollen, dass endlich weiter noch mehr Studierende BAföG bekommen. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch mit dem vorgelegten Referentenentwurf noch nicht das Ziel erreicht. Denn wir haben im Koalitionsvertrag und in einem gemeinsamen Entschließungsantrag auch vereinbart, dass Freibeträge und Bedarfssätze weiter und künftig regelmäßiger angepasst werden. Und wenn wir im Haushaltsausschuss 150 Millionen Euro für dieses Jahr bereitstellen, dann reicht ein Ansatz von 62 Millionen Euro an der Stelle nicht auf. Und dafür werden wir uns in den nächsten Monaten einsetzen. Meine Damen und Herren, in Gänze liegt uns ein Haushaltsentwurf des BMBF vor, der mit 21,5 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert aufwäst. In den parlamentarischen Verhandlungen haben wir zusätzliche Mittel noch akquiriert. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass der Aufstieg der Tatsache geschuldigt ist, dass restliche Mittel aus dem Digitalpakt vom 60er umgebucht werden sind. Wir haben Kürzungen, weil Sondereffekte aufgrund von Corona Einmalzahlen ausgebucht werden, sodass man schon in Gänze sagen muss, dass die Frage, ob dieser Haushaltsansatz sinkt oder steigt, schnell zu Missinterpretationen führt. Aber ein Punkt ist bei der Betrachtung des gesamten Haushalts noch wichtig, und zwar, dass wir einmal schmerzhafte Kürzungsvorschläge hatten, die wir aber zurückgenommen haben. Christoph Mayer hat darauf schon hingewiesen, und ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei Christoph Mayer und Bruno Hünel bedanken für die gute Zusammenarbeit, weil wir in dieser Ampelkoalition dann geschafft haben, nämlich dass beispielsweise die Kürzungen in der Batteriezellenforschung oder bei den synthetischen Kraftstoffen die Kürzungen zurückgenommen werden können und dass wir viel mehr sogar noch stärken könnten beim Translationszentrum für Gen- und Zelltherapie beim Röntgen, Mikroskop Petra, oder aber auch die Machbarkeitsstudie für das Einstein-Teleskop. Wir müssen auch, wenn wir den gesamten Haushalt betrachten, sehen, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil natürlich auch auf diesen BMBF-Haushalt einen Effekt hatte, und zwar zu den eh schon vorgesehenen Einsparungen wurde vereinbart von der Bundesregierung, um weitere 200 Millionen Euro zu kürzen über die GMA, die globale Minderausgabe. Da ist erst mal die Frage, was ist die globale Minderausgabung? Und zwar ist der Haushalt ja so aufgebaut, dass wir Titel haben, das sind Ziffern und die Bezeichnungen dafür, und dann wird dort Geld eingestellt. Summe X für berufliche Bildung, Summe Y für die Forschung zur künstlichen Intelligenz, Summe Z für Gesundheitsforschung. Dann können wir jeweils noch mal auch genauer betrachten, bei der Gesundheitsforschung so viel Mittel für die Forschung gegen Long-Covid, so viel für Frauengesundheit und so weiter. Das machen wir, weil wir politisch diskutieren und dann auch entscheiden wollen, wofür genau wie viel Geld ausgegeben wird. Diese globale Minderausgabe sieht jetzt aber vor, dass es eine Kürzung gibt, die im Laufe des Jahres erwirtschaftet wird, wie man es so schön sagt. Das heißt, das Haus entscheidet, wo es erkennt, dass weitere Kürzungen möglich sind. Das ist erst mal ganz normal, weil es immer mal wieder ein Projekt gibt, das steht da an den Spartgeld, weil etwas günstiger wird. Darum ist die Debatte nicht, ob eine globale Minderausgabe gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, wie hoch darf sie sein und wie gehen wir parlamentarisch damit um. Die Frage ist, wie hoch darf sie sein, wenn wir in die fachwissenschaftliche Literatur gucken, dann wird im Normalzustand von bis zu 2 Prozent ausgegangen. Wenn wir den Vergleich zu anderen Ministerien sehen, dann sehen wir das zweithöchste GMA mit 1,6 Prozent hat das Bundesministerium von Ernährung und Landwirtschaft. Und wir gucken, wie es in der Vergangenheit war. Dann haben wir auch im BMBF schon mal über 3 Prozent gehabt als GMA. Aber die 3,9 Prozent GMA, die wir in diesem Jahr haben, ist Rekord. Und die ist dann, wenn sie so hoch ist, parlamentarisch zu begleiten. Wenn wir sagen, sie ist parlamentarisch zu begleiten, dann glaube ich, gibt es zwei Sachen, denn wir wollen ja nicht bei der Analyse stehen bleiben, sondern die Frage ist, was zu tun. Das Erste ist, dass es eine klare Erwartungshaltung der Koalition gibt, da gibt es aber auch überhaupt keinen Dissens zwischen den Parlamentariern und dem Haus, dass diese GMA im nächsten Jahr wieder sinken muss. Das kennt das Haus schon. Wir haben beispielsweise 2015 auf 16 die GMA um damals 40 Prozent fast halbiert gesunken. Und die Erwartungshaltung ist, dass wir das für den 25er Haushalt auch hinbekommen. Bleibt die Frage, was tun im Jahr 2024? Und da haben wir als Parlament einen klaren Maßgabebeschluss gefasst. Und dieser Maßgabebeschluss sieht eben vor, dass wir jetzt eng begleiten, ein Reporting-System, alle drei Monate, jedes Quartal, werden wir das Haus berichten lassen und gucken, wo sind denn die Minderabflüsse, wo sind denn die Themen, dass das Geld auch zusammenkommt, die 845 Millionen Euro, um die es geht. Und wir werden das begleiten und haben dazu aber auch nochmal sichergestellt durch einen zusätzlichen Maßgabebeschluss, dass die Projekte, die uns parlamentarisch besonders wichtig sind, beispielsweise der BAföG-Beschluss, weiterhin unsere klare Erwartungshaltung vollumfänglich umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir werden mit diesem Haushalt trotz schwieriger, sehr angespannte Haushaltslage viele wirklich wichtige Forschungs- und Bildungsprojekte umsetzen können. Die kann ich gar nicht alle aufzählen, aber ein Schwerpunkt, der mir wirklich schon sehr lange auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit am Herzen liegt, ist der Kampf gegen den Antisemitismus. Und über den gesamten Haushalt des Bundes werden wir mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich jetzt nochmal zur Verfügung stellen für den Kampf gegen den Antisemitismus. Im BMBF-Haushalt sind das durch die parlamentarischen Initiativen nochmal Stärkung der Minerva-Stiftung, das TICWA-Institut und der MAIND-GGmbH. Wir haben bereits im letzten Jahr begonnen, eine Konfliktakademie dazu an der Universität Bielefeld aufzubauen. Die wird in diesem Jahr an den Start gehen. Wir haben die Kürzungen der Bundeszentrale für politische Bildung zurückgenommen, genauso wie die der Respektcoaches und die bei den Freiwilligendienstes. Denn es ist doch klar, dass es Demokratie nicht umsonst gibt. Wir werden hier als Ampelkoalition in diesem Haushalt einen starken finanziellen Rahmen für Demokratie, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschließen. Wir werden auch weiter das ganze Jahr die Aufgabe sehen, diese Demokratie zu stärken. Aber es gehört auch zu einem vollständigen Bild dazu, dass das nur ein Baustein sein kann. Ein anderer Baustein ist, dass ganz viele Menschen in diesen Tagen auf die Straße gehen, Zeichen gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für die Demokratie, für ein solidarisches Miteinander setzen. Das muss ein weiterer Baustein sein. Und in diesem Sinne will ich damit schließen, dass meine Bitte an Sie alle ist, dass wir in diesem Jahr alle gemeinsam das ganze Jahr zur Verteidigung unserer Demokratie zusammenstehen und dafür kämpfen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Esther, nächster Redner ist der Kollege Bruno Hödel, Bündnis 90-Günen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Etat für Bildung und Forschung steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn wir die Generationengerechtigkeit stärken wollen. Hier fördern wir unsere Fachkräfte von morgen, die in gar nicht so langer Zeit unser Land gestalten werden. Hier finanzieren wir Grundlagenforschung und fördern die Wissenschaft, damit sie uns in Zukunft Innovation und Fortschritt bringt. Frau Ministerin, Sie haben einmal vom Zukunftsministerium gesprochen. Und ich möchte Ihnen da ganz explizit recht geben, mit diesem Ministerium, mit diesem Einzelplan wird Zukunft gestaltet. Und er hat eine enorme grundsätzliche Wichtigkeit für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist es gut, dass wir im Regierungsentwurf noch einmal an einigen Stellen Nachbesserung vorgenommen haben. Wir haben beim BAföG zusätzliche 150 Millionen zur Verfügung gestellt für den zweiten Teil der BAföG-Nomelle. Damit können wir die Studienstaathilfe für Studierende aus einkommensschwachen Haushalten einführen. Umzugskosten, Mietkaution, Kosten für technische Geräte halten junge Menschen nachweislich vom Studieren ab. Da wollen wir mit der Studienstaathilfe jetzt für mehr Chancengerechtigkeit sorgen. Auch die Freibeträge können wir mit dem Geld erhöhen, damit wir unser Versprechen einlösen, mehr Studierende ins BAföG zu holen. Unser Credo ist und bleibt, dass der Bildungserfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Genau deswegen haben wir auch das Startchancenprogramm aufgelegt, mit dem wir zielgenau da fördern, wo Startchancen eben nicht so gut sind wie anderswo. Insgesamt 20 Milliarden Euro über zehn Jahre, das sind tatsächliche Investitionen in unsere Jüngsten, die für mehr Chancengerechtigkeit an unseren Schulen in Deutschland sorgen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch bei der Gesundheitsforschung gehen wir als Ampelkoalition den eingeschlagenen Weg hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitssystem weiter. Mit einem Volumen von insgesamt 50 Millionen Euro über fünf Jahre für die Forschung zu Frauengesundheit machen wir nochmal deutlich, dass wir hier nachhaltig und langfristig einen Schwerpunkt setzen wollen. Die Gesundheitsforschung war zu lang eindimensional auf Männer fokussiert. Das ist ein allseits bekannter Fakt. Das brechen wir jetzt auf und das wird auch Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das Jahr 2024 und ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, dass ich einigen hier im Haus erklären muss, warum Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen so relevant ist, warum das im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist das genau die richtige Initiative, die wir hier starten. Leider ist auch der Etat für Bildung und Forschung nach dem Verfassungsgerichtsurteil nicht von Kürzungen verschont geblieben. Wir geben dem Haus jetzt eine große Flexibilität, indem der Konsolidierungsbeitrag von 200 Millionen Euro erst im Laufe des Jahres erbracht werden muss. Damit verbunden ist aber natürlich die glasklare Erwartung, dass unsere parlamentarischen Beschlüsse, unsere parlamentarischen Prioritäten von diesen Kürzungen nicht betroffen werden. Wir haben über einen Maßgabebeschluss sichergestellt, dass wir da auch die parlamentarische Kontrolle als Haushaltsgesetzgeber haben werden. Wir haben als Koalition weitere wichtige Schwerpunkte gesetzt. Wir haben in den Bereichen Antisemitismusforschung, Leseförderung, der KI-Forschung, aber auch beim DAAD und der Friedensforschung zusätzliche Gelder bereitgestellt. All das sind wichtige Bildungs- und Forschungsbereiche, die jetzt unter der Ampelkoalition endlich die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem, und das war uns wirklich ein Herzensanliegen, haben wir im Bereich der Erforschung von Long-Covid und ME-CFS über die Etats des Bildungs- und Forschungsministeriums und des Gesundheitsministeriums noch einmal deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt. In der ersten Lesung dieses Einzelplans habe ich mich den Betroffenen zugewandt und versprochen, dass wir uns als Koalitionsfraktion für mehr Finanzmittel in diesem Bereich einsetzen, weil wir das Leid der Betroffenen wahrnehmen. Und, liebe Kolleginnen, das ist uns gelungen. 180 Millionen stellen wir in den nächsten Jahren zur Verfügung, um das Leid der Betroffenen zu lindern. Wir haben zu unserem Wort gestanden und ich bin sehr froh, dass uns das gemeinsam als Koalitionsfraktion gelungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Trotz all der positiven Dinge, die wir in diesem Haushaltsverfahren im Bereich Bildung und Forschung erreichen konnten, kann man nicht darüber wegsehen, dass wir uns in Deutschland in einer Bildungsmisere befinden. Das wissen wir seit einigen Jahren. Die Ergebnisse der IGLU- und PISA-Studien haben das jetzt noch mal verdeutlicht. Ich glaube, wir haben alle guten Grund, darüber nachzudenken, was wir in der Bildungspolitik verbessern müssen. Überlastete Lehrer, schlecht ausgestattete Schulen, ein zu starker Bildungsföderalismus, dem es an Agilität und Kooperation zwischen den Ländern fehlt. Und ja, auch eine fehlende systematische Förderung für jene, die es dringend benötigen, die nicht selten andere, schlechtere Startbedingungen haben, weil sie eben beispielsweise die Sprache noch nicht in dem Maß beherrschen, wie es notwendig wäre. Hier müssen Bund und Länder endlich liefern. Das ist richtig. Aber was nicht geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das geht vor allem an die Kollegen der Union, ist für all diese Probleme, die wir im Bildungsbereich haben, jetzt ausschließlich die Ministerin verantwortlich zu machen. Das ist einfach unredlich. Die Probleme sind über viele, viele Jahre gewachsen, in denen Sie die Bildungsministerin gestellt haben. Sie stellen aktuell in sechs Bundesländern die Bildungsminister. Dort liegt die Zuständigkeit. Mit dieser Flucht aus der Verantwortung muss Schluss sein. Es ist jetzt an der Zeit, in einen breiten Bund-Länder- Dialog einzusteigen, mit dem Ziel einer echten Bildungswende, wo gerade auch die Schülerinnen und Schüler stärker beteiligt und gehört werden. Die wissen nämlich ganz genau, wo die Probleme liegen, von dreckigen Schulklos bis zur IT, deren Möglichkeiten oft nicht so ausgeschöpft werden, wie es sein müsste. Genau diese Bildungswende brauchen wir jetzt, und da müssen alle dran mitarbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Höhle. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Mayer, ich muss mehrere Punkte aus Ihrer Rede klarstellen, denn die Wahrheit, sie ist immer konkret. Und es kommt bei den Finanzen nicht darauf an, was man in mittelfristige Finanzplanungen schreibt, sondern es kommt darauf an, am Ende, was man Jahr für Jahr in diesem Deutschen Bundestag beschließt und dem Ministerium an Mitteln zur Verfügung stellt. Und da ist unsere Bilanz, dass wir in den Jahren 2005 bis 2021 eine Steigerung von über 5 Prozent hatten. Und Ihre Bilanz ist, dass Sie in den Jahren 2021 bis 2024 einen Rückgang von 10 Prozent haben, und dann kommt die Inflation noch dazu, die die Gelder noch entwertet. Und deshalb rechnen Sie nicht mit Zahlen, mit irgendwelchen langfristigen Planungen, sondern vergleichen Sie das, was an konkreter Politik in unserer Zeit geleistet worden ist, mit dem, was Sie an konkreten Zahlen jetzt einstellen. Und dann korrigieren Sie bitte das Bild, was Sie heute an diesem Rednerpult dargestellt haben. Und das Zweite ist das Thema Änderungsanträge. Natürlich, wir haben bereits im Bildungs- und Forschungsausschuss Änderungsanträge gestellt, nämlich wir haben zum Beispiel 100 Millionen mehr für die Long-Covid-Forschung gefordert. 100 Millionen mehr. Wir hatten auch eine Gegenfinanzierung. Und das wurde von den Ampelparteien abgelehnt. Und deshalb will ich auch das an dieser Stelle klarstellen. Gegenfinanzierte Änderungsanträge im entsprechenden Fachausschuss. Wenn Sie da nicht mitgehen, ist es extrem traurig. Aber stellen Sie sich nicht hierhin und sagen, dass Sie keine Anträge gestellt haben. Und warum wir in diesen Bereinigungssitzungen auf der Basis von diesem verkorksten Haushalt keine Änderungsanträge gestellt haben, haben wir zu Genüge am Rednerpult erläutert. Das liegt nämlich daran, dass der ganze Haushalt schon von Grunde auf schief aufgestellt ist. Und das können wir nicht mittragen. Wir würden den Haushalt ganz anders aufstellen, mit ganz anderen Schwerpunktsetzungen. Und dann hätten wir auch einen klaren Fokus auf Prioritäten, auf Innovation, auf Forschung und Entwicklung und nicht dieses Rumgegurkse, was Sie hier haben. Das Problem, was wir haben oder was Sie haben, deshalb werden Sie auch an der Stelle gerade so unruhig, ist, dass Sie die zahlreichen Versprechungen, die Sie gegeben haben, alle nicht einhalten. In den ersten Monaten Ihrer Regierungszeit haben Sie angekündigt, was jetzt alles ganz schnell umgesetzt werden muss. Von der großen BAföG-Reform über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis hin zu Klarheit und Entbürokratisierung im Digitalpakt, Digitalpakt 2 etc. Wir wissen heute, im Mai läuft der Digitalpakt aus, bis heute keine Klarheit über die Nachfolge packt. Wir wissen, im Sommer wollen Sie mit dem Start-Chancen-Programm starten. Die Gelder wurden gerade vom Haushaltsausschuss gesperrt, weil immer noch kein Konzept vorliegt. Wie sollen denn im Sommer Schulen mit einem Programm starten, von dem Sie heute noch die Inhalte nicht können? Sie haben Verunsicherung bei dem Thema Batteriezellforschung geschaffen, hin und her, vor und zurück. Mit dieser globalen Minderausgabe schaffen Sie neue Verunsicherung. So kann man nicht arbeiten. Das ist keine verlässliche Politik. Deshalb rufe ich Ihnen zu, sorgen Sie für Verlässlichkeit und für eine gute Bildungs- und Innovationspolitik in unserem Land. Vielen Dank, Frau Kollegin Schön. Herr Kollege Dr. Hauptstadt, ich weise die CDU-Fraktion darauf hin, dass die Redezeitüberschreitung von 10 Prozent bei den weiteren CDU-Rednern von mir nicht mehr hingenommen werden wird. Ich erteile nunmehr das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Schön, Zahlen sprechen etwas, aber Anträge im Haushaltsausschuss, die sprechen eine noch klarere Sprache, und darauf haben wir lange gewartet. Die Aufstellung der Zahlen für den Haushaltsplan, sie war so herausfordernd wie die Zeiten um uns herum. Aber es geht ja um mehr als die Zahlen, die dort drinstehen. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Erstens. Die Wissenschaft zeigt, Bildung ist der wichtigste Faktor für unseren Wohlstand. Die Wissenschaft zeigt, immer noch entscheidet die Herkunft über den Bildungsweg, die größte Ungerechtigkeit in unserem Land. Und die Wissenschaft zeigt, wo Bildung leidet, leidet die Zustimmung zu unserer Demokratie. Die jüngsten PISA-Ergebnisse, sie können uns nicht ruhen lassen, das Startchancenprogramm, es soll da unterstützen, wo es um das Fundament der Bildung geht. Es muss zum Schuljahr 2024-25 kommen. Der Bund hat geliefert, der Bund steht bereit, eine Milliarde Euro pro Jahr für die nächsten zehn Jahre. Es geht um unseren Wohlstand, es geht um das Aufstiegsversprechen und es geht um unsere Demokratie. Es ist Zeit zu handeln. Und es ist gut, dass jetzt durch den Haushaltsausschuss auch wir den zweiten Teil der BAföG-Reform vorverlegen konnten, mit nach höheren Leistungen jetzt mehr Flexibilität, noch mehr Unterstützung für die, die bisher nur in der Teilförderung waren. Wir schauen nämlich genau dahin, wo es besonders schwer ist. Und auch hier, das BMWF ist bereit. Wir wollen diesen nächsten Schritt zum Wintersemester 2024-2025 umsetzen. Ausbildung darf nicht am Geld scheitern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Bereich. Wie lösen wir die großen Herausforderungen? Ein Nobelpreisträger hat es wunderbar beschrieben. Neugierde, unbändige Drang, ein Problem zu lösen und die Zusammenarbeit in Forschungsfeldern, die normalerweise nicht miteinander arbeiten. Ich finde, eine bessere Beschreibung unserer Zukunftsstrategie Forschung und Innovation hätte man nicht geben können, missionsorientiert und mit klaren Zielen ausgestattet. Denken Sie an unseren Hunger nach klimaneutraler und verlässlicher Energie. Die Fusion, eine riesige Chance. Wir investieren in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Milliarde Euro. Das Ziel steht fest. Ein erstes Fusionskraftwerk in Deutschland. Und ein klares Bekenntnis zur Batterieforschung. Auch da der Dank für die gute Zusammenarbeit. Der Haushaltsausschuss hat 70 Millionen Euro für die kommenden Jahre bereitgestellt. So verringern wir die Lücke, die der Wegfall der KTF-Gelder reißt. Wir brauchen mehr technologische Souveränität, nicht weniger, meine Damen und Herren. Oder das Thema künstliche Intelligenz. Die wichtigste disruptive Technologie unserer Zeit. Fast 500 Millionen Euro investieren wir allein 2024. Das ist fast doppelt so viel wie in der gesamten letzten Legislaturperiode. Denn uns ist klar, sind die Herausforderungen groß, da müssen auch die Anstrengungen groß sein. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, wir sorgen für mehr Transfer. Unsere Agentur für Transfer und Innovation, sie hat schon losgelegt. Und jetzt in diesem Jahr wird sie formal gegründet. Der Dati-Pilot bereits ein Erfolg. Wir hatten mehr Resonanz als gedacht durch weniger Bürokratie. Wir können es uns nicht länger leisten, dass die guten Ideen in den Schubladen verstauben. Meine Damen und Herren, 21,5 Milliarden Euro für Bildung und Forschung. Hinzu kommt die Startchancen Milliarde. Jeder Euro ist ein Euro in die Zukunft unseres Landes. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marc Junken, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das diesjährige Wissenschaftsjahr von der Bundesregierung gefördert und beworben steht unter dem Motto Freiheit. Und was hatten die Befürworter der antifreiheitlichen Corona-Maßnahmen ausgerechnet zum Thema Freiheit zu sagen bei der Auftaktveranstaltung am 17. Januar hier in Berlin? Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit gibt es natürlich nur im Ausland, in China, im Iran und so weiter. Kein Wort davon, dass sich in Deutschland ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gründen musste, weil die ideologischen Agendawissenschaften, Postcolonial Gender Studies mit ihrer Intoleranz und aggressiven Cancel Culture nicht nur andere Meinungen, sondern Daten und Fakten aktiv unterdrücken. Eine Bedrohung der Freiheit gibt es allerdings auch in Deutschland, so der Tenor auf dieser Veranstaltung. Und das sind, Sie raten es vielleicht, die bösen Populisten und namentlich die AfD. Wenn die Präsidentin des Deutschen Ethikrates, Frau Professor Büx, ungefragt und ungeprüft in die mediale Lügenkampagne gegen die AfD einstimmt und zum Kampf gegen unsere freiheitliche Bürgerpartei ausruft, dann sagt das alles über das Übermaß, an Gesinnung und den Mangel an Selbstreflexion bei führenden Vertretern unseres Wissenschaftsbetriebs. Ja, Sie schreien jetzt. Ein für den 6. Juli 2023 an der Uni Würzburg angesetzter Vortrag von Professor Bernd Arbeck über Transsexualität und Transgender musste wegen studentischer Proteste abgesagt werden. Sachbeschädigungen und Beschimpfungen inklusive federführend die örtliche Grüne Hochschulgruppe. Und die Bundesregierung macht das ja vor. Ende Mai 2022 veröffentlichten 100 deutsche Wissenschaftler einen Aufruf gegen die Infragestellung der wissenschaftlichen Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit durch Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, verunglimpfte diesen Beitrag als Pamphlet, das mit Fake News arbeitet. Das ist staatlicher Aktivismus gegen die Wissenschaft, meine Damen und Herren. Zumindest hat die Biologin Maria Luise Vollbrecht vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen die Humboldt-Uni Recht bekommen, die ihren Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit abgesagt hatte. Angeblich stehe er auch nicht im Einklang mit den Werten der Universität. Die Werte gehen vor Wahrheit. So weit sind wir schon. Und die FDP lässt das zu, Frau Strack-Watzinger. Das ist das Gegenteil von liberal. Und das alles hat systemische Gründe. Mit der Einführung der Bologna-Reform vor 25 Jahren wurden die Wissenschaftler stark von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig gemacht. Das hat den Einfluss des Staates enorm erhöht, der heute mit seinen Förderlinien elegant steuert, was er von der Wissenschaft hören will. Wer zahlt, schafft an. Wir brauchen daher nicht immer neue ideologische Förderprogramme, wie in Ihrem Haushalt wieder. Wir brauchen eine solide Grundfinanzierung der Universitäten und Hochschulverbünde und damit endlich wieder mehr Freiheit in der Wissenschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jonken. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Kaczmarek, SPD-Fraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vielleicht ist es gut, wenn wir noch mal zu Beginn die Ausgangslage uns vor Augen führen. Das Land wird gefordert durch Krisen, auch finanziell in der Ukraine, Klimafolgen und so weiter. Gleichzeitig müssen wir investieren in Freiheit und Wohlstand der Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass Bildung und Forschung einen zentralen Stellenwert bekommen, dass wir aber auch betrachten, was wir insgesamt schaffen müssen mit diesem Haushalt. Die Dinge zusammenzuhalten, Investitionen in unsere Sicherheit, Investitionen in unsere Demokratie, weil Demokratie gibt es nicht umsonst, Investitionen auch in den sozialen Zusammenhalt. Es gibt keine Sozialstaatskürzungen, wie sie uns von der Opposition vielfach vorgetragen worden sind. Und Investitionen in Bildung und Forschung, das gehört zusammen. Wenn ich mir dann ansehe, den Einzelplan 30, dann stelle ich aus meiner Sicht drei Überschriften fest, die das markieren, was wir dort erreicht haben. Das Erste ist, wir schaffen Verlässlichkeit für Bildung und Forschung in haushalterisch sehr schwierigen Zeiten. Der Bund erfüllt natürlich seine Verpflichtungen und für die Grundfinanzierung von Bildung und Forschung weiter. Das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Aber der Pakt für Forschung und Innovation wird mit den garantierten Aufwüchsen weitergeführt. Im Übrigen auch ein Bekenntnis dazu, dass wir die Grundlagenforschung, nicht nur, aber die Grundlagenforschung ergebnisoffen, gut ausstatten, auch mit Forschungsinfrastrukturen, Großgeräten ausstatten werden. Ein wichtiger Punkt. Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der wird nicht einmalig, wie das noch in der Großen Koalition vereinbart war, sondern jedes Jahr um drei Prozent aufwachsen und damit eine sichere Leitplanke für das Herzstück unseres Wissenschaftssystems für die Hochschulen bieten. Das ist ein großer Erfolg, und darauf ist Verlass. Die zweite Überschrift, die ich sehe, ist, wir wollen alle Potenziale heben, und wir investieren in die Köpfe und in gleiche Chancen. Und wir wissen doch, dass das die wichtigste Ressource ist, die wir in unserem Land heben müssen. Das betrifft alle Ebenen. Ich habe das auch heute Morgen verfolgt mit der frühkindlichen Bildung, wo das auch schon diskutiert worden ist. Ich will die beiden Beispiele, die genannt worden sind, auch noch einmal herausgreifen. Das ist zum einen das BAföG. Und wir wollen doch jetzt nicht noch einmal ans BAföG ran, weil wir Weltrekordhalter werden wollen, im BAföG anpacken oder so, sondern weil wir wissen, dass das BAföG gebraucht wird, wenn wir jedes Talent erreichen wollen, insbesondere die von ihren Eltern nicht so viel Geld mitbekommen, die sollen im BAföG eine verlässliche Stütze für ihre Ausbildung bekommen. Und deswegen sind drei Dinge wichtig. Wir wollen, dass mehr Leute reinkommen ins BAföG. Deswegen war die Freibetragserhöhung, die wir gemacht haben, schon wichtig, und da werden wir auch weitergehen den Weg. Wir wollen, dass das BAföG besser an die Studien- und Ausbildungsbedingungen angepasst wird. Deswegen sind viele Überlegungen, die auch im Ministerium gemacht werden, zur BAföG-Strukturreform richtig. Einige sind schon genannt worden. Und das Dritte ist, das BAföG muss eben auch zum Leben reichen. Und deswegen muss es auch an gestiegene Preisindexe angepasst werden. Es ist richtig, dass wir das zusammenhalten. Freibeträge, Strukturreform, höhere Bedarfssätze oder Wohnkostenpauschale, das gibt Sicherheit für alle, die das BAföG brauchen. Und im Übrigen, nur einmal kurz am Rande erwähnt, wir werden ja auch das Aufstiegs-BAföG noch anfassen in dieser Wahlperiode und befinden uns dazu auch in Gesprächen, weil das wichtig ist, dass wir die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung nicht nur im Munde führen, sondern auch mit politischen Handlungen belegen. Das Staatschancenprogramm ist hier schon angesprochen worden. Es könnte ja mal irgendwie so etwas wie eine Altsrechtwaffe werden, aber es ist tatsächlich nur ein wichtiger Beitrag, ein großer Beitrag für Schulen, die besondere soziale Herausforderung zu leisten haben. Und es wird ein kraftvoller Beitrag, es wird auch einen Paradigmenwechsel einleiten. Und viele Länder haben sich schon auf den Weg gemacht, auch diese Schulen im Besonderen auch zu unterstützen, hier in Berlin beispielsweise oder in Hamburg. Und ich will das mal an meinem Bundesland dokumentieren, was das auch ein Sprung sein wird, den wir jetzt machen werden. In Nordrhein-Westfalen, in meinem Heimatland, gibt es Talentschulen, einen Schulversuch, der gut ist, will ich gar nicht kritisieren, an dem 60 Schulen teilnehmen. 60 Schulen, das sind ein Prozent aller Schulen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir werden mit dem Staatschancenprogramm 10 Prozent aller Schulen erreichen. Das wird den Effekt, Bund und Länder gemeinsam, betone ich ausdrücklich, den wir bisher hatten für diese Schulen, noch mal um ein Vielfaches vergrößern. Deswegen ist das Staatschancenprogramm ein kraftvoller Beitrag für die Schulen in besonderen sozialen Lagen. Und, Frau Schön, weil Sie das auch angesprochen haben, Sie können als Union auch einen Beitrag dazu leisten, damit das gelingt. Rufen Sie doch am besten heute Abend noch alle Kultusminister der CDU an und sorgen Sie dafür, dass das Staatschancenprogramm eben kein Spielball für taktische Spielchen wird, sondern dass es am Freitag die fertige Bund-Länder-Vereinbarung auch dann durchgeht mit der Zustimmung der Unionskultusminister. Das wäre ein Beitrag, den Sie zum Gelingen beitragen können. Die dritte Überschrift, wir investieren in Forschung und in Zukunftstechnologien. Die Konstruktionsfehler der Sprint haben wir schon beseitigt. Das ist hier schon angesprochen worden. Und die DATI wird jetzt, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, wird der nächste Baustein. Und weil das hier so immer ein bisschen auch im Genöde der Opposition manchmal untergeht, will ich noch einmal daran erinnern, und die Ministerin hat es gerade schon erwähnt. Die DATI wird in ihren ersten Pilotprojekten überrannt von Bewerbungen. Und das zeigt, dass es etwas ist, was den Transfer beschleunigt wird. Das zeigt, dass es etwas ist, was von der Community angenommen wird. Und das zeigt, dass wir das jetzt auch zum Erfolg bringen werden. Ich danke dem Haushaltsausschuss da auch für den unterstützenden Beschluss. Die DATI wird jetzt auf die Spur gebracht, und das ist gut für die Forschungslandschaft. Es finden sich im Haushalt viele Investitionen in wichtige Zukunftsfelder, Biotechnologien im Sinne von individualisierter Medizin, Energiespeicher. Vielen Dank, dass es mit der Batterieforschung wieder repariert worden ist. Wasserstoff, der in großem Maßstab erzeugt werden muss. Quantentechnologie, Supercomputing und vieles mehr. Das sind Zukunftstechnologien. Und die Investitionen, die im Haushalt da sind, unter schwierigen haushalterischen Bedingungen, die zeigen eine Richtung auf für ein Jahrzehnt, das wir vorbereiten, um eben auch in den Wohlstand der Zukunft zu investieren. Und deswegen zum Schluss, das darf jetzt nicht jedes Jahr mit dem Haushalt so laufen, wie es in diesem Jahr gelaufen ist. Aber eins ist auch klar, dieser Haushalt 24 bietet viele Möglichkeiten, und der dokumentiert Bildung und Forschung hat eindeutig Vorfahrt. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie zunächst einmal, und als Nächste erhält das Wort Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Ministerin hat ja gerade gesagt, jeder Euro ist auch ein Euro in die Zukunft des Landes, also jeden Euro, den wir in Bildung investieren. Und das kann ich nur bekräftigen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, man kann auch nicht versehentlich zu viel in Bildung investiert haben oder es da so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle übertreiben, sondern ganz im Gegenteil, es wird sich einfach auszahlen. Und selbst in riskanten Zeiten ist das die beste Anlagemöglichkeit, die wir haben. Wir können da sehr freigiebig sein, aus dem Vollen schöpfen. Und dazu möchte ich auch alle ermutigen. Denn dass das dringend geboten ist, das zeigt uns die PISA-Studie, das zeigt uns die ECLU-Studie, das zeigt uns die Sozialerhebung, auch die Lage der Studierenden ist ja ziemlich schwierig. Und deshalb haben wir auch als Ampel uns vorgenommen, mehr für Bildungsgerechtigkeit zu tun. Das ist dringend an der Zeit. Und es ist einfach so, dass ich in diesem Land die Zukunft eines Kindes nicht an seiner Postleitzahl, wo es wohnt, entscheiden darf. Und deswegen müssen wir da grundsätzlich mehr tun. Und deswegen kann ich alle nur motivieren, hier komplett aus dem Vollen zu schöpfen und einfach das als beste Investition überhaupt zu sehen. Wir machen mehr für Bildungsgerechtigkeit. Deswegen gehen wir auf den Schritt Kindergrundsicherung. Wir haben das Startchancenprogramm, das eben auch schon ausgeführt wurde, was das auch bedeuten wird für viele Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Und wir packen die BAföG-Reform an. Wir bringen die Studienstaathilfe auf den Weg. Und deswegen ist es auch noch mal besonders hilfreich, dass der Haushaltsausschuss mit seinem Beschluss zusätzlich 150 Millionen für das BAföG bereitzustellen, hier auch zeigt, dass es da einen politischen Willen gibt, aus der Mitte des Parlaments heraus, hier auch mehr zu tun. Denn bisher sind die Studierenden auf der Strecke geblieben. Wir sehen gerade die schwierige soziale Lage. Und deswegen kommt das genau zur rechten Zeit. Und jetzt müssen wir auch die Strukturreform im BAföG so ausgestalten, dass wir Studierenden bestmöglich in diesem Land helfen. Wir stärken die Forschung. Das wurde eben auch schon erläutert, indem wir auch in Großgeräteforschung investieren. Petra 4 wurde erwähnt. Wir haben die Polarstern ausfinanziert. Wir machen mehr für den Zukunftsvertrag, Studium und Lehre, der auch helfen wird, bessere Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen mit zu etablieren, also mehr entfristete Stellen letzten Endes. Und da hat auch der Haushaltsausschuss mit einem Beschluss noch geholfen, indem wir ein Bund-Länder-Programm, moderne Governance-Personalstrukturen, also sprich ein Tenure-Track-Mittelbau, auf den Weg bringen werden. Und hier zeigt sich auch noch mal der politische Wille. Und da möchte ich auch allen im Haushaltsausschuss für danken, uns da auch noch als Parlamentarier gemeinsam dazu unterstützen, auch gegenüber den Reformen, die wir auch im Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf den Weg bringen. Das flankiert das Ganze besonders gut. Und ich möchte noch erwähnen, es gibt ein Herzensthema, über das ich mich besonders freue, und das ist, dass wir die Long-Covid-Forschung restortübergreifend gestärkt haben. Wir haben zusätzlich rund 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach ein wichtiges Signal an die Betroffenen. Und da möchte ich mich noch mal bei allen ganz herzlich für bedanken, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und ich kann nur sagen, beste Bildung ist die beste Rendite. Und das freut auch die vielfach bemühte schwäbische Hausfrau. Also da bitte aus dem Vollschöpfen. Die nächste Rednerin ist Monika Grütters für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kultur ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben ist. Dieses trotzige Vertrauen, das Mark Twain in die Widerstandskräfte und den Selbstbehauptungswillen der Kultur hatte, fasziniert uns. Und doch müssen wir auch immer wieder an die Fürsorgepflicht der Politik gegenüber diesen für unser Gemeinwesen so wichtigen Milieus wie Kultur und eben Wissenschaft erinnern. Es ist die Pflicht des Staates, das Versprechen einzulösen, das im Artikel 5 unseres Grundgesetzes verankert ist, wo es heißt, Kultur und Wissenschaft sind frei. Denn es ist die Lehre aus dem Totalitarismus, aus der Nazi-Diktatur, die dort zum Ausdruck kommt. Und uns alle mahnt, dieses Freiheitsversprechen im Interesse einer wachsamen und lebendigen Demokratie, einige haben diesen Zusammenhang ja auch schon erwähnt, einzulösen. Denn frei sein, das können Wissenschaft und Kultur nur, wenn sie unabhängig sind vom Zeitgeist, von Ideologien, von Geldgebern. Es ist also an uns, dem Parlament, für ihre auskömmliche Finanzierung zu sorgen, gerade für die Freigeister in Kultur und Wissenschaft. Sie sind die Avantgarde, die gesellschaftlichen Entwicklungen vorausgeht. Denn mit dem Mut zum Experiment ist ja immer auch das Risiko des Scheiterns verbunden. Aber nur so werden neue Erkenntnisse gewonnen. Nur so werden Innovationen möglich. Nur so können wir Schritt halten im globalen Wettbewerb. Wissenschaft und Kultur sind dann nicht das Ergebnis des Wirtschaftswachstums, sondern sie sind seine Voraussetzung. Vor allem aber sind sie eins, sie sind Ausdruck von Humanität. Und damit das wirksam werden kann, braucht es ein gesundes Umfeld. Das heißt, der Staat muss ihren Wert und ihre Leistung schätzen und finanzieren. Deshalb bin ich enttäuscht, verehrte Frau Ministerin, dass Sie diese Chance zuweilen verpassen, gerade jetzt auf Wissenschaft und Bildung zu setzen, auf das kritische Korrektiv, das eine verunsicherte Gesellschaft braucht, auf die Bildung, die aus den jungen Menschen überzeugte Verteidiger unserer Freiheit macht. Was tun Sie? Stattdessen wird an der DDR-Forschung gespart, obwohl wir immer wieder vermitteln müssen, dass Deutschland aus zwei Diktaturen in einem Jahrhundert gelernt hat. Wenn wir das wollen, dass Diktaturen nicht wiedererstehen, müssen wir die Umstände kennen, aus denen ihr Keim gelegt wurde. Die rigiden Mittelkürzungen des BMBF-Programms DDR-Unrecht sind dafür sicher nicht der richtige Weg. Und ganz sicher ist es ebenso falsch, unsere Nachwuchs und unsere internationalen Wissenschaftskontakte derart zu vernachlässigen. Die Begabtenförderwerke und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung müssen ihre kleinlichen Aufwüchse selbst finanzieren. Das heißt, die Zahl der Stipendiaten geht zurück. Wie können Sie das rechtfertigen? Wer, wenn nicht unser begabter wissenschaftlicher Nachwuchs? Wer, wenn nicht die internationalen Wissenschaftler? Und wer, wenn nicht diese geistige Avantgarde soll mal unser Land gestalten? Wir sollten Sie ermutigen und nicht kleinlich mit Ihnen umgehen. Es ist schon was dran. Eine Ministerin der verpassten Chancen können wir uns eigentlich nicht leisten. Als nächstes erhält das Wort Ria Schröder für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich geht es uns doch gut in Deutschland. Und trotzdem sorgen wir uns um die Zukunft. In einer Befragung im letzten Juli haben 70 Prozent angegeben, dass sie der Ansicht sind, die wirtschaftliche Lage werde sich in den nächsten fünf Jahren eher verschlechtern als verbessern. Zukunftsängste lähmen den Fortschritt, das Land den Optimismus. Es ist eine Aufgabe von Politik, Anlass für den positiven Blick in die Zukunft zu geben. Und ich bin davon überzeugt, ein solcher ist der Haushaltsplan für Bildung und Forschung. Er ist ein Gegenprogramm zum Pessimismus. Bildung ist Chancenpolitik. Sie ist aber auch die beste und nachhaltigste Wirtschaftspolitik. Der Bildungswissenschaftler Ludger Wössmann hat ausgerechnet, dass in Deutschland ein Rückgang von 25 Punkten bei PISA langfristig 14 Billionen Euro weniger Wirtschaftsleistung bedeutet. So weiterzumachen wie bisher, wird uns Wachstum und Wohlstand kosten, sagt er. Deswegen machen wir es anders. In einer nie dagewesenen Kooperation zwischen Bund und Ländern werden wir mit dem Staatschancenprogramm einen Paradigmenwechsel vollziehen. Über die nächsten zehn Jahre 20 Milliarden Euro zielgerichtet gegen den Bildungsnotstand für die Kinder und Jugendlichen, die heute zu wenig Unterstützung bekommen, als dass ihre Talente zum Scheinen kommen könnten. Damit machen wir Schluss. Wir schaffen einen echten Gewinn für Chancengerechtigkeit und auch für die zukünftige Wirtschaftsleistung. Das Gleiche gilt für das BAföG. Mit der Erhöhung der Freibeträge bekommen Teilgeförderte mehr Geld und mehr Studierende BAföG. Zusammen mit der Studienstaathilfe ist das ein echter Motor für das Aufstiegsversprechen. Mit unseren Investitionen in die Forschung, da stärken wir die Innovationskraft des Landes. 40 Millionen Euro werden investiert am DESI in Hamburg. Mit dem 3D-Röntgenmikroskop Petra 4, da wird ein Grundpfeiler für die Nano-Forschung der Weltspitzenklasse gelegt. Mit den Investitionen in Batteriezellenforschung von Fraunhofer in Münster und die weltgrößte Power-to-Ex-Anlage in Leuner wird Deutschland ein Vorreiter bei der innovativen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und damit für den Wohlstand der Zukunft. Ein optimistischer Blick in die Zukunft ist möglich und ich finde auch, dass dieser Haushalt zeigt, es ist möglich, dass wir in zukünftige Generationen investieren und gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten. Das ist kein Widerspruch und für die kommenden Jahre wird trotzdem wichtig sein, auch den Haushalt nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ stärker zu konsolidieren und auf Zukunft zu drehen und besonders in Bildung und Forschung zu investieren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Haushälterinnen und Haushältern für dieses Ergebnis, für diesen tollen Haushalt und danke an Sie für die Aufmerksamkeit. Und der nächste Redner ist Markus Bühl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die AfD-Fraktion hat in den Haushaltsberatungen für ein umfangreiches Bund-Länder-Schulsanierungsprogramm geworben und einen Gesetzentwurf dazu eingebracht. Die marode Substanz unserer Schulen ist ein massives Problem. Was nützt das neueste Tablet, wenn keine Lehrer da sind, um zu unterrichten, die sanitären Einrichtungen nicht funktionieren, der Putz von den Wänden fällt, oder Fenster nicht zu öffnen sind. Der immens hohe Investitionsrückstand wird mittlerweile auf über 50 Milliarden Euro beziffert und belegt die anhaltende Vernachlässigung der Schulinfrastruktur durch die Bundesländer. Wir fordern einen Schulinvestitionsfonds für die Kommunen, an dem sich Bund und Länder mit jeweils 30 Milliarden Euro in den kommenden Jahren beteiligen. Um Bildung zu vermitteln, brauchen wir genügend Lehrer und moderne Schulgebäude und das sieht es katastrophal aus. Die vielen Unterrichtsausfälle sind ein Skandal. Die Verantwortlichen in den Ländern hatten genug Zeit, für mehr ausgebildetes Personal und sanierte Schulen zu sorgen. Das von Ihnen geplante Start-Chancen-Programm ist eine vollkommen unzureichende Antwort auf diese drängende Frage. Gemäß links-grünem Zeitgeist ist einer der Punkte ein Investitionsprogramm für klimagerechte Schulen in sozialen Brennpunkten. Der Regierungsentwurf sah ursprünglich 500 Millionen Euro auf Bundesseite für dieses Jahr vor. Noch beim FDP-Dreikönigstreffen am 6. Januar rühmte der Finanzminister vollmundig die Bildungsmilliarde. Jedoch war zu dem Zeitpunkt längst klar, dass die vielbeschworene Bildungsmilliarde lediglich 200 Millionen Euro auf Bundesseite und 300 Millionen Euro zweckgebundene Mittel der Länder durch Mehrwertsteuerumverteilung betragen würde. Gemessen am extrem hohen Sanierungsstau bei Schulgebäuden in unserem Land ist das allenfalls ein Feigenblatt statt eine ernsthafte Lösung. Wir müssen die bauliche Substanz unserer Schulen endlich verbessern. Und da brauchen wir kein Etikett wie klimagerechte Sanierung, sondern eine funktionale Sanierung. Es muss funktionieren und das tut es mit Ihrer Politik nicht. Einen weiteren Fehler begehen Sie bei der Vernachlässigung der beruflichen Bildung. Die sinkenden Ausbildungszahlen im Handwerk und in der Industrie sind eine Katastrophe für unsere Wirtschaft. Es ist höchste Zeit, dass die berufliche Bildung wieder umfassend wertgeschätzt und intensiv gefördert wird, anstatt sich einseitig auf akademische Laufbahnen zu konzentrieren. Wir können diesem Haushalt nicht zustimmen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Carolin Wagner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Ministerin! Gemäß der rechtsbraunen Ideologie meines Vorredners war die Rede gespückt davon, auf Probleme hinzuweisen und irgendwelche Angstgebilde aufzufahren, aber überhaupt gar keine eigenen Lösungen zu präsentieren. So kennen wir sie. So ist das nun mal. Allgemein bekannt sollte sein, dass der Bundeshaushalt etwas komplexer ist als ein Privathaushalt, auch wenn man sich vielleicht ähnliche Fragen stellt. Für was kann ich das Geld ausgeben, das zur Verfügung steht? Wo muss oder kann vielleicht gespart werden? Und wo darf man auf keinen Fall sparen? Dabei merken aber einige dann nicht mehr, wie absurd ihre Vorschläge sind und bringen Kürzungen im sozialen Bereich ins Spiel, so wie eben Herr Merz. Ich warne aber davor, die Axt bei denjenigen anzulegen, die am meisten auf Unterstützung angewiesen sind. Bei der Bildungspolitik ist es ähnlich. Sie darf nicht nach Kassenlage gemacht werden. Investitionen in Bildung und Forschung kann man nicht einfach kaufmännisch verbuchen. Jeder investierte Euro vervielfacht sich zum Wohle der ganzen Gesellschaft. Und insofern ist es gut, dass größere Mittelkürzungen beim BMBF vom Haushaltsausschuss abgewendet werden konnten. Und ich danke stellvertretend Wiebke Ester und ihrem Team für kluge Verhandlungen. Da steckt da steckt ganz viel drin, was uns als SPD wichtig war und ist. Das Staatschancenprogramm etwa, mit dem der Bund seinen Beitrag leistet, um nach der Vielzahl an PISA-Schocks in die Kompetenzen der Basarenbildung, an Grundschulen und in die berufliche Bildung und damit in Bildungsgerechtigkeit zu investieren. Oder der Beschluss zum BAföG. Wir haben es schon gehört. Und noch ein ganz wichtiges Element für die SPD-Fraktion ist im Haushalt 2024 verankert. Ein Maßgabebeschluss zur Schaffung neuer Dauerstellen in der Wissenschaft. Das BMBF wird gemeinsam mit den Ländern noch in diesem Jahr ein Konzept dazu vorlegen. Für das Wissenschaftssystem ist das unglaublich wichtig, denn es muss im Wettbewerb um die glücksten Köpfe attraktiver werden. Die Arbeitsbedingungen müssen Beschäftigungsrisiken von den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nehmen und sie gerecht auf die Schultern der Arbeitgeber verteilen. Wir müssen Sicherheit und Planbarkeit für die Beschäftigten in der Wissenschaft herstellen. Dafür kämpfen wir als SPD auch bei der Novelle des Wisszeit-VG. Und dass Sie, liebe Frau Ministerin, sich mit der Umsetzung des Maßgabebeschlusses an die Seite der Beschäftigten im Wissenschaftssystem stellen, freut mich ganz besonders. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit Blick auf die kommenden Jahre wird doch jedem klar, wir brauchen richtig große Investitionen in Bildung. Wir brauchen mehr Fachkräfte im Bildungswesen, wir brauchen modern ausgestattete Kitas und Schulen, frühe individuelle Förderung, Anreize zu Wandel und Fortschritt. Und dann lautet doch die Gretchenfrage, wer soll das bezahlen? Während der CDU-Vorsitzende ohne zu zögern nach unten tritt und an die Bürgergeldempfängerinnen, Empfänger und die Sozialkassen denkt, wüsste ich eine Gruppe, die überhaupt nicht darüber nachdenken muss, was sie sich denn noch leisten kann. Es gibt in Deutschland eine Reihe sehr, sehr reicher Menschen, die sehr, sehr leicht einen größeren Teil der Last übernehmen könnten. Allein die Milliardäre in Deutschland horten nach einer aktuellen Erhebung der Heinrich-Böll-Stiftung ein Vermögen von 1,4 Billionen Euro, eine Zahl, die man sich kaum mehr vorstellen kann. Diese 1,4 Billionen verteilen sich auf rund 4.300 Haushalte. Oder anders gesagt, 4.300 Haushalte in diesem Land haben ein Vermögen, das fast der Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das ist doch Wahnsinn, das ist nicht mehr greifbar, völlig unverhältnismäßig gegenüber jeglicher geleisteter Arbeit. Wer angesichts dieser Tatsache keine Vermögens- und Reichensteuer in Angriff nehmen will, wer angesichts dieser Tatsache keine gerechte Umverteilung organisieren will, handelt unverschämt den nächsten Generationen gegenüber. Und wenn wir den Haushalt 24 noch gut gemeistert haben, so müssen wir mit Blick auf die nächsten Jahre die Verteilungsfrage stellen, und zwar die richtige, die, die den Blick nach oben wirft. Dankeschön. Die nächste Rednerin ist Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es war schon mal besser bestellt um die Bildung in Deutschland inhaltlich, aber insbesondere auch finanziell. Und wenn wir uns den heutigen Haushalt ansehen, dann, glaube ich, kann man durchaus liebevoll sagen, die Ministerin hat sich nicht unbedingt verkämpft für die Mittel in ihrem Einzelplan. Und das sieht man sehr deutlich. Schauen Sie sich die letzten 20 Jahre an. Eine stetige, jährliche, kontinuierliche Steigerung und jetzt erstmals ein massiver Einbruch im Einzelplan, Bildung und Forschung. Was für ein Armutszeugnis für die angebliche Zukunftskoalition. Und auch inhaltlich sieht es nicht besonders gut aus. Wir haben jetzt heute schon mehrfach den Dauerkalauer der letzten zwei Jahre Startchancenprogramm vernommen. Sie haben ja Aufholen nach Corona eingestampft, weil Ihnen das nicht gefallen hat. Sie haben dann verhindert, dass die Bundesfamilienministerin das Gleiche tut mit den Sprachkitas. Und dann kam nichts. Gar nichts. Kam dann am Ende, sondern es hieß immer, es kommt Startchancen. Startchancen ist, und Frau Gutters hat so schön gesagt, eher keine Chance, sondern die verpasste Chance. Es kommt zu spät und es ist zu wenig. Es wird in keinem Fall die Lücken schließen, die wir in den letzten Jahren erleben mussten, insbesondere durch Corona, aber eben auch durch massive Sprachprobleme bei Kindern aus Migrationsfamilien, wo es uns nicht gelungen ist, bundesländerübergreifend mehr dagegen zu tun, dass wir sie besser integrieren. Und Startchancenprogramm wird jedenfalls nicht helfen. Stattdessen lassen Sie die Länder und Kommunen beim Digitalpark 2.0 gnadenlos am ausgestreckten Arm verhungern. Immer noch keine Anschlussregelung für feste, gute Strukturen vor Ort, auf die sich Kommunen und Länder richtigerweise verlassen haben, für ein richtiges Programm, das unsere Schülerinnen und Schüler brauchen. Dauerverhandlungen, Dauerschleife. Und da will ich auch nicht hören, wir wollen uns da jetzt nicht gegeneinander ausspielen lassen. Natürlich tun Sie das. Natürlich tun Sie das. Und ich erwarte hier schlicht und ergreifend, dass die Bundesländer und die Kommunen insbesondere beim Digitalpakt viel mehr Planungssicherheit bekommen. Und zwar nicht nur mehr Planungssicherheit, sondern möglichst bald, denn es ist fünf nach zwölf. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Anja Reinhardt-Töffel, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist kein Geheimnis, der Haushalt 2024 war ein hartes Stück Arbeit. Denn nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil war klar, wir müssen noch mal sehr genau prüfen und sehr genau schauen, wo gespart werden kann. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Haushälterinnen und Haushälter und an alle, die konstruktiv an den Lösungen mitgewirkt haben. Und jetzt ist es soweit. Wir bringen den Haushalt ein und ich freue mich und ich lege den Fokus auf die berufliche Bildung. Warum? Die berufliche Bildung ist ein Kernthema der Bildungspolitik und ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die allgegenwärtige Fachkräftekrise. Und darum sind die Gelder zur Forderung der Aus- und Weiterbildung auch sehr gute und sehr nachhaltige Investitionen in die Zukunft. Ich fange mal mit ein paar besonders wirksamen Beispielen an. Mit dem Startchancenprogramm Wir haben es eben schon gehört. Mit dem Startchancenprogramm sorgen wir endlich für mehr Chancengerechtigkeit und koppeln den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft ab. Gemeinsam mit den Ländern werden wir ab dem kommenden Schuljahr bis zu 4.000 allgemein und berufsbildende Schulen gezielt unterstützen. Und schon in diesem Jahr wird die erste Milliarde fließen. Ich bin sicher, das hat Wirkung. Und Wirkung zeigt auch das Aufstiegs-Bafög. Denn über 190.000 Menschen haben schon 2022 dank des Aufstiegs-Bafög konnten sich beruflich fortbilden. Das sind so viele wie nie zuvor. Erstmals wurde über eine Milliarde für die berufliche Weiterbildung beantragt. Und diese Erfolgsgeschichte setzen wir fort. Wir werden 2024 noch mehr Menschen besser fordern und fit für die Zukunft machen. Ich bin sicher, auch das wirkt. Und drittens, in diesem Punkt sind wir uns sicher alle einig, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse muss dringend mehr Fahrt aufnehmen. Deswegen erhöhen wir die Mittel für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse um mehr als 30 Prozent. Wir machen Tempo und das wird sich positiv aus dem Fachkräftemangel auswirken. Ich bin sicher. Und ein letzter Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist die politische Bildung. Ich erinnere mich gut, wie wir zusammensaßen und um die Einsparungen gerungen haben. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir uns alle einig waren, dass wir auf keinen Fall bei der Demokratieforderung sparen dürfen. Und das tun wir auch nicht. Ganz im Gegenteil, wir investieren in unsere Demokratie. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die in diesen Tagen für unsere Demokratie gemeinsam aufstehen. Das tut gut und das macht Mut. Denn wir sind mehr und nie wieder ist jetzt. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler auf den Tribünen. Haushaltsdebatte, die zweite, spricht der zweite Anlauf. In Sachen Bildung und Wissenschaft ist die Zeit aber leider nicht genutzt worden. Wichtig, unsere Erwartung war keine Creatio spontane, also das Erschaffen von etwas aus dem Nichts. Nein, es ist klar, dass gespart werden muss. Auch wenn wir innerhalb der Regierung eine Prioritätensetzung zugunsten von Forschung, Innovation und Bildung gerne gesehen hätten, Stichwort Wege aus der Krise heraus, denn das wären diese Bereiche gewesen. Nun aber wäre es an Ihnen gewesen, Frau Ministerin, innerhalb Ihres Haushaltes halt eben intelligent zu sparen, meint Prioritäten setzen, das Einsparen einerseits hart vornehmen und auf anderer Seite die Luft schaffen, um Investitionen zu ermöglichen. Jeder, der mal einen schlechten Haushalt machen musste, weiß an dieser Stelle, wie das funktioniert. Hier aber wird ohne Plan gespart. Die Ministerin kürzt ohne erkennbare Strategie und überall hier mal ein wenig mehr und dort mal ein wenig weniger, damit folgt Verwirrung. Die Folge ist keine Planungssicherheit für Länder, Kommunen, Wissenschaft und Forschung. Aus den letzten Legislaturen haben wir Grundlagen für Zukunftstechnologien gelegt, die an Hochschulen außer universitären Einrichtungen alleine oder mit der Industrie beforscht werden. Batterieforschung, künstliche Intelligenz, Quantencomputing. Und wenn hier samt und sonders gekürzt wird, also Wunden gerissen würden durch Kürzungen und dann der Haushaltsausschuss das ein oder andere Pflästerchen verklebt, um es nicht ganz so schlimm zu machen, handelt es sich nicht um eine sinnvolle Politik, sondern aus meiner Sicht um Pflichtschusterei. Tut mir leid. Wenn man aktuell durch die Institute reist, dann hört man eben gerade dies, nämlich große Sorgen, einerseits wegen der Einsparung, aber vielmehr man weiß, man erkennt nicht, wohin die Reise gehen soll. Und insofern, wie wichtig Zukunftstechnologie sein können, sei mit einer Frage an die künstliche Intelligenz dokumentiert. Wenn man ChatGPT fragt, was ist intelligentes Sparen, dann sagt ChatGPT, intelligentes Sparen bezieht sich auf eine durchdachte und effiziente Art und Weise, Geld zu sparen. Intelligentes Sparen erfordert Disziplin und einen langfristigen Ansatz. Hätte die Ministerin mal KI gefragt, denn genau das haben wir nicht, Disziplin bezweifeln sogar ihre Haushälter und lassen sie jetzt alle Vierteljahre antanzen zur Prüfung. Langfristige Ziele, welche Forschungsfelder denn nun Priorität haben, sind nicht auszumachen. So schafft man keine Möglichkeiten, so wird man zur Ministerin der verpassten Chancen. Und Sie beweisen wieder einmal mehr, der Grad zwischen geliefert haben und geliefert sein ist ein schmaler. Rupert Stüwe erhält das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte ja schon das Privileg, heute Morgen in der Debatte zu sein, und irgendwie kriege ich das immer nicht zusammen. Heute Morgen wird vom Sparen gepredigt und jetzt wird die ganze Zeit darüber gestöhnt, dass es tatsächlich auch in manchen Bereichen Prioritätensetzung gibt. Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz sagt, er sieht Potenziale bei den gemeinsamen Ausgaben von Bund und Ländern, um Steuererleichterungen zu finanzieren, und jetzt beklagen sich, gemeinsame Programme wegfallen. Ich kriege das Ganze nicht zusammen. Wir beraten heute einen Haushalt in Zeiten großer Unsicherheit. Und begleiten mit diesem Haushalt, den müssen wir gestalten und wir müssen in diesem Wandel für Gerechtigkeit sorgen. Und ich will das ganz kurz an drei Beispielen klarmachen, die mir wichtig sind in dem Haushalt. Ich will mal nicht mit der Technologie anfangen, sondern mit der Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften weil das war uns auch als SPD Fraktion besonders wichtig. Wenn wir in einer Welt im Umbruch Entscheidungen treffen, dann geht es auch darum, welche Wirkungen haben diese Entscheidungen eigentlich auf die Gesellschaft? Wer profitiert davon? Wie verteilt sich der Reichtum und verteilen sich die Perspektiven? Da wird ein Unterschied in den Politikansätzen deutlich. Entweder man macht Politik mit einer starren Sicht auf die Welt mit Vorurteilen und festen Meinungen oder man macht das mit dem Anspruch sich auch darüber beraten zu lassen wie unsere Politik im Konkreten wirkt. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir die Sozial- und Geisteswissenschaften weiterhin in die Lage versetzen das auch zu tun. Deshalb ist der Aufwuchs im Haushalt so gut. Das Zweite im Bereich des BMBF haben wir die internationalen Wissenschaftskooperationen gestärkt in diesem Haushalt. Auch das kann man ja mal sagen. Das ist uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Ampel besonders wichtig. Da haben wir auch einen eigenen Antrag dazu geschrieben, der auch noch dazu beraten wird. Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur über Geld reden, sondern dass wir auch mit einer konkreten Haltungsfrage an diese Kooperationen rangehen. Dass wir sagen, wir wollen internationale Kooperationen und nicht nur dort, wo es einfach ist wissenschaftlich, sondern wir wollen das auch mit dem globalen Sieden, um bewusst und zielgerichtet, zum Beispiel durch das Programm Ukraine Digital. Und wir haben als Drittes, weil wir eine stärkere Willkommenskultur in diesem Land brauchen, noch einmal den DALD in die Lage versetzt, ein Programm für Fachkräfte neu aufzulegen, auch das ist richtig. Und dann geht es auch um die Fragen der Gerechtigkeit und diesem Haushalt. Da sind die beiden wichtigsten Themen, BAföG und Staatschancenprogramm schon angesprochen worden. Ich möchte noch mal zur Gesundheitsforschung schauen und zwei Themen hervorheben, die strukturell unterforscht waren in den letzten Jahren. Und das sind auf der einen Seite die Forschungsmittel für Long Covid und ME-CFS. Wir haben dafür gute Diskussionen in diesem Haus gehabt. Wir haben zusammen festgestellt, dass das strukturell unterforscht worden ist. Und dann gucke ich in den Antrag der Union rein, die Basis für diese gute Diskussion war. Und da steht drin, wir wollen diese Forderungen auf Basis der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umsetzen. Und jetzt? Es gibt gar keinen Antrag, diese zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu vergrößern. Im Gegenteil, die Ampel hat dafür gesorgt, dass mehr Mittel verlässlich zur Verfügung stehen, gerade in diesem Bereich. Und das Zweite ist das Thema Frauengesundheitsforschung, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Endometriose. Und wir haben ja so viel in die letzten Jahre geschaut, da haben wir in den letzten 16 Jahren 4 Millionen Euro dafür ausgegeben, für diese Forschung. Jetzt haben wir diesen Anteil auch dort auf eine verlässliche Basis gestellt, 5 Millionen für zwei Jahre Forschung zur Endometriose. Und wir haben auch die Forschung zur reproduktiven Gesundheit gestärkt. Ich sage das, weil wir bei diesem Thema eine immense Gerechtigkeitslücke haben. Wir haben angefangen, diese Lücke zu schließen als Nächste Rednerin ist Katrin Staffler für die CDU CSU Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Stark-Watzinger, Sie sind ja schon mit hohen Zielen und mit vielen Plänen in Ihre Amtszeit gestartet. Sie wollten einen Grundstein legen für ein Jahrzehnt der Bildungschancen. Sie wollten die Bedürfnisse und die Anliegen junger Menschen in den Mittelpunkt rücken und ihnen in dieser Bundesregierung Gehör verschaffen. Seitdem sind ja gerade mal zwei Jahre vergangen und feststellen muss man leider das genaue Gegenteil. Die jungen Menschen in Deutschland fühlen sich von dieser Bundesregierung leider einfach im Stich gelassen. Sie sind angetreten mit dem Anspruch, das BAföG ernsthaft und strukturell zu reformieren. Ich erinnere mich noch sehr gut an die beiden Debatten zu diesen ersten kleinen Mini- gemacht haben. Was haben die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktionen uns da nicht alles versprochen? Für die zweite, für die richtige, für die große BAföG-Reform. Die Erwartungen waren entsprechend hoch. Das Ergebnis ist jetzt nicht abgestimmter Regierungsreferentenentwurf, der meilenweit hinter dem, was wir erwartet haben, zurückbleibt und der mehr Profilierung für die Ministerin ist, als eine Problemlösung für die, die wirklich betroffen sind von den Themen. Teilzeitförderung fehlt. Vorschlag zur Digitalisierung des Antrags und des Bearbeitungsprozesses fehlt. Und vor allem die Erhöhung der Bedarfssätze nach zwei Jahren Rekordinflation. Ja, wo bleibt denn da die deutliche Unterstützung für die jungen Menschen? Ich kann es Ihnen sagen. Sie fehlt. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, eine Erhöhung der Bedarfssätze wäre nicht notwendig, das ist geradezu ein Schlag ins Gesicht von denjenigen, die auf das BAföG angewiesen sind. In welcher Realität leben sie denn da, wenn sie so was sagen? Sie haben mit dem Referenten Entwurf für das BAföG alle Hoffnungen auf eine große BAföG Reform beerdigt. Deswegen verwundert es nicht, dass die Koalitionspartner dann innerhalb von wenigen Stunden nach Bekanntwerten direkt Nachbesserung gefordert haben und zu retten, was zu retten ist. Es hilft aber nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und der SPD, so wie heute hier mehrfach passiert, dass sie jetzt versuchen in den Haushaltsberatungen so einen psychologischen Trick zu machen. Sie verkaufen die Finanzmittel für das BAföG als ein Plus von 150 Millionen Euro. Dabei sind es in Wahrheit halt nur 150 Millionen Euro weniger als die Kürzungen, die sie ursprünglich angedacht hatten, nämlich das Minus von 700 Millionen Euro. Es ist peinlich und einer ehrlichen Debatte nicht so und es ist nicht nur das BAföG das Beweis dass die jungen Menschen in der Bundesregierung keine Stimmen haben erinnern wir uns zurück an das Debakel zu dem 200 Euro Zuschuss als wir ewig drauf warten haben müssen und was ist eigentlich mit den KfW Studienkrediten da gab es mal einen kurzen Aufschrei in der Koalition aber jetzt versteckt man sich scheinbar hinter der Aussage geht halt irgendwie nicht und hofft dass es niemand mehr zur Sprache bringt ich frage Sie wollen wir wirklich so mit den jungen Menschen in unserem Land umgehen und mit der Zukunft unseres Landes das ist kein Jahrzehnt der Bildungschancen von dem Anspruch ist heute nichts mehr zu spüren ganz im Gegenteil Frau Abgeordnete kommen Sie bitte zum Schluss Ich bin letzten Satz ganz im Gegenteil Sie sind die Ministerin der verpassten Chancen aber die Hoffnung stirbt zuletzt geben Sie den jungen Menschen die Hoffnung zurück Die nächste Rednerin ist Marlene Schönberger für Bündnis 90 Die Grünen Sehr geehrte Frau Präsidentin liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen Schulen sagen Projekttage mit Meter Two ab weil sie seit dem Terrorangriff der Hamas die Sicherheit der Gäste in den Klassenzimmern nicht mehr gewährleisten können In jüdischen Schulen können Eltern Kinder zum Teil nur einzeln abholen um die Opferzahl bei einem Anschlag gering zu halten Lehrkräfte berichten dass sie sich alleingelassen fühlen wenn sie sich gegen Antisemitismus stellen Liebe Kolleginnen wohin es führt dass wir antisemitische Kontinuitäten hingenommen haben das zeigt die Spur des antisemitischen Terrors die sich nach 1945 durch die Bundesrepublik zieht wie zuletzt in Halle gerne mal zuhören 20 bis 30 Prozent der Menschen in Deutschland haben latent oder offen antisemitische Einstellungen in allen gesellschaftlichen Gruppen unabhängig vom Bildungsabschluss und so ist es nicht verwunderlich dass auch an Unis zu israelfeindlichen Demos zu Antisemitismus in Studierendenparlamenten zu Israel Hass durch Dozierende kommt und es sollte nicht die Aufgabe von jüdischen Studierenden sein auf diese Missstände hinzuweisen und doch bleiben sie oft allein weil die Mehrheit schweigt und hier möchte ich Ihnen Frau Ministerin ausdrücklich danken für Ihre klaren Worte angesichts dieser Missstände mit diesem Haushalt stärken wir den Kampf gegen Antisemitismus und fördern jüdisches Leben wie nie zuvor über alle Einzelpläne hinweg sind es 100 Millionen Euro zusätzlich doch das kommt spät sehr spät das antisemitische Weltbild ist weit in unserer Gesellschaft verbreitet Sicherheitsarchitektur und Strafrecht greifen erst dann wenn es eigentlich zu spät ist was es jetzt braucht ist flächendeckende antisemitismuskritische Bildungsarbeit nicht nur für Kinder und Jugendliche sondern auch für Erwachsene wir müssen auf die MultiplikatorInnen schauen auf die Ausbildung von PädagogInnen auch in Sicherheitsbehörden im Übrigen auf Lehrpläne und Schulbücher als Bund stellen wir nicht nur klare Ansprüche an die Länder sondern wir stehen ihnen auch zur Seite das zeigt dieser Haushalt gemeinsam mit anderen Häusern und der Bundeszentrale für politische Bildung stärkt dieser Etat Antisemitismus und rassismuskritische Bildungsarbeit Demokratiebildung in Schulen und Hochschulen sowie in der Erwachsenenbildung eine verstärkte Forschungsförderung im Bereich Antisemitismus fundiert pädagogisches Handeln mit Wissen das ist Demokratiebildung in Reinform liebe Kolleginnen und fast alle hier im Haus werden zustimmen dass es die jetzt dringend braucht wird der nächste Redner ist die Ehe es gäbe eine Erhöhung doch meine Damen und Herren gucken wir mal zur Haushaltsklarheit und Wahrheit wir haben erstmalig in diesem Jahr kein Sondervermögen mehr für den Digitalpakt sie haben es aufgelöst milliardenschwer und jetzt muss aus diesem Haushalt 1,25 Milliarden für den Digitalpakt erbracht werden sind 6% also ein Minus von 6% gucken wir auf eine zweite Zahl nach den gängigen Instituten ist die Inflation im Dezember 2023 zum Dezember 2022 6% gewesen das wiederum sind weitere 1,2 Milliarden das heißt in realen Größen verlieren wir in diesem Jahr zweieinhalb Milliarden Euro in diesem Haushalt und das merken sie an allen Ecken und Enden kaum ein Tag kaum ein Tag kaum ein Tag geht zu Ende ohne dass sie Kürzungen sehen von der DDR Forschung über die Batteriezellen bis hin zu den BAföG Beziehenden den über eine halbe Milliarde aus dem Haushalt Titel gestrichen wird und was dazu führt dass sie Frau Ministerin den BAföG Beziehenden noch vorrechnen dass sie sogar 200 Euro mehr bekommen als sie eigentlich bräuchten ich finde das merkwürdig um das ganz vorsichtig zu sagen und sie merken die Leute merken dass es so viel Steuereinnahmen gibt wie noch nie zuvor sie haben auch Geld für andere Projekte fast 10 Milliarden Euro mehr in A und S die Hälfte dessen was überhaupt für Bildung und Forschung zur Verfügung steht und jetzt und jetzt Frau Ministerin wäre es eigentlich ihre Aufgabe Prioritäten zu setzen in der Zeitenwende wo wollen sie denn hin in welche Technologien die Zukunftsstrategie die sie vorgelegt haben hat allerdings überhaupt keine Selektion vorgenommen da ist einfach alles drin und sie haben auch noch neue Themen draufgelegt 20 mal findet sich in der Zukunftsstrategie das Wort soziale Innovation sie haben sogar eine eigene Beauftragte eingestellt in der ersten Förderlinie seit es diese Zukunftsstrategie gibt dem DATI-Piloten sind allerdings 20% der Mittel jetzt an soziale Innovation vergeben worden das heißt es fehlen 12% in diesem Budget und von dem was jetzt da ist wird in neuen Förderlinien auch noch in neue Themen investiert was der klassischen Wissenschaft und Forschung fehlt und sie können soziale Innovation machen aber dann Frau Ministerin müssen sie auch mehr Mittel drauflegen um das gegenzufinanzieren und deshalb Frau Ministerin sie müssen endlich Prioritäten setzen sie müssen der Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaft Zuverlässigkeit und Planungssicherheit geben und zeigen welche Themen sind ihnen wichtig so ist es heute ein Haushalt der verpassten Chancen vielen Dank Das Wort erhält die fraktionslose Abgeordnete Nicole Gröfe Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen die Parteien der Ampelregierung und ganz vorneweg Sie Frau Stark-Watzinger als Bildungsministerin Sie haben ein Aufstiegsversprechen gegeben im Koalitionsvertrag haben Sie geschrieben dass Sie allen Menschen unabhängig von der Herkunft beste Bildungschancen bieten werden Sie haben das Jahrzehnt der Bildungschancen ausgerufen Kolleginnen und Kollegen das Gegenteil ist aber eingetreten Bildungsbiografien werden nach wie vor vererbt immer weniger Menschen gelingt der Bildungsaufstieg und das ist die Folge ihrer Politik und jetzt weiß ich auch jetzt weiß ich auch jetzt weiß ich auch dass schon die Jahre und Jahrzehnte vorher als nicht die Ampel sondern andere regiert haben ein einziges bildungspolitisches Versäumnis waren aber seit zwei Jahren sind Sie jetzt eben dran und das ist genug Zeit um die Weichen für einen Aufbruch in der Bildung zu stellen und das machen sie nicht denn statt zu investieren kürzen sie das ist die Situation und das ist ein Skandal was sie in den letzten Wochen gemacht haben ist dass sie weil es eben auch Druck von außen gab die Kürzungen wieder ein bisschen gekürzt haben dass sie Haushaltstitel hin und her geschoben haben damit es nicht ganz so schlecht aussieht und dass sie schöne Worte für schlechte Zustände gefunden haben dass sie es eben jetzt Konsolidierung nennen aber es ist was es ist es ist keine soziale Politik und es ist auch das Gegenteil einer Politik von Chancen und Möglichkeiten und das ist Gift für unsere Gesellschaft das BAföG das BAföG wieder zu diesem Instrument zu machen die geplante Strukturreform ist Kosmetik und keine Trendwende sie werden nicht aktiv gegen den Sanierungsstau an Schulen und Hochschulen sie legen nichts auf den Tisch wie man Lehrkräftemangel beheben kann die linken Ideen zum Ausbau von Lehramtsstudien Plätzen haben sie kategorisch abgelehnt bei der beruflichen Bildung passiert auch fast nichts der Berufsbildungs packt nimmt keine diese lassen sie ersatzlos auslaufen und der Digitalpakt läuft auch aus das Konzept für den Nachfolger ist vertagt auf 2025 in diesem Jahr passiert nichts und die Ampel entgegnet auf all diese Kritikpunkte ja aber wir haben jetzt das Startchancen Programm Kolleginnen und Kollegen das ist absurd dieses Programm ist nicht die Antwort auf alle Fragen es ist zu wenig zu punktuell und übrigens auch zu wenig strukturell um so etwas wie eine Allzweckwaffe für die Bildung zu sein Kolleginnen und Kollegen in diesen Zeiten lautet die wichtigste Antwort des Bundes in der Bildungspolitik lautet die wichtigste Antwort auf die Herausforderung nach sozialer Gerechtigkeit in der Bildung mehr Geld viel mehr Geld für die Bildung für Lehrkräfte für Schulgebäude für individuelle Förderung das ist die wichtigste Antwort drücken Sie und der letzte Redner in dieser Aussprache ist Dr. Holger Becker für die SPD Fraktion sehr geehrte Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen ich muss Ihnen als gefühlt 50 Redner in dieser Debatte sicherlich nicht erzählen unter weltschwierigen Bedingungen wir diesen Haushalt 2024 im Bundestag verhandelt haben ich tue es aber trotzdem als jemand der aus der Forschung kommt und weiß zu was unsere Forschung in diesem Lande im Stande ist oder besser noch was Forschung in diesem Lande im Stande sein kann wenn wir sie denn lassen als so jemand habe ich tatsächlich einigen Anlass zur Nachdenklichkeit es wird in diesem wie in den folgenden Haushaltsjahren sicher darum gehen zu schauen wo die Möglichkeit Einsparpotenziale zu identifizieren und und das ist die politische Aufgabe diese Potenziale auch zu realisieren ich erwähne in diesem Zusammenhang und das als kleines Signal Richtung Ministerium zum Beispiel die Organisation der projektorientierten Forschungsförderung hier erscheint es mir möglich die Prozesse für alle Beteiligten zu optimieren und gleichzeitig signifikant Haushaltsmittel einzusparen ebenso wichtig erscheint es mir im Rahmen der neuen Roadmap für nationale Forschungsinfrastruktur belastbare transparente und nachvollziehbare Kriterien in Anwendung zu bringen wenn es darum geht zu entscheiden welche Forschungsinfrastruktur der Bund in Zukunft realisieren will um es einmal deutlich zu sagen 2024 mit Blick auf die kommenden Jahre ist leider keine Ausnahme die Aufstellung des Bundeshaushaltes wird in den kommenden Jahren sicherlich noch herausfordernder werden wir müssen genau hinschauen wofür wir unser Geld ausgeben werden dabei sind aus meiner Sicht zwei Faktoren wichtig zum einen bedarf es eines Mechanismus der dann greift wenn ein Projekt bereits in der Realisierungsphase zu scheitern droht und der die Möglichkeit eröffnet ein Projekt auch einmal zu stoppen bevor es zu einem Milliardengrab wird ebenfalls bedarf es in diesem Zusammenhang gut messbarer Meilensteine und Zielsetzung die während eines laufenden Projektes dessen Fortschritte transparent machen zum anderen müssen wir uns Gedanken machen wie gutes Management bei Großforschungsprojekten in Zukunft aussehen soll es bedarf eines fairen Ausgleichs zwischen Ambition und Wirklichkeit auch deshalb weil sich die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form gerade in diesem Bereich als Innovationsbremse entpuppt nicht ohne Grund haben gerade heute die Wirtschaftsweisen eine Veränderung der Schuldenbremse insbesondere im Hinblick auf Zukunftsinvestitionen angemahnt denn wir alle in diesem Haus wissen doch jeder Euro der in dem Bereich Forschung und Entwicklung investiert wird bringt unserer Gesellschaft später ein Vielfaches nicht nur an Einnahmen sondern wirklich als gesellschaftliche Errungenschaft liebe Kolleginnen und Kollegen so herausfordernd die Gesamtlage auch sein mag es gibt sie die Projekte im Forschungsbereich auf deren Aufsetzung wir in diesem Jahr durchaus stolz sein können wir bringen das Einstein Teleskop als transnationales europäisches Projekt auf den Weg Polarstern 2 als Leuchtturmprojekt von Klima und Arktisforschung ist durchfinanziert auch der Einstieg in die Finanzierung von Petra 4 als einzigartigem Instrument der Material- und Biowissenschaften stellt einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des Forschungszentrums DESI in Hamburg dar darüber hinaus wird der Bund seine Zusagen des Mittelaufwuchses im Rahmen des Pakt zur Forschung und Innovation auch in diesem Jahr Allerdings werden wir uns in Zukunft sicherlich die Frage stellen müssen wie es gelingt mehrjährige Projekte so zu organisieren dass sowohl die Freiheit als auch die Planungssicherheit der Organisation gewährleistet werden ohne dass dabei zugleich die Selbstbewirtschaftungsmittel im Laufe der Zeit exorbitant anwachsen nicht zuletzt haben wir mit der Standortentscheidung für die DATI in Erfurt natürlich einen weiteren Meilenstein für diese Organisation gelegt liebe Kolleginnen und Kollegen wir haben allen Anlass stolz auf unseren Forschungsstandort zu sein und lassen mich noch ein Wort sagen wir sind in einem Academic Freedom Index auf Platz 1 weltweit so viel zum Thema Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit wir in der Ampel werden auch dafür in Zukunft die entsprechenden forschungspolitischen Weichen stellen Vielen Dank Gute Nacht oder guten Abend Ne noch nicht gute Nacht hier kommt noch eine Abstimmung also ich schließe jetzt erst mal die Aussprache und damit kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Ausschussfassung wer stimmt dafür das ist die Koalition wer stimmt dagegen das ist die Opposition Enthaltungen sehe ich keine dann ist der Einzelplan 30 angenommen wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen Mittwoch den 31 Januar 12 Uhr denken Sie bitte natürlich auch an die Gedenkstunde um 10 Uhr wir sehen uns dann morgen wieder die Sitzung ist geschlossen an das das ist das das ist das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.